Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Spirit of Des Moines schickte ihr Signal voraus, als sie sich in der morgendlichen Kühle dem Bahnhof von Cincinnati näherte. Shaman spürte zuerst ein schwaches, kaum wahrnehmbares Vibrieren des hölzernen Bahnsteigs, dann ein deutliches Zittern und schließlich eine kräftige Erschütterung. Plötzlich war das Ungetüm da, mit seinem Geruch nach heißem, öligem Metall und Dampf. Im fahlgrauen Zwielicht brauste es auf ihn zu. Messingarmaturen glänzten auf dem schwarzen Drachenkörper, mächtige Kolbenarme bewegten sich rhythmisch und eine helle Rauchwolke stieg himmelwärts wie die Fontäne eines Wals und löste sich schließlich in zerfasernde Fetzen auf, als die Lokomotive langsam zum Stehen kam. Im dritten Waggon waren nur noch wenige der harten, hölzernen Sitzplätze frei und er nahm auf einem von ihnen Platz, während der Zug erzitterte und wieder anfuhr. Züge waren noch immer etwas Neues, aber sie bedeuteten auch, dass man mit zu vielen Leuten reisen musste. Er zog es vor, allein und gedankenverloren auf einem Pferd zu reiten. Der lange Waggon war brechend voll mit Soldaten, Handlungsreisenden, Fahrmann und Frauen, von denen einige kleine Kinder dabei hatten. Das Kindergeschrei störte ihn überhaupt nicht, aber der Waggon roch nach einer Mischung aus säuerlich stinkenden Socken, dreckigen Windeln, schlechter Verdauung, verschwitzten, ungewaschenen Körpern und dem Mief von Zigaretten und Pfeifen. Das Fenster schien als Kraftprobe gedacht zu sein, aber Schermann war groß und stark, und es gelang ihm, es zu öffnen, was sich allerdings schnell als Fehler herausstellen sollte. Die mächtige Lokomotive, drei Waggons weiter vorne, stieß nicht nur Rauch, sondern auch ein Gemisch aus Ruß, glimmenden oder erloschenen Kohlestückchen und Asche aus, dass der Fahrtwind nach hinten und zum Teil auch durch das offene Fenster in das Abteil wehte. Bald hatte ein glühender Funke in Schermanns neues Jackett ein Loch gebrannt. Hustend und verärgert Murmeln stieß er das Fenster wieder zu und klopfte seine Jacke ab, bis der Funke erloschen war. Eine Frau auf der anderen Seite des Mittelgangs sah ihm zu und lächelte. Sie war etwa zehn Jahre älter als er und modisch, aber für die Reise praktisch gekleidet. Ihr graues Wollkostüm hatte einen losefallenden Rock ohne Reifen und war von Paspeln aus blauem Leinen eingefasst, die das Blond ihrer Haare betonten. Die Augen der beiden trafen sich einen Augenblick lang, doch dann konzentrierte sich die Frau wieder auf das Handarbeitsschiffchen in ihrem Schoß. Schermann wandte sich ohne Bedauern von ihr ab. Die Trauer war nicht die rechte Zeit für das Spiel zwischen Männern und Frauen. Er hatte sich ein wichtiges Buch zum Lesen mitgenommen, doch so sehr er auch versuchte, sich darin zu vertiefen, seine Gedanken wanderten immer wieder zu Paar. Der Schaffner hatte sich im Mittelgang bis zur Bank hinter Schemann vorgearbeitet, doch er bemerkte ihn erst, als der Mann ihm die Hand auf die Schulter legte. Er schreckte hoch und starrte in ein gerötetes Gesicht. Der Schnauzbart des Schaffners endete in zwei gewachsten Spitzen, und sein ergrauender, rötlicher Kinn- und Backenbart gefiel Schermann, weil er den Mund freilies. »Sind wohl taub,« sagte der Mann gutmütig, »ich hab sie schon dreimal nach ihrer Fahrkarte gefragt, Sir.« Schemann lächelte ihn ohne Verlegenheit an, denn so etwas passierte ihm immer und immer wieder. »Ja, ich bin taub,« sagte er und gab dem Schaffner die Fahrkarte. Schemann sah, wie sich vor dem Fenster die Prärie ausbreitete, doch der Anblick fesselte ihn nicht. Die Landschaft hatte etwas Monotones, und außerdem raste der Zug so schnell an ihr vorbei, dass einem die Einzelheiten kaum ins Bewusstsein dringen konnten. Am besten reiste man zu Fuß oder zu Pferd. Wenn man dann an ein hübsches Fleckchen kam und hungrig war oder pinkeln musste, konnte man einfach stehen bleiben und sein Bedürfnis befriedigen. Kam ein Zug an ein solches Fleckchen, rauschte es nur verschwommen an einem vorbei. Das Buch, das er dabei hatte, hieß »Lazarett-Skizzen« und stammte aus der Feder einer gewissen Luisa Alcott aus Massachusetts, die seit Beginn des Krieges Verwundete pflegte und deren Schilderungen des Leids und der entsetzlichen Zustände in den Lazaretten in Medizinerkreisen für große Aufregung gesorgt hatten. Als er jetzt darin blätterte, wurde er noch trauriger, denn er musste dabei daran denken, welche Qualen sein Bruder Bigger durchleiden mochte, der als Kundschafter der Konföderierten vermisst war, wenn er nicht sogar schon zu den namenlosen Gefallenen gehörte. Diese Gedanken führten ihn auf dem Pfad tränenloser Trauer zurück zu seinem Vater, und er sah sich verzweifelt um. Weiter vorne im Waggon fing ein magerer kleiner Junge an sich zu übergeben, und seine Mutter, die bleich zwischen Gepäckstapeln und drei weiteren Kleinkindern saß, hielt hastig seinen Kopf, damit er nicht ihre Habseligkeiten bekleckerte. Als Schämen bei ihr war, hatte sie bereits begonnen, den Unrat aufzuwischen. Er sprach sie an. Kann ich ihm vielleicht helfen? Ich bin Arzt. Wir haben kein Geld, um zu bezahlen. Er tat den Einwand mit einer Handbewegung ab. Der Junge schwitzte nach dem krampfartigen Erbrechen, doch seine Haut fühlte sich kühl an. Seine Drüsen waren nicht geschwollen, und die Augen wirkten einigermaßen klar. Sie sei Mrs. Jonathan Sperber, sagte die Frau auf seine Fragen, aus Lima in Ohio und auf dem Weg zu ihrem Gatten, der zusammen mit anderen Quäkern in Springdale, fünfzig Meilen westlich von Davenport, eine Siedlung errichte. Der kleine Patient hieß Lester und war acht Jahre alt. Er sah zwar noch blass aus, doch die Farbe kehrte bereits in sein Gesicht zurück. Er schien also nicht ernstlich krank zu sein. Was hat er gegessen? Aus einem schmierigen Mehlsack zog sie widerstrebend eine hausgemachte Wurst. Sie war grün, und Shammons Nase bestätigte, was seine Augen ihm sagten. Mein Gott! Eve! Haben Sie die allen gegeben? Sie nickte, und Shaman sah die Kleinen angesichts ihrer Verdauung mit Bewunderung an. Die dürfen Sie ihnen nicht mehr geben. Die ist ja total verdorben. Ihr Mund wurde ein schmaler Strich. So verdorben kann sie nun auch wieder nicht sein. Sie ist gut gepökelt. Wir haben schon Schlimmeres gegessen. Wenn sie wirklich so schlecht ist, wie Sie behaupten, müssten die anderen ebenfalls krank sein. Und ich auch. Er kannte genug Siedler der verschiedensten Bekenntnisse, um zu wissen, was sie damit meinte. Die Wurst ist alles, was wir haben. Entweder essen wir die verdorbene Wurst oder gar nichts. Er nickte und ging zu seinem Platz zurück. Sein Proviant steckte in einer aus Seiten des Cincinnati Commercial gedrehten Tüte. Drei dicke Doppelscheiben dunkles Brot nach deutscher Art mit magerem Rindfleisch dazwischen. Ein Erdbeertörtchen und zwei Äpfel, mit denen er kurz jonglierte, um die Kinder zum Lachen zu bringen. Als er Mrs. Burber das Essen anbot, öffnete sie den Mund, als wolle sie protestieren, schloss ihn aber schnell wieder. Die Frau eines Siedlers braucht eine vernünftige Portion Realismus. »Wir sind Ihnen sehr verbunden, mein Freund«, sagte sie. Die blonde Frau auf der anderen Seite des Gangs sah wieder zu ihm herüber, doch scheinbar versuchte sich erneut auf das Buch zu konzentrieren, da kam der Schaffner zurück. »Dagen Sie mal, ich kenn Sie doch. Ist mir gerade erst gekommen. Doc Coles Sohn aus Holden's Crossing, oder?« »Ja«, scheinbar wusste, dass er aufgrund seiner Taubheit erkannt worden war. »An mich erinnern Sie sich wohl nicht mehr. Frank Fletcher? Habt ihr draußen an der Hoopal Road Meise angebaut? Ihr Daddy hat sich über sechs Jahre lang um uns sieben gekümmert, bis ich dann verkauft habe und zur Eisenbahn gegangen bin. Wir sind nach East Moline gezogen. Ich weiß noch, wie Sie als Knirps manchmal mitgekommen sind. Hinten auf dem Pferd haben Sie sich festgeklammert, als wäre es ums Leben gegangen. Hausbesuche waren für seinen Vater die einzige Möglichkeit gewesen, mit seinen Söhnen zusammen zu sein, und den Jungen hatte es sehr gefallen, ihn bei diesen Ausritten zu begleiten. »Jetzt erinnere ich mich an Sie«, sagte er zu Fletcher, »und an Ihre Farm. Ein weißgestrichenes Holzhaus, daneben der rote Stahl mit Blechdach und die alte Torfhütte, die Sie als Lagerraum benutzt haben. Ja, genau so war's. Manchmal sind Sie mitgekommen, manchmal Ihr Bruder. Wie heißt er gleich wieder?« »Sehe, meinen Bigger. Meinen Bruder Alex. Ja. Wo steckt er jetzt?« »Im Militär.« Er sagte nicht, in welcher Armee. »Natürlich.« »Und Sie werden wohl Pfarrer?«, fragte der Schaffner mit einem Blick auf den schwarzen Anzug, der vierundzwanzig Stunden zuvor noch auf einem Verkaufsständer bei Seligmans in Cincinnati gehangen hatte. »Nein, ich bin auch Arzt.« »Mein Gott, Sie sind doch noch gar nicht alt genug!« Schämmen spürte, dass seine Lippen sich verkrampften, denn mit seiner Jugend kam er schwerer zurecht als mit seiner Taubheit. »Ich bin alt genug. Hab in einem Krankenhaus in Ohio gearbeitet. Mr. Fletcher. Mein Vater ist am Donnerstag gestorben.« Fletchers Lächeln verschwand so langsam und vollständig, dass kein Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner Trauer blieb. »Ach, wir verlieren doch immer die Besten, nicht?« »Im Krieg?« Er war schon wieder zu Hause. Im Telegramm stand Typhus. Der Schaffner schüttelte den Kopf. »Sagen Sie doch bitte Ihrer Mutter, dass Sie eine ganze Menge Leute in Ihre Gebete einschließen werden.« Schämmen dankte ihm und erwiderte, das werde Sie sehr freuen. »Kommen eigentlich an einer der nächsten Haltestellen noch Imbissverkäufer in den Zug?« fragte er dann. »Nein. Dir bringt jeder seine Verpflegung mit?« Der Eisenbahner sah ihn besorgt an. »Kaufen können Sie sich erst etwas, wenn Sie in Kankanky umsteigen. Mein Gott, hat man Ihnen das denn nicht gesagt, als Sie die Fahrkarte gekauft haben?« »Doch, doch. Ich brauche hier nichts. Es hat mich nur interessiert.« Der Schaffner tippte mit dem Finger an sein Mützenschild und ging. Fast im gleichen Augenblick stand die Frau auf der anderen Seite des Mittelganges auf, um sich nach einem umfänglichen Eichenspankorb auf der Gepäckablage zu strecken und dabei von der Brust bis zu den Schenkeln wohlgeformte Kurven zu präsentieren. Schämmen ging hinüber und hob den Korb für sie herunter. Sie lächelte ihn an. »Sie müssen etwas von mir nehmen«, sagte sie. »Wie Sie sehen, habe ich genug für eine ganze Armee.« Er wollte ablehnen, musste aber zugeben, dass ihre Vorräte wirklich für eine Kompanie reichten. Bald darauf aß er Brathuhn, Gerstenmehlkuchen mit Kürbis und Kartoffelpie. Mr. Fletcher, der mit einem zerdrückten Schinkenbrot zurückkehrte, das er von einem Fahrgast für Schämmen erbettelt hatte, grinste und erklärte, Dr. Cole sei im Proviantrequirieren besser als die Potomac Army. Dann ging er schnell wieder, offensichtlich um das Brot selber zu essen. Schämmen aß mehr, als er redete, und der Appetit angesichts seiner Trauer wunderte und beschämte ihn. Sie redete mehr, als sie aß. Ihr Name war Martha McDonald. Ihr Gatte Lyman war in Rock Island Vertreter für die American Farm Implements Company. Sie drückte ihre Anteilnahme an Schämmens Verlust aus. Während sie ihm das Essen reichte, berührten sich ihre Knie. Eine angenehme Vertraulichkeit. Er hatte schon sehr früh festgestellt, dass viele Frauen von seiner Taubheit abgestoßen, viele aber auch von ihr erregt wurden. Vielleicht hing letzteres mit dem verlängerten Augenkontakt zusammen, denn während sie sprachen, schaute er ihnen ins Gesicht. Eine reine Notwendigkeit, da er von ihren Lippen ablesen musste, was sie sagten. Er machte sich keine Illusionen über sein Aussehen. Auch wenn man ihn nicht gerade schön nennen konnte, war er doch groß, ohne tollpatschig zu wirken. Er verströmte die Energie junger Männlichkeit und ausgezeichneter Gesundheit, und seine ebenmäßigen Gesichtszüge und die klaren blauen Augen, die er von seinem Vater geerbt hatte, ließen ihn zumindest anziehend erscheinen. Aber all das war im Zusammenhang mit Mrs. McDonald bedeutungslos. Er hatte es sich zur Regel gemacht, sich nie mit einer verheirateten Frau einzulassen, und diese Regel war so unumstößlich wie das Händewaschen vor und nach einer Operation. Deshalb dankte er Mrs. McDonald für das gute Essen und ging, sobald der Rückzug nicht mehr verletzend wirken konnte, zu seinem Platz zurück. Den Großteil des Nachmittags verbrachte er über seinem Buch. Luisa Elkert berichtete von Operationen, die ohne schmerzbetäubende Mittel durchgeführt wurden, und von Männern, die an infizierten Wunden starben, weil die Lazarette nach Dreck und Verwesung stanken. Tod und Leid hatten ihn schon immer traurig gestimmt, überflüssiger Schmerz und unnötiges Sterben aber machten ihn wütend. Am Spätnachmittag kam Mr. Fletcher noch einmal vorbei und verkündete, der Zug bewege sich mit einer Geschwindigkeit von 45 Meilen pro Stunde vorwärts, dreimal so schnell wie ein Pferd, und das ohne zu ermüden. Genauso hatte ein Telegramm Schermann schon am Morgen, nachdem es geschehen war, vom Tod des Vaters unterrichtet. Er überlegte sich verwundert, dass die Welt in eine Ära schneller Transportmittel und noch schnellerer Kommunikation trieb, in eine Ära neuer Krankenhäuser und Behandlungsmethoden, einer Chirurgie ohne Schmerzen entgegen. Doch da ihn solch erhabene Gedanken müde machten, zog er heimlich Martha MacDonald mit den Augen aus, um, wenn auch feige, eine angenehme halbe Stunde damit zu verbringen, sich eine medizinische Untersuchung vorzustellen, die in einer Verführung endete, die ungefährlichste und harmloseste Verletzung des hypokratischen Eids. Die Ablenkung hielt nicht lange vor. Seine Gedanken landeten immer wieder bei Paar. Je näher er der Heimat kam, desto schwieriger fiel es ihm, sich der Realität zu stellen. Tränen kitzelten hinter seinen Liedern. Ein einundzwanzig Jahre alter Arzt durfte in der Öffentlichkeit nicht weinen. Paar. Die Nacht brach schwarz herein, schon Stunden bevor sie in Kankanky umstiegen. Schließlich, und wie ihm schien viel zu früh, kaum elf Stunden nachdem sie Cincinnati verlassen hatten, verkündete Mr. Fletcher das Ziel der Reise. Rock Island! Der Bahnhof war eine Oase des Lichts. Beim Aussteigen entdeckte Shaman sofort Alden, der unter einer Glaslampe auf ihn wartete. Der Knecht klopfte ihn auf den Arm, schenkte ihm ein trauriges Lächeln und begrüßte ihn mit der vertrauten Wendung. Willkommen zu Hause, Jiggity Jigg. Hallo, Alden. Sie blieben einen Augenblick unter dem Licht stehen, damit sie sich unterhalten konnten. Wie geht's ihr? Ach, du weißt schon, dreckig. Ist dir noch gar nicht richtig zu Bewusstsein gekommen? Hatte ihr noch kaum Gelegenheit, allein zu sein, bei all dem Kirchenvolk im Haus und diesem Reverend Blackmer, der ihr den ganzen Tag nicht mehr von der Seite geht? Shaman nickte. Der unbeugsame Glaube der Mutter war für sie alle eine Prüfung, aber wenn die First Baptist Church ihr in ihrem Kummer helfen konnte, wollte er dankbar dafür sein. Alden hatte richtig vermutet, dass Shaman nur mit einer Tasche reisen würde und deshalb das einachsige Geek genommen, das im Gegensatz zum zweiachsigen Backboard eine gute Federung hatte. Das Pferd war Boss, ein grauer Wallach, den sein Vater sehr gemocht hatte. Shaman streichelte ihm die Nase, bevor er auf den Sitz kletterte. Unterwegs war eine Unterhaltung unmöglich, denn in der Dunkelheit konnte er Ordensgesicht nicht sehen. Der Knecht roch wie früher, nach Heu und Tabak, ungesponnener Wolle und Whisky. Auf der Holzbrücke überquerten sie den Rocky River und folgten dann im Trab der Straße nach Nordosten. Das Land zu beiden Seiten konnte Shaman nicht sehen, doch er kannte jeden Baum und jeden Stein. Stellenweise war die Straße nur schwer zu befahren, weil sie das Schmelzwasser in einen Schlammpfad verwandelt hatte. Nach einer Stunde Fahrt hielt Alden an, wie er es immer tat, um das Pferd verschnaufen zu lassen. Er und Shaman stiegen aus, pinkelten auf Hans Buckmans feuchte untere Weide und vertraten sich ein paar Minuten lang die Beine. Bald darauf überquerten sie die schmale Brücke über dem Fluss auf ihrem eigenen Anwesen, und als das Haus und der Stall in Sicht kamen, rutschte Shaman zum ersten Mal das Herz in die Hose. Bis dahin war alles wie immer gewesen. Alden hatte ihn abgeholt und nach Hause gefahren, doch wenn sie jetzt ankamen, würde Paar nicht da sein. Nie mehr. Shaman ging nicht sofort ins Haus. Er half Alden beim Ausspannen und folgte ihm in den Stall, wo er die Öllaterne anzündete, damit sie sich unterhalten konnten. Alden griff ins Heu und zog eine Flasche hervor, die noch etwa zu einem Drittel voll war, doch Shaman schüttelte den Kopf. Bist du da oben in Ohio vielleicht Abstilenzler geworden? Nein. Es war kompliziert. Er war nur ein schwacher Trinker wie alle Coles. Entscheidender war jedoch, dass sein Vater ihm schon vor langer Zeit erklärt hatte, der Alkohol vertreibe jene geheimnisvolle Gabe. Aber ich trinke nur selten. Ah, du bist wie er. Aber heute Abend wird es dir nicht schaden. Ich will nicht, dass sie etwas riecht. Ich habe schon genug Schwierigkeiten mit ihr und möchte nicht auch noch darüber streiten müssen. Aber lass die Flasche bitte hier. Ich hol mir dann einen Schluck auf dem Weg zum Abort, wenn sie im Bett ist. Alden nickte. Du musst ein wenig Geduld mit ihr haben, sagte er zögernd. Ich weiß, dass sie schwierig sein kann, aber … Er starrte vor Verblüffung, als Shaman auf ihn zukam und die Arme um ihn legte. Das gehörte nicht zu ihrer Beziehung. Männer umarmten einander nicht. Verlegen klopfte ihm der Knecht auf die Schulter. Einen Augenblick später wünschte Shaman ihm gute Nacht, blies die Laterne aus und ging über den dunklen Hof zur Küche, wo, nachdem alle anderen gegangen waren, seine Mutter auf ihn wartete. Das Vermächtnis Am nächsten Morgen hatte Shaman Kopfschmerzen, obwohl der Pegel der goldbraunen Flüssigkeit in Ordensflasche nur um wenige Zentimeter gesunken war. Er hatte schlecht geschlafen. Die alte Seilmatratze war seit Jahren nicht nachgespannt, geschweige denn neu geknüpft worden. Beim Rasieren schnitt er sich ins Kinn. Doch im Verlauf des Vormittags wurde das alles unwichtig. Sein Vater war schon beerdigt worden, da er an Typhus gestorben war, aber mit dem Gottesdienst hatte man bis zu Shammons Rückkehr gewartet. In der kleinen First Baptist Church drängten sich zwei Generationen von Patienten, die von seinem Vater entbunden oder behandelt worden waren, sei es wegen ihrer Krankheiten, einer Schrotkugel oder Stichwunde, Hautausschlägen, Knochenbrüchen und wer weiß welchen anderen Beschwerden. Reverend Sidney Blackmore hielt seinen Nachruf herzlich genug, um unter den Versammelten keine Verärgerung aufkommen zu lassen, aber doch nicht so herzlich, dass man auf den Gedanken kommen konnte, es sei in Ordnung, so zu sterben, wie Dr. Robert Judson Cole es getan hatte, ohne der alleinselig machenden Kirche beigetreten zu sein. Shammons Mutter hatte mehrmals dankbar erwähnt, dass Mr. Blackmore es aus Hochachtung für sie gestattet hatte, ihren Gatten in der geweihten Erde des Kirchhofs zu begraben. Den ganzen Nachmittag war das Haus der Coles voller Leute, von denen die meisten Platten mit Braten, Auflauf, Puddings und Pasteten mitbrachten, und zwar in solchen Mengen, dass aus dem traurigen Anlass beinahe ein Fest wurde. Sogar Schämen ließ sich zu einigen Scheiben vom kalten, gebratenen Herz verführen, seinem Lieblingsfleisch. Magwa Ikwa hatte ihn auf den Geschmack gebracht. Er hatte es damals für eine indianische Delikatesse gehalten, wie gekochter Hund oder samt Innereien geschmortes Eichhörnchen, und war froh gewesen, als er entdeckte, dass auch viele der weißen Nachbarn das Herz geschlachteter Kühe oder erlegten Wildesbriten. Er nahm sich gerade eine weitere Scheibe, als er Lillian Geiger entdeckte, die quer durchs Zimmer zielstrebig auf seine Mutter zuging. Sie sah inzwischen älter aus und etwas erschöpft, doch sie war noch immer attraktiv. Von ihr hatte Rachel das gute Aussehen geerbt. Lillian trug ihr bestes schwarzes Sandkleid, dazu einen schwarzen Leinenüberwurf und ein gefaltetes weißes Umhängetuch. Der kleine silberne Davidstern baumelte an einer Kette vor ihrem hübschen Busen. Scheiben fiel auf, dass sie genau darauf achtete, wem sie zunickte, denn es gab Leute, die, wenn auch widerwillig, eine Jüdin höflich grüßten, jedoch nie eine Copperhead, eine Sympathisantin der Südstaaten. Lillian war die Cousine von Judah Benjamin, dem Bundesstaatssekretär der Konföderierten, und ihr Gatte Jay war zu Beginn des Krieges in seine Heimat South Carolina zurückgekehrt, um sich dort mit zwei seiner drei Brüder der Konföderierten Armee anzuschließen. Als Lillian schließlich vor Schemmen stand, wirkte er lächelnd gezwungen. »Tante Lillian«, sagte er. Sie war gar nicht seine Tante, aber in seiner Kindheit waren die Geigers und die Coles wie enge Verwandte gewesen, und er hatte sie nie anders genannt. Ihr Blick wurde sanfter. »Hallo, Rob Jay«, sagte sie im vertrauten, zärtlichen Ton. Niemand sonst nannte ihn so. Es war eigentlich der Name seines Vaters, aber Lillian hatte ihn fast nie Schemmen genannt. Sie küsste ihn auf die Wange, verzichtete aber darauf, ihm ihr Beileid auszudrücken. Nach dem, was sie gehört habe, sagte sie, und das sei wenig, da die Briefe die Fronten passieren müssten, befinde sich ihr Gatte wohl auf und außer Gefahr. Als Apotheker habe man ihn bei seinem Eintritt in die Armee zum Verwalter eines kleinen Armeelazaretts in Georgia gemacht, und inzwischen sei er Kommandant eines größeren Lazaretts am Ufer des James River in Virginia. Sein letzter Brief, erzählte sie weiter, habe die traurige Nachricht enthalten, dass sein Bruder, Joseph Ruben Geiger, ein Apotheker wie alle anderen männlichen Familienmitglieder, der sich zur Kavallerie gemeldet hatte, in der Schlacht gefallen sei. Schemmen nickte, und auch er vermied es, Beileid auszusprechen, wie es inzwischen als selbstverständlich galt. Und wie ging es den Kindern? Könnte nicht besser sein. Die Jungen sind so gewachsen, dass Jay-Z nicht wiedererkennen würde. Sie essen wie die Tiger. Und Rachel? Sie hat letzten Juni ihren Mann Joe Regensburg verloren. Er ist an Typhus gestorben. Wie dein Vater. Ach, sagte er mit belegter Stimme. Ich habe gehört, dass letzten Sommer ein Chicago der Typhus grassiert hat. Geht es ihr gut? Oh ja. Rachel geht es sehr gut. Und ihren Kindern auch. Sie hat einen Sohn und eine Tochter. Lillian zögerte. Sie hat sich mit einem anderen Mann angefreundet, einem Cousin von Joe. Nach ihrem Trauerjahr wird die Verlobung offiziell bekannt gegeben. So? Verwunderlich, dass ihn das immer noch berührte, dass es ihn so tief traf. Und wie fühlt man sich so als Großmutter? Sehr gut, erwiderte sie, verließ ihn dann und begann eine leise Unterhaltung mit Mrs. Pratt, deren Land an das der Geigers angrenzte. Gegen Abend lud Schemmen Essen auf einen Teller und brachte ihn zu Orden Kimballs, stickiger kleiner Hütte, die immer nach Holzrauch roch. Der Knecht saß in der Unterwäsche auf seiner Koje und trank aus einem Krug. Seine Füße waren sauber, er hatte extra für den Trauergottesdienst gebadet. Die zweite Garnitur wollener Unterwäsche, die eher grau war als weiß, hing zum Trocknen auf einer quer durch die Hütte gespannten Leine. Schemmen schüttelte den Kopf, als Orden ihm den Krug anbot. Er setzte sich auf den einzigen Holzstuhl und sah Orden beim Essen zu. Wenn's nach mir gegangen wär, hätt ich Paar auf unserem Land am Flussufer beerdigt. Orden schüttelte den Kopf. Das hätte sie nie zugelassen. Wär doch viel zu nah am Grab dieser Indianerin gewesen. Bevor die ... getötet wurde, sagte er vorsichtig, haben die Leute über die beiden geredet. Deine Ma war furchtbar eifersüchtig. Schemmen hätte gern Genaueres über Makwa, seine Mutter und seinen Vater erfahren, aber es erschien ihm nicht recht, mit Orden über seine Eltern zu reden. So winkte er nur zum Abschied und verließ die Hütte. Es dämmerte, als er zum Fluss hinunterging, zu den Ruinen von Makwa Ikwas Hedonosote. Das eine Ende des Langhauses war noch intakt, doch das andere war eingestürzt, die Stämme und Zweige verrottet, ein Paradies für Schlangen und Nagetiere. Ich bin wieder da, sagte er. Er konnte Makwas Anwesenheit spüren. Sie war schon lange tot und er fühlte noch immer ein Bedauern, das freilich angesichts der Trauer um seinen Vater verblasste. Er suchte Trost, doch alles, was er spürte, war Makwas entsetzlicher Zorn, den er so deutlich wahrnahm, dass sich ihm die Nackenhaare sträubten. Nicht weit von der Ruine entfernt war ihr Grab, ohne Stein, doch sorgfältig gepflegt, das Gras geschnitten, der Rand bepflanzt mit wilden gelben Taglilien, die von einer nahegelegenen Stelle am Flussufer stammten. Grüne Sprossen stachen bereits durch die nasse Erde. Er wusste, dass es nur sein Vater gewesen sein konnte, der sich um das Grab gekümmert hatte, und er kniete sich hin und riss das Unkraut zwischen den Taglilien heraus. Inzwischen war es schon beinahe dunkel. Er meinte zu spüren, dass Makwa ihm etwas sagen wollte. Das war schon öfter passiert, und er glaubte beinahe, dass er ihren Zorn deshalb fühlte, weil sie ihm nicht sagen konnte, wer sie getötet hatte. Er wollte sie fragen, was er jetzt, da Paar nicht mehr lebte, tun solle. Der Wind kräuselte die Wasserfläche. Shaman entdeckte die ersten hellen Sterne und fröstelte. Noch ist die Macht des Winters nicht gebrochen, dachte er, als er zum Haus zurückkehrte. Am nächsten Tag war ihm zwar bewusst, dass er eigentlich im Haus bleiben sollte, für den Fall, dass noch verspätete Trauergäste kamen, doch er brachte es nicht fertig. Er zog Arbeitskleidung an und verbrachte den Vormittag damit, zusammen mit Orden Schafe zu dippen. Es gab neugeborene Lämmer, und er kastrierte die männlichen Tiere, wobei Orden die Prairie Oysters, die Hoden, verlangte, die er mit Eiern zum Abendessen braten wollte. Nachdem er gebadet und wieder seinen schwarzen Anzug angezogen hatte, saß er am Nachmittag mit seiner Mutter im Wohnzimmer. Es wird das Beste sein, du gehst die Sachen deines Vaters durch und entscheidest, wer was bekommen soll, sagte sie. Trotz der inzwischen schon stark angegrauten Haare war seine Mutter mit ihrer wundervollen langen Nase und dem sinnlichen Mund, eine der apartesten Frauen, die er je gesehen hatte. Was die ganzen Jahre über zwischen ihnen gestanden hatte, war auch jetzt noch da. Sie konnte seinen Widerstand spüren. »Früher oder später muss es getan werden, Robert«, sagte sie. Sie machte sich fertig, um die leeren Teller und Platten zur Kirche zu bringen, wo sie die Besucher, die Essen mitgebracht hatten, abholen wollten, und er bot ihr an, das für sie zu erledigen. Aber sie erwiderte, sie wolle Reverend Blackmer besuchen. »Komm doch mit«, sagte sie. Er jedoch schüttelte den Kopf, denn er wusste, dass er dann einen Sermon mit Argumenten über sich ergehen lassen musste, warum man sich dem Empfang des Heiligen Geistes nicht vorenthalten dürfe. Die Buchstabengläubigkeit seiner Mutter, was Himmel und Hölle betraf, erstaunte ihn immer wieder. Ihre Streitgespräche mit seinem Vater fielen ihm ein, und er wusste, dass sie jetzt eine ganz besondere Pein zu durchleiden hatte, denn es war schon immer eine qualvolle Vorstellung für sie gewesen, dass ihr Gatte, der die Taufe verweigert hatte, im Paradies nicht auf sie warten werde. Sie hob die Hand und zeigte zum offenen Fenster. »Da kommt jemand geritten.« Sie lauschte eine Weile und sagte dann bitter lächelnd, »Eine Frau hat Orden gefragt, ob der Doktor daheim ist. Ihr Mann liegt verletzt zu Hause. Orden hat ihr gesagt, dass der Doktor gestorben ist.« »Der junge Doktor?«, fragte sie. Und Orden sagte, »Nein, der nicht. Der ist da.« Auch Shaman fand das lustig, und sie war bereits zur Tür gegangen, wo Rob J's Arzttasche an ihrem gewohnten Platz stand. Die gab sie jetzt ihrem Sohn. »Nimm den Wagen, er ist bereits angespannt. Ich fahr dann später zur Kirche.« Die Frau war Liddy Gietcher. Sie und ihr Mann Henry hatten während Shammons Abwesenheit den Hof der Buchannons gekauft. Shaman kannte den Weg gut, es waren nur wenige Meilen. Gietcher war vom Heuboden gefallen. Er lag noch genau dort, wo er aufgeschlagen war. Sein Atem ging flach und mühsam. Er stöhnte, als sie versuchten, ihn auszuziehen, und Shaman schnitt deshalb die Kleidung auf, achtete aber darauf, nur die Nähte aufzutrennen, damit Mrs. Gietcher sie später wieder zusammennähen konnte. Blut war keins zu sehen, nur schwere Quetschungen, und der linke Knöchel war geschwollen. Shaman nahm das Stethoskop aus der Tasche seines Vaters. »Kommen Sie bitte her. Ich will, dass Sie mir sagen, was Sie hören,« sagte er zu der Frau und steckte ihr die Elfenbeinknöpfe ins Ohr. Sie riss die Augen auf, als er die Membran auf die Brust ihres Mannes drückte. Er ließ sie lange horchen, wobei er die Membranglocke mit der linken hielt und mit den Fingerspitzen der rechten dem Mann den Puls fühlte. Um, 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 flüsterte sie. Shaman lächelte. Henry Gietchers Puls ging schnell, doch das war auch nicht verwunderlich. »Was hören Sie sonst noch? Lassen Sie sich Zeit!« Sie horchte lange. »Kein leises Knistern, als würde jemand trockenes Stroh zerdrücken?« Sie schüttelte den Kopf. »Bumm, um, um.« Gut, dann hatte keine gebrochene Rippe einen Lungenflügel durchstoßen. Er nahm der Frau das Stethoskop wieder ab und tastete Gietchers Körper Zoll für Zoll mit den Händen ab. Da er nichts hörte, musste er seine anderen Sinne sorgfältiger und aufmerksamer benutzen als andere Ärzte. Als er die Hände des Mannes hielt, nickte er zufrieden über das, was die kolsche Gabe ihm sagte. Gietcher hatte Glück gehabt, ein Heuhaufen hatte seinen Sturz gedämpft. Er hatte sich die Rippen geprellt, aber Anzeichen für einen Bruch waren nirgends zu entdecken. Shaman vermutete, dass die fünfte und die achte Rippe angeknackst waren und vielleicht auch die neunte. Als er Gietcher den Brustkorb bandagierte, konnte der Farmer leichter atmen. Shaman schiente den Knöchel und holte dann eine Flasche mit dem Schmerzmittel seines Vaters aus der Tasche, vorwiegend Alkohol mit etwas Morphium und einigen Kräutern. Einen Dollar für den Hausbesuch, fünfzig Cent für die Verbände, fünfzig Cent für das Medikament. Aber die Arbeit war noch nicht beendet. Die nächsten Nachbarn der Gietchers waren die Reismans, ihr Hof lag zehn Reitminuten entfernt. Shaman fuhr hin und redete mit Todd Reisman und seinem Sohn Dave, die versprachen auszuhelfen und dafür zu sorgen, dass auf der Gietcher Farm eine Woche lang alles weiterlief. Shaman ließ sich auf dem Nachhauseweg Zeit und genoss den Frühling. Die schwarze Erde war zum Pflügen noch zu nass. Morgens hatte er gesehen, dass auf den Weiden bereits die ersten Blumen blühten, Pfeilchen und orangeleuchtende Gelbwurz und rosafarbener Prärieflox. In wenigen Wochen würden größere Blüten die Ebenen mit ihrer Farbenpracht überziehen. Vergnügt atmete er den schweren, süßen Duft gedüngter Felder ein. Als er heimkam, war das Haus leer und der Eierkorb hing nicht an seinem Haken, was bedeutete, dass seine Mutter im Hühnerstall war. Er ging ihr nicht nach. Bevor er die Arzttasche an ihren Platz neben der Tür zurückstellte, untersuchte er sie, als sähe er sie zum ersten Mal. Das Leder war abgenutzt, doch es war solides Rindsleder, das ewig halten würde. Die Instrumente, Verbände und Arzneien lagen darin, wie sein Vater sie eigenhändig eingeordnet hatte, sauber, übersichtlich und so, dass er stets für alles gerüstet war. Schemmen ging ins Arbeitszimmer und fing an, die Habseligkeiten seines Vaters methodisch zu inspizieren. Er wühlte in den Schreibtischschubladen, öffnete die lederne Truhe und teilte alles in drei Gruppen. Für seine Mutter all die Kleinigkeiten, die für sie persönlichen Wert haben mochten. Für Bigger das halbe Dutzend Pullover, die Sarah Cole aus hauseigener Wolle gestrickt hatte, damit sie den Doktor bei kalten Nachtfahrten warm hielten, dazu die Angel- und Jagdausrüstung des Vaters. Und einen Schatz, der so neu war, dass Schemmen ihn zum ersten Mal sah. Einen 44er Colt Texas Navy Revolver mit gezogenem 9 Zoll Lauf und dunklen Nussbaumgriffschalen. Die Waffe war eine Überraschung und ein Schock. Zwar hatte sein pazifistischer Vater sich am Ende dazu durchgerungen, die Truppen der Union zu behandeln. Doch nur unter der deutlich ausgesprochenen Bedingung, dass er als Nichtkämpfer keine Waffe tragen würde. Warum hatte er sich dann diesen offensichtlich teuren Revolver gekauft? Die medizinischen Bücher, das Mikroskop, die Arzttasche und der Vorrat an Kräutern und Medikamenten standen schemmend zu. In der Truhe fand er unter dem Mikroskopkasten eine Sammlung Bücher, broschierte Bänder aus gutem Schreibpapier. Als er sie durchsah, erkannte Schemmen, dass es sich um das lebenslange Tagebuch seines Vaters handelte. Der Band, den er willkürlich zur Hand nahm, war 1842 geschrieben. Beim Durchblättern entdeckte Schemmen eine reichhaltige, aber wahllose Aneinanderreihung von medizinischen und pharmazeutischen Notizen und intimen Gedanken. Das Buch war übersät mit Skizzen, Gesichter, anatomische Zeichnungen, der Ganzkörperakt einer Frau, seiner Mutter, wie er erkannte. Er betrachtete das noch junge Gesicht und starrte fasziniert das nackte Fleisch an, wohlwissend, dass in dem unübersehbar schwangeren Bauch ein Fötus heranwuchs, der er selbst werden sollte. Er schlug einen früheren Band auf, aus der Zeit, als Robert Judson Cole noch ein junger Mann war, der eben erst mit dem Schiff aus Schottland gekommen war. Auch der enthielt einen weiblichen Akt, diesmal mit einem Gesicht, das Schemmen nicht kannte. Die Züge waren nur undeutlich, die Vulva jedoch mit klinischer Detailtreue gezeichnet, und Schemmen sah sich plötzlich vertieft in den Bericht über eine Affäre, die sein Vater mit einer Frau in seiner Pension gehabt hatte. Während er las, wurde er immer jünger. Die Jahre fielen von ihm ab. Sein Körper entwickelte sich zurück, die Erde drehte sich in Gegenrichtung, und die zerbrechlichen Geheimnisse und Leiden der Jugend erstanden neu. Er war wieder ein Junge, der verbotene Bücher las und nach Worten und Bildern suchte, die ihm alles über die geheimen, niederen und vielleicht unermesslich wunderbaren Dinge verrieten, die Männer mit Frauen anstellten. Zittern stand er da und gab Acht, ob nicht vielleicht sein Vater zur Tür hereinkäme und ihn hier überraschte. Erst als er merkte, dass seine Mutter mit den Eiern ins Haus kam, zwang er sich, das Buch zu schließen und in die Truhe zurückzulegen. Beim Abendessen sagte er, er habe angefangen, die Habseligkeiten seines Vaters durchzusehen, und er werde eine leere Kiste vom Dachboden holen, um die Sachen darin zu verstauen, die sein Bruder bekommen soll. Unausgesprochen stand zwischen ihnen die Frage, ob Alex überhaupt noch lebte, ob er zurückkehren und die Sachen benutzen werde. Doch dann entschloss Sarah sich zu einem Nicken. Gut, sagte sie, offensichtlich erleichtert, dass ihr Jüngerer sich an die Arbeit gemacht hatte. In dieser Nacht lag Shaman wach und sagte sich, dass sie ihm die Lektüre dieser Tagebücher zu einem Voyeur mache, zu einem Eindringling in das Leben seiner Eltern, vielleicht sogar in ihr Schlafzimmer, und dass er die Bücher deshalb verbrennen müsse. Doch sein gesunder Menschenverstand sagte ihm, dass sein Vater sie geschrieben hatte, um das Wesentliche aus seinem Leben aufzuzeichnen, und während er grübelnd in dem durchhängenden Bett lag, fragte er sich, wie wohl die Wahrheit über das Leben und den Tod von Magwa-Ikwa aussah, und er befürchtete, dass diese Wahrheit ernste Gefahren in sich bergen könne. Schließlich stand er auf, zündete die Lampe an und schlich sich mit ihr hinunter, leise, um seine Mutter nicht aufzuwecken. Er stutzte den qualmenden Docht und drehte die Flamme so hoch wie möglich. Das Licht reichte noch immer kaum zum Lesen, und das Arbeitszimmer war zu dieser Nachtzeit ungemütlich kalt. Doch Shaman nahm den ersten Band und fing an zu lesen. Und im gleichen Augenblick vergaß er die schlechte Beleuchtung und die unangenehme Temperatur, denn nun erfuhr er über seinen Vater und sich selbst mehr, als er je hatte wissen wollen. Zweiter Teil Frische Leinwand, neues Gemälde 11. März 1839 Der Einwanderer Zum ersten Mal sah Rob J. Cole die neue Welt, als an einem nebligen Frühlingstag das Postschiff Cormorant, ein schwerfälliges Schiff mit drei kurzen Masten und einem Besansegel, und dennoch der Stolz der Black-Ball-Linie, von der Flut in einen geräumigen Hafen geschoben wurde und dort seinen Anker in die kabbelige Dünung warf. East Boston war nichts Besonderes und bestand nur aus ein paar Reihen schlecht gebauter Holzhäuser, aber von einem der Peers aus nahm Rob J. für drei Pence eine kleine Dampfschifffähre, die ihn auf verschlungenem Kurs durch eine beeindruckende Ansammlung von Schiffen und Kähnen auf die andere Seite, zum eigentlichen Hafenviertel brachte, einer wild wuchernden Siedlung aus Wohnbauten und Geschäftshäusern, die beruhigend nach verfaulendem Fisch, bilgen Wasser und geteertem Seil roch, wie jeder schottische Hafen auch. Er war hochgewachsen und breit, größer als die meisten. Das Gehen fiel ihm schwer, als er sich auf der krummen Kopfsteinpflasterstraße, die vom Wasser wegführte, in Bewegung setzte, denn die Seereise steckte ihm noch in den Knochen. Auf der linken Schulter trug er einen schweren Schiffskoffer und unter seinem rechten Arm klemmte, als habe er eine Frau um die Taille gefasst, ein großes Seiteninstrument. Er sog Amerika mit jeder Pore ein. Schmale Straßen, kaum breit genug für Karren und Kutschen, die meisten Gebäude aus Holz oder aus sehr roten Ziegeln, die Geschäfte voller Waren, über den Türen farbenfrohe Schilder mit vergoldeten Buchstaben. Er bemühte sich, die Frauen, die aus den Geschäften kamen, nicht anzustarren, obwohl er wie betrunken war vor Sehnsucht nach dem Geruch einer Frau. Er spähte kurz in ein Hotel, das American House. Doch die Lüster und die Perser-Teppiche schüchterten ihn ein, und er wusste, dass die Preise zu hoch für ihn waren. In einem billigen Lokal aß er eine Tasse Fischsuppe und fragte zwei Kellner, ob sie ihm eine billige, aber saubere Pension empfehlen könnten. »Da musst du dich schon entscheiden, Junge, entweder das eine oder das andere«, sagte der eine. Doch der andere schüttelte den Kopf und schickte ihn zu Mrs. Burton in der Spring Lane. Das einzig freie Quartier war eine ehemalige Dienstbotenkammer auf dem Dachboden, neben den Zimmern des Knechts und des Dienstmädchens. Es war nicht nur winzig, sondern man musste auch drei Stockwerke hochsteigen, und da es direkt unter den Dachsparen lag, war es im Sommer mit Sicherheit heiß und im Winter kalt. Es gab lediglich ein schmales Bett, einen kleinen Tisch mit einer angeschlagenen Waschschüssel und einen weißen Nachttopf. Mit Frühstück, Porridge, Kekse und ein Hühnerei kostet das Zimmer einen Dollar fünfzig Cent die Woche, erklärte ihm Louise Burton. Sie war eine farblose Witwe Mitte der sechzig mit unverblümt neugierigem Blick. »Was haben Sie da unterm Arm?« »Man nennt es eine Gambe.« »Verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt als Musiker?« »Ich spiele nur zum Vergnügen. Meinen Lebensunterhalt verdiene ich als Arzt.« Sie nickte skeptisch. Dann verlangte sie eine Vorauszahlung und nannte ihm ein Wirtshaus in der Nähe der Beacon Street, wo er für einen weiteren Dollar pro Woche sein Abendessen bekommen könne. Sobald sie gegangen war, fiel er ins Bett. Den ganzen Nachmittag und den Abend schlief er traumlos, nur das Stampfen und Rollen des Schiffs glaubte er gelegentlich noch zu spüren, und am nächsten Morgen erwachte er wieder frisch und jung. Beim Frühstück saß er neben einem anderen Pensionsgast, Stanley Finch, der bei einem Hutmacher in der Summer Street arbeitete. Von Finch erfuhr er zwei äußerst wichtige Dinge. Für vierundzwanzig Cent konnte man sich von Lem Reskin, dem Hausdiener, Wasser erhitzen und in eine winzige Wanne gießen lassen. Und in Boston gab es drei Krankenhäuser, das Massachusetts General, das Lying Inn und das Eye and Ear Infirmary, die Augen- und Ohrenklinik. Nach dem Frühstück lag er selig in der Wanne und fing erst an, sich abzuschrubben, als das Wasser kalt wurde. Anschließend gab er sich alle Mühe, seine Kleidung so präsentabel wie möglich zu machen. Beim Hinuntergehen sah er das Dienstmädchen, das auf den Knien die Treppe wischte. Ihre nackten Arme waren sommersprossig, und ihr rundlicher Hintern wackelte im Takt der heftigen Schrubbbewegungen. Ein mürrisches, altjüngferliches Gesicht sah zu ihm hoch, als er vorbeiging, und er bemerkte, dass die roten Haare, die unter ihrer Haube hervorlugten, die Tönung hatten, die ihm am wenigsten gefiel, nämlich die nasser Karotten. Im Massachusetts General wartete er den halben Vormittag, bis er von einem Dr. Walter Channing empfangen wurde, der ihm ohne Umschweife sagte, dass die Klinik keine zusätzlichen Ärzte brauche. In den beiden anderen Krankenhäusern machte er sehr schnell die gleiche Erfahrung. Im Lying-In schüttelte ein junger Arzt namens David Humphrey Storer mitfühlend den Kopf. Die Harvard Medical School entlässt jedes Jahr junge Ärzte, die um eine Anstellung Schlange stehen, Dr. Cole. Ehrlich gesagt, ein Fremder hat da wenig Aussicht. Rob J. wusste, was Dr. Storer nicht gesagt hatte. Einige der ansässigen Jungmediziner profitierten vom Ruf ihrer Familie und von deren Beziehungen, so wie es für ihn in Edinburgh von Vorteil gewesen war, zur bekannten Mediziner-Dynastie der Coles zu gehören. »Ich würde es in einer anderen Stadt versuchen. Vielleicht in Providence oder New Haven,« sagte Dr. Storer, und Rob J. murmelte seinen Dank und verließ ihn. Doch einen Augenblick später kam ihm Dr. Storer nachgelaufen. »Es gibt da noch eine entfernte Möglichkeit,« sagte er. »Sie müssen mit Dr. Walter Aldrich sprechen.« Der Arzt hatte seine Praxis zu Hause, in einem gepflegten, weißgestrichenen Holzhaus an der Südseite einer großen Grünfläche, die »The Common« hieß. Es war gerade Sprechstunde, und Rob J. musste lange warten. Dr. Aldrich erwies sich als stattlicher Mann mit einem grauen Vollbart, der freilich den wie eine Schnittwunde wirkenden Mund nicht verbergen konnte. Er hörte zu, während Rob J. erzählte, und unterbrach ihn hin und wieder mit einer Frage. »Am Universitätskranken, Haus von Edinburgh? Unter dem Chirurgen William Ferguson? Warum haben Sie denn eine solche Assistentenstelle aufgegeben?« »Man hätte mich nach Australien deportiert, wenn ich nicht geflohen wäre.« Rob J. wusste, dass seine einzige Hoffnung in der Wahrheit lag. »Ich habe ein Pamphlet verfasst, das zu einem Arbeiteraufstand gegen die englische Krone führte, die Schottland seit Jahren ausbluten lässt.« »Es kam zu Straßenschlachten. Menschen wurden getötet.« »Eine offene Antwort«, sagte Dr. Aldrich und nickte. »Ein Mann muss für das Wohlergehen seines Landes kämpfen. Mein Vater und mein Großvater haben gegen die Engländer gekämpft.« Er betrachtete Rob J. mit abwägendem Blick. »Es gibt da eine Möglichkeit. Bei einer wohltätigen Einrichtung, die Ärzte zu den Bedürftigen der Stadt schickt.« Es klang nach schmutziger Arbeit ohne Zukunftsaussichten. Dr. Aldrich sagte, die meisten Gemeindeärzte erhielten 50 Dollar pro Jahr und seien froh um die Erfahrung, doch Rob fragte sich, was ein Arzt aus Edinburgh in einem provinziellen Elendsviertel Neues über Medizin lernen könne. »Wenn Sie Mitglied der Boston Dispensary werden, kann ich Ihnen eine Assistentenstelle für die Abendvorlesungen im Anatomischen Institut der Tramond Medical School beschaffen. Das bringt Ihnen zusätzlich 250 Dollar im Jahr.« »Ich glaube nicht, dass ich mit 300 Dollar existieren kann, Sir. Ich habe praktisch keine eigenen Mittel.« »Etwas anderes habe ich nicht anzubieten.« »Genau genommen beläuft sich das Jahreseinkommen auf 350 Dollar. Die freie Stelle ist im achten Distrikt und für den hat der Beirat des Dispensary vor kurzem eine Erhöhung des Gemeindearztgehalts auf 100 Dollar beschlossen. »Warum bekommt man im achten Distrikt doppelt so viel wie in den anderen?« Nun war es an Dr. Aldrich offen und ehrlich zu antworten. »Dort leben die Iren«, sagte er in einem Ton, der so dünn und blutleer war wie seine Lippen. Am nächsten Morgen stieg Robert J. im Haus Washington Street Nummer 109 knarzende Treppen hinauf und betrat die überfüllte Apotheke, die den einzigen Geschäftsraum der Boston Dispensary, einer Art städtischen Gesundheitsbehörde, darstellte. Hier drängten sich bereits die Ärzte, die auf ihre Patientenzuweisungen für diesen Tag warteten. Charles K. Wilson, der Direktor, war geschäftsmäßig kurz angebunden, als Rob J. an die Reihe kam. »So, so, neuer Arzt für den achten Distrikt, was? Naja, das Viertel war eine Zeit lang ohne Betreuung. Die da warten auf sie,« sagte er und gab ihm einen Stapel Zettel, jeder mit einem Namen und einer Adresse. Wilson erklärte ihm die Vorschriften und beschrieb ihm den achten Distrikt. Die Broad Street trennte den Hafen und die Docks von den hoch auffragenden Häuserzeilen Four Hills. Als die Stadt noch jung war, prägten Großhändler dieses Viertel, die sich hier prächtige Residenzen bauten, um in der Nähe ihrer Lagerhäuser und Geschäfte zu sein. Im Laufe der Zeit übersiedelten sie in andere, bessere Gegenden, und Yankees aus der Arbeiterschicht übernahmen die Häuser, die dann in kleinere Wohneinheiten unterteilt und von noch ärmeren Einheimischen bezogen wurden, bis schließlich die irischen Einwanderer kamen, die aus den Bäuchen der Schiffe quollen. Zu dieser Zeit waren die riesigen Häuser bereits verkommen und vernachlässigt, die Wohnungen wurden immer weiter unterteilt und zu ungerechtfertigt hohen Preisen wochenweise untervermietet. Lagerhäuser wurden zu Bienenstöcken aus winzigen Zimmern ohne eine einzige Licht- oder Frischluftquelle, und der Wohnraum war so knapp, dass neben und hinter jedem Gebäude hässliche, windschiefe Hütten entstanden. Das Ergebnis war ein abscheuliches Elendsviertel, in dem bis zu zwölf Personen ein Zimmer bewohnten. Eheleute, Brüder, Schwestern und Kinder, die manchmal alle in ein und demselben Bett schliefen. Wilsons Angaben folgend fand Rob J. den achten Distrikt. Der Gestank der Broad Street, das Miasma, das zu wenige und von zu vielen Menschen benutzte Toiletten ausströmten, war der Geruch der Armut, der in jeder Stadt der Welt der gleiche war. Doch ein Teil Rob J.'s, der genug davon hatte, ein Fremder zu sein, freute sich über die irischen Gesichter. Denn diese Menschen waren keltische Abstammung wie er. Sein erster Patientenschein lautete auf den Namen Patrick Chihaw again, am Half-Moon Place. Die Adresse hätte ebenso gut auf einem anderen Planeten sein können, denn in dem Labyrinth von Gassen und namenlosen Privatwegen, die von der Broad Street abgingen, verirrte er sich sofort. Schließlich gab er einem Jungen mit schmutzigem Gesicht einen Penny, um sich zu einem winzigen, überfüllten Platz führen zu lassen. Weitere Nachforschungen brachten ihn in den obersten Stock eines Hauses, wo er sich durch Zimmer, die von zwei anderen Familien bewohnt wurden, einen Weg zu der winzigen Unterkunft der Chihaw agains bahnte. Eine Frau saß in dem Zimmer und suchte bei Kerzenlicht den Kopf eines Kindes nach Läusen ab. »Patrick Chihaw again?« Rob J. musste den Namen wiederholen, bevor er mit einem heiseren Flüstern belohnt wurde. »Mein Dad. Vor fünf Tagen ist er gestorben. Am Hirnfieber.« So nannten auch die Leute in Schottland jedes hohe Fieber mit Todesfolge. »Das tut mir sehr leid, Madam«, sagte er, doch sie sah nicht einmal auf. Unten im Hof blieb er stehen und sah sich um. Er wusste, dass es in jedem Land solche Straßen gab, Straßen, in denen eine so erdrückende Ungerechtigkeit herrschte, dass sie ihre eigenen Bilder, Geräusche und Gerüche hervorbrachten. Ein käsig-bleiches Kind saß auf einer Schwelle und nagt an einer Speckrinde wie ein Hund an einem Knochen. Drei nicht zueinander passende Schuhe, so abgetragen, dass sie nicht mehr zu reparieren waren, schmückten die mit Abfall übersäte staubige Gasse. Ein Betrunkener sang ein weinerliches Lied über die grünen Hügel eines entfernten Landes wie eine Hymne. Und über allem waberte der Geruch von gekochtem Kohl und der feuchtige Stank von verstopften Abflüssen und unzähligen Arten von Dreck. Er kannte die armen Viertel von Edinburgh und Paisley und die steinernen Häuserschluchten unzähliger Städte, wo Erwachsene und Kinder vor Tagesanbruch aufbrachen, um sich zu den Baumwollfabriken und Wollspinnereien zu schleppen und erst lange nach Anbruch der Nacht zurückzukehren. Menschen, die ausschließlich in der Dunkelheit unterwegs waren. Ihm kam plötzlich die Ironie seiner Lage zu Bewusstsein. Aus Schottland war er geflohen, weil er die Kräfte bekämpft hatte, die solche Elendsviertel entstehen ließen, und jetzt, in diesem neuen Land, wurde er wieder mit der Nase hineingestoßen. Sein zweiter Schein führte ihn zu Martin O'Hara am Humphrey Place, einer Hüttensiedlung am Rande von Four Hill. Er stieg über eine knapp zwanzig Meter hohe Holztreppe, die so steil war, dass man sie beinahe wie eine Leiter hochklettern musste. Neben der Treppe verlief eine offene Rinne, in der die ungeklärten Abwässer des Humphrey Place nach unten stürzten und die Probleme des Half-Moon Place noch verschlimmerten. Trotz des Elends seiner Umgebung bemühte sich Rob J. schnell zu arbeiten und machte sich dabei vertraut mit seinem Betätigungsfeld. Es war eine anstrengende Tätigkeit, und doch erwarteten ihn am Ende des Nachmittags nur eine karge, von Sorgen umdüsterte Mahlzeit und der Abend mit seiner zweiten Beschäftigung. Die beiden Stellen würden ihm erst nach einem Monat den ersten Lohn einbringen, und für das Geld, das er noch hatte, konnte er sich nicht mehr oft ein Abendessen kaufen. Das Anatomische Institut der Tremend Medical School bestand aus einem großen Raum über Thomas Metcalfs Apotheke am Tremend Place Nr. 35, der gleichzeitig als Hörsaal diente. Geleitet wurde es von einer Gruppe Professoren mit Harvard-Examen, die aus Unzufriedenheit mit der chaotischen Medizinerausbildung an ihrer Alma Mater ein streng reglementiertes und kontrolliertes Drei-Jahres-Programm entwickelt hatten, das ihrer Ansicht nach bessere Ärzte hervorbrachte. Der Pathologie-Professor, unter dem er als Sezierassistent arbeiten sollte, erwies sich als kurzer, säbelbeiniger Mann, der nur zehn Jahre älter war als er. »Ich heiße Holmes.« »Sind Sie ein erfahrener Dozent, Dr. Cole?« »Nein, ich habe noch nie unterrichtet. Aber ich habe Erfahrung in der Chirurgie und beim Sezieren.« »Na, wir werden sehen,« schien Dr. Holmes kühles Nicken zu bedeuten. Er erklärte ihm kurz die Handgriffe, die zur Vorbereitung der Vorlesung nötig waren. Es handelte sich, bis auf wenige Ausnahmen, um Routinearbeiten, mit denen Rob J. vertraut war. Er und Ferguson hatten in Edinburgh jeden Morgen vor der Visite Autopsien vorgenommen, zu Forschungszwecken, aber auch zur Übung, damit sie beim Operieren ihrer Patienten immer schneller und sicherer wurden. Jetzt zog Rob J. das Laken von dem dürren Leichnam eines Jungen, wand sich eine lange, graue Arbeitsschürze um und legte die Instrumente zurecht, während bereits die ersten Studenten eintrafen. Es waren insgesamt nur sieben Medizinstudenten. Dr. Holmes stand an einem Pult neben dem Seziertisch. »Als ich in Paris Anatomie studierte,« begann er, »konnte sich jeder Student für 50 Su eine komplette Leiche besorgen.« »Es gab da eine Stelle, an der sie jeden Tag pünktlich um zwölf Uhr mittags verkauft wurden. Aber heutzutage ist das Angebot an Leichen zu Studienzwecken sehr rar. Diese da, ein 16-jähriger Junge, der heute Morgen an einer Kongestion der Lunge gestorben ist, hat uns die staatliche Wohlfahrtsbehörde überlassen. Doch heute Abend werden sie noch nicht sezieren. In einer späteren Vorlesung werden wir die Leiche unter ihnen aufteilen. Zwei von ihnen werden je einen Arm zur Untersuchung bekommen, zwei je ein Bein und die restlichen den Rumpf. Während Dr. Holmes erklärte, was sein Assistent tat, öffnete Rob J. den Brustkorb des Jungen und begann, die Organe zu entfernen und zu wiegen. Wobei er jedes Mal das Gewicht mit lauter Stimme verkündete, damit der Professor es aufschreiben konnte. Danach musste er auf verschiedene Körperpartien deuten, um zu illustrieren, was der Professor sagte. Holmes sprach stockend und mit hoher Stimme. Doch Rob J. merkte sehr schnell, dass die Studenten seine Vorlesung als Leckerbissen betrachteten. Er scheute vor derben Ausdrücken nicht zurück, und um zu demonstrieren, wie der Arm sich bewegt, markierte er einen kräftigen Aufwärtshaken. Zur Erläuterung des Bewegungsablaufs des Beins schwang er seines hoch in die Luft, und um zu zeigen, wie die Hüfte funktioniert, vollführte er einen Bauchtanz. Die Studenten hingen an seinen Lippen und verfolgten jede seiner Bewegungen, und am Ende der Vorlesung bedrängten sie ihn mit Fragen. Der Professor beantwortete sie und ließ dabei seine neuen Assistenten nicht aus den Augen, der in der Zwischenzeit die Leiche und die anatomischen Präparate in den Konservierungstank legte, den Tisch schrubbte und dann die Instrumente reinigte, abtrocknete und aufräumte. Rob J. wusch sich gerade gründlich die Hände, als der letzte Student ging. Sie waren nicht schlecht. Warum auch nicht, wollte Rob J. sagen, es ist schließlich eine Arbeit, die auch jeder intelligente Student verrichten kann. Stattdessen ertappte er sich bei der Frage, ob er einen Vorschuss erhalten könne. Ich habe gehört, Sie arbeiten für die Dispensary. Ich habe selbst einmal für diesen Verein gearbeitet. Verdammt harte Arbeit, bei der man bestimmt nicht reich wird. Aber sehr lehrreich. Holmes nahm zwei Fünf-Dollar-Scheine aus seiner Brieftasche. Genügt ein halber Monatslohn? Rob J. versuchte, sich die Erleichterung nicht allzu sehr anmerken zu lassen, als er Dr. Holmes versicherte, dass dies genüge. Sie löschten die Lampen, verabschiedeten sich am Fuß der Treppe und gingen ihrer Wege. Als Rob J. an einer Bäckerei vorbeikam, nahm ein Mann eben Tabletts mit Gebäck aus dem Fenster, weil er den Laden schließen wollte, und Rob J. ging hinein und kaufte sich zur Feier des Tages zwei Brombeertörtchen. Er hatte vor, sie auf seinem Zimmer zu verspeisen, doch im Haus an der Spring Lane war das Dienstmädchen noch auf und wusch das Geschirr. Er ging in die Küche und zeigte ihr die Törtchen. Eins gehört dir, wenn du mir hilfst, ein bisschen Milch zu klauen. Sie lächelte. Brauchst nicht zu flüstern. Sie schläft schon. Sie deutete nach oben, wo Mrs. Burtons Zimmer lag. Wenn die mal schnarcht, weckt sie nichts mehr auf. Sie trocknete sich die Hände ab und holte Milch, dazu zwei saubere Tassen. Sie heiße Margaret Holland, sagte sie, aber jeder nenne sie Meg. Nach dem Festmahl klebte er ein Milchbart an der Oberlippe, und er beugte sich über den Tisch und wischte ihn mit ruhigen Chirurgenfingern weg. Die Anatomiestunde Sehr schnell entdeckte Rob J. den schrecklichen Makel, welcher der Arbeitsweise der Dispensary anhaftete. Die Namen auf den Scheinen, die er jeden Morgen erhielt, waren nicht die der am schwersten Erkrankten im Four-Hill-Viertel. Die medizinische Versorgung erwies sich als ungerecht und undemokratisch. Die Patientenscheine wurden an die reichen Spender der Organisation verteilt, und die füllten sie aus, um sie an jene weiterzugeben, die sie mochten, meistens an ihre eigene Dienerschaft als Belohnung. Häufig wurde er zu Leuten gerufen, die nur geringfügige Beschwerden hatten, während ein paar Türen weiter ein mittelloser ohne ärztliche Betreuung starb. Der Eid, den er geleistet hatte, verbot ihm, Schwerstkranke unbehandelt zu lassen. Doch wenn er seine Stelle behalten wollte, musste er eine große Anzahl von Scheinen abliefern und nachweisen, dass er die Patienten behandelt hatte, deren Namen auf diesen standen. Eines Abends sprach er nach der Vorlesung mit Dr. Holmes über dieses Problem. »Als ich für die Dispensary gearbeitet habe,« sagte der Professor, »habe ich bei den Freunden meiner Familie, die gespendet haben, unausgefüllte Behandlungsscheine gesammelt. Ich werde das wieder tun und sie ihnen geben.« Rob J. war dankbar dafür, doch seine Stimmung wurde nicht besser. Er würde nie genug Blankoscheine zusammenbringen, um alle bedürftigen Patienten in seinem Distrikt behandeln zu können. Dazu hätte man eine ganze Armee von Ärzten gebraucht. Oft war es der einzige Lichtblick seines Tages, sich spätabends, wenn er in die Spring Lane zurückkehrte, ein paar Minuten zu Mac Holland in die Küche zu setzen und mit ihr heimlich beiseite geschaffte Überbleibsel zu essen. Er gewöhnte es sich an, ihr kleine Geschenke mitzubringen, eine Tüte heiße Maronen, ein Stück Ahornzucker oder ein paar gelbe Pippinäpfel. Das irische Mädchen erzählte ihm den Hausklatsch. Dass Mr. Stanley Finch, dieser Aufschneider, ein Mädchen geschwängert habe und ausgerissen sei. Dass Mrs. Burton einmal sehr nett und dann wieder unausstehlich sein könne. Oder dass der Hausdiener Lem Raskin, der im Zimmer neben Rob J. wohnte, einen mächtigen Durst habe. Nach etwa einer Woche ließ sie sehr beiläufig die Bemerkung fallen, dass Lem, wenn man ihm ein Viertel Brandy spendiere, alles auf einmal austrinke und dann nicht mehr wachzukriegen sei. Am folgenden Abend bezahlte Rob J. Lemio sein Quantum Brandy. Die Wartezeit wurde ihm lang und mehr als einmal sagte er sich, dass das Mädchen ihn an der Nase herumgeführt habe. In dem alten Haus gab es eine Unzahl von nächtlichen Geräuschen, knarrende Dielen, Lem's kehliges Schnarchen und immer wieder geheimnisvolles Knacken in den hölzernen Zwischenwänden. Schließlich hörte er ein sehr leises Geräusch an der Tür, nur die Andeutung eines Klopfens. Und als er öffnete, schlüpfte Margaret Holland, schwach nach Frau und Geschirrwasser riechend, herein, flüsterte, dass es eine kalte Nacht werde und streckte ihm zur Rechtfertigung ihres Kommens eine fadenscheinige, zusätzliche Decke entgegen. Kaum drei Wochen nach der Sektion des Jugendlichen erhielt die Tramond Medical School eine neue anatomische Fundgrube, die Leiche einer jungen Frau, die im Gefängnis an Kindbettfieber gestorben war. An diesem Abend wurde Professor Holmes im Massachusetts General aufgehalten und Dr. David Storer vom Lying Inn übernahm die Vorlesung. Bevor Rob J. mit dem Sezieren beginnen durfte, bestand Dr. Storer auf einer eingehenden Untersuchung der Hände seines Assistenten. Kein eingerissenes Nagelbett? Keine Verletzungen der Haut? Nein, Sir, erwiderte Rob J. etwas verstimmt, denn er sah keinen Grund für dieses Interesse an seinen Händen. Nach der Vorlesung bat Storer die Studenten in einen anderen Teil des Saales, wo er ihnen die Untersuchung von Schwangeren oder Patientinnen mit Frauenkrankheiten demonstrieren wollte. Sie werden feststellen, dass die züchtige Neuengländerin vor einer solchen Untersuchung zurückschreckt oder sie sogar verbietet, sagte er. Doch sie haben die Aufgabe, ihr Vertrauen zu gewinnen, um ihr zu helfen. Dr. Storer hatte eine sehr dicke Frau im fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft dabei, vermutlich eine Prostituierte, die für diese Demonstration engagiert worden war. Während Rob J. noch den Seziertisch reinigte, trat Professor Holmes ein. Als er mit seiner Arbeit fertig war, wollte Rob J. sich zu den Studentengesellen, die die Frau untersuchten, doch Dr. Holmes versperrte ihm den Weg. Nein, nein, sagte der Professor. Sie müssen sich gründlich waschen und gehen. Auf der Stelle, Dr. Cole. Warten Sie in der Essex Tavern. Ich will mir nur noch einige Unterlagen und Notizen zusammensuchen. Verwundert und verärgert gehorchte Rob J. Das Wirtshaus lag gleich um die Ecke. Weil er nervös war, bestellte er sich ein Bier, obwohl es ihm durch den Kopf schoss, dass seine Tage als Assistent vielleicht gezählt waren und er deshalb sein Geld nicht vergeuden sollte. Er hatte sein Glas kaum zur Hälfte ausgetrunken, als Harry Loomis, ein Student im zweiten Jahr, mit zwei Notizbüchern und einigen Nachdrucken medizinischer Artikel erschien. Wie schickt ihn der Dichter? Wer? Wissen Sie das denn nicht? Er ist Bostons Hofdichter. Als Dickens Amerika besuchte, hat man Oliver Wendell Holmes gebeten, die Begrüßungsrede zu verfassen. Aber denken Sie sich nichts, er ist ein besserer Arzt als Dichter. Seine Vorlesungen sind großartig, was? Loomis bestellte sich fröhlich winkend ebenfalls ein Glas Bier. Er nimmt's allerdings sehr genau mit dem Händewaschen. Glaubt nämlich, dass Dreck Wundinfektionen verursacht. Zu den Unterlagen gehörte eine Notiz, die auf der Rückseite einer überfälligen Laudanumrechnung der Apotheke Wicks & Potter gekritzelt war. Dr. Cole, bitte lesen Sie das, bevor Sie morgen Abend wieder in die Tremend Med School kommen. Ich verlasse mich darauf. Hochachtungsvoll Holmes. Gleich nachdem er in sein Zimmer bei Mrs. Burton zurückgekehrt war, begann er zu lesen, zuerst etwas verärgert, doch dann mit wachsendem Interesse. Es handelte sich in der Hauptsache um einen Artikel, den Holmes zuerst im New England Quarterly Journal of Medicine und dann als Zusammenfassung im American Journal of the Medical Sciences veröffentlicht hatte. Zunächst kamen Rob Jay die Fälle, von denen Holmes berichtete, vertraut vor. Denn sie entsprachen genau dem, was auch in Schottland passierte, dass nämlich ein hoher Prozentsatz schwangerer Frauen an außergewöhnlich hohem Fieber erkrankte, das sehr schnell zu einer allgemeinen Infektion und schließlich zum Tod führte. Doch dann war ein Holmes-Artikel von einem Arzt namens Whitney aus Newton in Massachusetts die Rede, der, assistiert von zwei Medizinstudenten, eine Obduktion an einer an Kindbettfieber gestorbenen Frau vorgenommen hatte. Dr. Whitney hatte an einem Finger ein eingerissenes Nagelbett. Einer der Studenten eine kleine offene Brandwunde an der Hand. Für die beiden Männer waren diese Verletzungen nichts als eine lästige Kleinigkeit, doch innerhalb weniger Tage begann der Arm des Arztes zu kribbeln. Etwa an der Höhe des Ellbogens zeigte sich eine erbsengroße Rötung, von der eine dünne, rote Linie bis zum verletzten Nagelbett verlief. Der Arm schwoll sehr schnell auf das Doppelte seines normalen Umfangs an, und der Arzt wurde von hohem Fieber und heftigem Erbrechen heimgesucht. Unterdessen war auch der Student mit der Brandwunde fiebrig geworden, und innerhalb weniger Tage verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Seine Haut färbte sich violett, sein Bauch schwoll stark an, und schließlich starb der junge Mann. Auch Dr. Whitney stand an der Schwelle zum Tod, doch er erholte sich langsam und wurde wieder gesund. Der zweite Medizinstudent, der die Autopsie ohne eine Verletzung an den Händen durchgeführt hatte, zeigte kein ernstzunehmendes Symptom. Der Fall wurde bekannt, und die Ärzte in Boston diskutierten über eine naheliegende Verbindung zwischen offenen Wunden und einer Infektion mit Kindbettfieber, kamen aber kaum zu Ergebnissen. Einige Monate später untersuchte dann in Lynn ein Arzt mit offenen Wunden an den Händen eine Frau mit Kindbettfieber und starb innerhalb weniger Tage an einer massiven Infektion. Bei einer Versammlung der Boston Society for Medical Improvement wurde eine interessante Frage aufgeworfen. Was wäre passiert, wenn der Arzt keine offenen Wunden an den Händen gehabt hätte? Auch wenn er sich nicht infiziert hätte, hätte er dann nicht infektiöses Material an seinen Händen herumgetragen und für seine Verbreitung gesorgt, so oft er mit der offenen Wunde eines anderen Patienten oder dem blutenden Unterleib einer frisch entbundenen Mutter in Berührung gekommen wäre? Oliver Wendell Holmes war diese Frage nicht mehr aus dem Sinn gegangen. Mehrere Wochen lang beschäftigte er sich mit ihr, er besuchte Bibliotheken, las in seinen eigenen Aufzeichnungen und erbat Fallberichte von Ärzten, die als Geburtshelfer praktizierten. Wie ein Mann, der ein Mosaik zusammensetzt, stellte er eine schlüssige Beweiskette auf, die ein ganzes Jahrhundert ärztlicher Erfahrung aus zwei Kontinenten abdeckte. Die Fälle waren nur sporadisch aufgetreten und hatten keinen Eingang in die medizinische Fachliteratur gefunden. Erst als sie zusammengestellt und miteinander verglichen wurden, ergab sich aus ihnen eine überraschende und zugleich fürchterliche Erkenntnis. Kindbettfieber wurde von Ärzten, Krankenschwestern, Hebammen und Krankenhausbediensteten verursacht, die nach der Berührung mit einer infizierten Frau andere, nicht infizierte Frauen untersuchten und so zum Fiebertod verurteilten. Das Kindbettfieber habe sich als eine Seuche entpuppt, für die der Ärztestand selber verantwortlich sei, schrieb Holmes, und es müsse als Verbrechen gelten, als Mord, wenn ein Arzt, der dies wisse, eine Frau infiziere. Zweimal las Rob J. die Artikel. Wie gerne hätte er diese Theorie verächtlich abgetan, doch Holmes' Fallberichte und Statistiken waren für jemanden, der sie unvoreingenommen las, nicht angreifbar. Wie konnte dieser lächerliche Doktor aus der neuen Welt mehr wissen als Sir William Ferguson? Manchmal hatte er Sir William bei Autopsien an Patientinnen assistiert, die an Kindbettfieber gestorben waren. Danach hatten sie mitunter schwangere Frauen untersucht. Und jetzt zwang er sich, sich an die Frauen zu erinnern, die nach solchen Untersuchungen gestorben waren. Allem Anschein nach konnte er in medizinischen Dingen theoretisch und praktisch von diesen Provinzlern doch noch etwas lernen. Er stand auf und drehte den Docht höher, weil er das Material noch ein drittes Mal studieren wollte, doch da hörte er ein Kratzen an der Tür und Margaret Holland schlüpfte ins Zimmer. Sie zierte sich etwas beim Ausziehen, doch in der kleinen Kammer gab es keinen Platz, wo sie sich hätte zurückziehen können, und außerdem zog er sich ebenfalls bereits aus. Sie legte ihre Sachen zusammen und nahm die Kette mit dem Kruzifix ab. Ihr Körper war mollig, aber muskulös. Rob massierte die Druckstellen, die das Fischbeinkorsett auf ihrem Körper hinterlassen hatte und wollte geradezu erregenderen Zärtlichkeiten übergehen, als ein entsetzlicher Gedanke ihm unvermittelt innezuhalten gebohrt. Er ließ von ihr ab, stand auf und schüttete Wasser in die Schüssel. Während das Mädchen ihn anstarrte, als hätten ihn plötzlich alle guten Geister verlassen, seifte er seine Hände ein und schrubbte sie. Dann noch einmal. Und noch ein drittes Mal. Schließlich trocknete er sie ab, kehrte ins Bett zurück und nahm das Liebesspiel wieder auf. Aber Margaret Holland konnte sich nicht mehr beherrschen und begann zu kichern. Du bist der komischste junge Gentleman, den ich je kennengelernt habe, flüsterte sie ihm ins Ohr. Der von Gott verfluchte Distrikt Wenn Rob J. spätabends in sein Zimmer heimkam, war er so müde, dass er nur selten noch dazu fähig war, auf seiner Gambe zu spielen. Seine Bogenführung war ungelenk, doch die Musik war ein Balsam, der ihm allerdings stets schnell verwehrt wurde, weil Lem Raskin schon nach wenigen Minuten wütend gegen die Wand hämmerte. Da er es sich nicht leisten konnte, sich mit spendiertem Schnaps sowohl für sein Beisammensein mit Mac als auch für die Musik einen Freipass zu verschaffen, litt die Musik. In einer Fachzeitschrift in der Fakultätsbibliothek hatte er zwar gelesen, dass Frauen zur Schwangerschaftsverhütung Spülungen mit einem Aufguss aus Alaun und Weißeichenrinde vornehmen sollten, doch er war überzeugt, sich nicht darauf verlassen zu können, dass Mac dergleichen regelmäßig tun würde. Harry Loomis nahm die Sache sehr ernst, als Rob J. ihn um Rat fragte, und schickte ihn zu einem hübschen grauen Haus an der Südseite von Cornhill. Mrs. Cynthia Worth war eine solide, weißhaarige Dame. Sie lächelte und nickte, als sie Harrys Namen hörte. »Medizinern mache ich einen günstigeren Preis.« Ihre Ware bestand aus dem Blinddarm eines Schafes, einer natürlichen Darmausbuchtung, die nur an einem Ende offen und deshalb für eine Bearbeitung durch Mrs. Worth hervorragend geeignet war. Sie hob, stolz wie eine Fischfrau am Markt, ihre Erzeugnisse in die Höhe, als handel es sich um Meeresgetier mit fangfrischen Karfunkelaugen. Rob J. atmete tief ein, als er den Preis hörte, doch sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Da steckt viel Arbeit und Mühe drin«, sagte sie. »Man müsse die Darmenten stundenlang in Wasser einweichen, dann umstülpen und in einer schwachen Alkali-Lösung, die alle zwölf Stunden gewechselt werde, quälen lassen, anschließend die Schleimhäute sorgfältig abschaben und die Bauchfell- und Muskelfaserschichten über brennendem Schwefel abflammen, in Seifenlauge waschen, aufblasen und trocknen. Und schließlich müsse man sie am offenen Ende auf eine Länge von acht Zoll zurechtschneiden und mit einem roten oder blauen Zugbändchen versehen, damit die Herren sie um der größeren Sicherheit willen festbinden können. »Die meisten Gentlemen kauften Dreierpackungen«, sagte sie, »weil sie so am preisgünstigsten seien.« Rob J. kaufte nur ein Schafdarmkondom. Er hatte keinen besonderen Farbwunsch und erhielt eines mit blauem Bändchen. »Wenn Sie sorgfältig damit umgehen, reicht auch eines.« Sie erklärte ihm, dass es wiederverwendet werden könne, wenn es nach jedem Gebrauch ausgewaschen, aufgeblasen und gepudert werde. Als Rob J. sie mit seiner Neuerwerbung verließ, wünschte sie ihm fröhlich einen guten Tag und bat ihn, sie an seine Kollegen und Patienten weiter zu empfehlen. Maggie hasste das Ding. Dagegen freute sie sich sehr über ein Geschenk, das Rob J. von Harry Loomis erhielt, mit der Aufforderung, er solle sich ein paar schöne Stunden damit machen. Es war eine Flasche mit einer farblosen Flüssigkeit. Stickoxydul oder Lachgas, wie es die Medizinstudenten und jungen Ärzte nannten, die sich häufig damit vergnügten. Rob träufelte etwas davon auf ein Tuch, um es mit Maggie einzuatmen, bevor sie miteinander ins Bett gingen. Der Versuch wurde ein uneingeschränkter Erfolg. Nie hatten ihre Körper drolliger gewirkt und der Geschlechtsakt selbst komischer und absurder. Außer dem Vergnügen des Bettes war nichts zwischen ihnen. Wenn sie den langsam vollzogen, entstand ein wenig Zärtlichkeit, doch wenn sie sich stürmisch liebten, war es mehr Verzweiflung als Leidenschaft. Unterhielten sie sich, erzählte sie ihm entweder Klatsch aus der Pension, was ihn langweilte, oder sie schwägte in Erinnerungen an die alte Heimat, was er gern vermieden hätte, weil es ihn schmerzte. Die chemisch geförderte Fröhlichkeit, die sie einmal mithilfe des Stickoxyduls erreicht hatten, suchten sie nie wieder, denn ihre Heiterkeit im Bett war ziemlich laut gewesen, und obwohl der betrunkene Lärm nichts gemerkt hatte, wussten sie doch, dass sie nur durch einen glücklichen Zufall unentdeckt geblieben waren. Sie lachten nur noch einmal miteinander, als Maggie trocken bemerkte, das Kondom müsse wohl von einem Wider stammen und es Old Horny taufte, geiler alter Bock. Er machte sich Vorwürfe, weil er sie so häufig benutzte. Da ihm aufgefallen war, dass ihr Unterrock schon sehr fadenscheinig war, kaufte er ihr einen neuen, einen Geschenk des schlechten Gewissens. Sie freute sich sehr darüber, und er zeichnete sie in sein Tagebuch, wie sie auf seinem schmalen Bett lag, ein molliges Mädchen mit einem lächelnden Katzengesicht. Er sah viel anderes, das er gern gezeichnet hätte, wenn ihm sein Beruf die Kraft dafür gelassen hätte. In Edinburgh hatte er aus Widerstand gegen die auf den legendären Medikus zurückgehende Familientradition der Coles ein Kunststudium begonnen und davon geträumt, Maler zu werden, wofür ihn seine Familie auch geeignet hielt. In seinem dritten Studienjahr sagte man ihm jedoch, dass er zwar künstlerisches Talent habe, aber nicht genug. Er haftet zu sehr an der sichtbaren Wirklichkeit und ihm fehle der entscheidende Funken Fantasie, die Vision. Sie haben die Flamme, aber ihnen fehlt die Hitze, hatte sein Professor für Porträtzeichnen nicht unfreundlich, aber unumwunden gesagt. Rob J. war am Boden zerstört gewesen, bis zwei Dinge sich ereigneten. In den staubigen Archiven der Universitätsbibliothek stieß er auf eine anatomische Zeichnung. Sie war sehr alt, vermutlich aus der Zeit vor Leonardo. Ein nackter Männerkörper, von dem die obersten Gewebeschichten abgelöst waren, damit man die Organe und Blutgefäße sehen konnte. Die Zeichnung trug die Unterschrift »Der zweite, durchsichtige Mensch«, und mit freudigem Erschrecken sah Rob J., dass sie von einem seiner Vorfahren stammte, denn die Signatur lautete »Robert Jeffrey Cole« nach der Nähe von Robert Jeremy Cole. Das war der Beweis, dass zumindest einige seiner Vorfahren sowohl Künstler wie Ärzte gewesen waren. Und zwei Tage später geriet er in einen Operationssaal und sah dort William Ferguson, den genialen Chirurgen, der mit absoluter Präzision und unglaublicher Geschwindigkeit arbeitete, um den Patienten so wenig Schmerzen wie möglich zuzufügen. Zum ersten Mal verstand Rob J. die lange Ahnenreihe von Ärzten in seiner Familie, denn er erkannte, dass selbst die großartigste Leinwand nicht so kostbar sein konnte wie ein einziges menschliches Leben. Und in diesem Augenblick hatte er sich der Medizin verschrieben. Vom Beginn seiner Ausbildung an besaß er das, was sein Onkel Ronald, ein praktischer Arzt in der Nähe von Glasgow, die Gabe der Coles nannte, die Fähigkeit festzustellen, ob ein Patient leben oder sterben würde, einfach indem man dessen Hände hielt. Es war die Sensibilität eines Heilers, ein diagnostischer sechster Sinn, zum Teil Instinkt, zum Teil Intuition und zum Teil eine ererbte Wahrnehmung. Ein genetisches Erbe, das niemand begreifen oder erklären konnte. Und diese Gabe funktionierte so lange, wie sie nicht durch ein Übermaß an Alkohol abgestumpft wurde. Für einen Arzt war sie ein wirkliches Gottesgeschenk, doch jetzt, in diesem fremden Land, verdüsterte sie Rob J.'s Gemüt, denn im achten Distrikt gab es zu viele Menschen, die sterben mussten. Der von Gott verfluchte Distrikt, wie er ihn inzwischen nannte, beherrschte sein Leben. Die Iren waren mit den höchsten Erwartungen hier eingetroffen. Während in der alten Heimat ein Handlanger einen Sixpence pro Tag verdiente, wenn es Arbeit gab, herrschte in Boston weniger Arbeitslosigkeit und die Handlanger verdienten mehr, mussten aber fünfzehn Stunden am Tag und alle sieben Tage der Woche schuften. Sie zahlten hohe Mieten für ihre Löcher, sie zahlten noch mehr für ihr Essen, und sie hatten keinen Garten, kein winziges Fleckchen Erde, auf dem sie mehlige Kartoffeln ziehen konnten, keine Kuh, die ihnen Milch gab, kein Schwein, das ihnen Schinken lieferte. Der Distrikt verfolgte Rob J. mit seiner Armut, seinem Dreck und seinen Bedürfnissen, was ihn eigentlich hätte lähmen müssen, ihn aber zur Arbeit antrieb, bis er sich vorkam wie ein Mistkäfer, der versucht, einen Berg aus Schafskot zu bewegen. Der Sonntag hätte eigentlich ihm gehören sollen, also eine kurze Zeitspanne der Erholung von der abstumpfenden Arbeit der schrecklichen Woche. Sonntagvormittags bekam sogar Meg ein paar Stunden frei, damit sie die Kirche besuchen konnte. Doch Rob J. ging Sonntag für Sonntag in den Distrikt, da er an diesem Tag, ohne das Diktat der Patientenscheine, frei über seine Zeit verfügen konnte. So waren in kürzester Zeit seine sonntäglichen, meist unentgeltlichen Hausbesuche zu einer festen Einrichtung geworden, denn wohin er sah, gab es Krankheiten, Verletzungen und Seuchen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von dem Arzt, der das Ersische beherrschte, die uralte gälische Sprache der Iren und der Schotten. Sogar die verbittertsten und übellaunigsten wurden fröhlich und heiter, wenn sie die Laute der alten Heimat aus seinem Mund hörten. »Bei nach der Ort, dochter Ock!« »Gott sei mit dir, junger Doktor!« riefen sie ihm nach, wenn er durch die Straßen ging. Einer erzählte dem anderen von dem jungen Doktor, der die Sprache spreche, und bald redete er im Distrikt fast nur noch Gälisch. Doch während man ihn in Four Hill verehrte, war er in der Apotheke der Boston Dispensary weniger beliebt, denn plötzlich tauchten hier alle möglichen Patienten auf, die Rezepte von Dr. Robert Cole vorwiesen, für Medikamente und Krücken, ja sogar für Nahrungsmittel, die er bei Unterernährung verschrieb. »Was geht denn da vor, hm?« »Die stehen nicht auf der Liste der Patienten, die unsere Spender zur Behandlung empfohlen haben,« beklagte sich Mr. Wilson. »Aber es sind diejenigen im achten Distrikt, die unsere Hilfe am dringendsten brauchen.« »Trotzdem, wir können nicht zulassen, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt.« »Wenn Sie bei der Dispensary bleiben wollen, Dr. Cole, müssen Sie unsere Regeln beachten,« ermahnte ihn Mr. Wilson streng. Einer seiner Sonntagspatienten war Peter Finn vom Half Moon Place, der an einem Riss in der rechten Wade litt. Er hatte sich im Hafen ein paar Dollar verdienen wollen, als eine Kiste von einem Wagen fiel und ihm die Verletzung zufügte. Der nur mit einem schmutzigen lumpenverbundene Riss war bereits stark geschwollen und schmerzter, als Finn ihn dem Arzt zeigte. Rob wusch und nähte die ausgefransten Fleischränder, doch die Wunde fing sofort an sich zu entzünden, und schon am nächsten Tag musste er die Nähte wieder entfernen und eine Drainage legen. Die Infektion breitete sich mit erschreckendem Tempo aus, und nach wenigen Tagen wusste Rob J. dank seiner Gabe, dass er das Bein abnehmen musste, wenn er Peter Fins Leben retten wollte. Es war ein Donnerstag, und die Operation konnte nicht bis Sonntag aufgeschoben werden, also musste er der Dispensary wieder einmal Zeit stehlen. Und er war nicht nur gezwungen, einen der kostbaren Blankoscheine zu verwenden, die er von Dr. Holmes hatte, er musste Rose Finn auch von seinem wenigen, schwerverdienten Geld geben, damit sie den Krug schwarzgebrannten Whiskys besorgen konnte, der für die Operation so notwendig war wie das Messer. Joseph Finn, Peters Bruder, und sein Schwager Michael Bodie erklärten sich widerstrebend bereit, Rob J. zu assistieren. Er wartete, bis Peter von dem mit Morphium versetzten Whisky halb besinnungslos auf dem Küchentisch lag wie ein Opferlamm. Doch schon beim ersten Anblick des Skalpels traten dem Dockarbeiter in ungläubigem Entsetzen die Augen aus den Höhlen. Seine Nackenmuskeln schwollen an, und sein Aufschrei war wie eine Anschuldigung, die den Bruder erbleichen und den Schwager hilflos und zitternd dastehen ließ. Rob J. hatte das verletzte Bein am Tisch festgebunden, da aber Peter brüllend um sich schlug wie ein Tier in Todesangst, schrie er die beiden Männer an, »Haltet ihn fest! Haltet ihn doch fest!« Er führte das Messer, wie er es von Ferguson gelernt hatte, präzise und schnell. Die Schreie verstummten, als er durch Fleisch und Muskeln schnitt, doch das Zähneknirschen des Mannes war noch schlimmer als sein Brüllen. Als Rob J. die Oberschenkelarterie durchtrennte, spritzte hellrotes Blut heraus, und er versuchte, Bodys Hand zu nehmen und ihm zu zeigen, wie er den Blutfluss abdrücken konnte. Der Schwager aber wich zurück. »Komm her, du verdammter Hurensohn!« Doch Body rannte weinend die Treppe hinunter. Rob J. versuchte zu arbeiten, als hätte er sechs Hände. Dank seiner Körpergröße und seiner Kraft gelang es ihm, zusammen mit Joseph den um sich schlagenden Peter auf den Tisch niederzudrücken und gleichzeitig das schlüpfrige Ende der Arterie mit den Fingern zusammenzudrücken. Doch als er losließ, um nach der Säge zu greifen, begann die Blutung von Neuem. »Zeigen Sie mir, was ich tun soll!« Rose Finn stand plötzlich neben ihm. Ihr Gesicht war aschfahl, doch es gelang ihr, die Arterie zu fassen und das Blut aufzuhalten. Rob J. sägte den Knochen durch, setzte noch ein paar schnelle Schnitte und das Bein löste sich vom Körper. Jetzt konnte er die Arterie abbinden und die Hautlappen zusammennähen. Peter Fins Blick war inzwischen glasig vom Schock und das Einzige, was man noch von ihm hörte, war sein heiserer, stockender Atem. Rob J. wickelte das Bein in ein schmutziges, zerschlissenes Handtuch und nahm es mit, um es später im Anatomischen Institut zu untersuchen. Er war wie betäubt vor Erschöpfung, doch mehr, weil er sich bewusst war, welche Leiden er Peter Finn zugefügt hatte, als wegen des Kraftaufwands, den die Operation gekostet hatte. Seine blutverschmierten Kleider konnte er nicht reinigen, doch Hände und Arme wusch er sich an einem öffentlichen Brunnen, bevor er zu seiner nächsten Patientin ging, einer 22-jährigen Frau, von der er wusste, dass sie an Schwindsucht sterben würde. Zu Hause in ihrem eigenen Viertel fristeten die Iren ein elendes Leben. Außerhalb ihres Viertels jedoch wurden sie beschimpft. Rob J. sah die Plakate in den Straßen. Alle Katholiken und alle, die die katholische Kirche unterstützen, sind gemeine Betrüger, Lügner, Gauner und Feigehalsabschneider. Ein wahrer Amerikaner. Einmal pro Woche besuchte er eine Medizinvorlesung im Hörsaal des Atheneum an der Pearl Street. Manchmal saß er nach der Diskussion noch in der Bibliothek und las die Boston Evening Transcript, in der der Hass, der die Gesellschaft zerriss, seinen Niederschlag fand. Angesehene Geistliche wie Reverend Lyman Beecher von der Congregational Church an der Hanover Street schrieben unzählige Artikel über die babylonische Hure und die stinkende Bestie des römisch-katholischen Glaubens. Politische Parteien verherrlichten den im Land geborenen Amerikaner und zogen über dreckige, unwissende irische und deutsche Einwanderer her. Als er die überregionalen Zeitungen las, um mehr über Amerika zu erfahren, erkannte er, dass es eine habsüchtige Nation war, die mit beiden Händen nach neuem Land griff. Vor kurzem erst hatte sie Texas annektiert, durch einen Vertrag mit Großbritannien das Gebiet von Oregon erworben und wegen Kalifornien und des Südwestteils des Kontinents gegen Mexiko Krieg geführt. Die Grenze war der Mississippi, der die Zivilisation von der Wildnis trennte, indem man die Prärie-Indianer vertrieben hatte. Rob J. war fasziniert von Indianern. In seiner Kindheit hatte er die Romane von James Fennimore Cooper verschlungen, er las alles, was es im Atheneum über Indianer gab, und danach wandte er sich den Schriften Oliver Wendell Holmes zu. Sie gefielen ihm, vor allem das Porträt des zehn alten Überlebenskünstlers aus The Last Leaf. Aber Harry Loomis hatte recht, Holmes war besser als Arzt, denn als Dichter. Er war sogar ein vorzüglicher Arzt. Harry und Rob J. gewöhnten es sich an, den langen Tag mit einem Glas Ale in der Essex Tavern zu beenden, und Dr. Holmes gesellte sich oft zu ihnen. Es war offensichtlich, dass Harry der Lieblingsstudent des Professors war, und Rob fiel es schwer, ihn nicht zu beneiden. Die Familie Loomis hatte hervorragende Verbindungen, und eines Tages würden Harry genau jene Stellen in den Krankenhäusern offenstehen, die ihm eine befriedigende Karriere als Arzt in Boston ermöglichten. Als sie eines Abends wieder beim Bier zusammensaßen, bemerkte Holmes, er sei bei Recherchen in der Bibliothek auf die Begriffe »Kohl'scher Kopf« und »Kohl'sche bösartige Cholera« gestoßen. Dadurch neugierig geworden, habe er die Literatur durchforstet und zahlreiche Hinweise auf die Beiträge der Familie »Kohl'scher Medizin« entdeckt, darunter die »Kohl'sche Gicht« und das »Kohl'sche und Paner'sche Syndrom«, eine Krankheit, bei der Ödeme mit heftigen Schweißausbrüchen und gurgelnder Atmung einhergingen. »Außerdem«, sagte er, »habe ich herausgefunden, dass über ein Dutzend Kohl's in Edinburgh und Glasgow Professoren der Medizin waren. Waren die alle Verwandte von ihnen?« Rob J. grinste verlegen, aber geschmeichelt. »Ja, lauter Verwandte. Aber die meisten Kohl's waren seit Jahrhunderten einfache Landärzte in den Hügeln des schottischen Tieflands, wie mein Vater.« Die Gabe der Kohl's erwähnte er nicht. Sie war kein Thema, das er mit anderen Ärzten diskutierte, denn die würden ihn entweder für verrückt oder für einen Lügner erklären. »Lebt Ihr Vater noch?« »Nein, nein, er wurde von einem durchgehenden Pferd getötet, als ich zwölf war.« »Ach.« Das war der Augenblick, in dem Holmes beschloss, trotz des relativ geringen Altersunterschieds die Rolle von Rob's Vater zu übernehmen und ihm durch eine vorteilhafte Heirat Eintritt in den erlauchten Kreis der Bostoner Familien zu verschaffen. Bald darauf erhielt Rob J. zwei Einladungen in Holmes' Haus in der Montgomery Street, wo er einen Lebensstil kennenlernte, der einst in Edinburgh auch für ihn angemessen gewesen wäre. Beim ersten Mal stellte Amelia, die lebhafte, kupplerische Frau des Professors, ihm Paula Storow vor, die aus einer alten und reichen Familie stammte, aber eine plumpe und schrecklich dumme Frau war. Beim zweiten Dinner hatte er Lydia Parkman zur Tischnachbarin. Sie war zwar zu dünn und besaß nicht einmal die Andeutung eines Busens, aber unter glatten, walnussbraunen Haaren verrieten ihr Gesicht und ihre Augen einen trockenen, schämischen Humor, und die beiden verbrachten den Abend, in dem sie sich witzig, herausfordernd, aber nicht ohne Tiefgang unterhielten. Sie wusste einiges über Indianer, doch sie sprachen vorwiegend über Musik, denn Lydia spielte Cembalo. Später an diesem Abend saß er in seiner Dachkammer über der Spring Lane auf dem Bett und malte sich aus, wie sein Leben in Boston aussehen könnte, als Kollege und Freund von Harry Loomis und Oliver Wendell Holmes und als Ehemann einer Gastgeberin, die einen von Geist und Witz geprägten Salon führte. Bald darauf hörte er das leise Klopfen, das er inzwischen gut kannte. Mac Holland schlüpfte in sein Zimmer. »Die ist nicht zu dünn«, dachte er, während er ihr zulächelte und sein Hemd aufknöpfte. Doch diesmal blieb Maggie auf der Bettkante sitzen und rührte sich nicht. Als sie endlich den Mund aufmachte, brachte sie nur ein leise geflüstertes Wort hervor, und ihr Tonfall traf ihn beinahe noch mehr als das Wort. Ihre Stimme klang spröde und leblos, wie trockenes Laub, das der Wind über den harten, kalten Boden weht. »Erwischt«, murmelte sie. »Träume.« »Ein Volltreffer«, sagte sie zu ihm. Er wusste nicht, was er erwidern sollte. Sie war nicht mehr unberührt gewesen, als sie zu ihm gekommen war, versuchte er sich einzureden. »Woher sollte er wissen, ob es wirklich sein Kind war?« »Ich habe doch immer das Kondom benutzt«, protestierte er schweigend. Aber er musste zugeben, dass er es bei den ersten Malen nicht getragen hatte und in der Nacht, in der sie das Lachgas ausprobierten, ebenfalls nicht. Während seiner Ausbildung war ihm eingeschärft worden, nie jemanden zu einer Abtreibung zu ermutigen, und er hätte es ihr ohne dies nicht vorgeschlagen, da er wusste, wie bestimmend die Religion für sie war. Schließlich versprach er, zu ihr zu stehen. Er war doch nicht Stanley Finch. Sonderlich aufzurichten, schien sie seine Erklärung nicht. Er zwang sich, sie in die Arme zu nehmen und an sich zu drücken. Er wollte zärtlich sein und sie trösten. Ausgerechnet in diesem Augenblick wurde ihm klar, dass ihr Katzengesicht in wenigen Jahren eher dem einer Kuh gleichen würde. Das war nicht das Gesicht seiner Träume. »Du bist Protestant!« Es war keine Frage, denn sie kannte die Antwort schon. »So wurde ich erzogen.« Sie war eine tapfere Frau. Die Tränen stiegen ihr erst in die Augen, als er ihr sagte, dass er unsicher sei über die Existenz Gottes. »Sie Charmeur! Sie Halunke!« Lydia Parkman war von ihrer Gesellschaft sehr angetan, berichtete ihm Holmes am nächsten Abend im Institut und strahlte, als Rob J. erwiderte, dass er sie für eine außergewöhnlich liebenswürdige Frau halte. Holmes erwähnte beiläufig, dass Stephen Parkman, ihr Vater, Richter am Superior Court sei und Berater des Harvard College. Die Familie hatte mit dem Handel von Stockfisch begonnen, sich dann auf Weizen verlegt und kontrollierte inzwischen den ausgedehnten und lukrativen Handel mit in Fässern konservierten Lebensmitteln. »Werden Sie sie wiedersehen?« fragte Holmes. »Bald, da können Sie sicher sein,« sagte Rob J. mit schlechtem Gewissen und erlaubte sich nicht, daran zu denken. Holmes' Theorien über die medizinische Hygiene hatten für Rob J. die ärztliche Praxis revolutioniert. Holmes erzählte ihm zwei Geschichten, die seine Thesen untermauerten. Die eine betraf die Skrofulose, eine tuberkulöse Krankheit der Lymphdrüsen und der Gelenke. Im Mittelalter herrschte in Europa der Glaube, die Berührung durch eine königliche Hand könne die Skrofulose heilen. Die andere Geschichte betraf einen uralten Aberglauben, nachdem zur Heilung eines Soldaten dessen Wunden gesäubert und verbunden werden mussten, worauf die Waffe, die diese Wunde zugefügt hatte, mit einer Salbe, bestehend aus solchen Entsetzlichkeiten wie fauligem Fleisch, Menschenblut oder Moos vom Schädel eines Hingerichteten, einzuschmieren war. Beide Methoden seien weit verbreitet und sehr erfolgreich gewesen, berichtete Holmes, da beide unbeabsichtigt für die Sauberkeit des Patienten sorgten. Im ersten Fall wurden die skrofulösen Patienten vollständig und gründlich gewaschen, damit die königlichen Heiler, die ihnen die Hand auflegen sollten, sich nicht vor ihnen ekelten. Im zweiten Fall wurde zwar die Waffe mit Unrat beschmiert, die Wunden des Soldaten aber, die nur gesäubert und ansonsten in Ruhe gelassen wurden, konnten ohne Infektion verheilen. Das Magische, die geheime Ingredienz war also die Hygiene. Im achten Distrikt war es schwierig, klinische Sauberkeit aufrechtzuerhalten. Rob J. hatte zwar Tücher und Kernseife in seiner Tasche, wusch sich oftmals am Tag die Hände und reinigte seine Instrumente, aber die Armut und ihre Folgen machten den Distrikt zu einem Ort, an dem die Gefahr, krank zu werden und zu sterben, groß war. Er versuchte, sich mit der alltäglichen ärztlichen Arbeit zu betäuben. Doch wenn ihm dann wieder seine persönliche Notlage in den Sinn kam, fragte er sich, ob er nicht geradewegs auf seine Selbstzerstörung hinarbeite. In Schottland hatte er durch seine Einmischung in die Politik Verbindungen und Karriere geopfert, und hier in Amerika besiegelte er seinen Ruin mit dieser katastrophalen Schwangerschaft. Margaret Holland ging die Situation von der praktischen Seite an. Sie fragte ihn nach seinen Einkünften und war alles andere als bestürzt, als er ihr sein Jahresgehalt nannte. Die 350 Dollar schienen ihr mehr als ausreichend zu sein. Dann wollte sie etwas über seine Familie wissen. Mein Vater ist tot. Meiner Mutter ging es sehr schlecht, als ich Schottland verließ, und ich bin mir sicher, dass sie inzwischen … Ich habe einen Bruder. Er bewirtschaftet den Familienbesitz in Kilmarnock. Er züchtet Schafe. Ihm gehört das Anwesen. Sie nickte. Ich habe einen Bruder, der in Belfast lebt. Er ist Mitglied im Young Ireland und immer in Schwierigkeiten. Ihre Mutter war tot. In Irland lebten noch der Vater und drei weitere Brüder. Ein fünfter Bruder wohnte in Boston im Viertel am Four Hill. Sie fragte schüchtern, ob sie ihrem Bruder nicht von Rob erzählen und ihn bitten solle, sich nach einem Zimmer für sie beide umzusehen, vielleicht in der Nähe seiner Wohnung. Nicht jetzt schon. Dazu ist später noch genug Zeit, sagte er und streichelte ihr aufmunternd die Wange. Die Vorstellung, im achten Distrikt wohnen zu müssen, entsetzte ihn. Er wusste, wenn er ein Arzt für die armen Einwanderer bleiben würde, konnte er nur in einem solchen Pferch das Überleben für sich eine Frau und ein Kind sichern. Am nächsten Morgen betrachtete er den Distrikt mit Angst und Wut. Und eine Verzweiflung wuchs in ihm, die der Hoffnungslosigkeit, die ihm überall in den armseligen Straßen und Gassen begegnete, in nichts nachstand. Er begann nachts unruhig zu schlafen und schlecht zu träumen. Zwei Träume kehrten immer wieder. In besonders schlimmen Nächten hatte er beide. Danach lag er jedes Mal wach und rief sich alle Einzelheiten genau ins Gedächtnis, bis er nicht mehr wusste, ob er wach war oder schlief. Früher Morgen. Graues Wetter, aber die Sonne bricht durch. Er steht unter einigen tausend Männern vor den Karen Ironworks, die großkalibrige Schiffskanonen für die englische Marine herstellen. Es fängt gut an. Ein Mann auf einer Kiste liest das Pamphlet, das Rob J. anonym verfasst hat, um die Männer zur Demonstration aufzurufen. Freunde und Landsleute, erwacht aus dem Zustand, in dem wir so viele Jahre gehalten wurden. Wir sehen uns nun angesichts unserer verzweifelten Lage und der Verachtung, mit der unsere Bittschriften gestraft wurden, gezwungen, unter Einsatz unseres Lebens für unsere Rechte zu kämpfen. Der Mann spricht mit hoher und überschnappender Stimme. Man merkt ihm an, dass er Angst hat. Am Ende wird er bejubelt. Drei Dudelsackpfeifer spielen und die versammelte Menge singt beherzt, zuerst Kirchenlieder und ein kühneres. Zuletzt, Scots und Howell Wallace bled. Die Behörden kennen Rob J.'s Pamphlet und haben Vorkehrungen getroffen. Bewaffnete Polizei ist anwesend, Miliz, das 1. Bataillon der Rifle Brigade und die gut ausgebildeten Kavalerysoldaten des 7. und des 10. Husarenregiments, alles Veteranen der Krieger auf dem Festland. Die Soldaten tragen prächtige Uniformen. Die hohen, polierten Stiefel der Husaren funkeln wie dunkle Spiegel. Die Soldaten sind jünger als die Polizisten, aber in ihren Gesichtern spiegelt sich die gleiche, verhärtete Verachtung. Die Unruhen beginnen, als Rob J.'s Freund Andrew Geralt aus Lanark eine Rede hält und über die Zerstörung der Farmen spricht, sowie über den zum Leben nicht ausreichenden Hungerlohn der Männer für eine Arbeit, die England immer reicher macht und Schottland immer ärmer. Während Andrew sich in Rage redet, fangen die Männer an, ihrem Zorn lautstark Luft zu machen und zu schreien, Freiheit oder Tod! Die Berittenen drängen die Demonstranten mit ihren Pferden von dem Zaun weg, der die Stahlhütte umgibt. Jemand wirft einen Stein. Er trifft einen Husaren, der aus dem Sattel stürzt. Sofort ziehen die anderen Berittenen rasselnd ihre Säbel und in einem Hagel von Steinen stürzen weitere Soldaten zu Boden. Dunkles Blut befleckt das Blau, Rot und Gold der Uniformen. Die Miliz beginnt zu feuern. Die Kavaleristen hauen mit ihren Säbeln auf die Demonstranten ein. Die Männer schreien und weinen. Rob J. ist eingeklemmt. Er kann nicht fliehen. Er kann sich nur von der Masse, die die wütend heranstürmenden Soldaten vor sich hertreiben, mitschleifen lassen. Und er muss darauf achten, nicht zu stolpern, denn er weiß, wenn er stürzt, trampelt die entsetzt davonstürmende Menge ihn nieder. Der zweite Traum ist noch schlimmer. Wieder befindet er sich inmitten einer großen Versammlung. So viele Leute wie vor der Stahlhütte, aber diesmal sind es Männer und Frauen, die um acht Galgen stehen. Sie ragen vor dem Sterling Castle in den Himmel, und die Menge wird von Miliz in Schach gehalten. Ein Priester, Dr. Edward Bruce aus Renfrew, sitzt auf einem Stuhl und liest schweigend. Ihm gegenüber hockt ein Mann in schwarz. Rob J. erkennt ihn, kurz bevor er sein Gesicht hinter einer schwarzen Maske verbirgt. Er heißt Bruce Irgendwer und ist ein verarmter Medizinstudent, der fünfzehn Pfund für den Henkersdienst erhält. Dr. Bruce stimmt den einhundertdreißigsten Psalm an. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Jeder, der Verurteilten erhält, wie es der Brauch ist, ein Glas Wein und wird dann zu dem Podest geführt, wo acht Särge bereitstehen. Sechs Gefangene ziehen es vor, nichts mehr zu sagen. Ein Mann namens Hardy lässt den Blick über das Meer von Gesichtern schweifen und sagt mit gedämpfter Stimme, ich sterbe als Märtyrer für die Gerechtigkeit. Andrew Giroud dagegen spricht laut und deutlich. Er wirkt müde und älter als seine dreieundzwanzig Jahre. Meine Freunde, ich hoffe, von euch ist keiner verletzt. Wenn dies vorbei ist, geht bitte still nach Hause und lest in eurer Bibel. Dann werden ihnen die Augen verbunden. Zwei der Männer rufen noch etwas zum Abschied, während man ihnen die Schlingen um den Hals legt. Andrew sagt nichts mehr. Auf ein Signal hin geschieht es, und fünf sterben ohne Todeskampf. Drei zappeln noch eine Weile. Andrews neues Testament fällt aus seinen tauben Fingern in die schweigende Menge. Nachdem man die Leichen abgeschnitten hat, trennt der Henker die Köpfe mit einer Axt ab, hält jedes der schauerlichen Objekte an den Haaren hoch und ruft, wie das Gesetz es befiehlt, »Das ist der Kopf eines Verräters!« Manchmal, wenn Rob J. aus einem solchen Traum aufwachte, lag er in seinem schmalen Bett unter den Dachsparren und tastete sich ab, zitternd vor Erleichterung, dass er noch am Leben war. Dann starrte er in die Dunkelheit und fragte sich, wie viele Menschen wohl nicht mehr unter den Lebenden waren, weil er dieses Pamphlet geschrieben hatte. Die viele Schicksale hatten sich geändert. Wie viele Leben waren ausgelöscht worden, weil er so viele Menschen mit seiner Überzeugung beeinflusst hatte. Die landläufige Moral besagte, Überzeugungen seien es wert, dass für sie gekämpft oder gestorben werde. Wenn man aber alles gründlich überlegte, war da nicht das Leben der einzige kostbare Besitz, den ein menschliches Wesen hatte. Und war er als Arzt, der nicht verpflichtet, vor allen Dingen das Leben zu schützen und zu erhalten? Er schwor sich und Eskulab, dem Vater der Heilkunst, nie mehr wegen eines unterschiedlichen Glaubens den Tod eines Menschen zu verursachen, ja, nie mehr aus Zorn einen Menschen auch nur zu schlagen. Und wohl zum tausendsten Mal fragte er sich, wie schwer es diesem Bruce irgendwer gefallen sein musste, diese fünfzehn Pfund zu verdienen. Die Farbe des Gemäldes »Es ist nicht Ihr Geld, das Sie ausgeben«, sagte Mr. Wilson eines Morgens verdrossen, als er Rob J. seinen Stapel Patientenscheine gab. »Es ist das Geld, das angesehene Bürger der Dispensary gespendet haben. Und kein Arzt, der für uns arbeitet, darf dieses Geld nach eigenem Gutdünken verschwenden.« »Ich habe Ihr Geld nicht verschwendet. Ich habe nie Patienten behandelt oder ihnen etwas verschrieben, die nicht wirklich krank waren und unsere Hilfe dringend nötig hatten. Ihr System ist nicht gut. Manchmal zwingt es mich dazu, jemanden mit einer Zerrung zu behandeln, während andere wegen mangelnder Fürsorge sterben.« »Sie überschreiten Ihre Befugnisse, Sir.« Mr. Wilsons Blick und seine Stimme waren ruhig, aber seine Hand mit den Scheinen zitterte. »Nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie in Zukunft Ihre Besucher auf die Namen auf den Scheinen, die Sie jeden Morgen von mir erhalten, beschränken müssen.« Rob J. hätte Mr. Wilson zu gerne gesagt, was er zur Kenntnis nehme und was Mr. Wilson mit seinen Patientenscheinen tun könne. Aber angesichts der Komplikationen in seinem Leben wagte er es nicht. So zwang er sich dazu, nur zu nicken und sich abzuwenden. Mit den Scheinen in der Tasche machte er sich auf in den Distrikt. An diesem Abend änderte sich alles. Margaret kam in seine Kammer und setzte sich auf die Bettkante, ihr Stammplatz für Neuigkeiten. »Ich blute.« Er zwang sich zuerst nur als Arzt zu denken. »Eine Hämorrhagie? Verlierst du große Mengen Blut?« Sie schüttelte den Kopf. »Zuerst war es ein bisschen mehr als sonst. Dann wie bei meiner normalen Blutung. Und jetzt ist es fast schon vorüber.« »Wann hat es angefangen?« »Vor vier Tagen.« »Vor vier Tagen?« »Warum hatte sie vier Tage gewartet, bis sie es ihm sagte?« Sie sah ihn nicht an. Sie saß stocksteif da, als würde sie sich gegen seine Wut wappnen, und ihm wurde klar, dass sie die vier Tage lang mit sich selbst gekämpft hatte. »Wolltest es mir wohl überhaupt nicht sagen, hm?« Sie antwortete nicht, doch er verstand. Obwohl er in ihren Augen ziemlich eigenartig war, ein ständig händewaschender Protestant, hatte sie in ihm doch eine Chance gesehen, dem Gefängnis ihrer Armut zu entkommen. Nachdem er selbst dieses Gefängnis aus der Nähe gesehen hatte, kam es ihm fast wie ein Wunder vor, dass sie sich überhaupt zu dem Geständnis durchgerungen hatte, und er wurde nicht zornig, weil sie es hinausgezögert hatte, sondern empfand Bewunderung und überwältigende Dankbarkeit. Er ging zu ihr, zog sie hoch und küsste ihre geröteten Augen. Dann legte er seine Arme um sie, drückte sie an sich und strich ihr über den Kopf, als tröste er ein verängstigtes Kind. Am folgenden Morgen ging er wie benommen durch die Straßen, seine Knie zitterten vor Erleichterung. Männer und Frauen lächelten, wenn er sie grüßte. Es war eine neue Welt mit einer helleren Sonne und einer milderen Luft zum Atmen. Seine Patienten behandelte er mit der üblichen Aufmerksamkeit, aber zwischendurch rasten die Gedanken in seinem Kopf. Schließlich setzte er sich auf eine Holztreppe an der Broad Street und dachte über die Vergangenheit, die Gegenwart und seine Zukunft nach. Zum zweiten Mal war er einem schlimmen Schicksal entronnen. Er empfand dies als eine Warnung, dass er mit seinem Leben achtsamer und respektvoller umgehen müsse. Rob J. betrachtete sein Leben als ein großes, im Entstehen begriffenes Gemälde. Was immer auch passieren mochte. Das fertige Bild würde bestimmt von der Medizin handeln, aber er spürte, wenn er in Boston blieb, würden Grautöne in diesem Gemälde vorherrschen. Amelia Holmes konnte für ihn eine brillante Partie, wie sie es nannte, arrangieren, aber nachdem er einer lieblosen Ehe in Armut entronnen war, hatte er keine Lust auf eine lieblose Ehe in Reichtum zuzusteuern oder sich auf dem Heiratsmarkt der Bostoner Gesellschaft feilbieten zu lassen, als Arztfleisch sozusagen, das Pfund zu so und so viel. Er wollte das Gemälde seines Lebens mit den kräftigsten Farben malen, die er finden konnte. An diesem Nachmittag ging er nach der Arbeit ins Atheneum, um noch einmal die Bücher zu lesen, die ihn so gefesselt hatten. Doch lange bevor er damit fertig war, wusste er, wohin er gehen und was er tun wollte. Als Rob dann abends in seinem Bett lag, kam das vertraute leise Signal an seiner Tür. Er starrte bewegungslos in die Dunkelheit. Noch einmal hörte er das Kratzen und schließlich ein drittes Mal. Aus verschiedenen Gründen wäre er gern zur Tür gegangen, um sie zu öffnen, aber er blieb wie erstarrt liegen und durchlitt einen Augenblick des Schreckens, der so schlimm war wie jede Sekunde seiner Albträume, und nach einer Weile ging Margaret Holland weg. Er brauchte über einen Monat, um seine Vorbereitungen zu treffen und den Dienst bei der Spencer Reed zu quittieren. Anstelle einer Abschiedsfeier sezierte er zusammen mit Holmes und Harry Loomis an einem schneidend kalten Dezemberabend die Leiche einer Negersklaven namens Della. Die Frau hatte ihr Leben lang schwer gearbeitet und ihr Körper war erstaunlich muskulös. Harry hatte echtes Interesse an der Anatomie und Geschick für das Sezieren bewiesen und sollte Rob Jays Stelle als Assistent an der Medical School einnehmen. Holmes gab, während sie schnitten, seine Erklärungen ab und wies sie darauf hin, dass das fransige Ende des Eileiters aussehe wie der Saum des Schals einer armen Frau. Jedes Organ und jeder Muskel erinnerten einen der drei an eine Geschichte, ein Gedicht, ein anatomisches Wortspiel oder eine Zote. Es war eine ernsthafte wissenschaftliche Arbeit, die sie mit höchster Akribie durchführten, doch sie brüllten dabei vor Lachen und Ausgelassenheit. Danach gingen sie in die Essex Tavern und tranken bis zur Sperrstunde Glühwein. Rob J. versprach Holmes und Harry, sich bei ihnen zu melden, sobald er sein endgültiges Ziel erreicht habe, und sich, wenn nötig, mit Problemen an sie zu wenden. Sie trennten sich so kameradschaftlich, dass Rob J. seine Entscheidung beinahe bedauerte. Am nächsten Morgen ging er in die Washington Street, kaufte geröstete Maronen und brachte sie, eingewickelt in eine Seite der Boston Transcripts, in das Haus an der Spring Lane. Er schlich sich in Margaret Hollands Zimmer und legte die Tüte unter ihr Kopfkissen. Kurz nach Mittag bestieg er einen Eisenbahnwaggon, den gleich darauf eine Dampflokomotive aus dem Bahnhof zog. Der Schaffner, der seine Fahrkarte kontrollierte, musterte sein Gepäck misstrauisch, denn Rob J. hatte sich geweigert, seine Gambe und seinen Lederkoffer im Gepäckwagen abzugeben. Neben seinen medizinischen Instrumenten und seinen Kleidern enthielt der Koffer Old Horny und ein halbes Dutzend Kernseifenriegel, wie Holmes sie benutzte. Obwohl er kaum Geld besaß, verließ er Boston viel reicher, als er es betreten hatte. Es waren noch vier Tage bis Weihnachten. Der Zug eilte an Häusern vorbei, deren Türen mit Girlanden geschmückt waren und durch deren Fenster man flüchtige Blicke auf Christbäume erhaschen konnte. Bald hatten sie die Stadt hinter sich gelassen. Trotz leichten Schneetreibens erreichten sie in weniger als drei Stunden Worcester, den Endbahnhof der Boston Railroad. Die Fahrgäste mussten in einen Zug der Western Railroad umsteigen, und dort saß Rob J. neben einem stattlichen Mann, der ihm sofort seinen Flachmann anbot. Nein, danke, sehr freundlich, sagte Rob J., ließ sich aber auf eine Unterhaltung mit dem Mann ein, um die Ablehnung nicht zu barsch wirken zu lassen. Der Mann war Vertreter für Nägel, Hakennägel und solche mit Senk- und Stauchköpfen, Krampen, Stifte aus gehärtetem Stahl oder aus Draht, in den unterschiedlichsten Größen, von der feinsten Stahlnadel bis zum riesigen Bootsnagel. Er zeigte Rob J. seine Muster, und der genoss diesen Zeitvertreib. »Ich fahre nach Westen! Nach Westen!« rief der Vertreter. »Sie auch?« Rob J. nickte. »Wie weit fahren Sie?« »Bis zur Staatsgrenze! Nach Pittsfield! Und Sie, Sir?« Die Antwort bereitete Rob J. eine außerordentliche Befriedigung, ein solches Vergnügen, dass er übers ganze Gesicht lachte und sich beherrschen musste, dass er sie nicht laut herausschrie, denn die Worte hatten ihre eigene Melodie und warfen ein verklärend romantisches Licht in jeden Winkel des schaukelnden Waggons. »Ins Indianerland«, sagte er. Musik Massachusetts und den Staat New York durchquerte er auf mehreren kurzen Eisenbahnstrecken, die durch Postkutschenlinien miteinander verbunden waren. Der Winter machte das Reisen beschwerlich. Manchmal mussten die Postkutschen warten, bis nicht weniger als zwölf Ochsen die Schneeverwehungen mit Pflügen weggeräumt oder die weiße Pracht mit großen hölzernen Rollen plattgewalzt hatten. Gasthöfe und Wirtshäuser waren teuer. Er befand sich gerade in den Wäldern des Allegheny-Reservoirs, als ihm das Geld ausging, und war froh, in Jacob Starrs Holzfällerlager Arbeit als Arzt zu finden. Wenn ein Unfall passierte, war das meistens nichts Harmloses, doch zwischendurch hatte er kaum etwas zu tun. Er suchte sich deshalb eine Beschäftigung und half den Männern beim Fällen der bis 250 Jahre alten Mastbaumkiefern und Hemlocktannen. Normalerweise übernahm er ein Ende der Elendsschaukel, wie die Zweimannsäge genannt wurde. Sein Körper gewann an Kraft und Zähigkeit. Die meisten dieser Lager hatten keinen Arzt, und die Holzfäller wussten, wie wertvoll er für sie war. Sie gaben deshalb gut auf ihn acht, wenn er ihnen bei der gefährlichen Arbeit half. Sie brachten ihm bei, seine blutenden Handflächen in Salzwasser zu tauchen, damit sich schneller eine Hornhaut bildete. An den Abenden jonglierte er in der Schlafbaracke, um seine Finger gelenkig zu halten für Operationen, und für die Männer spielte er Gambe, wobei er sie abwechselnd zu ihren heiseren Liedern begleitete und Stücke von Johann Sebastian Bach und Marat Marais spielte, denen sie verzückt lauschten. Den ganzen Winter über lagerten sie die riesigen Stämme am Ufer eines kleinen Flusses. Auf der Stumpfseite der einschneidigen Äxte des Lagers befand sich ein großer, erhabener, fünfzackiger Stern. War ein Baum gefällt und zugerichtet, drehten die Männer die Axt um und trieben den stählernen Stern in die frische Schnittfläche, zum Zeichen, dass der Baum Jacob's Star gehörte. Als im Frühling das Schmelzwasser kam, stieg der Fluss um drei Meter an und trug die Stämme bis zum Clarion. Die Holzfäller bauten riesige Flöße und errichteten auf ihnen Schlaf- und Kochbaracken sowie Vorratsschuppen. Rob fuhr mit diesen Flößen den Fluss hinunter wie ein Prinz. Es war eine langsame, verträumte Reise, die nur unterbrochen wurde, wenn die Stämme sich verkeilten und von den geschickt arbeitenden Männern wieder gelöst werden mussten. Er sah die verschiedensten Vögel und eine Vielzahl anderer Tiere, während er den gewundenen Clarion bis zu dessen Mündung in den Allegheny und dann den Allegheny bis ganz hinunter nach Pittsburgh entlang trieb. In Pittsburgh verabschiedete er sich von Star und dessen Holzfällern. In einem Saloon ließ er sich als Arzt für einen Schienentrupp der Washington and Ohio anheuern, eine Eisenbahnlinie, die den beiden vielbefahrenen Kanälen des Staates Konkurrenz machen wollte. Zusammen mit den Arbeitern brachte man ihn nach Ohio, an den Rand einer weiten, von einem glänzenden Schienenstrang unterteilten Ebene. In einem der vier Waggons, in denen die Vorarbeiter wohnten, wurde ihm ein Quartier zugewiesen. Der Frühling in der Ebene war wunderschön, doch die Welt der W&O Railroad war hässlich. Die Schienenleger, Planierer und Fuhrmänner waren fast durchweg irische und deutsche Einwanderer, deren Leben als billige Ware betrachtet wurde. Robbs Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass auch noch das letzte Quäntchen ihrer Kraft der Firma zur Verfügung stand. Er war froh über das Geld, doch seine Arbeit war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, denn der Oberaufseher, ein dunkelgesichtiger Mann namens Gotting, war ein widerliches Scheusal, das kein Geld für Lebensmittel ausgeben wollte. Die Firma beschäftigte zwar Jäger, die jede Menge Wildbrett schossen, und es gab eine Zichurienbrühe, die man Kaffee nannte, doch es mangelte an Gemüse. Außer an dem Tisch, an dem Rob, Gotting und die Vorarbeiter saßen. Weder Kohl noch Karotten noch Kartoffeln versorgten die Arbeiter mit Ascorbinsäure, und nur höchst selten gab es als Leckerbissen einen Topf Bohnen. Die Männer hatten Skorbut. Trotz ihrer Blutarmut hatten sie keine Lust am Essen. Ihre Gelenke schmerzten, ihr Zahnfleisch blutete, die Zähne fielen ihnen aus und ihre Wunden verheilten nicht. Unter Ernährung und Schwerstarbeit kamen einem Mord an ihnen gleich. Schließlich brach Robb in den verschlossenen Proviantwaggon ein und verteilte Kisten mit Kohl und Kartoffeln, bis von den Vorräten der Vorgesetzten nichts übrig war. Glücklicherweise wusste Gotting nicht, dass der junge Arzt Gewaltlosigkeit geschworen hatte. Robbs Körpergröße und die kalte Verachtung an seinem Blick legten es dem Oberaufseher nahe, ihn auszuzahlen und ziehen zu lassen, um eine Auseinandersetzung zu vermeiden. Robb J. hatte bei der Eisenbahn gerade genug verdient, um sich eine langsame alte Stute, einen zwölfkalibrigen Förderlader, eine kleinere, leichtere Flinte für die Jagd auf Niederwild, Nadeln und Faden, eine Angelrute mit Haken, eine verrostete eiserne Bratpfanne und einen Hirschfänger zu kaufen. Er taufte das Pferd Monica Granville, zu Ehren einer hübschen, nicht mehr jungen Frau, einer Freundin seiner Mutter, die er in den fiebrig feuchten Träumen seiner Knabenzeit bestiegen hatte. Dank der Stute konnte er seine Reise in den Westen so fortsetzen, wie er es sich vorgestellt hatte. Nachdem er bemerkt hatte, dass die Flinte nach rechts zog, schoss er mühelos wild. Er angelte, wo sich Gelegenheit bot, und verdiente sich Geld oder Essen, wo immer er zu Leuten kam, die einen Arzt brauchten. Die Weite des Landes mit den Bergen, Tälern und Ebenen verblüffte ihn. Nach ein paar Wochen war er überzeugt, dass er ewig auf seiner gemächlich trottenden Monica Granville in den Sonnenuntergang hinein weiterziehen konnte. Die Arzneimittel gingen ihm aus. Es war ohne dies schwierig, ohne die wenigen unzureichenden Linderungsmittel, die es damals gab, zu operieren, aber er hatte weder Laudanum noch Morphium noch ein anderes Medikament und musste sich auf die Schnelligkeit seiner Chirurgenhände und den billigen Fusel, den er unterwegs kaufen konnte, verlassen. Ferguson hatte ihm einige hilfreiche Kniffe beigebracht, an die er sich jetzt erinnerte. Da er keine Nikotintinktur hatte, die bei Hämeroidenoperationen oral verabreicht wurde, um den Schließmuskel zu entspannen, kaufte er die stärksten Zigarren, die er bekommen konnte, und steckte sie bei Bedarf dem Patienten in den After, bis das Gewebe das Nikotin des Tabaks absorbiert hatte und die Muskelerschlaffung eintrat. In Titusville passierte es, dass ein älterer Herr dazu kam, als er eben einen Patienten versorgte, der über eine Wagendeichsel gebeugt und mit einer Zigarre im Hintern dastand. »Haben Sie Streichhölzer, Sir?« fragte ihn Rob J. Später in der Gemischtwarenhandlung hörte er dann, wie der Mann seinen Freunden mit ernster Miene berichtete, »Ihr glaubt nicht, wie die die Zigarren geraucht haben!« In einem Wirtshaus in Zanesville sah er seinen ersten Indianer. Eine herbe Enttäuschung. Ganz im Gegensatz zu James Fenimore Coopers großartigen Wilden bettelte hier ein schwabbeliger, grämlicher Säufer mit Rotz im Gesicht um Getränke und ließ sich beschimpfen. »Vermutlich Delaware,« sagte der Wirt, als Rob ihn nach dem Stamm des Indianers fragte, »oder vielleicht Miami, oder schon nie.« Er zuckte verächtlich mit den Achseln. »Ist doch egal. Die armen Schweine schauen für mich alle gleich aus.« Einige Tage später lernte Rob in Columbus einen kräftigen, schwarzbärtigen jungen Juden namens Jason Maxwell Geiger kennen, einen Apotheker mit einem reichhaltigen Lager an Arzneien. »Haben Sie Laudanum?« »Haben Sie Nikotintinktur?« »Kalium-Jodid?« Was er auch verlangte, Geiger antwortete immer mit einem Lächeln und einem Nicken, und Rob inspizierte glücklich die Töpfe und Gläser. Die Preise waren nicht so hoch, wie er befürchtet hatte, denn Geigers Vater und seine Brüder besaßen in Charleston eine Arzneimittelfabrik, und der Apotheker erklärte Rob J., dass er alles, was er nicht selbst herstellen könne, zu einem günstigen Preis bei seiner Familie bestelle. Rob J. deckte sich deshalb mit einem umfangreichen Vorrat ein. Als der Apotheker ihm anschließend half, die Einkäufe zu seinem Pferd zu tragen, fiel ihm das große, dick eingewickelte Musikinstrument auf, und er fragte seinen Besucher sofort, »Das ist doch bestimmt ein Cello, nicht?« »Eine Gambe«, erwiderte Rob und bemerkte, dass der Mann das eingewickelte Instrument, wenn nicht neugierig, so doch mit unübersehbar wehmütigem Verlangen anschaute. »Wollen Sie sie sehen?« »Sie müssen sie in mein Haus bringen und meiner Frau zeigen«, erwiderte Geiger eifrig. Er führte ihn zu dem Wohnhaus hinter der Apotheke. Lillian Geiger hielt sich ein Geschirrtuch vor das Oberteil ihres Kleides, doch die Milchflecken vom Überschuss ihrer Brüste waren Rob J. nicht entgangen. In einer Wiege schlief die zwei Monate alte Tochter Rachel. Das Haus roch nach Mrs. Geigers Muttermilch und frischgebackener Challa. Im dunklen Wohnzimmer standen ein Rosshaar-Sofa, dazugehörige Sessel und ein Tafelklavier. Die Frau verschwand im Schlafzimmer und zog sich um, während Rob J. seine Gambe auspackte. Dann betrachteten die Geigers das Instrument und strichen mit den Fingern über die sieben Seiten und zehn Bünde, als würden sie einen wiederentdeckten Familienschatz streicheln. Sie führten ihm ihr Klavier vor, dessen Walnussholz sorgfältig poliert war. »Gebaut von Alpheus Babcock aus Philadelphia«, sagte sie. Jason Geiger zog hinter dem Klavier ein zweites Instrument hervor. »Die wurde von einem Bierbrauer namens Isaac Schwartz aus Richmond in Virginia gebaut. Es ist nur eine Fiedel. Den Namen Geiger hat sie nicht verdient, aber ich hoffe, eines Tages mal eine Geige zu besitzen.« Als sie einen Augenblick später ihre Instrumente stimmten, entlockte Geiger seiner Fiedel dennoch süße Klänge. Sie schauten sich misstrauisch an, aus Furcht musikalisch nicht zusammenzupassen. »Was spielen wir?«, fragte Geiger und überließ seinem Gast die Wahl. »Bach?« »Kennen Sie dieses Präludium aus dem wohltemperierten Klavier? Aus Buch zwei?« »Die Nummer habe ich leider vergessen.« Er spielte ihnen den Anfang vor. Lillian Geiger stimmte sofort mit ein und nach einem Nicken auch ihr Gatte. »Das Zwölfte«, hauchte Lillian. Rob J. war es gleichgültig, welche Bezeichnung das Stück trug, denn dieses Spiel war nicht zur Unterhaltung von Holzfeldern gedacht. Schon nach den ersten Akkorden merkte er, dass die beiden gute Musiker waren, daran gewöhnt, einander zu begleiten, und er war sicher, einen Narren aus sich zu machen. Während sich bei ihnen die Melodie entfaltete, stolperte er hinter ihnen her. Seine Finger glitten nicht über den Instrumentenhals, sondern vollführten spastische Sprünge wie Lachse, die sich an den Wasserfall hocharbeiten. Doch nach der Hälfte des Präludiums vergaß er seine Angst und die Spielerfahrung langer Jahre überwand die von der mangelnden Übung her rührende Schwerfälligkeit. Bald konnte er auch beobachten, dass Geiger mit geschlossenen Augen spielte, während im Blick seiner Frau ein Ausdruck verzückter Freude lag, der sich ihm mitteilte, der aber auch sehr intim war. Die Befriedigung schwärzte beinahe. Er hatte gar nicht bemerkt, wie sehr ihm die Musik abgegangen war. Nachdem sie das Stück beendet hatten, saßen sie da und lächelten sich an. Geiger lief nach draußen, um das geschlossen Schild an die Tür seines Ladens zu hängen. Lillian sah nach ihrem Kind und schob dann einen Braten in den Ofen, und Rob sattelte die arme, geduldige Monika ab, um sie zu füttern. Als sie später wieder beisammensaßen, zeigte es sich, dass die Geigers nichts von Mara Marais kannten, während Rob J. keins der Stücke des Polen Chopin auswendig konnte. Alle drei kannten sie jedoch die Sonaten Beethovens. Und so wurde an diesem Nachmittag aus dem geigerschen Wohnzimmer ein schimmernder Zauberort. Als dann das Schreien des hungrigen Babys ihr Spiel beendete, waren sie trunken von der berauschenden Schönheit ihres Musizierens. Als es für Rob J. Zeit wurde aufzubrechen, wollte der Apotheker nichts davon hören. Zum Abendessen gab es rosa gebratenes Lamm, das schwach nach Rosmarin und Knoblauch schmeckte, dazu mitgebratene kleine Karotten und junge Kartoffeln, hinterher ein Blaubeerkompott. »Sie schlafen in unserem Gästezimmer«, sagte Geiger. Da Rob J. sich zu den Geigers hingezogen fühlte, erkundigte er sich nach Möglichkeiten, in der Gegend zu praktizieren. »Es gibt eine Menge Leute hier. Schließlich ist Columbus Hauptstadt. Und auch eine Reihe Ärzte, die sie betreuen. Es ist ein guter Ort für eine Apotheke, aber wir wollen Columbus bald verlassen, wenn das Baby alt genug ist, die Reise mitzumachen. Ich will nicht nur Apotheker sein, sondern auch Farmer, um meinen Kindern Land zu hinterlassen. In Ohio ist Farmland viel zu teuer. Ich habe mir schon Gegenden ausgesucht, wo es fruchtbares Land gibt, das ich mir leisten kann.« Er hatte Landkarten, die er nun auf dem Tisch ausbreitete. »Illinois«, sagte er und zeigte Rob J. den Landstrich, der sich bei seinen Nachforschungen als günstigster herausgestellt hatte, ein Gebiet zwischen dem Rock River und dem Mississippi. Genügend Wasser, wunderschöne Wälder entlang der Flüsse. Und der Rest ist Prairie, schwarze Erde, die noch nie einen Flug gespürt hat. Rob J. studierte die Karten. »Vielleicht sollte ich auch dorthin gehen,« sagte er schließlich. »Mal sehen, ob es mir gefällt.« Geiger strahlte. Zusammen saßen sie lange über den Karten und zeichneten freundschaftlich disputierend die beste Rote ein. Nachdem Rob J. zu Bett gegangen war, blieb J. Geiger noch auf und schrieb bei Kerzenlicht die Noten einer Mazurka von Chopin ab. Sie spielten sie am Morgen nach dem Frühstück. Die beiden Männer beugten sich noch einmal über die Karten. Rob J. versprach, falls Illinois sich wirklich als so gut erwies, wie Geiger glaubte, sich dort niederzulassen und seinem neu gewonnenen Freund sofort zu schreiben, dass er die Familie in den Westen bringen könne. Zwei Parzellen Illinois war von Anfang an interessant. Rob erreichte den Start im Spätsommer, als das zähwüchsige Grün der Prärie von den langen Sonnentagen bereits trocken und ausgebleicht war. In Danville sah er zu, wie Männer Wasser aus Salzquellen in großen, schwarzen Kesseln einkochten, und als er sie wieder verließ, hatte er ein Paket mit reinem Salz bei sich. Die Prärie dehnte sich weit, hier und dort erhoben sich flache Hügel. Der Start war gesegnet mit Süßwasser. Rob kam zwar nur an wenigen Seen vorbei, sah aber immer wieder Sümpfe. Aus ihnen speisten sich Bäche, die sich schließlich zu Flüssen vereinigten. Er erfuhr, dass die Bewohner von Minwa, wenn sie vom Land zwischen den Flüssen sprachen, meistens die Südspitze des Staates zwischen dem Mississippi und dem Ohio meinten. Hier hatten die beiden großen Flüsse einen tiefen, nährstoffreichen Boden angeschwemmt. Die Leute nannten die Region Ägypten, weil sie sie für so fruchtbar hielten wie das sagenumwobene Land am Nil-Delta. Auf J. Geigers Karten entdeckte Rob J. eine Reihe von Kleinägypten zwischen den Flüssen in Illinois. Der Mann hatte schon während der kurzen Begegnung Rob J.s Achtung erworben, und deshalb ritt der junge Arzt weiter auf die Region zu, die J. ihm als die für eine Ansiedlung günstigste ausgewiesen hatte. Er brauchte zwei Wochen, um Illinois zu durchqueren. Am vierzehnten Tag führte ihn der Pfad, auf dem er ritt, in ein Waldstück, wo ihn willkommene Kühle und der Geruch feuchter, wuchernder Pflanzen empfingen. Er hörte lautes Wasser rauschen, folgte der schmalen Spur und kam kurz darauf am Ostufer eines großen Flusses aus dem Wald, der, wie er vermutete, der Rock River, der Felsenfluss sein musste. Trotz der Trockenzeit war die Strömung stark, und die großen Felsen, die dem Fluss seinen Namen gaben, ließen das Wasser weiß aufschäumen. Auf der Suche nach einer Furt ritt er am Ufer entlang und kam schließlich zu einem tieferen, ruhigeren Abschnitt. Ein dickes, an zwei riesigen Baumstämmen befestigtes Stahlseil überspannte den Fluss. Von einem Ast baumelten ein eiserner Triangel und ein Stahlstab, daneben ein Schild mit der Aufschrift »Holden's Crossing«, »Nach der Fähre bitte läuten«. Er schlug kräftig, und so schien es ihm ziemlich lange den Triangel, bis er am gegenüberliegenden Ufer einen Mann gemächlich zu der Stelle schlendern sah, an der ein Fluss festgemacht war. Zwei dicke, senkrechte Pfosten auf dem Fluss endeten in großen Eisenringen, durch die das zwischen den Ufern gespannte Stahlseil lief. Als die Fähre die Flussmitte erreichte, hatte die Strömung das Seil bereits ein gutes Stück Fluss abwärts gezogen, so dass der Mann sein Gefährt in einem Bogen und nicht in gerader Linie auf das andere Ufer zulenkte. Das dunkle, ölige Wasser war in der Mitte zu tief zum Starken, und der Mann zog das Fluss deshalb an dem Stahlseil vorwärts. Der Fährmann sang, und sein kräftiger Bariton klang klar und deutlich zu Rob herüber. Sein Lied hatte viele Strophen, und noch bevor sie zu Ende waren, konnte der Mann wieder starken. Als die Fähre näher kam, erkannte Rob einen muskulösen Mann Mitte dreißig. Er war einen Kopf kleiner als Rob und sah aus wie ein typischer Einheimischer, schwere Stiefel an den Füßen, eine braune Hose aus grobem Halbwollzeug, die für die Jahreszeit zu warm war, ein blaues Baumwollhemd mit verstärktem Kragen und ein schweißfleckiger, breitkrempiger Lederhut. Er hatte eine lange, schwarze Haarmähne, einen Vollbart und ausgeprägte Wangenknochen, dazu eine schmale, geschwungene Nase, die seinem Gesicht etwas Grausames verliehen hätte, wenn da nicht seine blauen Augen gewesen wären, die fröhlich und einladend strahlten. Je näher er kam, desto deutlicher spürte Rob J. einen gewissen Argwohn in sich, die Erwartung einer gewissen Affektiertheit, die der Anblick einer vollkommen schönen Frau oder eines zu attraktiven Mannes mit sich bringt. Doch der Fährmann hatte nichts dergleichen an sich. »Hallo!« rief er. Ein letzter Stoß mit der Stange und das Floß glitt knirschend auf die Sandbank. Er streckte die Hand aus. »Nikolas Holden zu Ihren Diensten!« Rob schüttelte ihm die Hand und stellte sich vor. Holden holte einen dunklen, feuchten Prim aus der Brusttasche und schnitt mit seinem Messer ein Stück ab. Dann bot er Rob J. den Kautabak an. Doch der schüttelte den Kopf. »Was kostet die Überfahrt?« »Drei Cent für Sie. Zehn für das Pferd.« Rob zahlte wie verlangt die dreizehn Cent im Voraus. Er warnt Monika an den Eisenringen fest, die zu diesem Zweck in den Boden des Floßes eingelassen waren. Die beiden Männer machten sich ächzend ans Starken. »Wollen Sie sich etwa hier in der Gegend niederlassen?« »Vielleicht«, erwiderte Rob vorsichtig. »Sie sind nicht zufällig ein Hufschmied?« Holden hatte die blauesten Augen, die Rob je bei einem Mann gesehen hatte. Sie hätten weiblich gewirkt, wäre da nicht der durchdringende Blick gewesen, der Holdens Gesicht einen insgeheim belustigten Ausdruck gab. »Schade«, sagte er, schien jedoch von Rob's Kopfschütteln nicht sonderlich überrascht. »Einen anständigen Schmied könnte ich nämlich gut gebrauchen. »Fahrmarm?« Er spitzte die Ohren, als Rob ihm sagte, er sei Arzt. »Dreifach willkommen und nochmal willkommen. Wir brauchen einen Doktor in der Gemeinde Holdens Crossing. Und für einen Doktor ist die Überfahrt frei«, sagte er, hielt mit dem starken Inner und zählte Rob feierlich drei Cent in die Hand. Rob betrachtete die Münzen. »Was ist mit den anderen zehn?« »Na, das Pferd wird doch nicht auch ein Doktor sein.« Sein Grinsen war so liebenswert, dass man ihn beinahe für weniger gut aussehend hätte halten können. Holdens winzige Hütte aus behauenen und mit weißem Lehm abgedichteten Stämmen stand, umgeben von einem Garten mit eigener Quelle, auf einer Anhöhe am Flussufer. »Grade rechtzeitig zum Abendessen«, sagte er, und bald darauf aßen sie einen duftenden Eintopf, in dem Rob Rüben, Kohl und Zwiebeln erkannte, aber Schwierigkeiten mit dem Fleisch hatte. »Hab heute Morgen einen alten Hasen und ein junges Präriehuhn geschossen, und die sind beide da drin«, erklärte Holden. Nachdem die Holzschüsseln neu gefüllt waren, erzählten sie einander von sich, sodass die Atmosphäre entspannter wurde. Holden war ein Provinzanwalt aus dem Staat Connecticut. Er hatte große Pläne. »Warum hat man eigentlich den Ort nach innen benannt?« »Hab man nicht.« »Ich hab ihn so genannt«, antwortete Holden leutselig. »Ich war als erster hier und hab den Fährdienst eingerichtet. Deshalb Holdens Crossing, weil ich die Leute hier über den Fluss bringe. Und immer wenn jemand kommt und sich hier niederlassen will, sag ich ihm, wie der Ort heißt.« In Rob's Augen konnte es Holdens Blockhütte nicht mit den gemütlichen schottischen Cottages aufnehmen. Sie war dunkel und stickig. Das Bett, das zu nah an der qualmenden Feuerstelle stand, war mit Ruß bedeckt. Holden gestand ihm fröhlich, dass das einzig Gute an dem Gebäude das Fleckchen Erde sei, auf dem es stand. Innerhalb eines Jahres, sagte er, werde die Hütte abgerissen und an ihrer Stelle ein hübsches Haus gebaut. »Ja, Wasser. Große Pläne.« Er erzählte Rob J. von den Einrichtungen, die bald folgen würden. Ein Wirtshaus, ein Gemischtwarenladen und schließlich eine Bank. Und er verheimlichte nicht, dass er Rob überreden wolle, sich in Holdens Crossing niederzulassen. »Wie viele Familien leben jetzt hier?«, fragte Rob J. und lächelte bedauernd, als er die Antwort hörte. »Von sechzehn Familien kann ein Arzt nicht leben.« »Natürlich nicht. Aber die Siedler zieht's hierher wie nen Mann zur Möse. Und diese sechzehn Familien leben innerhalb der Ortsgrenze. Auf dem offenen Land liegen noch ne ganze Menge einsame Farmen, und von hier bis Long Island gibt's keinen einzigen Arzt. Sie müssen sich nur ein besseres Pferd besorgen und dürfen die langen Wege nicht scheuen, wenn sie Hausbesuche machen.« Rob wusste noch gut, wie verzweifelt er gewesen war, weil er die Unzahl von Menschen im achten Distrikt nicht vernünftig betreuen konnte. Doch das hier war die Kehrseite der Medaille. Er sagte zu Holden, er wolle darüber schlafen. In dieser Nacht schlief er in der Hütte. In eine Steppdecke gewickelt lag er auf dem Boden, während Holden in seinem Bett schnarchte. Doch das war nichts für jemanden, der den Winter in einer Schlafbaracke mit neunzehn furzenden, hustenden Holzfällern verbracht hatte. Am nächsten Morgen machte Holden das Frühstück, überließ aber Rob den Abwasch, weil er, wie er sagte, noch etwas zu erledigen habe. Er versprach, bald zurück zu sein. Es war ein klarer, frischer Tag. Die Sonne brannte bereits heiß, und Rob packte seine Gambe aus und setzte sich auf einen schattigen Felsen zwischen der Hütte und dem Waldrand. Er breitete die Notenblätter mit der Mazurka von Chopin, die Jay Geiger für ihn abgeschrieben hatte, vor sich aus und begann gewissenhaft zu üben. Etwa eine halbe Stunde arbeitete er am Thema und der Ausführung, bis es anfing, nach Musik zu klingen. Als er den Kopf hob und zum Wald hinübersah, entdeckte er zwei Indianer auf ihren Pferden, die ihn vom Rand der Lichtung aus beobachteten. Er erschrak, denn ihr Aussehen festigte sein Vertrauen in James Fennimer Cooper aufs Neue. Männer mit eingefallenen Wangen und nacktem Oberkörper, der hart und drahtig wirkte und vor Öl oder Ähnlichem glänzte. Der eine trug eine Wildlederhose und hatte eine riesige Hackennase. Auf seinem rasierten Schädel prangte ein grellbunter Kopfschmuck aus dicken, steifen Tierhaaren. Er trug eine Flinte. Sein Begleiter war ein kräftiger Mann, etwa so groß wie Rob Jay, aber massiger. Seine langen, schwarzen Haare wurden von einem ledernen Stirnband zusammengehalten. Bekleidet war er mit einem Lendenschurz und hohen ledernen Gamaschen. Er hatte einen Bogen in der Hand und am Hals seines Pferdes hing ein Köcher voller Pfeile, so dass er aussah, wie die Indianer auf den Zeichnungen, die Rob Jay in den Büchern des Bostoner Atheneums gesehen hatte. Er wusste nicht, ob sich hinter den beiden im Wald noch andere versteckten. Wenn sie feindselig waren, war er verloren, denn eine Gambe ist nur eine armselige Waffe. Er beschloss, einfach weiterzuspielen. Er legte den Bogen wieder an die Seiten und begann, aber nicht mit Chopin, denn er wollte sie nicht aus den Augen lassen und auf die Notenblätter sehen. Ohne lange nachzudenken spielte er ein Stück aus dem siebzehnten Jahrhundert, das er gut kannte, Cara la Vitamia von Horatio Bassani. Er spielte es ganz durch und dann noch einmal zur Hälfte. Schließlich hörte er auf, er konnte ja nicht für alle Zeiten dasitzen und auf der Gambe spielen. Da hörte er hinter sich ein Geräusch. Er drehte sich schnell um und sah gerade noch ein rotes Eichhörnchen davonhuschen. Als er wieder nach vorne schaute, war er einerseits erleichtert, aber auch ein bisschen enttäuscht, denn die Indianer waren verschwunden. Eine Weile hörte er noch ihre Pferde im Unterholz, dann war das Rascheln der Blätter im Wind das einzige Geräusch. Nick Holden versuchte, sich seine Beunruhigung nicht anmerken zu lassen, als er zurückkehrte und erfuhr, was passiert war. Er inspizierte seinen Besitz, erklärte aber, dass offensichtlich nichts fehle. Die Indianer, die früher hier in der Gegend gelebt haben, waren die Sougs. Von neun bis zehn Jahren wurden sie nach einem Kriegszug, der als Krieg des Schwarzen Falken in die Geschichte einging über den Mississippi nach Iowa vertrieben. Und vor ein paar Jahren wurden alle überlebenden Sougs in ein Reservat in Kansas gebracht. Letzten Monat haben wir erfahren, dass ungefähr vierzig Krieger mit ihren Frauen und Kindern aus dem Reservat verduftet sind. Angeblich in Richtung Illinois. Ich glaube nicht, dass sie so blöd sind, uns hier Schwierigkeiten zu machen, die paar Mann, die sie sind. Wahrscheinlich hoffen sie einfach, dass wir sie in Ruhe lassen. Rob nickte. Wenn sie mir Schwierigkeiten hätten machen wollen, hätten sie das problemlos tun können. Nick versuchte, das Thema zu wechseln, denn er fürchtete, Holdens Crossing könnte in einem schlechten Licht erscheinen. Er habe sich an diesem Vormittag vier Parzellen Land angesehen, sagte er, die er Rob zeigen wolle, und auf sein Drängen hin sattelte Rob seine Stute. Das Land war Regierungseigentum. Auf dem Weg erklärte Nick, es sei von Landvermessern der Bundesregierung in Parzellen zu je hundert Morgen aufgeteilt worden. Privatgrund wurde zumindest sechs Dollar je Morgen verkauft. Regierungsland aber kostete nur einen Dollar. Eine Hundert-Morgen-Parzelle also 100 Dollar. Der zwanzigste Teil des Kaufpreises musste sofort hinterlegt werden. Insgesamt fünfundzwanzig Prozent waren innerhalb der nächsten vierzig Tage fällig. Der Rest aber erst in drei gleichen Raten, jeweils am Ende des zweiten, dritten und vierten Jahres nach Vertragsabschluss. Nick erklärte, es sei der beste Grund, den ein Siedler irgendwo finden könne, und als sie das Land erreichten, musste Rob ihm beipflichten. Die Parzellen erstreckten sich eine knappe Meile entlang des Flusses. Ein breiter Waldstreifen am Ufer bot mehrere saubere Quellen und genügend Holz zum bauen, und dahinter lag als fruchtbares Versprechen nie gepflügter Prärieboden. Ich will Ihnen mal was sagen, bemerkte Holgen. Betrachten Sie das Land nicht als vierhundert Morgenparzellen, sondern als zwei zweihundert Morgenstücke. Im Augenblick lässt die Regierung einen Siedler höchstens zwei Parzellen kaufen, und genau das würde ich an ihrer Stelle tun. Rob J. schnitt eine Grimasse und schüttelte den Kopf. Es ist gutes Land, aber ich habe schlicht und einfach die nötigen fünfzig Dollar nicht. Nick Holden sah ihn nachdenklich an. Meine Zukunft hängt von dieser vielleicht-einmal-Stadt ab. Wenn ich Siedler anwerben kann, werden mir irgendwann der Gemischtwarenladen, die Mühle und das Wirtshaus gehören, und Siedler kommen in Scharen an einen Ort, wo es einen Arzt gibt. Wenn Sie sich in Hordens Crossing niederlassen, ist das für mich wie Geld im Sparstrumpf. Die Banken verleihen Geld zu zweieinhalb Prozent pro Jahr. Ich gebe Ihnen die fünfzig Dollar als Kredit zu eineinhalb Prozent, rückzahlbar in acht Jahren. Rob J. sah sich um und atmete tief durch. Es war wirklich gutes Land. Der Platz gefiel ihm so, dass er Mühe hatte, seine Stimme zu beherrschen, als er das Angebot annahm. Nick schüttelte ihm herzlich die Hand und wollte keinen Dank. Das ist nur ein gutes Geschäft. Dann ritten sie langsam über das Land. Die südliche Doppelparzelle war eine Talsohle und sehr flach. Der nördliche Abschnitt dagegen war sanft gewählt, mit einigen Erhebungen, die man schon fast als Hügel bezeichnen konnte. Ich würde das untere Stück nehmen. Der Boden ist dort besser und einfacher zu pflügen, riet Nick Holden. Aber Rob J. hatte sich bereits entschlossen, den Nordteil zu kaufen. Ich belasse den Großteil als Weideland und züchte Schafe, denn davon verstehe ich was. Aber ich kenne jemanden, der unbedingt Ackerbauer werden will. Vielleicht nimmt der das südliche Stück. Als er Holden von Jason Geiger erzählte, lachte der Anwalt vor Vergnügen. Eine Apotheke in Holdens Crossing? Das wäre doch die Sahne auf dem Kuchen. Na, da werde ich mal den Geigers Namen die Anzahlung für das südliche Grundstück leisten. Wenn er es nicht will, wird es nicht schwer sein, so gutes Land weiter zu verkaufen. Am nächsten Morgen ritten die beiden Männer nach Rock Island und als sie das Grundbuchamt wieder verließen, war Rob J. Landbesitzer und Schuldner. Nachmittags ritt er allein zu seinem Besitz. Er band die Stute an und erkundete zu Fuß Wald und Prärie. Wie im Traum ging er am Fluss entlang und warf Steine ins Wasser. Er konnte einfach nicht glauben, dass das alles ihm gehörte. In Schottland war es sehr schwierig, Land zu erwerben. Die Schafzucht seiner Familie in Kilmarnock war über die Jahrhunderte hinweg von einer Generation zur nächsten weitervererbt worden. Gleich an diesem Abend schrieb er Jason Geiger einen Brief. Er berichtete ihm von den zweihundert Morgen, die in des Apothekers Namen neben seinem Land reserviert seien, und bat Jay, ihn so schnell wie möglich wissen zu lassen, ob er den Besitz antreten wolle. Darüber hinaus bat er ihn, ihm eine große Menge Schwefelpuder zu schicken, denn Nick hatte ihm widerstrebend gestanden, dass im Frühjahr immer eine Krankheit ausbreche, die die Leute Illinois-Kretze nannten, und großzügig verabreichter Schwefelpuder das Einzige zu sein scheine, was dagegen helfe. Hausbau Die Nachricht, dass sich in Holdens Crossing ein Arzt niedergelassen hatte, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Drei Tage nach seiner Ankunft wurde Rob Jay zu seinem ersten Patienten gerufen, der 16 Meilen entfernt wohnte, und danach riss die Arbeit nicht mehr ab. Im Gegensatz zu den Siedlern im südlichen und mittleren Illinois, die meistens aus den Südstaaten kamen, stammten die Farmer, die sich in Nord-Illinois niederließen, überwiegend aus New York und Neuengland. Jeden Monat kamen neue dazu, zu Fuß, zu Pferd oder im Planwagen, manche mit einer Kuh, andere mit ein paar Schweinen oder Schafen. Rob's Einzugsgebiet umfasste ein riesiges Areal, Prärieland zwischen großen Flüssen, durchzogen von einem Netz kleiner Bäche, gesprengelt mit Wäldchen und von tiefen Sumpfgräben durch Furcht. Wenn die Patienten zu ihm kamen, berechnete er 75 Cent. Machte er Hausbesuche, verlangte er einen Dollar, bei Nacht um die Hälfte mehr. Seinen Arbeitstag verbrachte er vorwiegend im Sattel, denn in diesem eigenartigen Land lagen die Farmen sehr weit auseinander. Manchmal war er bei Einbruch der Nacht vom Reiten so erschöpft, dass er sich nur noch auf die Erde fallen ließ und sofort einschlief. Er sagte Horden, dass er am Ende des Monats einen Teil seiner Schuld werde zurückzahlen können, doch der Anwalt lächelte nur und schüttelte den Kopf. Nur nicht zu überstürzen. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn ich ihnen noch ein bisschen mehr leihe. Die Winter sind hart hier und sie werden ein kräftigeres Pferd brauchen. Und bei der vielen Arbeit, die sie mit ihren Patienten haben, kommen sie nicht dazu, sich vor dem ersten Schnee eine Hütte zu bauen. Ich sehe mich besser mal nach jemandem um, der gegen Bezahlung eine für sie bauen kann. Nick fand einen Hüttenbauer namens Orden Kimball, einen zaundürren, aber unermüdlichen Mann. Von der stinkenden Maiskolbenpfeife, die er nie aus dem Mund nahm, hatte er gelb verfärbte Zähne. Aufgewachsen war er auf einer Farm in Vermont, doch hierher verschlagen hatte es ihn als verstoßenen Mormonen aus der Stadt Nauwo in Illinois, wo die Bewohner sich Heilige der letzten Tage nannten und die Männer angeblich so viele Frauen haben durften, wie sie wollten. Als Rob J. den Meinungsverschiedenheit mit den Kirchenältesten gehabt und sei deshalb weggegangen. Genaueres wollte Rob J. gar nicht wissen. Ihm reichte es, dass Kimball mit Axt und Breitbeil umgehen konnte, als wären sie ihm an den Körper gewachsen. Er fällte die Bäume, richtete sie zu und flachte sie gleich an Ort und Stelle an zwei Seiten ab. Bald darauf ließ sich Rob J. von einem Farmer namens Gruber einen Ochsen. Rob spürte, dass Gruber ihm seinen wertvollen Ochsen nicht anvertraut hätte, wenn Kimball nicht dabei gewesen wäre. Der gefallene Heilige beteuerte beharrlich, dass der Ochse ihm schon gehorchen werde, bis Gruber ihn ihm überließ. Mit dem Tier schafften es die beiden Männer in einem Tag, die behaunen Stämme zu dem Bauplatz zu schaffen, den Rob sich am Flussufer ausgesucht hatte. Als Kimball vier mächtige Stämme mit Holzzapfen zum Sockel der Hütte zusammenfügte, sah Rob, dass der Stamm, der die Nordwand tragen sollte, im linken Drittel stark gekrümmt war, und er wies den Hüttenbauer darauf hin. Das ist schon richtig, sagte Kimball, und Rob ging weg und ließ ihn weiterarbeiten. Bei seinem nächsten Besuch auf der Baustelle sah Rob einige Tage später, dass die Wände bereits standen. Orden hatte die Stämme mit Lehm vom Flussufer abgedichtet und tünchte gerade die Lehmstreifen. Die Stämme an der Nordseite zeigten alle die gleiche Ausbuchtung wie der Stamm im Sockel. Es musste Orden viel Zeit gekostet haben, die Stämme mit genau derselben Krümmung herauszusuchen, und zwei waren sogar mit dem Breitbeil zurechtgehauen, damit sie passten. Orden war es auch, der Rob J. von dem Reitpferd erzählte, das Gruber zu verkaufen habe. Als Rob gestand, dass er nicht viel von Pferden verstehe, zuckte Kimball mit den Achseln. Vierjährige Stute, noch nicht ganz ausgewachsen. Kräftig. Alles in Ordnung mit ihr. Also kaufte Rob das Pferd. Es war ein Blood Bay, wie Gruber es nannte, mehr rot als braun, mit schwarzen Beinen, schwarzer Mähne und schwarzem Schwanz. Auf der Stirn hatte es schwarze Punkte, die wie Sommersprossen aussahen. Das fünfzehn Handbreit hohe Tier hatte einen kräftigen Körper und einen intelligenten Blick. Weil ihn die Sommersprossen an sein Mädchen in Boston erinnerten, nannte er die Stute Margaret Holland, kurz Meg. Rob merkte, dass Orden einen Blick für Tiere hatte, und eines Morgens fragte er ihn, ob er nach dem Ende der Bauarbeiten als Knecht bei ihm bleiben und auf der Farm arbeiten wolle. Welche Art von Farm? Schafzucht. Orden verzog das Gesicht. Hab keine Ahnung von Schafen. Hab immer nur mit Milchkühen gearbeitet. Ich bin mit Schafen aufgewachsen, erwiderte Rob. Schafe zu hüten ist ganz einfach. Sie stehen gern in einer Herde zusammen, und in der offenen Prärie kann ein Mann mit einem Hund sie problemlos bewachen. Was die anderen Arbeiten angeht, kastrieren und scheren und so weiter, das könnte ich Ihnen beibringen. Orden tat so, als denke er darüber nach, doch er wollte nur nicht unhöflich erscheinen. Um ehrlich zu sein, ich mach mir nicht viel aus Schafen. Nein, sagte er schließlich. Schönen Dank, aber ich glaub, ich bleib nicht. Wie um das Thema zu wechseln, fragte er Rob, was er mit seinem alten Pferd vorhabe. Monica Granville hatte ihn nach Westen getragen, doch jetzt war sie erschöpft. Glaub nicht, dass Sie viel für sie bekommen, wenn Sie sie nicht vorher aufpäppeln. Gras genug haben Sie auf der Prärie, aber für den Winter müssten Sie Heu kaufen. Dieses Problem löste sich ein paar Tage später, als ein Farmer, der gerade kein Geld hatte, für eine Geburtshilfe mit einer Wagenladung Heu bezahlte. Rob fragte Orden, was er tun solle, und er erklärte sich bereit, das Hüttendach über die Südwand hinaus zu verlängern und an den Ecken mit Pfosten abzustützen, um so einen offenen Unterstand für die Pferde zu schaffen. Einige Tage, nachdem die Arbeiten beendet waren, kam Nick vorbei, um sich das Ergebnis anzusehen. Er belächelte den behelfsmäßigen Stall und wich Orden Kimballs Blick aus. Also mal ehrlich, die sieht aber ziemlich komisch aus, die Hütte. An der Nordseite der Hütte zog er die Augenbrauen hoch. Die verdammte Wand ist krumm! Rob J. strich bewundernd mit den Fingerspitzen über die Krümmung in den Stämmen. Nein, das ist Absicht. Es gefällt uns so. Das unterscheidet die Hütte von den anderen hier in der Gegend. Nachdem Nick sich verabschiedet hatte, arbeitete Orden eine Stunde lang schweigend weiter. Dann legte er das Werkzeug weg und ging zu Rob, der gerade Meg striegelte. Er klopfte sich seine Pfeife am Stiefelabsatz aus. Ich glaub, das mit den Schafen kann ich doch lernen, sagte er. Die Einsiedlerin Für seine Schafzucht beschloss Rob J. sich vorwiegend spanische Merinos zu besorgen, deren feine Wolle sich zu einem guten Preis verkaufen ließ und sie mit einer langfälligen englischen Rasse zu kreuzen, wie es seine Familie in Schottland getan hatte. Orden erklärte er, er werde die Tiere erst im Frühjahr kaufen, um sich die Kosten und Mühen einer Winterhaltung zu sparen. Orden war unterdessen damit beschäftigt, einen Vorrat an Zaunpfählen anzulegen, zwei Schuppen an die Blockhütte anzubauen und sich im Wald eine eigene Hütte zu errichten. Rob J. hatte Glück, dass sein Knecht so selbstständig arbeiten konnte, denn er war stark beschäftigt. Die Leute in der Umgebung hatten lange ohne Arzt auskommen müssen, und es dauerte Monate, bis Rob J. die Auswirkungen der Vernachlässigung und die falsche Anwendung von Hausmitteln wieder gut gemacht hatte. Er sah Patienten mit Gicht und Krebs, Wassersucht und Skrophulose, zu viele Kinder mit Würmern und Leute jeden Alters mit Schwindsucht. Er wurde es müde, Zähne zu ziehen. Das Zähneziehen war für ihn ähnlich bedrückend wie die Amputation eines Gliedes, denn er hasste es, einem Patienten etwas zu nehmen, das er nicht mehr ersetzen konnte. Warten Sie bis zum Frühling, dann bekommen die Leute hier alle das Fieber. Sie werden ein Vermögen verdienen, erzählte ihm Nicolden fröhlich. Da die Hausbesuche Rob auf einsame, fast nicht kenntliche Pfade führten, bot Nick ihm an, ihm einen Revolver zu leihen, bis er sich selbst einen kaufen könnte. Es ist gefährlich unterwegs. Hier gibt's Banditen und Wegelagerer. Und jetzt auch noch diese verdammten Krieger! »Krieger?« »Indianer!« »Hat man sie wieder gesehen?« Nick blickte finster drein. »Sie seien schon mehrmals gesehen worden«, sagte er, musste aber einräumen, dass sie niemanden belästigt hatten. »Bis jetzt«, fügte er düster hinzu. Rob J. kaufte sich keine Waffe und er trug auch die von Nick nicht. Auf seinem Pferd fühlte er sich sicher. Die Stute war sehr ausdauernd und es gefiel ihm, wie sie mit sicherem Tritt steile Flussufer hinauf und hinunterkletterte und reißende Bäche durchquerte. Er gewöhnte sie daran, von beiden Seiten bestiegen zu werden, und sie lernte es, zu ihm zu trotten, wenn er pfiff. Quarter Horses, so nannte man kräftige, ausdauernde Reitpferde, wie sie eins war, dienten vorwiegend zum Hüten der Rinderherden. Und Gruber hatte der Stute bereits beigebracht, auf die geringste Gewichtsverlagerung oder die leichteste Zügelbewegung zu reagieren. Und je nachdem, schnell loszulaufen, stehen zu bleiben oder zu wenden. Eines Tages im Oktober wurde Rob J. zur Farm von Gustav Schröder gerufen, der sich zwei Finger der linken Hand zwischen schweren Steinen eingeklemmt hatte. Unterwegs kam Rob vom Weg ab und er hielt bei einer armseligen Hütte inmitten gut gepflegter Felder an, um nach der Farm der Schröders zu fragen. Die Tür öffnete sich nur einen Spalt breit, doch sofort schlug ihm ein übler Geruch entgegen, ein Gestank nach Fäkalien, abgestandener Luft und Fäulnis. Ein Gesicht spähte heraus, und er sah rote, verquollene Augen und stumpfe, schmutzverklebte Hexenhaare. Gehen Sie weg, befahl eine heisere Frauenstimme. Etwas von der Größe eines kleinen Hundes huschte hinter der Tür durchs Zimmer. Doch nicht etwa ein Kind? Krachend schlug die Tür zu. Die bestellten Felder gehörten, wie sich herausstellte, den Schröders, deren Farm Rob kurz darauf fand. Er musste dem Farmer den kleinen Finger und das letzte Glied des Ringfingers abnehmen, eine entsetzliche Qual für den Patienten. Nach der Operation erkundigte er sich bei Schröders Gattin nach der Frau in der Hütte. Alma Schröder sah ein wenig verlegend rein. »Das ist nur die arme Sarah«, antwortete sie. Der große Indianer Die Nächte wurden kalt und kristallklar. Riesige Sterne funkelten am Himmel, dann aber bewölkte er sich und riss wochenlang nicht mehr auf. Früh im November fiel wunderbar und zugleich schrecklich der erste Schnee. Dann kam der Wind, formte die tiefe, weiße Schicht und warf Verwehungen auf, die Meg zwar herausforderten, ihr aber nie den Weg versperrten. Als Rob J. sah, wie tapfer das Pferd gegen den Schnee anging, schloss er es noch mehr ins Herz. Den ganzen Dezember über und einen Großteil des Januar blieb es so bitterkalt. Auf dem Heimweg von einer Nachtwache bei fünf Indern, drei davon hatten Diphterie, stieß Rob J. auf zwei Indianer in einer argen Notlage. Er erkannte sofort die beiden Männer, die ihm beim Gambespielen von Nicodens Hütte zugehört hatten. Drei tote Schneehasen zeigten, dass sie auf der Jagd gewesen waren. Eins ihrer Pferde war gestolpert, hatte sich dabei einen Vorderlauf an der Fessel gebrochen und seinen Reiter, den Saug mit der riesigen Hakennase, unter sich begraben. Dessen Begleiter, der große Indianer, hatte das Tier sofort getötet und ihm den Bauch aufgeschlitzt, dann den Verletzten unter dem Kadaver hervorgezerrt und in die dampfende Bauchhöhle gelegt, damit er nicht erfrohr. Ich bin Arzt, vielleicht kann ich helfen. Die beiden verstanden kein Englisch, doch der große Indianer machte keine Anstalten, Rob J. von der Untersuchung des Verletzten abzuhalten. Der Arzt brauchte nur kurz unter die zerlumpte Feldkleidung zu greifen, um festzustellen, dass die rechte Hüfte nach hinten ausgerenkt war. Der Ischiersnerv war verletzt, denn der Fuß hing schlaff herunter, und als Rob dem Jäger den Lederschuh auszog, um ihn mit der Messerspitze leicht zu stechen, konnte der Indianer die Zehen nicht bewegen. Die gesamte Muskulatur im Beckenbereich war vor Schmerz und Kälte hart und steif wie Holz. An ein Einrenken der Hüfte an Ort und Stelle war nicht zu denken. Zu Rob J.s Verwunderung schwang sich der große Indianer auf sein Pferd und ritt über die Prärie auf den Waldrand zu, vielleicht um Hilfe zu holen. Rob trug einen mottenzerfressenen Schaffellmantel, den er im vergangenen Winter von einem Holzfäller beim Pokern gewonnen hatte. Er zog ihn aus, deckte den Indianer damit zu und holte dann Stoffstreifen aus seiner Satteltasche, mit denen er die Beine des Patienten zusammenband, um die ausgerenkte Hüfte ruhig zu stellen. Kurze Zeit später kehrte der große Indianer mit zwei kräftigen, aber biegsamen Baumstämmen zurück. Er befestigte sie zu beiden Seiten seines Pferdes und spannte einige Kleidungsstücke zwischen die Stämme, sodass eine Schleppbare entstand, auf die sie den Verletzten legten. Obwohl der Schnee die Stöße etwas dämpfte, musste diese Art des Transports dem Mann entsetzliche Schmerzen bereiten. Es begann leicht zu graupeln, als der Zug sich in Bewegung setzte. Sie ritten am Rand des Waldstreifens am Flussufer entlang, bis der Indianer in eine Bresche zwischen den Bäumen einbog und sie das Lager der Saugs erreichten. Konische Leder-Tippis – siebzehn, zählte Rob J. später, als er die Gelegenheit dazu hatte – standen windgeschützt zwischen den Bäumen. Die Saugs waren warm gekleidet. Überall waren noch Spuren des Reservats zu sehen, denn neben den traditionellen Tierhäuten und Fällen trugen die Indianer abgelegte Kleidungsstücke von weißen, und in einigen der Zelte standen Munitionskisten der Armee. Die Indianer hatten genug trockenes Holz für ihre Feuer, und aus den Abzugslöchern der Tipis stiegen graue Rauchfahnen in die Höhe. Doch Rob J. entging die Gier nicht, mit der viele Hände nach den drei mageren Hasen griffen, und er wusste, was die spitzen Gesichter bedeuteten, denn er hatte schon genug Hungernde gesehen. Der Verletzte wurde in eins der Tipis getragen, und Rob J. folgte ihm. »Spricht jemand Englisch?« »Ich spreche deine Sprache.« Sein Alter war schwer zu bestimmen, denn der Sprecher trug das gleiche, unförmige Fellbündel wie alle anderen, und auf dem Kopf eine Kapuze aus grauem Eichhörnchenpelz. Aber es war die Stimme einer Frau. »Ich kann dem Mann helfen. Ich bin Arzt. Weißt du, was ein Arzt ist?« »Ich weiß es.« Ihre braunen Augen sahen ihn unter den Pelzfalten hervorgelassen an. Sie sagte kurz etwas in ihrer Sprache, und die anderen im Zelt traten zurück und sahen ihm zu. Rob J. nahm ein paar Äste aus dem Holzstapel und schürte das Feuer. Als er den Mann aus seiner Kleidung schälte, sah er, dass die Hüfte innerlich verdreht war. Er hob die Knie des Indianers an, bis sie ganz abgewinkelt waren, und sorgte dann mit Hilfe der Frau dafür, dass kräftige Hände den Mann am Boden festhielten. Er bückte sich und schob seine rechte Schulter unter das Knie der verletzten Seite. Dann drückte er mit aller Kraft nach oben, und mit einem deutlich hörbaren Schnappen sprang die Gelenkkugel in die Pfanne zurück. Der Indianer lag da wie tot. Während der ganzen Prozedur hatte er kaum einmal aufgestöhnt, und Rob J. glaubte, dass er einen Schluck Whisky mit Laudanum verdient habe. Doch beides war in seiner Satteltasche, und bevor er es holen konnte, hatte die Frau Wasser in eine Kürbisflasche gegossen, es mit einem Pulver aus einem kleinen Rehlederbeutel vermischt und es dem Mann gegeben, der es gierig trank. Sie legte ihre Hände auf die Hüfte des Mannes, sah ihm in die Augen und begann einen murmelnden Singsang in ihrer Sprache. Als Rob J. sie so sah und hörte, bekam er eine Gänsehaut. Er erkannte, dass sie die Medizinfrau des Stammes war. Oder vielleicht auch eine Art Priesterin? In diesem Augenblick übermannte ihn nach der schlaflosen Nacht und dem Kampf gegen den Schnee die Müdigkeit, und er wankte benommen aus dem schwach erleuchteten Tipi hinaus, wo eine Menge schneebestäubter Saugs wartete. Ein triefäugiger alter Mann berührte ihn ehrfürchtig. »Kafso Vabeskyu«, sagte er, und andere nahmen den Ruf auf. »Kafso Vabeskyu«. Die Priesterärztin kam aus dem Tipi. Die Kapuze glitt ihr vom Kopf, und er sah, dass sie nicht alt war. »Was rufen die Leute?« »Sie nenne dich einen weißen Schamanen«, erwiderte sie. Von der Medizinfrau erfuhr er, dass der verletzte Mann, aus Gründen, die ihm sofort einsichtig waren, Waukautsche, Adlernase hieß. Den großen Indianer nannten sie »Payawanegawa«, der singend einhergeht. Als Rob J. zu seiner Blockhütte zurückritt, traf er Payawanegawa und zwei andere Saugs, die gleich nach Waukautches Ankunft im Lager zu dem Pferdekadaver zurückgeritten sein mussten, um das Fleisch zu holen, bevor die Wölfe es taten. Sie hatten das tote Tier zerteilt und brachten die Fleischstücke auf zwei Packpferden zurück. Sie ritten hintereinander an ihm vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, fast so, als wäre er ein Baum. Nach Hause zurückgekehrt, schrieb Rob J. sein Erlebnis in sein Tagebuch und versuchte, die Frau nach dem Gedächtnis zu zeichnen. Doch so sehr er sich auch anstrengte, er brachte nicht mehr zusammen als ein typisches Indianergesicht, ohne Geschlecht und vom Hunger gezeichnet. Er brauchte Schlaf, aber seine Strohmatratze reizte ihn nicht. Er wusste, dass Gus Schröder getrocknete Maiskolben zu verkaufen hatte, und Orden hatte erwähnt, dass auch Paul Gruber einen Teil seines Saatgetreides verkaufe. Er bestieg Mac und führte Monika mit sich, und noch an diesem Nachmittag kehrte er mit zwei Sack Mais und je einem mit gelben Kohlrüben und Weizen in das Lager der Saugs zurück. Die Medizinfrau dankte nicht. Sie sah die Säcke mit den Lebensmitteln nur an, wählte einige Befehle, und schon zogen eifrige Hände die Lebensmittel in die Tipis, um sie vor Kälte und Feuchtigkeit zu schützen. Der Wind wehte der Medizinfrau die Kapuze vom Kopf. Sie war wirklich eine Rothaut. Ihr Gesicht hatte eine kräftige, gegerbt-rötlich-braune Tönung. Ihre Nase hatte einen vorspringenden Höcker und beinahe negroide Löcher. Sie hatte große, schimmernd-braune Augen und einen unverhüllten Blick. Als er sie nach ihrem Namen fragte, sagte sie, sie heiße Makwa-Ikwa. Was bedeutet das auf Englisch? Die Bärenfrau, antwortete sie. Durch die kalte Zeit Die Stümpfe der amputierten Finger von Gus Schröder verheilten ohne Infektion. Rob J. besuchte den Farmer vielleicht zu oft, aber die Frau in der Hütte auf dem Grund der Schröders hatte ihn neugierig gemacht. Alma Schröder war zunächst verschlossen, doch als sie merkte, dass Rob J. wirklich helfen wollte, erzählte sie bereitwillig und mütterlich besorgt die Geschichte der jungen Frau. Sarah war 22 Jahre alt, sechs Jahre zuvor mit ihrem jungen Mann Alexander Bledsoe aus Virginia nach Illinois gekommen und inzwischen Witwe. Zwei Frühjahre lang hatte Alexander die widerspenstige, tief durchwurzelte Erde gepflügt und sich mit seinem Ochsengespann abgemüht, um seine Felder so groß wie möglich zu machen, bevor das Präriegras ihm im Sommer über den Kopf wuchs. Im Mai seines zweiten Jahres im Westen erkrankte er an der Illinois-Kretze und starb an dem mit ihr verbundenen Fieber. Im folgenden Frühjahr versuchte sie ganz alleine zu pflügen und zu säen, erzählte Alma. Sie brachte auch eine kleine Ernte ein und erweiterte ihr Feld ein Stückchen, aber auf die Dauer schaffte sie es einfach nicht. In diesem Sommer kamen Gus und ich aus Ohio. Wir trafen eine Vereinbarung. Sie überlässt Gus ihre Felder und wir versorgen sie mit Maismehl, Gartengemüse und Feuerholz. Wie alt ist das Kind? Zwei Jahre, antwortete Alma Schröder ungerührt. Sie hat nie was gesagt, aber wir glauben, dass Will Mosby der Vater war. Will und Frank Mosby, zwei Brüder, haben ein Stückchen weiter flussabwärts gewohnt. Als wir herkamen, war Frank Mosby viel mit ihr zusammen. Wir waren froh. Hier in der Wildnis braucht eine Frau einen Mann. Einmal seufzte verächtlich. Diese Brüder! Einer schlimmer als der andere. Frank Mosby versteckt sich vor dem Gesetz. Will wurde bei einem Streit in einem Saloon getötet, kurz bevor das Baby kam. Ein paar Monate später wurde Sarah krank. Viel Glück hat sie wohl nicht. Überhaupt kein Glück. Sie ist sehr krank. Sie stirbt an Krebs, sagt sie. Manchmal hat sie solche Bauchschmerzen, dass sie, sie wissen ja, das Wasser nicht halten kann. Was ist mit ihrem Stuhlgang? Alma Schröder wurde rot. Über ein unehelich geborenes Kind konnte man reden. Das gehörte zu den Wechselfällen des Lebens. Doch war sie es, außer mit Gas, nicht gewöhnt, mit einem Mann Körperfunktionen zu besprechen, nicht einmal mit einem Arzt. In Ordnung. Es ist nur das Wasser. Sie will, dass ich den Jungen nehme, wenn sie stirbt. Aber wir haben doch schon fünf Mäuler zu stopfen. Sie sah ihn scharf an. Können sie ihr was gegen die Schmerzen geben? Ein Krebskranker hatte die Wahl zwischen Whisky und Opium. Beides konnte sie nicht nehmen, wenn sie das Kind versorgen wollte. Doch als Rob J. die Schröders verließ, hielt er bei ihrer Hütte, die verschlossen und unbewohnt aussah, an. Mrs. Bledsoe, rief er und klopfte an die Tür. Nichts rührte sich. Mrs. Bledsoe, ich bin Rob J. Cole. Ich bin Arzt. Er klopfte noch einmal. Gehen Sie weg! Ich sagte, ich bin Arzt. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Gehen Sie doch weg! Gegen Ende des Winters war es auch in seiner Hütte etwas gemütlicher geworden. Wohin er auch kam, besorgte er sich häusliche Dinge. Einen eisernen Topf, zwei Blechnäpfe, eine farbige Flasche, eine irdene Schüssel, Holzlöffel. Einiges kaufte er, anderes nahm er als Bezahlung, wie etwa die beiden alten, aber praktischen Patchwork-Decken. Die eine hängte er als Schutz gegen die Zugluft an die Nordwand und die andere zierte das Bett, das Orden Kimball für ihn gezimmert hatte. Orden hatte ihm außerdem einen dreibeinigen Hocker und eine niedere Bank für den Platz vor dem Kamin geschreinert und, kurz vor dem ersten Schnee, ein knapp meterhohes Stück von einem Platanenstamm in die Hütte gerollt und aufgestellt. Er nagelte ein paar Bretter drauf, über die Rob eine alte Wolldecke breitete. An diesem Tisch thronte er wie ein König auf seinem besten Möbelstück, einem Stuhl mit einer Sitzfläche aus geflochtener Hickory-Rinde. Hier aß er seine Mahlzeiten, oder er las vor dem Zubettgehen beim flackernden Licht einer Teiglampe in seinen Büchern und Journalen. Der Kamin aus Flusssteinen und Lehm hielt die kleine Hütte warm. Darüber hingen seine Flinten an hölzernen Haken und von den Dachsparren baumelten Kräutersträuße, eine Hartwurst und ein schwarz geräucherter Schenken. In einer Ecke stapelten sich Werkzeuge, die er alle mit mehr oder weniger Geschick selbst angefertigt hatte. Die Gambe spielte er nur selten. Meistens war er zu müde, um für sich alleine zu musizieren. Am 2. März kamen ein Brief von Jay Geiger und ein Paket mit Schwefelpuder in der Kutschenstation von Rock Island an. Geiger schrieb, was Rob Jay über das Land in Holdens Crossing berichtet habe, sei mehr, als er und seine Frau sich erhofft hätten. Das Geld für die Anzahlung auf das Land habe er Nick Holden bereits überwiesen, und er werde alle weiteren Zahlungen an das staatliche Grundamt übernehmen. Leider könnten sie aber in der nächsten Zeit nicht nach Illinois kommen, da Lillian wieder schwanger sei. Ein unerwartetes Ereignis, das uns mit Freude erfüllt, aber auch die Abreise von hier verzögert. Sie wollten warten, bis das zweite Kind geboren und groß genug wäre, um die beschwerliche Reise über die Prärie zu überstehen. Rob Jay las den Brief mit gemischten Gefühlen. Es freute ihn, dass Jay seiner Empfehlung vertraute und eines Tages sein Nachbar sein würde, doch es erfüllte ihn auch mit stiller Verzweiflung, dass dieser Tag noch nicht in Sicht war. Er hätte viel darum gegeben, mit Jason und Lillian zusammenzusitzen und Musik machen zu können, die ihn tröstet und seine Seele erfreut. Die Prärie war ein riesiges, stummes Gefängnis, und die meiste Zeit war er darin allein. Er beschloss sich, einen Hund zuzulegen. Zur Zeit der Wintersonnenwende waren die Sougs wieder notleidend und hungrig. Gus Schröder wunderte sich laut, weshalb Rob Jay noch einmal zwei Sack Mais kaufen wolle, drang jedoch nicht weiter in ihn, als Rob nicht darauf einging. Die Indianer akzeptierten das Maisgeschenk wie das erste Mal schweigend und ohne sichtbare Gefühlsäußerung. Er brachte Makwa Ikwa einen Pfund Kaffee und machte es sich zur Gewohnheit, sie gelegentlich zu besuchen und mit ihr am Feuer zu sitzen. Sie mischte den Kaffee mit getrockneten wilden Wurzeln, bis er nicht mehr wie das Getränk schmeckte, das er gewohnt war. Sie tranken diesen Kaffee schwarz. Er war nicht gut, aber heiß, und er schmeckte irgendwie indianisch. Mit der Zeit lernten sie einander kennen. Makwa Ikwa hatte in einer Mission für Indianerkinder in der Nähe von Fort Crawford vier Jahre lang die Schule besucht. Sie konnte ein wenig lesen und hatte schon von Schottland gehört, doch seine Vermutung, dass sie Christin sei, korrigierte sie. Ihr Volk betete Seewana, den Hauptgott und andere Manitos, an, und sie erzählte ihm von den alten Riten. Er erkannte, dass sie vor allem Priesterin war, und das half ihr, eine gute Heilerin zu sein. Sie wusste alles über die Arzneipflanzen, die in der Gegend wuchsen, und von ihren Zeltstangen hingen Büschel getrockneter Heilkräuter. Er sah ihr einige Male zu, wie sie die Saugs behandelte. Zuerst kniete sie sich neben den kranken Indianer und spielte leise auf ihrer Trommel, die aus einem zu zwei Dritteln mit Wasser gefüllten und mit einer gegerbten, dünnen Tierhaut bespannten Tonkrug bestand. Sie rieb das Trommelfell mit einem gebogenen Stab. Dabei entstand ein leiser, dumpf dröhnender Ton, der mit der Zeit eine einschläfernde Wirkung hatte. Dann legte sie beide Hände auf den zu heilenden Teil des Körpers und sprach zu dem Kranken in ihrer Sprache. Rob erlebte, wie sie auf diese Weise einem jungen Mann die Wirbelsäule wieder einrenkte und die Knochenschmerzen einer alten Frau linderte. Wie lässt du mit deinen Händen den Schmerz verschwinden? Sie schüttelte den Kopf. Kann ich nicht erklären. Rob J. nahm die Hände der alten Frau in die Seinen. Obwohl die Schamanen ihr die Schmerzen genommen hatte, spürte er, dass ihre Lebenskräfte versiegten, und er sagte Magua Ikua, dass die Frau nur noch wenige Tage zu leben habe. Als er fünf Tage später wieder in das Lager der Saugs kam, war die alte Frau tot. »Woher hast du es gewusst?« fragte Magua Ikua. »Der herannahende Tod. Einige aus meiner Familie können ihn spüren. Es ist eine Gabe. Ich kann es nicht erklären.« Also glaubten sie einander einfach. Er fand sie außergewöhnlich interessant und ganz anders als alle Menschen, die er kannte. Von Anfang an herrschte eine körperlich-erotische Spannung zwischen ihnen. Meistens saßen sie an dem kleinen Feuer in ihrem Tippi, tranken Kaffee und unterhielten sich. Eines Tages versuchte er, ihr von Schottland zu erzählen, konnte aber nicht nachvollziehen, wie viel sie verstand. Immerhin hörte sie aufmerksam zu und stellte ihm hin und wieder Fragen nach wilden Tieren oder Feldfrüchten. Sie erklärte ihm die Stammestrukturen des Saugs. Und da war es an ihr, geduldig zu sein, denn er fand diese sehr kompliziert. Das Volk des Saugs war unterteilt in zwölf Stämme, ähnlich den schottischen Clans, nur dass sie statt McDonald, Bruce oder Stewart folgenden Namen trugen. Namawuk, Stör, Mukkissu, Weißkopfadler, Pukka Homowuk, Gelbbarsch, Mako Peniak, Bärenkartoffel, Kitsche Kumä, Großer See, Feischake Isewuk, Hirsch, Pesche Peschewuk, Panther, Wemekouk, Donner, Mukwuk, Bär, Mäseko, Schwarzbarsch, Ahawuk, Schwan und Muawawuk, Wolf. Die Stämme lebten ohne Rivalität zusammen, doch jeder Saugmann gehörte zu einer von zwei sogenannten Hälften, die miteinander in beständigem Wettstreit lagen, den Käsor-Kui, den langen Haaren oder den Osch-Kusch, den tapferen Männern. Jeder erstgeborene Junge wurde in die Hälfte seines Vaters aufgenommen, jeder Zweitgeborene wurde ein Mitglied der anderen, und so ging es abwechselnd weiter, damit die Hälftenzugehörigkeit in jedem Clan und jeder Familie etwa gleich verteilt war. Sie wetteiferten miteinander beim Spielen, bei der Jagd, beim Kindermachen, im Vollbringen kriegerischer Heldentaten und anderer Bravourstücke. Der heftige Wettstreit sorgte dafür, dass die Saugs stark und mutig blieben, aber es gab keine Blutsfäden zwischen den Hälften. Rob J. fiel auf, dass dies ein vernünftigeres System war als jenes, das er kannte, ein viel zivilisierteres, waren doch in den vielen Jahrhunderten Wüster-Klan-Fäden, Tausende von Schotten umgekommen. Wegen der knapp bemessenden Vorräte und eines gewissen Misstrauens gegenüber der Speisenzubereitung der Indianer vermied Rob J. es zunächst mit Makwa-Ikwa zu essen. Doch als die Jäger ein paar Mal erfolgreich waren, probierte er das Essen und fand es genießbar. Er sah, dass die Saugs mehr Schmorgerichte als Braten aßen und, sofern sie die Wahl hatten, rotes Fleisch und Geflügel dem Fisch vorzogen. Makwa-Ikwa erzählte ihm von Hundefestmalen, die religiösen Charakter hatten, da die Manitus Hundefleisch sehr schätzten. Je beliebter der Hund als Haustier gewesen sei, so erklärte sie ihm, desto wertvoller sei er als Opfer bei einem solchen Hundemahl und desto wirksamer der Zauber. Rob konnte seinen Abscheuen nicht verbergen. Findet ihr es nicht befremdlich, einen Haushund zu essen? Nicht so befremdlich, wie Fleisch und Blut Christi zu essen. Er war ein normaler junger Mann, und manchmal wurde er trotz der vielen Tuch- und Fellschichten, die sie beide gegen die Kälte schützten, sexuell so erregt, dass es schmerzte. Wenn sie ihm eine Tasse Kaffee gab und dabei ihre Finger sich berührten, war das für ihn wie ein Drüsenschock. Einmal hielt er ihre kalten, kantigen Hände in den Seinen, und erschrak über die Vitalität, die er in ihnen spürte. Er untersuchte ihre kurzen Finger, die raue, rötlich-braune Haut und die helleren Schwielen auf ihren Handflächen. Er fragte sie, ob sie ihn einmal in seiner Hütte besuchen wolle. Sie sah ihn schweigend an und zog ihre Hände zurück. Sie sagte nicht, dass sie ihn nicht besuchen wolle, aber sie kam auch nie. Wenn Rob J. im Frühjahr zum Indianerdorf ritt, musste er den Schlammlöchern ausweichen, die überall entstanden, weil die Prärie, obwohl sie wie ein Schwamm alles aufsog, die Unmenge an Schmelzwasser nicht vollständig aufnehmen konnte. Bei einem dieser Besuche brachen die Sauks gerade ihr Winterlager ab und er folgte ihnen sechs Meilen zu einer offenen Stelle, wo die Indianer statt ihrer gemütlichen Wintertipis Hedonosoté aufbauten, Langhäuser aus ineinander verflochtenen Ästen, durch die der milde Sommerwind wehen konnte. Es gab einen guten Grund für die Verlegung des Lagers. Die Sauks kannten keine sanitären Einrichtungen, und das Winterlager stank nach ihren Fäkalien. Dass sie den harten Winter überlebt hatten und jetzt ins Sommerlager zogen, hob ganz offensichtlich die Stimmung der Indianer, denn überall sah Rob J. junge Männer ringen, laufen oder Stock und Ball spielen, ein Spiel, das er noch nie gesehen hatte. Dazu benutzte man kräftige Holzstöcke mit einem Netz aus geflochtenen Lederstreifen an einem Ende und eine mit Wildleder überzogene Holzkugel. Im vollen Lauf schleuderte ein Spieler den Ball aus dem Netz heraus, und ein anderer fing ihn geschickt mit seinem Netz auf. Indem sie den Ball auf diese Weise von einem zum anderen weitergaben, legten sie beträchtliche Entfernungen zurück. Es war ein schnelles und ziemlich raues Spiel. Hatte ein Spieler den Ball, versuchten die Gegner ihn aus dessen Netz herauszuholen, indem sie mit ihren Stöcken nach ihm schlugen und dabei oft Körper oder Gliedmaßen des Gegners trafen. Oft stolperten die Spieler im Eifer des Gefechts oder stießen sich gegenseitig zu Boden. Als einer der vier Spieler bemerkte, wie fasziniert Rob das Spiel beobachtete, winkte er ihm und gab ihm seinen Stock. Die anderen lachten und nahmen ihn sehr schnell in das Spiel auf, dass für ihn allerdings mehr Körperverletzung denn Sport zu sein schien. Er war größer als die drei anderen und muskulöser. Bei der ersten Gelegenheit schleuderte der Ballträger die harte Kugel mit einem Schlenker seines Handgelenks in Rob's Richtung. Der streckte sein Netz erfolglos danach aus und musste laufen, um den Ball aufzuheben. Schon aber steckte er mitten in einem wüsten Kampf, in einem Hagel aus Stockschlägen, von denen die meisten auf seinem Körper zu landen schienen. Die schnellen Ballwechsel verwirrten ihn. Wehmütig musste er erkennen, dass dies Fertigkeiten waren, die er nicht besaß, und er gab bald darauf den Stock seinem Besitzer zurück. Während er in Makwa-Ikwas Langhaus geschmorten Hasen aß, erzählte die Medizinfrau ihm leise, dass ihn die Sauks um einen Gefallen baten. Während des ganzen Winters hatten sie in ihren Fallen Pelztiere gefangen, so dass sie jetzt zwei Stapel erstklassiger Nerze, Füchse, Biber und Bisame besaßen. Sie wollten die Felle gegen Saatgut eintauschen. Das überraschte Rob J., denn er hatte die Indianer nicht für Ackerbauern gehalten. Wenn wir die Felle selbst zu einem weißen Händler bringen, werden wir betrogen, erzählte Makwa-Ikwa. Sie sagte es ohne Bitterkeit, so als würde sie eine beliebige Tatsache feststellen. Also führten er und Alden Kimball eines Morgens zwei mit Fällen beladene Packpferde und ein Pferd ohne Last den weiten Weg nach Rock Island. Rob J. verhandelte hartnäckig mit dem Ladenbesitzer und bekam schließlich für die Felle fünf Sack Saatmais, einen Sack kleinen Frühmais, zwei Sack größeren, hartkernigen Mais für Maisbrei und zwei Sack großkolbigen, weichkernigen Mehlmais, sowie je einen Sack Samen für Bohnen, Feld- und Moschuskürbisse. Zusätzlich erzielte er noch zwanzig Gold-Dollar, die er den Sauks als Notgorschen geben konnte, falls sie noch andere Dinge von den Weißen kaufen mussten. Orden war voller Bewunderung für die Geschäftstüchtigkeit seines Arbeitgebers, weil er glaubte, Rob J. habe den komplizierten Handel auf eigene Rechnung abgeschlossen. Die Nacht verbrachten sie in Rock Island. In einem Saloon hörte sich Rob bei zwei Gläsern Ale die prahlerischen Erinnerungen alter Indianerkämpfer an. »Die ganze Gegend hier hat früher den Sauks und den Fox gehört«, sagte der rotäugige Barkeeper. Die Sauks nannten sich selber Au-Sauki und die Fox-Mess-Quacki. Gemeinsam gehörte denen das ganze Land zwischen Mississippi im Westen, dem Lake Michigan im Osten, dem Wisconsin im Norden und dem Illinois River im Süden. Verdammte 60 Millionen Morgen bestes Farmland. Ihre größte Siedlung war Sauk-e-Nuk, eine richtige Stadt mit Straßen und einem Platz im Zentrum. Elftausend Sauks haben dort gelebt und dreitausend Morgen zwischen dem Rock River und dem Mississippi bestellt. Na, aber wir haben nicht lang gebraucht, um die roten Schweine zu überrennen und uns das gute Land unter den Nagel zu reißen. Die Erzählungen waren Anekdoten über blutige Kämpfe mit Schwarzer Falke und seinen Kriegern, wobei die Indianer immer dämonisch, die Weißen tapfer und edel waren. Erzählt wurden sie von Veteranen der großen Indianer-Feldzüge, und es handelte sich dabei vorwiegend um leicht durchschaubare Lügen. Träume davon, was hätte sein können, wenn die Erzähler bessere Soldaten gewesen wären. Rob J. merkte, dass die meisten Weißen in den Indianern etwas anderes sahen als er. Fast alle redeten, als wären die Sauks wilde Tiere, die man mit vollem Recht fortgejagt hatte, um Platz zu machen für zivilisierte Menschen. Sein Leben lang hatte Rob nach der geistigen Freiheit gesucht, die er bei den Sauks entdeckte. Diese Freiheit hatte er vor Augen, als er in Schottland das Pamphlet verfasste, und diese Freiheit hatte er sterben zu sehen geglaubt, als Andrew Giroux gehängt wurde. Und jetzt hatte er sie bei einem bunt zusammengewürfelten Haufen fremdartiger Rothäute entdeckt. Er wollte nichts beschönigen, schließlich kannte er den Dreck im Sauglager und die Rückständigkeit ihrer Kultur in einer Welt, die sie längst überholt hatte. Während er langsam sein Ale trank und Interesse an den alkoholisierten Geschichten über Bauchaufschlitzen, Skalpieren, Plündern und Vergewaltigen vortäuschte, wusste er, dass Magua Ikua mit ihren Saugs das Beste war, was er bisher in diesem Land kennengelernt hatte. Stock und Ball Eines Tages stieß Rob J. auf Sarah Bledsoe und ihr Kind, so wie man wilde Tiere in seltenen Augenblicken der Ruhe überrascht. Ähnlich hatte er Vögel nach dem Gefiederputzen in verzückter Zufriedenheit in der Sonne dösen sehen. Die Frau und ihr Sohn saßen mit geschlossenen Augen vor ihrer Hütte auf der Erde. Geputzt hatte sie sich allerdings nicht. Ihre langen, blonden Haare waren stumpf und verfilzt, und das zerdrückte Kleid, das um ihren dürren Körper hing, war schmutzig. Ihre Haut war teigig und schlaff, die Blässe verriet ihre Krankheit. Der schlafende kleine Junge hatte blonde Haare, die wie die seiner Mutter schon lange keinen Kamm mehr gesehen hatten. Als Sarah ihre blauen Augen aufschlug und Rob J. sah, malten sich auf ihrem Gesicht Überraschung, Angst, Bestürzung und Wut. Wortlos nahm sie ihren Sohn auf den Arm und lief ins Haus. Rob J. ging ihr nach bis zur Hüttentür. Allmählich gingen ihm seine wiederholten Versuche, durch diese Holzplanke mit ihr zu sprechen, auf die Nerven. »Mrs. Bledsoe, bitte! Ich möchte Ihnen helfen!«, rief er. Aber ihre einzige Antwort war ein angestrengtes Ächzen und das Geräusch eines schweren Balkens, der die Tür verriegelte. Die Indianer brachen die Scholle nicht mit einer Pflugschar auf, wie die weißen Siedler dies taten. Stattdessen suchten sie sich dünne Stellen in der Grasdecke, gruben mit angespitzten Pflanzstöcken Löcher und steckten den Samen hinein. Dichtere Grasstellen bedeckten sie mit Gestrüpphaufen, unter denen das Gras innerhalb eines Jahres verfaulte und so für das nächste Frühjahr neuen Ackerboden freigab. Als Rob J. das Sommerlager der Saugs das nächste Mal besuchte, war der Mais ausgesät und eine festliche Stimmung lag in der Luft. Magua Ikua erzählte ihm, dass sie nach der Aussaat ihr größtes Fest feierten, den Kranichtanz. Begonnen wurde es mit einem Stock- und Ballspiel, an dem alle männlichen Saugs teilnahmen. Mannschaften brauchten nicht erst aufgestellt zu werden. Selbstverständlich spielte eine Hälfte gegen die andere. Die langen Haare zählten ein halbes Dutzend Männer weniger als die tapferen Männer. Das Spiel sollte für Rob J. wenig glücklich ausgehen, und Schuld daran war der große Indianer Paya Wanegawa, der singend einhergeht, denn während Rob mit Magua Ikua sprach, kam er dazu und sagte etwas zu ihr. »Er lädt dich ein, bei den langen Haaren mitzuspielen«, sagte sie auf Englisch zu Rob. »So«, er grinste töricht. Das war das Letzte, was er tun wollte. Die Geschicklichkeit der Indianer und seine eigene Unbeholfenheit waren ihm noch zu gut in Erinnerung. Die Ablehnung lag ihm bereits auf der Zunge, doch die beiden Indianer sahen ihn mit einem ganz besonderen Interesse an, und er spürte, dass die Einladung eine Bedeutung hatte, die er nicht verstand. Anstatt also abzulehnen, wie ein vernünftiger Mann es getan hätte, dankte er höflich und sagte, es freue ihn, für die langen Haare spielen zu dürfen. In ihrem steifen Schulmädchenenglisch, das so wunderlich klang, erklärte Magua Ikua ihm, dass der Wettkampf im Sommerdorf beginne. Gewinnen werde die Hälfte, die es schaffe, den Ball in eine kleine Höhle am gegenüberliegenden Ufer etwa sechs Meilen flussabwärts zu legen. Sechs Meilen! Er war noch mehr erstaunt, als er erfuhr, dass es nach links und rechts keine Begrenzung gab. Magua Ikua gab ihm jedoch zu verstehen, dass ein Spieler, der absichtlich auswich, um einem Gegner zu entgehen, nicht gerade mit Ehren überhäuft werde. Für Rob war es ein ungewohnter Wettkampf, ein fremdes Spiel, der Ausdruck einer wilden Kultur. Warum machte er also mit? Er fragte sich das unzählige Male in dieser Nacht, die er in Paiwanegawas Langhaus verbrachte, da das Spiel bald nach Sonnenaufgang beginnen sollte. Das Langhaus maß knapp zehn Meter in der Länge und gute drei Meter in der Breite, und es bestand aus ineinander verflochtenen Ästen, die außen mit Ulmenrinder abgedeckt waren. Es gab keine Fenster, und die Türöffnungen an den Schmalseiten waren mit Höfefellen verhängt, deren lose Befestigung genügend Luft hereinließ. Es hatte acht Kammern, vier zu jeder Seite des Mittelgangs. Paiwanegawa und seine Frau Mond schliefen in einer, Monds Eltern in einer anderen, und eine war von ihren zwei Kindern belegt. Die restlichen Kammern dienten als Lagerräume, und in einer davon verbrachte Rob J. eine schlaflose Nacht. Er starrte durch den Rauchabzug im Dach hinauf zu den Sternen und lauschte. Seufzen, das Stöhnen schlechter Träume, Furzen und mehrmals Geräusche, die nur von einer heftigen und leidenschaftlichen Kopulation stammen konnten, obwohl er von seinem Gastgeber nicht einmal ein Grunzen hörte. Nach einem Frühstück aus Maisbrei, in dem er Ascheklümpchen schmeckte und andere Dinge glücklicherweise nicht erkannte, unterwarf er sich am Morgen der zweifelhaften Ehre. Nicht alle langen Haare hatten lange Haare, die Mannschaften unterschieden sich jedoch durch ihre Bemalung. Die langen Haare waren mit schwarzer Farbe gekennzeichnet, einer Mischung aus Tierfett und Holzkohle, die tapferen Männer schmierten sich mit weißem Lehm ein. Überall im Lager tauchten Männer ihre Finger in die Farbtöpfe und verzierten ihre Haut. Paiwanegawa malte sich schwarze Streifen auf Gesicht, Brust und Arme, um dann Rob die Farbe anzubieten. »Warum nicht?« fragte er sich leichtfertig und schaufelte mit zwei Fingern Farbe aus dem Topf, wie ein Mann, der Erbsenbrei ohne einen Löffel ist. Die Masse fühlte sich körnig an, als er sich mit ihr über die Stirn und Wangen strich. Wie ein nervöser männlicher Schmetterling bei der Verpuppung ließ er sein Hemd zu Boden fallen und beschmierte seinen Oberkörper. Paiwanegawa musterte Rob's schwere schottische Stiefel, verschwand kurz und kam mit einem Arm voll leichter Hirschlederschuhe, wie alle Saugs sie trugen wieder zurück. Rob probierte mehrere Paare, doch er hatte große Füße, noch größere als Paiwanegawa. Die beiden lachten über Rob's Schuhgröße, und der große Indianer gab schließlich auf und ließ ihm seine schweren Stiefel. Paiwanegawa gab ihm einen Netzstock, dessen Stab aus Hickory-Holz so kräftig war wie ein Knüppel, und er bedeutete Rob ihm zu folgen. Die Wettkämpfer versammelten sich auf dem freien Platz in der Mitte der Langhäuser. Makwa-Ikwa rief etwas in ihrer Sprache, vermutlich ein Gebet, und bevor Rob J. richtig merkte, was passierte, hatte sie schon ausgeholt und den Ball in die Luft geworfen, der jetzt in einer trägen Parabel auf die Spieler zugeflogen kam. Mit wüsten Stockschlägen und wilden Schreien wurde er empfangen. Einige Spieler ächzten vor Schmerzen auf. Zu Rob J.'s Enttäuschung fing einer von den tapferen Männern den Ball in seinem Netz, ein langbeiniger Jugendlicher im Ländenschurz, fast noch ein Kind, aber mit den muskulösen Beinen eines erwachsenen Läufers. Er stürmte sofort los, und die anderen jagten ihm nach wie Hunde hinter einem Hasen. Jetzt waren die Schnellläufer gefragt, denn der Ball wurde einige Male zwischen gleichauflaufenden Spielern abgegeben und war bald weit von Rob entfernt. Paya Wanegawa blieb an Rob's Seite. Manchmal, wenn es an der Spitze zu kämpfen kam und die Läufer dabei langsamer wurden, holten sie auf. Paya Wanegawa grunzte befriedigt, als einer von den langen Haaren sich den Ball schnappte, doch wenige Minuten später wurde die Trophäe von den tapferen Männern zurückerobert. Während die Hauptgruppe am Rand des Uferwäldchens entlang lief, bedeutete Paya Wanegawa Rob ihm zu folgen, bog von der Spur der anderen ab und rannte quer über die Prärie. Ihre stampfenden Füße ließen den Tau von dem jungen Gras hochspritzen und die tropfenglichen Insekten schwärmen, die sich an ihre Fersen hefteten. Wo wurde er hingeführt? Konnte er diesem Indianer trauen? Es war zu spät, sich darüber Gedanken zu machen, denn er hatte sich dem Indianer bereits ausgeliefert. Er konzentrierte sich darauf, mit Paya Wanegawa, der sich trotz seiner Größe sehr flink bewegte, Schritt zu halten. Bald merkte er, was der andere vorhatte. Sie liefen eine Abkürzung, um die anderen auf dem Uferweg abzufangen. Als sie endlich zu laufen aufhörten, waren Rob J.s Beine schwer wie Blei. Er bekam kaum Atem und hatte Seitenstechen, aber es war ihnen gelungen, die Flussbiegung vor den anderen zu erreichen. Wie sich zeigte, hatten sich von der Hauptgruppe Ausreißer abgesetzt. Während Rob J. und Paya Wanegawa schwer atmend in einem Hickory und Eichenwäldchen lauerten, näherten sich drei weißbemalte Läufer. Der an der Spitze hatte den Ball nicht, seinen leeren Netzstock trug er locker an der Seite wie einen Speer. Er war barfuß und trug nur eine zerfetzte Hose, die früher das braune Beinkleid eines Weißen gewesen zu sein schien. Er war kleiner als die beiden Männer in dem Wäldchen, aber sehr muskulös, und sein grimmiger Gesichtsausdruck wurde noch verstärkt, weil sein linkes Ohr abgerissen und die ganze Gesichtshälfte mit Narben bedeckt war. Rob J. spannte die Muskeln an, aber Paya Wanegawa berührte seinen Arm und hielt ihn zurück, um den Vorläufer vorbeizulassen. Nicht weit hinter diesem trug der Junge von den tapferen Männern, der den Ball zu Beginn aufgefangen hatte, die begehrte Kugel in seinem Netz. Neben ihm lief, sozusagen als Begleiter, ein kurzer, stämmiger Saug in abgeschnittenen Hosen aus den Beständen der US-Kavalerie, blau und mit schmutzig-gelben Streifen an der Seite. Paya Wanegawa deutete auf Rob, dann auf den Jungen, und Rob nickte. Der Junge war seine Aufgabe. Er wusste, dass er das Überraschungsmoment ausnutzen musste, denn wenn dieser Mann ihnen davonlief, würden sie ihn nicht mehr einholen können. So schlugen sie zu wie Blitz und Donner. Und jetzt erkannte Rob J. auch, wozu die Lederriemen dienten, die man ihm vor dem Spiel um den Arm gebunden hatte. Denn so schnell wie ein guter Schafhirte einen Bock zu Boden wirft und ihm die Beine zusammenbindet, hatte Paya Wanegawa den Begleitläufer umgestoßen und ihn an Armen und Beinen gefesselt. Und das keinen Augenblick zu früh, denn der Vorläufer hatte sich umgedreht. Rob brauchte lange, um den jungen Ballträger zu fesseln. Paya Wanegawa stellte sich dem Einohrigen deshalb allein entgegen. Der holte mit seinem Netzstock aus, doch Paya Wanegawa wich dem Schlag beinahe verächtlich aus. Er war fast eineinhalbmal so groß wie sein Gegner und noch wilder entschlossen als dieser. Schnell hatte er ihn zu Boden geworfen und gefesselt, fast ehe Rob J. mit seinem Gefangenen fertig war. Paya Wanegawa hob den Ball auf und warf ihn in Rob J.'s Netz. Wortlos und ohne die drei Gefesselten eines Blickes zu würdigen, lief er davon. Rob J., der den Ball in seinem Netz hielt wie eine Bombe mit brennender Lunte, rannte ihm nach. Sie waren schon eine Weile unbehelligt gelaufen, als Paya Wanegawa plötzlich anhielt und Rob J. zu verstehen gab, dass sie die Stelle erreicht hatten, wo sie den Fluss überqueren mussten. Jetzt zeigte sich, wozu die Lederriemen noch nützlich waren, denn der Indianer band mit ihnen Rob's Netzstock an dessen Gürtel fest. Dann befestigte er seinen Stock an seinem Lendengurt, zog die Hirschlederschuhe aus und warf sie beiseite. Rob J. wusste, dass seine Füße zum Barfußlaufen so empfindlich waren. Er band seine Stiefel deshalb an den Schnürbändern zusammen und hängte sie sich um den Hals. Nun war nur noch der Ball übrig und er steckte ihn sich vorne in die Hose. Paya Wanegawa grinste und steckte drei Finger in die Höhe. Dies war zwar nicht gerade ein genialer Witz, aber erlöste Rob's Spannung. Der Arzt warf den Kopf zurück und lachte. Ein Fehler, denn das Wasser trug das Geräusch weit und brachte die Schreie der Verfolger zurück, die nun den Standort der beiden entdeckt hatten. Sie verloren deshalb keine Zeit und sprangen in das kalte Wasser. Obwohl Rob die europäische Brustschwimmtechnik benutzte und Paya Wanegawa nur wie ein Tier paddelte, schwammen sie gleich schnell. Rob fühlte sich großartig. Er kam sich zwar nicht gerade wie ein edler Wilder vor, aber er hatte keine Mühe, sich vorzustellen, er sei Lederstrumpf. Am anderen Ufer angekommen, brummte Paya Wanegawa ungeduldig, während Rob seine Stiefel anzog, denn schon tanzten die Köpfe der Verfolger auf dem Wasser wie Äpfel in einem Zuber. Als Rob endlich fertig und der Ball wieder im Netz verstaut war, hatte der erste Schwimmer das Ufer schon beinahe erreicht. Sobald sie sich in Bewegung gesetzt hatten, deutete Paya Wanegawa mit ausgestrecktem Finger auf die Öffnung der kleinen Höhle, die ihr Ziel war, und angesichts des dunklen Loches bot Rob noch einmal alle Kräfte auf. Ein Freudenschrei in Gaelish sprach aus ihm heraus, doch leider zu früh. Ein halbes Dutzend Zauks sprang plötzlich auf den Pfad vor ihnen. Obwohl das Wasser einen Großteil der Bemalung abgewaschen hatte, waren noch Spuren weißen Lehmens zu erkennen. Direkt hinter den tapferen Männern preschten zwei von den langen Haaren zwischen den Bäumen hervor und griffen sie an. Im 15. Jahrhundert hatte Brian Cullen, einer von Rob's Vorfahren, ganz alleine einen ganzen Trupp McLachlands in Schach gehalten, indem er sein schottisches Langschwert in einem todbringend pfeifenden Kreis herumwirbelte. Mit zwei weniger gefährlichen, dennoch furchterregenden Kreisbahnen hielten sich nun die beiden aus Rob Jays Partei ihre Gegner vom Leib, indem sie ihre Netzstöcke herumwirbelten. So blieben nur noch drei von den tapferen Männern, die versuchen konnten, den Ball zu ergattern. Paya Wanigawa parierte geschickt einen Schlag und entledigte sich dann seines Gegners dank eines wohlplatzierten Tritts mit seinem nackten Fuß. »Genau! In den Arsch! Tritt ihn in seinen verdammten Arsch!«, schrie Rob J., ohne daran zu denken, dass ihn niemand verstand. Ein Indianer stürmte wie rasend auf ihn los. Rob wich aus und trat, sobald die nackten Zehen des Angreifers in Reichweite kamen, mit seinem schweren Stiefel auf dessen Fuß. Nur noch wenige Laufschritte an seinem stöhnenden Opfer vorbei und er war nahe genug an der Höhle. Mit einem Schlinkern seines Handgelenks beförderte er den Ball aus dem Ledernetz. Es machte nichts, dass es kein sauberer, harter Schuss wurde, sondern der Ball lediglich in das dunkle Innere kullerte. Wichtig war nur, dass er ihn dort verschwinden sah. Rob warf seinen Stock in die Luft und schrie, »Sieg! Sieg für die schwarze Partei!« Er hörte den Schlag eher, als dass er ihn spürte. Der Netzstock des Mannes hinter ihm hatte seinen Schädel getroffen. Es war ein hartes, sattes Geräusch, ähnlich dem Klang einer doppelschneidigen Axt auf Eichenholz, wie er ihn im Holzfällerlager kennengelernt hatte. Zu seiner Verblüffung schien sich die Erde zu öffnen. Er fiel in ein tiefes Loch, wo ihn Dunkelheitung gab und wo alles endete. Sein Bewusstsein schwand so plötzlich, als würde eine Uhr angehalten. Steinhunds Geschenk Er merkte nichts davon, dass man ihn ins Lager zurückschleppte wie einen Sack Mehl. Als er die Augen wieder öffnete, war es dunkle Nacht. Er roch zerdrücktes Gras, gebratenes Fleisch, vielleicht ein fettes Eichhörnchen, den Rauch des Feuers und die Weiblichkeit Magua-Iquas, die sich über ihn beugte und ihn mit ihren uraltjungen Augen betrachtete. Er verstand die Frage nicht, die sie ihm stellte. Der entsetzliche Schmerz in seinem Kopf füllte sein Bewusstsein vollständig aus. Vom Geruch des Fleisches wurde ihm übel. Sie hatte das offenbar erwartet, denn sie hielt seinen Kopf über einen Holzkübel, damit er sich übergeben konnte. Danach lag er schwach und keuchend da und ließ sich von ihr ein Getränk einflößen, etwas Kühles, Grünes, Bitteres. Er glaubte, Minze darin zu schmecken, aber dazu kam noch ein kräftigerer, weniger angenehmer Geschmack. Er versuchte, den Kopf wegzudrehen, doch sie hielt ihn fest und zwang ihn zu trinken, wie ein Kind. Das ärgerte ihn, und er wurde wütend auf sie. Doch bald darauf schlief er wieder ein. Wenn er später von Zeit zu Zeit aufwachte, flößte sie ihm aufs Neue die bittere grüne Flüssigkeit ein. Auf diese Art und Weise, halb schlafend, halb bewusstlos oder am seltsam schmeckenden Busen von Mutter Natur saugend, verbrachte er fast zwei Tage. Am dritten Tag war die Beule auf seinem Schädel zurückgegangen und der Kopfschmerz verschwunden. Magua Equa stimmte ihm zwar zu, dass es ihm schon besser gehe, gab ihm aber noch einmal eine kräftige Dosis des Trankes, und er schlief wieder ein. Um ihn herum nahm das Fest des Kranichtanzes seinen Lauf. Manchmal hörte er den Klang von Magua Equas Wassertrommel und von Stimmen, die in einer fremdartigen, gutturalen Sprache sangen. Er hörte die Geräusche von Spielen oder Wettrennen und die anfeuernden Schreie der Zuschauer. Gegen Abend öffnete er die Augen und sah im Dämmerlicht des Langhauses, wie Magua Equa sich umzog. Er konzentrierte sich auf ihre sehr fraulichen Brüste, die ihn verwirrten, denn trotz der schwachen Beleuchtung konnte er Striemen und Narben erkennen, die eigenartige Symbole bildeten, runenähnliche Zeichen, die vom Brustansatz bis zu den Höfen der Warzen reichten. Obwohl er sich nicht rührte und keinen Ton von sich gab, spürte sie, dass er wach war. Einen Augenblick stand sie vor ihm und ihre Blicke begegneten sich. Dann wandte sie ihm den Rücken zu. Nicht, das ahnte er, um das dunkle, krause Dreieck zu verbergen, sondern um die geheimnisvollen Symbole auf ihrem priesterlichen Busen vor seinem Auge zu schützen. Geheiligte Brüste, sagte er sich staunend. An ihren Hüften und Hinterbacken war nichts Geheiligtes. Sie war zwar großknochig, doch er fragte sich, warum man sie Bärenfrau nannte, denn ihr Gesicht und ihre Geschmeidigkeit erinnerten ihn eher an eine mächtige Katze. Er konnte ihr Alter nicht schätzen. Einen Augenblick lang übermannte ihn die Vorstellung, dass er sie von hinten nahm, in jeder Hand einen der dicken, schwarzen, gefetteten Zöpfe, sie reitend wie ein menschliches Pferd. Erstaunt wurde ihm bewusst, dass er vorhatte, eine rothäutige Wilde zu lieben, die wunderbarer war, als James Fennimore Cooper es sich je hätte vorstellen können, und er spürte eine heftige körperliche Reaktion. Die spontane Erektion konnte auch ein unheilvolles Symptom sein, doch er wusste, dass sie von dieser Frau verursacht wurde und nicht von einer Verletzung, weshalb sie ein Zeichen seiner Genesung war. Er lag still da und sah zu, wie sie ein fransenbesetztes Gewand aus Hirschleder anzog. Über die rechte Schulter hängte sie sich einen an einem geflochtenen Riemen aus vierfarbigen Lederstreifen befestigten Beutel. Er war mit aufgemalten Symbolen und einem Reif aus großen, leuchtenden Vogelfedern geschmückt, deren Herkunft Rob unbekannt war. Beutel und Reif lagen auf ihrer linken Hüfte auf. Einen Augenblick später war sie nach draußen verschwunden. Bald darauf hörte er von seinem Lager aus, wie ihre Stimme sich, zweifellos in einem Gebet, hob und senkte. Hu, 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 kam die Erwiderung im Gleichklang der Stimmen, dann sang sie weiter. Er hatte nicht die geringste Vorstellung, was sie zu ihrem Gott sagte, aber ihre Stimme jagte ihm Schauer über den Rücken, und er lauschte angestrengt, während er durch den Rauchabzug ihres Langhauses hochblickte zu den Sternen, die aussahen wie von ihrer Stimme in Brand gesetzte Eisklumpen. In dieser Nacht wartete er ungeduldig darauf, dass die Klänge des Kranichtanzes aufhörten. Er döste, wachte auf und lauschte, ärgerte sich und wartete weiter, bis schließlich die Geräusche verklangen, die Stimmen verstummten und die Festlichkeit vorüber war. Er hörte, wie jemand das Langhaus betrat, hörte das Rascheln von Kleidungsstücken, die ausgezogen und zu Boden geworfen wurden. Ein Körper legte sich seufzend neben ihn. Hände griffen nach ihm, seine Finger fühlten warmes Fleisch. Alles geschah schweigend, nur das Einatmen von Luft, ein belustigtes Brummen, ein Keuchen waren zu hören. Er musste nur wenig tun. Er hätte gern die Lust hinausgezögert, doch er konnte es nicht, er hatte zu lange enthaltsam gelebt. Sie war erfahren und geschickt, er war drängend und schnell und danach enttäuscht. Als würde man in eine wunderbare Frucht beißen und merken, dass sie nicht das ist, was man erhofft hatte. Als er dann im Dunkeln den Körper erkundete, schienen ihm die Brüste schlaffer, als er sie in Erinnerung hatte, und die Haut unter seinen Fingern war glatt und narbenlos. Er krabbelte zum Feuer, nahm ein glimmendes Scheit und schwenkte es, bis es brannte. Als er dann mit dieser Fackel zum Lager zurückkroch, seufzte er. Das breite, flache Gesicht, das ihn anlächelte, war in keiner Weise unerfreulich, er hatte es nur noch nie zuvor gesehen. Am nächsten Morgen kehrte Magua Ikua in ihr Langhaus zurück. Sie trug wieder ihr gewohntes, formloses Kleid aus verblichenem, grobem Stoff. Offensichtlich war das Kranichfest zu Ende. Rob J. lag verdrossen da, während sie den Maisbrei für das Frühstück zubereitete und verbot ihr, ihm je wieder eine Frau zu schicken. Sie nickte auf eine höfliche, unverbindliche Art, die sie zweifellos als Mädchen gelernt hatte, wenn die christlichen Lehrer streng mit ihr sprachen. Die nächtliche Besucherin, die sie ihm geschickt habe, heiße Rauchfrau, sagte sie, und während sie den Brei kochte, erzählte sie ihm ohne Gefühlsregung, dass sie selbst nicht mit einem Mann schlapte. Könne, denn wenn sie es täte, würde sie ihre Heilkräfte verlieren. Verdammter eingeborenen Blödsinn, sagte er sich verzweifelt. Doch sie glaubte offensichtlich daran. Dann dachte er darüber nach, während sie den Maisbrei aßen und ihren herben Saugkaffee tranken, der noch bitterer schmeckte als sonst. Der Gerechtigkeit halber musste er eingestehen, dass auch er sie verschmähen würde, wenn der Beischlaf das Ende seines ärztlichen Praktizierens bedeutete. Gegen seinen Willen musste er die Art bewundern, wie sie die Situation gemeistert hatte. Sie hatte es so eingerichtet, dass das Feuer seiner Leidenschaft gelöscht war, bevor sie ihm offen und ehrlich sagte, wie die Dinge standen. Eine höchst ungewöhnliche Frau gestand er sich nicht zum ersten Mal ein. An diesem Nachmittag drängten sich die Saugs in das Hedonosote, in dem Rob die ganze Zeit gelegen hatte. Paya Wanegawa hielt eine kurze, an seine Stammesbrüder gerichtete Ansprache, doch Makwaikwa übersetzte sie für Rob. »Ineniwa«, »er ist ein Mann«, sagte der große Indianer, und verkündete, dass Kafsor Wabeskyu, der weiße Schamane, von nun an ein Saug und einer der langen Haare sei. Für den Rest ihrer Tage würden alle Saugsbrüder und Schwestern von Kafsor Wabeskyu sein. Der Läufer von den tapferen Männern, der ihn bewusstlos geschlagen hatte, nachdem das Stock und Ballspiel bereits gewonnen war, wurde nach vorne geschoben. Er grinste und scharrte verlegen mit den Füßen. Der Mann hieß Steinhund. Eine Entschuldigung kannten die Saugs nicht, doch sie kannten eine Entschädigung. Steinhund schenkte Rob einen Lederbeutel, ähnlich dem, den Makwaikwa trug, nur, dass er nicht mit einem Federreif, sondern mit Wildschweinborsten verziert war. Makwaikwa erklärte ihm, der Beutel diene dazu, sein Medizinbündel aufzunehmen, das sogenannte Mä-chomä, das nie jemand gezeigt werden dürfe, weil es die Sammlung geheiligter persönlicher Dinge sei, aus der die Saugs ihre Kraft und Stärke zögen. Damit er den Beutel tragen konnte, schenkte sie ihm einen Riemen aus vier gefärbten Sehnen, einer braunen, einer orangefarbenen, einer blauen und einer schwarzen, die sie als Schultergurt an dem Beutel befestigte. »Die Stränge heißen Itze«, erklärte sie ihm. »Wann immer du sie trägst, können Kugeln dich nicht verletzen, und deine Anwesenheit wird die Ernte reifen lassen und die Kranken heilen.« Er war gerührt und gleichzeitig verlegen. »Ich bin glücklich, ein Bruder der Saugs zu sein.« Es war ihm schon immer schwergefallen, seinen Dank auszudrücken. Als sein Onkel Reynolds ihm seinerzeit den Posten eines Operationsassistenten am Universitätskrankenhaus verschafft hatte, damit er während des Studiums chirurgische Erfahrung sammeln konnte, hatte er kaum ein paar Worte herausgebracht. Und jetzt ging es ihm nicht besser. Glücklicherweise lag auch den Saugs wenig an zur Schau getragener Dankbarkeit und ebenso wenig an Abschiedszeremonien, und so machte sich keiner etwas daraus, als Rob hinausging, sein Pferd sattelte und davonritt. Zu Hause in seiner Hütte unterhielt er sich damit, Dinge für sein geheiligtes Medizinbündel zusammenzusuchen. Einige Wochen zuvor hatte er im Wald einen kleinen, sauberen, weißen Tierschädel gefunden. Er hielt ihn für einen Stinktierschädel, die Größe schien zu passen. Gut. Und was sonst noch? Etwa den Finger eines von der Nabelschnur erdrosselten Neugeborenen? Wassermolchauge? Froschzehe? Fledermauspilz? Hundezunge? Nein. Er wollte sein Medizinbündel mit großer Ernsthaftigkeit zusammenstellen. Was waren die Dinge, die sein Wesen berührten? Die Schlüssel zu seiner Seele? Das Mé-chon-mé aus dem Robert Judson Cole seine Macht bezog. Also legte er in seinen Beutel das geheiligte Erbstück der Cole-Familie, das Chirurgenmesser aus blauem Stahl, das sie Rob J. Skalpell nannten, und das immer an den ältesten Sohn ging, der den Beruf des Medikus ergriff. Was war ihm sonst noch von seinem früheren Leben geblieben? Die kalte Luft des schottischen Hochlandes konnte er nicht in den Beutel stecken, ebenso wenig die warme Geborgenheit der Familie. Er hätte gern ein Bildnis seines Vaters besessen, da er dessen Gesicht schon lange vergessen hatte. Seine Mutter hatte ihm zum Abschied eine Bibel geschenkt, die ihm aus diesem Grund sehr viel bedeutete, doch sie passte nicht in sein Mäh-chon-mäh. Er wusste, dass er seine Mutter nie wiedersehen würde. Wahrscheinlich war sie schon tot. Ihm fiel ein, dass er versuchen könnte, sie zu zeichnen, solange ihm ihre Gesichtszüge noch vertraut waren. Die Skizze ging ihm leicht von der Hand. Nur bei der Nase hatte er Schwierigkeiten, und es dauerte eine Stunde vergeblichen Bemühens, bis er sie korrekt zu Papier gebracht hatte. Dann rollte er die Zeichnung zusammen, verschnürte sie und legte sie in den Beutel. Ein Stück Kernseife kam ebenfalls hinein, als Symbol all dessen, was ihm Oliver Wendell Holmes über Reinlichkeit und Chirurgie beigebracht hatte. Das brachte ihn auf einen neuen Gedanken, und er nahm den Tierschädel und die Zeichnung wieder heraus. Stattdessen legte er Stoffstreifen und Verbände hinein, die wichtigsten Medikamente und jene chirurgischen Instrumente, die er bei seinen Hausbesuchen brauchte. Am Ende war sein Beutel eine Arzttasche, die das Rüstzeug seines Berufes enthielt. Somit war es das Medizinbündel, das ihm seine Macht gab, und Rob war sehr glücklich über das Geschenk Steinhunds, das ihm der Schlag auf den Kopf eingebracht hatte. Die Geißenjäger Es war für Rob J. ein wichtiges Ereignis, als er seine Schafe kaufte, denn ihr Blöken war das letzte Detail, das ihm noch gefehlt hatte, um sich richtig zu Hause zu fühlen. Zuerst half er Orden bei der Arbeit mit den Merinos, doch schnell zeigte sich, dass der Knecht mit Schafen ebenso gut umgehen konnte wie mit allen Tieren, und bald konnte Orden ganz alleine Schwänze stutzen, männliche Lämmer kastrieren und die Tiere auf Räude absuchen, so als wäre er schon seit Jahren Schafhirte. Es war auch gut, dass Rob J. auf der Farm nicht gebraucht wurde, denn je weiter sich die Nachricht von der Anwesenheit eines guten Arztes verbreitete, desto größere Strecken musste er für seine Hausbesuche zurücklegen. Bald, das wusste er, würde er seinen Wirkungskreis einschränken müssen, denn Nick Holdens Traum wurde Wirklichkeit, und immer neue Familien trafen in Holdens Crossing ein. Nick kam eines Morgens, um sich die Herde, die er als stinkend abtat, anzusehen. Da nahm er Rob J. beiseite, um ihn in etwas Vielversprechendes einzuweihen. Eine Mühle. Einer der Neuankömmlinge war ein Deutscher namens Pferzik, ein Müller aus New Jersey. Pferzik wusste, wo er das Gerät für seine Mühle kaufen konnte, aber er hatte kein Kapital. 900 Dollar sollten reichen. Ich gebe ihm 600 gegen eine 50-prozentige Gewinnbeteiligung. Sie geben ihm 300 und erhalten 25 Prozent. Ich leihe Ihnen, was Sie brauchen. Und 25 lassen wir Pferzik für die Betriebskosten. Rob hatte erst knapp die Hälfte von Holdens Kredit zurückgezahlt und er hasste Schulden. Wenn Sie das ganze Geld aufbringen, warum nehmen Sie dann nicht gleich 75 Prozent? Ich will Ihr Nest auspolstern, bis Sie nicht mehr auf den Gedanken kommen, davon zu fliegen. Sie sind für den Ort so wichtig wie Wasser. Rob J. wusste, dass das stimmte. Als er mit Orden nach Rock Island geritten war, um die Schafe zu kaufen, hatte er einen Flugzettel gesehen, den Nick verteilt hatte und auf dem er die vielen Vorzüge von Holdens Crossing anpriest. Die Anwesenheit des Dr. Cole war einer der wichtigsten gewesen. Er dachte über das Angebot nach, und da er nicht glaubte, dass ihn eine Beteiligung an der Mühle als Arzt kompromittieren werde, stimmte er schließlich zu. »Partner!« rief Nick. Sie bekräftigten das Geschäft mit einem Handschlag. Die angebotene riesige Havanna lehnte Rob J. ab. Seit er Zigarren benutzt hatte, um Nikotin anal zu verabreichen, war sein Appetit auf Tabak sehr gesunken. Als Nick sich Designer anzündete, bemerkte Rob, er sehe aus wie der perfekte Bankier. »Das kommt früher, als Sie denken, und Sie werden einer der Ersten sein, die es erfahren.« Befriedigt ließ Nick den Rauch in die Luft. »Ich gehe übers Wochenende nach Rock Island zum Geißenjagen. Wollen Sie nicht mitkommen?« »Was? Jagen in Rock Island?« »Aber doch ich rede von privaten Damen erster Güte.« »Na gut. Ich komme mit.« Rob J. hatte versucht, es möglichst beiläufig zu sagen, doch etwas in seiner Stimme musste verraten haben, dass er diese Dinge nicht auf die leichte Schulter nahm, denn Nick Holden grinste. Das Stevenson-Haus spiegelte den Charakter einer Stadt am Mississippi, in deren Hafen jährlich fast 2000 Dampfschiffe anlegten und an der unzählige Holzflöße von einer Drittelmeile Länge vorbeizogen. Wenn die Flöße und Holzfäller Geld in der Tasche hatten, ging es in dem Hotel laut und manchmal gewalttätig zu. Nick Holden hatte Vorkehrungen getroffen, die ebenso kostspielig wie diskret waren, eine Suite mit zwei Schlafzimmern und einem dazwischenliegenden Speise- und Wohnzimmer. Die Damen waren Cousinen, beide mit dem Namen Dorber, und sehr davon angetan, dass ihre Gastgeber Akademiker waren. Nicks Kandidatin hieß Letty, die von Rob Virginia. Sie waren zierlich und keck wie Spatzen, aber beide legten eine Durchtriebenheit an den Tag, die Rob skeptisch machte. Letty war Witwe. Virginia erzählte ihm, sie habe nie geheiratet, doch als er dann ihren Körper kennenlernte, sah er, dass sie Kinder geboren hatte. Als sich die vier am nächsten Morgen zum Frühstück trafen, steckten die Frauen die Köpfe zusammen und kicherten. Virginia musste Letty von dem Präservativ erzählt haben, das Rob Old Horny nannte, und Letty hatte es dann sicher Nick erzählt, denn als sie nach Hause ritten, erwähnte Nick das Kondom und lachte. Wozu benutzen sie denn diese blöden Dinger? Naja, wegen Krankheiten, antwortete Rob sanft, und zur Verhütung. Das verdirbt doch den Spaß. Aber hatte es wirklich so viel Spaß gemacht? Rob musste sich eingestehen, dass er an Körper und Seele gelöster war als zuvor, und als Nick sagte, er habe die Gesellschaft genossen, erwiderte Rob er ebenfalls und stimmte ihm zu, dass sie wieder einmal auf Geißenjagd gehen müssten. Als Rob Jay das nächste Mal am Anwesen des Schröders vorbeiritt, sah er Gas auf einer Wiese. Der Farmer schwang trotz der amputierten Finger eine Sense, und die beiden grüßten sich. Rob war in Versuchung, an der Hütte Sarah Bledsolls einfach vorbeizureiten, weil die Frau ihm zu verstehen gegeben hatte, dass sie ihn als Eindringling betrachtete und der Gedanke an sie ihn aus der Fassung brachte. Doch im letzten Augenblick lenkte er das Pferd auf die Lichtung und stieg ab. Er wollte gerade anklopfen, hielt aber die Hand zurück, denn von drinnen drangen deutlich vernehmbar das Jammern eines Kindes und die heiseren Schmerzensschreie einer Erwachsenen an sein Ohr. Das verhieß nichts Gutes. Er drückte die Klinke und fand die Tür unverschlossen. Der Gestank in der Hütte traf ihn wie ein Keulenschlag, und im trüben Licht konnte er Sarah Bledsoe auf dem Boden sehen. Neben ihr hockte der kleine Junge, das tränennasse Gesicht starr vor Entsetzen über den Anblick dieses riesigen Fremden, den Mund zu einem tonlosen Schrei geöffnet. Rob J. wollte das Kind auf den Arm nehmen und trösten, doch als die Frau wieder schrie, wusste er, dass er sich um sie kümmern musste. Er kniete nieder und berührte ihre Wange. Kalter Schweiß. Was haben Sie, Madam? Es ist der Krebs. Au! Wo tut es Ihnen weh, Mrs. Bledsoe? Ihre Hände huschten wie zwei Spinnen zu ihrem Unterleib. Ein scharfer oder ein dumpfer Schmerz. Stechend! Bohren, Sir! Es ist schrecklich! Er nickte. So schrecklich, dass ihre Blasenfunktion gestört ist und Sie den Urin nicht mehr halten können. Sie schloss die Augen. Der Beweis ihrer beständigen Inkontinenz stach ihm mit jedem Atemzug in Nase und Lunge. Er hatte Fragen, auf die er Antworten brauchte, und er wusste, was zu tun war. Ich muss sie untersuchen. Sie hätte sich zweifellos geweigert, doch als sie die Lippen öffnete, kam nur ein Schmerzensschrei über sie. Sarah Bledsoe war steif vor Anspannung, doch gerade noch so beweglich, dass er sie in eine halb auf dem Bauch liegende, halb seitliche Position bringen und ihr das rechte Knie an den Körper drücken konnte. In seiner Tasche hatte er einen kleinen Behälter mit frischem, weißem Schweineschmalz, das er als Gleitmittel benutzte. Bleiben Sie ganz ruhig. Ich bin Arzt, sagte er, doch sie weinte mehr vor Scham denn vor Schmerz, als der Mittelfinger seiner Linken in ihre Vagina eindrang und seine rechte Hand ihren Unterbauch abtastete. Er versuchte, aus seiner Fingerspitze ein Auge zu machen, mit dem Finger zu sehen. Zuerst konnte er nichts feststellen, doch als er sich tastend dem Schambein näherte, fand er, was er erwartet hatte. Und dann wurde er noch einmal fündig. Sanft zog er den Finger wieder heraus, gab ihr einen Lappen, damit sie sich abwischen konnte, und ging nach draußen, um sich am Bach die Hände zu waschen. Um mit ihr zu reden, führte er sie nach draußen und setzte sie auf einen Baumstumpf. Gegen das grelle Sonnenlicht blinzelnd saß sie da und wiegte das Kind in ihren Armen. Sie haben keinen Krebs. Es wäre ihm lieber gewesen, wenn er hier hätte aufhören können. Sie leiden an Blasensteinen. Dann muss ich nicht sterben? Er war zur Wahrheit verpflichtet. Mit Krebs hätten sie kaum eine Chance, aber bei Blasensteinen durchaus. Er erklärte ihr, wie es zur Entstehung dieser mineralischen Steine in der Blase kommen konnte und dass möglicherweise einseitige Ernährung oder lang anhaltender Durchfall dafür verantwortlich war. Ja, nach seiner Geburt hatte ich sehr lange Durchfall. Gibt es eine Medizin gegen diese Steine? Nein, eine Medizin, die Blasensteine auflöst, gibt es nicht. Kleine Steine werden manchmal mit dem Urin ausgeschieden. Sie haben oft scharfe Kanten, die das Gewebe verletzen. Deshalb werden sie vermutlich Blut im Urin festgestellt haben. Aber bei ihnen sind es zwei große Steine. Zu groß, um ausgeschieden zu werden. Dann schneiden Sie mich also? Um Gottes Willen, fragte sie schwach. Nein, er zögerte und überlegte, wie viel sie wissen musste. Ein Teil des hypokratischen Eids, den er abgelegt hatte, lautete, ich werde keinen Menschen schneiden, der an einem Stein leidet. Einige Schlechter ignorierten den Eid und schnitten trotzdem, wobei sie den Damm zwischen Anus und Vulva oder Hodensack durchtrennten, um die Blase öffnen und die Steine herausholen zu können. Nur wenige Opfer genasen nach einer solchen Operation vollständig, viele starben an Bauchfellentzündung und andere blieben für ihr Leben verstümmelt, weil ein Darm oder Blasenmuskel durchtrennt worden war. Ich werde ein chirurgisches Instrument durch die Harnröhre in die Blase einführen. Dieses Instrument nennt man Lithotrypter. Es hat am Ende eine kleine Stahlzange, mit der Steine herausgeholt oder zertrümmert werden. Ist das schmerzhaft? Ja, vor allem wenn ich den Lithotrypter einführe und wieder herausziehe. Aber die Schmerzen sind weniger schlimm als die, unter denen sie jetzt leiden. Wenn die Prozedur gelingt, sind sie vollkommen geheilt. Es fiel ihm schwer zuzugeben, dass die größte Gefahr in seiner möglicherweise unzureichenden Fertigkeit lag. Wenn ich bei dem Versuch, die Steine mit dieser Zange zu fassen, in die Blase zwicke und sie durchstoße oder das Bauchfell verletze, können sie an einer Infektion sterben. Als er ihr schmerzverzerrtes Gesicht betrachtete, sah er Anzeichen einer jüngeren, schöneren Frau. Sie müssen entscheiden, ob ich es versuchen soll. In ihrer Aufregung drückte sie das Kind zu fest an sich und es begann zu schreien. Deshalb dauerte es einen Augenblick, bis er verstand, was sie geflüstert hatte. Bitte. Rob J. wusste, dass er bei der Lithotomie Hilfe brauchen werde. Er dachte daran, wie verkrampft die Frau bei der Untersuchung gewesen war und spürte, dass nur ein weibliches Wesen ihm assistieren konnte. So ritt er von Sarah Bladsoe direkt zum nahen Farmhaus der Schröders und sprach mit Alma. Oh nein, das kann ich nicht. Niemals! Die arme Alma erbleichte. Ihre Bestürzung wurde noch verschlimmert, weil sie echtes Mitgefühl für Sarah empfand. Ach, Dr. Cole, bitte, ich kann das nicht. Als er sah, dass das wirklich zutraf, versicherte er ihr, dass sie deswegen nicht in seiner Achtung sinke. Manche Leute können bei einer Operation einfach nicht zusehen. Ist schon gut, Alma. Ich finde jemand anderen. Im Wegreiten überlegte er, welche Frau in der Umgebung wohl als Hilfe in Frage kam, schloss die wenigen aber eine nach der anderen aus. Heulsusen nützten ihm nichts. Was er brauchte, war eine intelligente Frau mit starken Armen, eine Frau mit einem Herzen, das es ihr erlaubte, beim Anblick des Leidens standhaft zu bleiben. Auf halbem Weg zu seiner Hütte wendete er das Pferd und ritt in die Richtung des Indianerdorfes. Die sieben Zelte Makwa-Ikwa konnte sich an eine Zeit erinnern, als nur wenige ihres Volkes Kleidung des weißen Mannes hatten, als ein zerlumptes Hemd oder ein zerrissenes Kleid etwas Besonderes waren, weil alle anderen gegerbtes und weichgekautes Wildleder und Felle trugen. Als sie noch ein Kind in Saug-Enuk war, damals hieß sie Nijri-Kewaki, Zwei-Himmel, gab es zu wenig Weiße in der Gegend, als dass sie den Lebensstil der Indianer beeinflusst hätten. In der Siedlung gab es eine Garnison, die eingerichtet worden war, nachdem Beamte in St. Louis einige Meskwakis und Saugs betrunken gemacht und sie gezwungen hatten, eine Urkunde zu unterzeichnen, die sie auch nüchtern nicht hätten lesen können. Zwei-Himmels-Vater hieß Grüner Büffel. Er erzählte ihr und ihrer Schwester Mezi Ikwawa, große Frau, die Weißen, die Mukamonic hätten, als sie den Armeeposten bauten, die besten Bärenbüsche der Saugs zerstört. Grüner Büffel stammte aus dem Bärenclan, eine Herkunft, die eigentlich zum Führer bestimmte, doch er hatte keine Lust, Häuptling oder Medizinmann zu sein. Trotz seines geheiligten Namens, er leitete sich von einem Manitur ab, war er ein einfacher Mann, der sich Respekt erwarb, weil er gute Ernten einbrachte. Als er jung war, hatte er gegen die Iowas gekämpft und sich dabei als sehr mutig erwiesen. Er war nicht wie andere, die immer prallten, aber als ihr Onkel Kurzes Horn starb, erfuhr zwei Himmel die Wahrheit über ihren Vater. Kurzes Horn war der erste Saug, den sie kannte, der sich mit dem Gift, das die Mukamonic Ohio Whisky und ihre Leute Pfefferwasser nannten, zu Tode trank. Die Saugs begruben ihre Toten und legten sie nicht nur in Baumgabeln wie andere Stämme. Als sie kurzes Horn in die Erde senkten, schwang ihr Vater zornig seine Pukamor, seine Kriegskeule, und schlug mit ihr auf den Rand des Grabes. »Ich habe im Krieg drei Männer getötet und schenkte ihre Seelen meinem Bruder, der hier liegt, damit sie ihm in der anderen Welt als Sklaven dienen«, sagte er. Und so erfuhr zwei Himmel, dass ihr Vater früher ein Krieger gewesen war. Ihr Vater war sanft und gütig, ein Arbeiter. Anfangs bestellten er und ihre Mutter Matapwa nur zwei Felder mit Mais, Feld und Moschuskürbissen, doch als der Rat sah, dass er ein guter Farmer war, gab man ihm noch zwei Felder. Die Schwierigkeiten begannen, als zwei Himmel zehn Jahre alt war. Ein Weißer namens Hawkins kam in die Gegend und baute sich neben einem Maisfeld ihres Vaters eine Hütte. Das Feld, auf dem Hawkins sich ansiedelte, lag brach, denn der frühere Bebauer, ein Zaug, war gestorben, und der Rat hatte es noch keinem anderen zugewiesen. Hawkins hatte Pferde und Kühe mitgebracht. Die Felder waren nur durch Buschwerk und Reihenhecken voneinander getrennt, und seine Pferde drangen in das Feld von zwei Himmelsvater ein und fraßen seinen Mais. Grüner Büffel fing die Pferde ein und brachte sie zu Hawkins zurück, aber am nächsten Morgen waren sie wieder im Maisfeld. Er beschwerte sich, doch der Rat wusste nicht, was er tun sollte, denn es hatten sich inzwischen fünf weitere Familien angesiedelt und das Land Rock Island getauft, jenes Land, das die Saugs seit mehr als hundert Jahren bestellten. Grüner Büffel behalf sich nun damit, Hawkins Tiere auf seinem eigenen Grund anzubinden, anstatt sie zurückzubringen, und bekam deshalb bald Besuch vom Besitzer des Handelspostens in Rock Island, einem Weißen namens George Davenport. Davenport war der erste Weiße gewesen, der sich auf Sauggebiet angesiedelt hatte, und das Volk vertraute ihm. Er sagte zu Grüner Büffel, er müsse die Pferde zurückgeben, sonst würden die Mokka Monik ihn einsperren, und Grüner Büffel tat, was ihm sein Freund Davenport geraten hatte. In jenem Herbst, es war das Jahr 1831, zogen die Saugs wie gewohnt in ihr Winterlage in Missouri. Als sie im Frühjahr nach Saug-en-Nook zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass sich noch mehr Weiße Familien auf ihren Feldern angesiedelt hatten. Reihenhecken waren zerstört und Langhäuser niedergebrannt. Der Rat musste nun etwas unternehmen, und er wandte sich deshalb an Davenport, ferner an Felix St. Rain, den Indianerbevollmächtigten, und an Major John Bliss, den Befehlshaber der Soldaten des Fours. Die Beratungen zogen sich lange hin, und in der Zwischenzeit wies der Rat den Männern, deren Land besetzt worden war, andere Felder zu. Ein kleiner, stämmiger Holländer aus Pennsylvania namens Joshua Vandruff hatte sich das Land eines Saugs namens Maka-Taime-Shek-Yak-Yak, Schwarzer Falke, angeeignet. Vandruff begann, in dem Hedonos-O-Tee, das dieser Saug und seine Söhne mit ihren eigenen Händen erbaut hatten, Whisky an die Indianer zu verkaufen. Schwarzer Falke war kein Häuptling, hatte aber den Großteil seiner 63 Lebensjahre im Kampf gegen Osages, Cheroukesen und Chippewas zugebracht. Als 1812 der Krieg unter den Weißen ausbrach, hatte er eine Truppe von Saugkriegern zusammengestellt und ihre Dienste den Amerikanern angeboten, war aber zurückgewiesen worden. Beleidigt machte er den Engländern das gleiche Angebot, die ihn mit Respekt behandelten, sich seiner Dienste versicherten und ihm Waffen, Munition, Orden und den roten Rock gaben, der einen Soldaten auszeichnete. Jetzt, da Schwarzer Falke sich dem Alter näherte, musste er zusehen, wie in seinem Langhaus Whisky verkauft wurde. Schlimmer noch, er musste mit ansehen, wie sein Stamm durch den Alkohol verdorben wurde. Vandruff und sein Freund B. F. Pike machten die Indianer betrunken und luchsten ihnen Felle, Pferde, Gewehre und Fallen ab. Schwarzer Falke ging zu Vandruff und Pike und bat sie, keinen Whisky mehr an die Saugks zu verkaufen. Als seine Bitte ignoriert wurde, kam er mit einer Handvoll Krieger wieder, die die Fässer aus dem Langhaus rollten, sie zerschlugen und den Whisky auf die Erde gossen. Vandruff packte daraufhin seine Satteltasche mit Proviant für eine lange Reise und ritt nach Belleville, der Heimatstadt von John Reynolds, dem Gouverneur von Illinois. In einer eidlichen Aussage gab er vor dem Gouverneur zu Protokoll, die Saugks befänden sich auf einem Raubzug, in dessen Verlauf es zu einer Messerstecherei und zu großen Schäden an weißem Besitz gekommen sei. Dann überreichte er dem Gouverneur ein von B. F. Pike unterzeichnetes Schreiben, in dem es hieß, dass die Indianer ihre Pferde auf unseren Feldern weiden lassen, unser Vieh erschießen und drohen, unsere Häuser anzuzünden, wenn wir nicht verschwinden. Reynolds war erst frisch in sein Amt gewählt worden und hatte den Wählern versprochen, für die Sicherheit der Siedler in Illinois zu sorgen. Ein Gouverneur, der erfolgreich die Indianer bekämpfte, konnte sich Hoffnungen auf die Präsidentschaft machen. »Mei Gott, Sir«, sagte er bewegt zu Vandruff, »Sie bitten den richtigen Mann um Gerechtigkeit.« Siebenhundert berittene Soldaten kamen und schlugen in der Nähe von Saug-en-Nook ihr Lager auf. Ihre Anwesenheit sorgte für Aufregung und Angst. Gleichzeitig stampfte ein rauchspuckendes Dampfschiff in Rock River herauf. Das Schiff lief auf einige der Felsen, die dem Fluss seine Namen gaben, auf, aber die Mukamonic konnten es wieder flott machen. Bald darauf lag es vor Anker, seine Kanone direkt auf die Indianersiedlung gerichtet. Der Kriegshäuptling der Mukamonic, General Edmund P. Gaines, berief eine Konferenz mit den Indianern ein. Hinter einem Tisch saßen der General, der Indianer-Bevollmächtigte St. Rayne und der Händler Davenport, der als Dolmetscher fungierte. Etwa zwanzig indianische Würdenträger waren dem Aufruf gefolgt. General Gaines behauptete, der Vertrag von 1803, der das Fuhr auf Rock Island ermöglicht hatte, habe dem großen Vater in Washington auch alles Land der Saugs östlich des Mississippi überschrieben, 60 Millionen morgen. Er sagte den verblüfften und verwirrten Indianern, sie hätten dafür jährliche Entschädigungszahlungen bekommen, und jetzt wolle der große Vater in Washington, dass seine Kinder Saug-Enuk verließen und sich auf der anderen Seite des Masezi Bowie, des Mississippi, ansiedelten. Ihr Vater in Washington werde ihnen Mais schenken, damit sie den Winter überstünden. Häuptling des Saugs war Keokuk, der wusste, dass die Übermacht der Amerikaner zu groß war. Als Davenport ihm die Worte des Weißen Kriegshäuptlings übersetzte, drückte eine große Faust Keokuks Herz zusammen. Obwohl die anderen ihn ansahen, damit er antwortete, blieb er stumm. Aber ein Mann stand auf, der im Kampf an der Seite der Briten genug Englisch gelernt hatte, um selbst zu sprechen. Wir haben unser Land nie verkauft. Wir haben nie eine Entschädigung dafür erhalten. Wir werden in unserem Dorf bleiben. Der Indianer, den General Gaines vor sich sah, war schon fast ein Greis und ohne den Kopfschmuck eines Häuptlings. In fleckigen Rehlederhosen stand er da, hohlwangig, mit einer hohen, knochigen Stirn. Seine hochgestellte Skyplocke, die seinen rasierten Schädel in zwei Hälften teilte, war mehr grau denn schwarz. Eine riesige Hakennase ragte herausfordernd zwischen weit auseinanderliegenden Augen hervor. Sein mürrischer Mund wollte so gar nicht zu dem Grübchenkind passen, das er an einen Liebhaber erinnerte. Gaines seufzte und sah Davenport fragend an. »Schwarzer Falker heißt der Mann.« »Was ist er?«, fragte der General den Dolmetscher. Aber Schwarzer Falker antwortete selbst. »Ich bin ein Saug. Meine Vorfahren waren Saugs. Große Männer. Ich möchte da bleiben, wo ihre Gebeine ruhen und neben ihnen begraben werden. Warum sollte ich das Land verlassen?« Er und der General starrten sich an, Stein gegen Stahl. »Ich bin weder hier, um euch zu bitten, euer Dorf zu verlassen, noch um euch dafür zu bezahlen. Meine Aufgabe ist es, euch zu entfernen«, sagte Gaines sanft. »Friedlich, wenn ich kann. Mit Gewalt, wenn ich muss. Ich gebe euch jetzt zwei Tage Zeit für den Umzug. Wenn ihr bis dahin den Mississippi nicht überquert, werde ich euch gewaltsam vertreiben.« Die Indianer berieten sich und starrten dabei die Schiffskanone an, die auf sie gerichtet war. Die Soldaten, die in kleinen Gruppen johlend und schreiend vorbeiritten, waren gut genährt, gut bewaffnet und hatten genügend Munition. Denn Saugs standen nur alte Flinten, nur wenige Kugeln und keine Nahrungsreserven zur Verfügung. Keokuk schickte einen Läufer zu Weiße Wolke, einem Medizinmann, der bei den Winnebagos lebte. Weiße Wolke war der Sohn eines Winnebago-Vaters und einer Saug-Mutter. Er war groß und beleibt, hatte lange graue Haare und, was bei den Indianern sehr selten war, einen struppigen schwarzen Schnurrbart. Er galt als großer Schamane, der sich um die spirituellen und medizinischen Bedürfnisse der Winnebagos, der Saugs und der Mesquakis kümmerte. Alle drei Stämme verehrten Weiße Wolke als Propheten, doch er hatte Keokuk keine tröstende Weissagung anzubieten. Das Militär sei in der Übermacht, sagte er, und Gaines werde nicht Vernunft annehmen. Der Indianerfreund Davenport traf sich mit dem Häuptling und dem Schamanen und drängte sie zu gehorchen und ihr Land zu verlassen, bevor aus dem Streit ein blutiger Kampf werde. So kam es, dass der Stamm in der zweiten Nacht Saug-Enuk verließ, wie ein Rudeltiere, das vertrieben wird, und über den Fluss in das Land seiner Feinde, der Aowas, ging. In diesem Winter zerbrach für zwei Himmel der Glaube an die Welt als sicheren Ort. Der Mais, den der Indianer bevollmächtigte, in das neue Dorf westlich des Mazesi Bowie brachte, war von schlechter Qualität und bei weitem nicht genug, um den Hunger fernzuhalten. Die Männer konnten nicht genug Wild jagen oder in Fallen fangen, da viele ihr Gerät für Vandruffs Whisky weggegeben hatten. Zudem hatte der Stamm den Verlust der Ernte zu beklagen, die sie auf ihren Feldern zurücklassen mussten, den mehligen Mais, die fetten, nahrhaften Feldkürbisse und die riesigen, süßen Moschuskürbisse. Eines Nachts schlichen sich fünf Frauen über den Fluss auf ihre alten Felder und holten sich ein paar gefrorene Kolben von dem Mais, den sie im Frühjahr zuvor selbst gepflanzt hatten. Sie wurden von weißen Siedlern entdeckt und verprügelt. Ein paar Tage später ritt schwarzer Falke mit ein paar Männern nachts nach Rock Island. Sie füllten Säcke mit Mais von den Feldern und stahlen Kürbisse aus einem Lagerhaus. Es kam zu einem Streit, der den ganzen schrecklichen Winter überwütete. Keokuk, der Häuptling, befürchtete, dass der Überfall die weißen Soldaten auf den Plan rufen werde. Das neue Dorf sei zwar nicht Saug-Enuk, aber es könne ein guter Ort zum Leben werden, meinte er. Die Anwesenheit der Mukamonik auf dem anderen Flussufer bedeute nicht zuletzt einen Markt für die Fälle der Saug-Trapper. Schwarzer Falke hielt ihm entgegen, die Bleichgesichter würden die Saugs immer weiter vertreiben und schließlich vernichten. Kampf sei der einzige Ausweg. Hoffnung für den roten Mann gäbe es nur noch, wenn alle Stammesfäden begraben würden, die Indianer von Kanada bis Mexiko sich vereinigten und mit der Hilfe des englischen Vaters gegen den größeren Feind, den amerikanischen Zögen. Die Saugs debattierten lange. Bei Frühjahrsbeginn waren die meisten des Stammes entschlossen, mit Keokuk am Westufer des Mississippi zu bleiben. Nur 368 Männer schlossen sich mit ihren Familien Schwarzer Falke an, zu ihnen gehörte grüner Büffel. Man belud Kanus. Schwarzer Falke, der Prophet, und Neorcho, ein Saug-Medizinmann, setzten sich an die Spitze der kleinen Flotte, dann stießen auch die anderen vom Ufer ab, kräftig gegen die starke Strömung des Masezibowi anpaddelnd. Schwarzer Falke wollte weder Tod noch Zerstörung, solange sie nicht angegriffen wurden. Als sie etwas weiter flussabwärts eine Siedlung der Mukamonic erreichten, befahl er seinen Leuten, die Trommeln zu schlagen und zu singen. Zählte man auch die Frauen, die Kinder und die Alten, so hatte er beinahe 1300 Stimmen, und die Siedler flohen vor dem furchteinflößenden Lärm. Auf diese Art holten sie sich in einigen Siedlungen Lebensmittel, doch sie hatten viele Mäuler zu stopfen und keine Zeit für die Jagd. Schwarzer Falke hatte Läufer zu den Briten in Kanada geschickt und auch zu einigen Indianerstämmen, um sie um Hilfe zu bitten, doch die Boten kamen mit schlechten Nachrichten zurück. Es war kaum überraschend, dass alte Feinde wie die Sioux, die Chippewas und die Osages sich nicht mit den Sougs gegen die Bleichgesichter verbünden wollten, aber auch die verbrüderten Mesquakis und andere befreundete Stämme waren nicht dazu bereit. Und schlimmer noch, von ihrem britischen Vater erhielten die Sougs nichts anderes als aufmunternde Worte und Glückwünsche für einen Krieg. Da Schwarzer Falke sich nur zu gut an die Kanonen auf den Kriegsschiffen erinnerte, nahm er seine Leute vom Fluss und ließ sie am Ostufer, von dem man sie vertrieben hatte, an Land gehen. Da jedes winzige Stück Proviant kostbar war, wurde jeder zum Träger, auch hochschwangere Squaws wie etwa zwei Himmelsmutter. Sie umgingen Rock Island und wanderten den Rock River hoch bis zum Gebiet der Portawatamis, von denen sie Land zu bekommen hofften, um eine Maisernte einbringen zu können. Von den Portawatamis erfuhr Schwarzer Falke, dass der Vater in Washington das Soug-Territorium an weiße Investoren verkauft hatte. Das Gebiet um Soug-Enuk und fast alle Felder hatte George Davenport gekauft, der Händler, der sich als ihr Freund ausgegeben und ihnen geraten hatte, das Land zu verlassen. Schwarzer Falke ordnete ein Hundefestmahl an, weil er wusste, dass der Stamm die Hilfe der Manitus brauchte. Der Prophet überwachte die Erdrosselung der Hunde sowie die Säuberung und Reinigung des Fleisches. Während es schmorte, breitete Schwarzer Falke seine Medizinbeutel vor seinen Männern aus. »Tapfere und Krieger«, sagte er, »Soug-Enuk ist nicht mehr. Unser Land wurde uns gestohlen. Bleichgesichtige Soldaten haben unsere Hedonosote niedergebrannt. Sie haben die Zäune unserer Felder eingerissen. Sie haben unsere Städte der Toten umgepflügt und zwischen den geheiligten Knochen Getreide angesät. Dies sind die Medizinbeutel unseres Vaters, Mokatakwat, des Begründers des Saugstammes. Sie wurden weitergegeben an den großen Kriegshäuptling unseres Stammes, Nanamake, der Krieg führte gegen alle Stämme der Seen und alle Stämme der Prärie und nie Schande auf sich nehmen musste. Ich erwarte, dass ihr alle sie beschützt.« Die Krieger aßen das geheiligte Fleisch und erhielten Mut und Kraft. Das war auch notwendig, denn Schwarzer Falke wusste, dass die Mokamonik sie angreifen würden. Vielleicht waren es die Götter, die zwei Himmelsmutter gestatteten, ihr Kind in diesem Lager und nicht unterwegs zu gebären. Es war ein Junge, und wie das Hundefestmahl stärkte auch er den Mut der Krieger, denn Grüner Büffel nannte seinen Sohn Ruator Kimita, der Land besitzt. Angestachelt von der öffentlichen Hysterie über das Gerücht, dass Schwarzer Falke und die Saugs auf dem Kriegspfad seien, wollte Gouverneur Reynolds von Illinois tausend berittene Freiwillige anwerben lassen. Mehr als doppelt so viele Möchtegern-Indianer-Kämpfer meldeten sich, und 1935 unausgebildete Männer wurden zur Armee eingezogen. Sie wurden nach Beardstown beordert, dort durch 342 reguläre Soldaten verstärkt und schnell in vier Regimenter und zwei Späherbataillone aufgeteilt. Samuel Whiteside aus St. Clair wurde zum Brigadegeneral und zum Oberbefehlshaber ernannt. Aus Berichten von Siedlern wusste man, wo Schwarzer Falke sich aufhielt, und Whiteside setzte seine Brigade in Bewegung. Es war ein ungewöhnlich nasser Frühling gewesen, die Truppen mussten ehemals kleine Bäche durchschwimmen, und aus gewöhnlichen Sumpflöchern waren Schlammseen geworden, die sie nur mit größter Mühe durchqueren konnten. Es war eine fünftägige, schwierige Expedition durch unwegsames Gelände, bis sie Okwaka erreichten, wo Proviant auf sie hätte warten sollen. Aber die Armee hatte versagt, es war kein Proviant da, und die Männer hatten den Inhalt ihrer Satteltaschen längst aufgezehrt. Disziplinlos und streitsüchtig haderten die Zivilisten mit ihren Offizieren und verlangten Essen. Whiteside sandte eine Meldung an General Atkinson in Fulton, der sofort ein Dampfboot mit einer Ladung Lebensmittelfluss abwärts in Bewegung setzte. Whiteside schickte zwei Bataillone regulärer Soldaten voraus, während die Freiwilligen sich fast eine Woche lang die Bäuche vollschlugen und ausruhten. Keinen Augenblick lang vergaßen sie, dass sie sich in einer gefährlichen Umgebung befanden. An einem milden Vormittag im Mai brannten etwa 1600 berittene Prophetatown nieder, den verlassenen Ort, in dem weiße Wolke residiert hatte. Danach befiel sie eine unerklärliche Nervosität, und sie redeten sich ein, dass hinter jedem Hügel rachedurstige Indianer lauerten. Bald wurde aus der Nervosität Angst, und aus dieser Angst heraus kam es zu einer wilden Flucht. Die Soldaten ließen Ausrüstung, Waffen, Munition und Proviant zurück und liefen vor einem nicht existierenden Feind davon, stürmten quer durch Grasland, Buschwerk und Wald und hielten erst an, als sie einzeln oder in kleinen Gruppen, aber alle mit schamroten Gesichtern die Siedlung Dixon erreicht hatten, zehn Meilen von ihrem Ausgangspunkt entfernt. Zur ersten wirklichen Feindberührung kam es kurze Zeit später. Schwarzer Falke und an die vierzig Tapfere waren unterwegs zu Angehörigen der Potawatamis, von denen sie ein Maisfeld pachten wollten. Sie hatten eben ihr Lager am Ufer des Rock River aufgeschlagen, als ein Läufer berichtete, dass sich eine große Streitmacht der Mukamonic in ihre Richtung bewege. Ohne lange zu zögern, band Schwarzer Falke eine weiße Fahne an eine Stange und schickte damit drei unbewaffnete Saugs zu den Weißen, um ein Treffen zwischen ihm und deren Kommandanten zu erbitten. Als Beobachter schickte er fünf berittene Saugs hinter den Unbewaffneten her. Die Truppen, die keine Erfahrung mit Indianerkämpfen hatten, erschraken beim Anblick der Saugs. Sie überwältigten die drei Männer mit der Waffenstillstandsflagge und machten sie zu Gefangenen. Dann jagten sie den fünf Beobachtern nach, von denen sie zwei einholten und töteten. Die drei anderen erreichten das Militär im Rücken das Lager. Als die weißen Soldaten auftauchten, wurden sie von 35 Tapferen unter der Führung von Schwarzer Falke, den die kalte Wut gepackt hatte, angegriffen. Er war bereit, einen ehrenhaften Tod zu sterben, um den Verrat der Bleichgesichter zu rächen. Die Soldaten aber, die die Vorhut der Kavallerie bildeten, hatten keine Ahnung, dass die Indianer keine gewaltige Streitmacht hinter sich hatten. Sobald sie die heranstürmenden Saugs erblickten, ließen sie ihre Ponys wenden und flüchteten. Nichts ist so ansteckend wie Panik. Und innerhalb weniger Minuten herrschte im Militärlager ein Chaos. In dem Durcheinander konnten zwei der drei gefangenen Saugunterhändler fliehen, der dritte wurde erschossen. Die 275 bewaffneten und berittenen Soldaten wurden von Entsetzen gepackt und flohen so hysterisch wie wenige Tage zuvor der Hauptteil der Freiwilligen, nur dass diesmal die Bedrohung nicht eingebildet war. Schwarzer Falke und seine wenigen Dutzend Krieger jagten ihnen nach, überwältigten die Versprengten und sammelten elf Skalpe. Einige der fliehenden Weißen kamen erst zur Besinnung, als sie wieder bei sich zu Hause waren, aber die meisten Soldaten sammelten sich schließlich in Dixon. Ein Leben lang sollte das Mädchen, das damals zwei Himmel hieß, die Freude über diesen Erfolg nicht vergessen. Ein Kind spürte Hoffnung. Die Nachricht vom Sieg verbreitete sich schnell in der Rothäutigen Welt, und bald darauf schlossen sich 92 Winnebagos den Zawks an. Schwarzer Falke stolzierte in einem Rüschenhemd und mit einem ledergebundenen Gesetzbuch unter dem Arm umher, beides stammte aus einer Satteltasche, die ein fliehender Offizier zurückgelassen hatte. Er hielt eine flammende Rede. Seine Tapferen hätten bewiesen, sagte er, dass die Mukamonic geschlagen werden können, und jetzt würden andere Stämme Krieger schicken, um die große Allianz zu bilden, von der er träumte. Aber die Tage vergingen und es kamen keine Krieger. Die Vorräte gingen zur Neige. Die Jagd war wenig erfolgreich. Schließlich schickte Schwarzer Falke die Winnebagos in eine Richtung und führte seine Leute in eine andere. Gegen seine Befehle überfielen die Winnebagos schutzlose weiße Siedler und nahmen Skalpe, darunter den von St. Rain, dem Indianer, bevollmächtigten. Zwei Tage lang war der Himmel grünlich-schwarz, und der Manitou Chakwa ließ Erde und Luft erzittern. Zwei Himmelsmutter warnte Schwarzer Falke, keine neuen Unternehmungen anzufangen, ohne Späher vorauszuschicken, und grüner Büffel murmelte düster, dass er keinen Propheten brauche, um zu wissen, dass Schlimmes bevorstehe. Gouverneur Reynolds war wütend. Die Beschämung, die er über das Schicksal seiner Soldaten empfand, wurde von der Bevölkerung sämtlicher Grenzstaaten geteilt. Die Raubzüge der Winnebagos wurden übertrieben dargestellt und schwarzer Falke zur Last gelegt. Neue Freiwillige strömten herbei, angezogen von dem Gerücht, dass ein von der Regierung von Illinois im Jahre 1814 ausgesetztes Kopfgeld noch immer gezahlt werde. Fünfzig Dollar für jeden getöteten männlichen Indianer, jede gefangene Squaw und jedes gefangene rothäutige Kind. Reynolds hatte keine Schwierigkeiten, noch einmal 3000 Männer den Fahnen-Eid leisten zu lassen. Schon jetzt kampierten in den Fours entlang des Mississippi 2000 unruhige Soldaten, die von General Henry Atkinson und dessen Stellvertreter Colonel Zachary Taylor befehligt wurden. Aus Baton Rouge in Louisiana wurden zwei Infanterie-Kompanien nach Illinois verlegt und aus Standorten im Osten kamen weitere tausend reguläre Soldaten unter dem Befehl von General Winfield Scott dazu. Unter diesen Truppen brach während des Dampfschifftransports über die großen Seen die Cholera aus, doch die Streitmacht, die hier in Bewegung gesetzt wurde, war ohne dies gigantisch. Ein gewaltiges Heer, gierig nach Rache an der fremden Rasse und nach Wiederherstellung seiner Ehre. Für das Mädchen zwei Himmel war die Welt klein geworden, während sie früher, während der gemächlichen Reisen zwischen dem Winterlager der Sauks in Missouri und ihrem Sommerdorf am Rock River unermesslich gewirkt hatte. Jetzt konnte sich ihr Stamm hinwenden, wohin er mochte, überall gab es weiße Speer und Schüsse und Geschrei. Sie nahmen ein paar Skypes und verloren ein paar Tapfere, und sie hatten Glück, nicht auf das Hauptkontingent der weißen Truppen zu stoßen. Schwarzer Falke schlug Haken und legte falsche Fährten, um den Soldaten zu entkommen, doch die meisten seiner Gefolgsleute waren Frauen und Kinder, und es war schwer, die Spuren von so vielen zu verbergen. Sie wurden schnell weniger. Alte Leute starben, auch einige Kinder. Zwei Himmels kleiner Bruder wurde hohlwangig und großäugig. Die Milch seiner Mutter versiegte zwar nicht, aber der Fluss wurde immer spärlicher, und so bekam das Kind nie genug. Meistens trug zwei Himmel ihren Bruder. Bald sprach Schwarzer Falke nicht mehr davon, die Weißen davon zu jagen. Er sprach davon, in den hohen Norden zu fliehen, aus dem die Sauks vor Hunderten von Jahren gekommen waren. Doch die Monde vergingen, und immer weniger seiner Volksleute hatten noch genug Vertrauen in ihn, um bei ihm zu bleiben. Immer mehr Wigwams verließen den Saugpulk, um ihr Glück auf eigene Faust zu versuchen. Kleine Gruppen hatten zwar nur wenig Chancen zu überleben, aber die meisten waren zu der Überzeugung gekommen, dass die Manitos Schwarzer Falke nicht wohlgesonnen waren. Grüner Büffel blieb ihm treu. Obwohl von Schwarzer Falkes Truppe, vier Monde nach dem Auszug aus Keokuks Lager, nur noch wenige hundert Leute übrig waren, die mit Wurzeln und Baumrinder als Nahrung ums Überleben kämpften. Sie kehrten zum Masesi Bowie zurück, denn der große Fluss hatte ihnen noch immer Trost gespendet. Das Dampfschiff Warrior überraschte einen Großteil der Saugs beim Fischfang in den Untiefen an der Mündung des Wisconsin. Als das Schiff auf sie zustampfte und Schwarzer Falke die Sechspfünderkanone im Bug sah, wusste er, dass sie nicht länger kämpfen konnten. Seine Männer schwenkten eine weiße Fahne, aber das Schiff kam immer näher, und ein Winnebago-Söldner rief ihnen von Deck aus in ihrer Sprache zu, »Rennt weg und versteckt euch! Die Weißen werden schießen!« Als sie schreiend und spritzend auf das Ufer zustürzten, feuerte die Kanone aus kürzester Entfernung eine Kartetsche ab. Heftiges Musketenfeuer folgte. Dreiundzwanzig Saugs wurden getötet. Die anderen schafften es, in den Wald zu entkommen, wobei einige Verletzte trugen oder hinter sich herzogen. In dieser Nacht beratschlagten sie. Schwarzer Falke und der Prophet beschlossen, ins Land der Chippewas zu ziehen und dort zu versuchen, einen Lebensraum zu finden. Drei Wigwams wollten mit ihnen gehen, doch die anderen, darunter grüner Büffel, glaubten nicht, dass die Chippewas den Saugsfelder abtreten würden, wenn es andere Stämme schon nicht taten. Ihren einzigen Ausweg sahen sie in der Rückkehr zu Keokuk. Am nächsten Morgen verabschiedeten sie sich von den Wenigen, die zu den Chippewas ziehen wollten, und machten sich auf den Weg nach Süden, in die alte Heimat. Das Dampfschiff Warrior blieb den Indianern auf den Fersen, indem es einfach den Scharen von Aaskrähen und Geiern Fluss abwärts folgte. Denn inzwischen ließen die Saugs ihre Toten einfach liegen, wo sie gestorben waren. Einige waren alte Leute und Kinder, andere Verwundete aus den vorangegangenen Kämpfen. Wenn das Schiff anlegte, untersuchten die Männer die Leichen und schnitten ihnen die Skalps und Ohren ab. Es war gleichgültig, ob das Stück Kopfhaut mit dunklen Haaren von einem Kind oder das rote Ohr von einer Frau stammte, die Trophäen wurden stolz in die vielen kleinen Städte zurückgetragen, als Beweis, dass ihre Besitzer tapfere Indianerkämpfer waren. Die wenigen überlebenden Saugs verließen den Masezi Bowie und zogen landeinwärts, nur um dort auf die Winnebago-Söldner der Armee zu treffen. Hinter den Winnebagos pflanzten weiße Soldaten die Bayonette auf, die ihnen unter den Indianern den Namen lange Messer eingebracht hatten. Als sie angriffen, stieg ein heiserer, tierischer Schrei aus ihren Kehlen auf, tiefer als das indianische Schlachtgeheul, aber nicht weniger wild. Es waren unzählige, und sie waren versessen aufs Töten, um etwas wiederzugewinnen, was sie verloren zu haben glaubten. Die Saugs hatten keine andere Wahl, als schießend zurückzuweichen. Am Ufer des Masezi Bowie angelangt, versuchten sie zu kämpfen, wurden aber sehr schnell in den Fluss getrieben. Zwei Himmel stand neben ihrer Mutter im knietiefen Wasser, als eine Bleikugel deren Unterkiefer zerfetzte. Die Frau fiel mit dem Gesicht nach unten ins Wasser. Zwei Himmel musste ihre Mutter auf den Rücken drehen und gleichzeitig den kleinen Bruder, der Land besitzt, über Wasser halten. Es gelang ihr mit größter Anstrengung, doch dann musste sie feststellen, dass ihre Mutter tot war. Ihren Vater und ihre Schwester sah sie nirgends. Die Welt bestand nur aus Gewehrfeuer und Schreien, und als die Saugs durch das Wasser zu einer kleinen Weideninsel warteten, ging sie mit ihnen. Sie versuchten, auf der Insel eine Verteidigungsstellung zu errichten, indem sie hinter Felsen und umgestürzten Bäumen in Deckung gingen. Doch dann tauchte, wie ein gigantisches Gespenst, das Dampfschiff aus dem Dunst auf und nahm sie vom Fluss aus unter Feuer. Ein paar Frauen rannten ins Wasser und versuchten, zum anderen Ufer zu schwimmen. Zwei Himmel wusste nicht, dass dort von der Armee angeheuerte Sue warteten, um jeden zu töten, der den Weg durch die Fluten schaffte, und sie stieg schließlich auch ins Wasser, wobei sie das Baby mit den Zähnen am Genick packte, um die Hände zum Schwimmen freizuhaben. Sie biss in das weiche, faltige Fleisch des Kindes, spürte das Blut ihres Bruders auf der Zunge, und ihre Schulter- und Nackenmuskeln verkrampften sich vor Anspannung und begannen zu schmerzen. Sie wurde schnell müde und wusste, wenn sie noch länger so weitermachte, würden sie und der Kleine ertrinken. Die Strömung trieb sie flussabwärts, weg von den Schüssen, und paddelnd wie ein Fuchs oder ein Eichhörnchen mit einem Jungen schwamm sie wieder auf das Ufer zu, von dem sie gekommen war. Dort lag sie dann neben dem schreienden Baby auf der Erde und versuchte, seinen zerbissenen Nacken nicht anzusehen. Wenig später hob sie ihren Bruder auf und trug ihn weg von dem Gefechtsnärm. Eine Frau saß am Flussufer, und beim Näherkommen sah zwei Himmel, dass es ihre Schwester war. Große Frau war blutverschmiert, doch sie erzählte zwei Himmel, dass es nicht ihr Blut sei, sondern das eines Soldaten, der sie vergewaltigt habe und dabei von einer Kugel in die Seite getroffen worden sei. Es war ihr gelungen, unter seinem blutigen Körper herauszukriechen, und obwohl er die Hand gehoben und sie in seiner Sprache um Hilfe angefleht hatte, hatte sie einen Stein genommen und ihn erschlagen. Sie konnte zwar ihre Geschichte zu Ende erzählen, doch sie verstand nichts mehr, als zwei Himmel ihr vom Tod der Mutter berichtete. Die Schreie und die Schüsse kamen immer näher. Zwei Himmel trug ihren Bruder und führte ihre Schwester tief in das Unterholz am Ufer, und dort kauerten sich die drei zusammen. Große Frau schwieg, aber der Landbesitz schrie unaufhörlich, und zwei Himmel mussten befürchten, dass die Soldaten ihn hörten und sie entdeckten. Sie öffnete ihr Kleid und drückte seinen Mund an ihre unterentwickelte Brust. Die kleine Warze wuchs unter dem trockenen Saugen seiner Lippen, und sie presste den Kleinen fest an sich. Es dauerte Stunden, bis der Schusswechsel nachließ und der Tumult allmählich verstummte. Der Nachmittag warf bereits lange Schatten, als zwei Himmel die Schritte einer näherkommenden Patrouille hörte und das Baby wieder zu schreien begann. Sie dachte daran, der Landbesitz zu erwürgen, damit sie und große Frau überleben konnten, doch dann saß sie nur da und wartete, bis einige Minuten später ein dürrerweißer Junge seine Muskete in den Busch steckte und sie herauszog. Auf dem Weg zum Dampfschiff sah sie überall ihr wohlbekannte Tote ohne Ohren und Skalb liegen. Auf Deck hatten die langen Messer neununddreißig Frauen und Kinder zusammengetrieben. Alle anderen waren tot. Das Baby schrie noch immer, und ein Winnebago besah sich das ausgehungerte Kind mit dem zerbissenen Nacken. »Kleine Ratte«, sagte er verächtlich, doch ein rotgesichtiger Soldat mit zwei gelben Streifen auf seinem Ärmel mischte Zucker und Wasser in einer Whiskyflasche und steckte einen Stofffetzen in die Öffnung. Dann nahm er zwei Himmel das Kind aus dem Arm, gab ihm die Flasche und trug es mit zufriedenem Gesicht weg. Zwar Himmel wollte ihm folgen, doch der Winnebago stellte sich ihr in den Weg und schlug sie ins Gesicht, bis ihr die Ohren klangen. Das Schiff verließ die Mündung des Bad Axe und bahnte sich einen Weg durch die auf dem Wasser treibenden Saugleichen. Vierzig Meilen flussabwärts legte es in Prairie du Chien an. Dort wurden zwei Himmel, große Frau und drei andere Saugmädchen, Rauchfrau, Mond und gelber Vogel, von Bord geholt und auf einen Pferdekarren verfrachtet. Mond war jünger als zwei Himmel. Die beiden anderen waren älter, aber nicht so alt wie große Frau. Zwei Himmel wusste nicht, was aus den anderen Sauggefangenen wurde, und ihren Bruder, der Land besitzt, sah sie nie wieder. Der Karren kam zu einem Armeeposten, fuhr Crawford, wie sie später erfahren sollten, blieb dort aber nicht, sondern brachte die fünf Saugmädchen zu einem weißen Farmhaus mit Nebengebäuden und Zäunen, das drei Meilen hinter dem Vor lag. Zwei Himmel sah gepflügte und bepflanzte Felder, verschiedene Arten weidender Tiere und Geflügel. Im Inneren des Hauses wagte sie kaum zu atmen, denn die Luft war geschwängert mit dem fremden Geruch von scharfer Seife und Möbelpolitur, dem Geruch bleichgesichtiger Scheinheiligkeit, den sie ihr ganzes späteres Leben lang verabscheuen sollte. In der evangelischen Schule musste sie ihn vier Jahre lang ertragen. Die Schule wurde geleitet von Reverend Edward Bronson und Miss Eva, einem Geschwisterpaar mittleren Alters. Neun Jahre zuvor waren sie unter der Schirmherrschaft der Missionary Society for New York City aufgebrochen, um die Wildnis zu erkunden und die heidnischen Indianer zu Jesus zu bekehren. Die Schule hatten sie mit zwei Winnebago-Mädchen eröffnet, von denen das eine schwachsinnig war. Für die Bronsons war es unverständlich, dass die indianischen Frauen sich trotz wiederholter Einladungen weigerten, zu ihnen zu kommen, auf ihren Feldern zu arbeiten, die Tiere zu hüten, ihre Häuser zu tünchen und zu streichen und die Hausarbeit zu erledigen. Nur der Unterstützung der Behörden und des Militärs hatten sie es zu verdanken, dass die Schule wuchs, bis sie, nach der Ankunft der fünf Saugs, einundzwanzig mürrische, aber gehorsame Schülerinnen hatten, die sich um eine der am besten in Schuss gehaltenen Farmen der Gegend kümmerten. Mr. Edward, lang, dürr und mit einer sommersprossigen Glatze, unterrichtete die Mädchen in Landwirtschaft und Religion, während Miss Eva, die korpulent war und einen Blick wie Eis hatte, ihnen beibrachte, wie Böden geschrubbt und Möbel poliert wurden, bis sie den Erwartungen der Bleichgesichter entsprachen. Der Lehrplan der Schülerinnen bestand in Hausarbeit und unaufhörlicher schwerer Farmarbeit, im Englischlernen und Vergessen der eigenen Sprache und Kultur sowie im Beten zu fremden Göttern. Miss Eva, die immer kalt lächelte, bestrafte Vergehen wie Trägheit und Frechheit oder den Gebrauch eines indianischen Wortes mit geschmeidigen Gärten, die sie vom René Clodenbaum der Farm schnitt. Die anderen Schülerinnen waren Winnebagos, Chippewas, Illinois, Kekapus, Irokesen und Potawatamis. Sie alle betrachteten die Neuankömmlinge feindselig. Doch die Saugs hatten keine Angst vor ihnen. Sie waren gemeinsam eingetroffen und bildeten den stärksten Stammesanteil, obwohl das System, das in diesem Institut herrschte, diesen Vorteil zu annullieren suchte. Das Erste, was die Mädchen aufgeben mussten, war ihr indianischer Name. Die Bronsons erachteten nur sechs biblische Namen für würdig, in einer bekehrten Frömmigkeit zu erwecken. Rachel, Ruth, Mary, Martha, Sarah und Anna. Da diese beschränkte Auswahl bedeutete, dass mehrere Mädchen den gleichen Namen trugen, erhielt jede Schülerin, um Verwechslungen zu vermeiden, eine zum Namen gehörende Nummer, die erst wieder frei wurde, wenn die Trägerin die Schule verließ. So wurde aus Mond Rachel 3, aus große Frau Mary 4, aus gelber Vogel Rachel 2 und aus Rauchfrau Martha 3. Zwei Himmel erhielt den Namen Sarah 2. Die Anpassung war nicht schwer. Die ersten englischen Worte, die sie lernten, waren Bitte und Danke. Bei den Mahlzeiten wurden alle Speisen und Getränke nur einmal mit ihrem englischen Namen genannt. Von da an musste, wer nicht auf Englisch um dies oder jenes bitten konnte, hungrig vom Tisch aufstehen. Die Saugmädchen lernten die neue Sprache schnell. Die täglichen zwei Mahlzeiten bestanden aus Maisbrei, Maisbrot und püriertem Wurzelgemüse. Wenn, selten genug, Fleisch auf den Tisch kam, war es Rückenspeck oder Kleinwild. Kinder, die schon einmal vor dem Hungertod gestanden haben, essen immer mit großem Appetit. Und so nahmen die Mädchen trotz der schweren Arbeit an Gewicht zu. Die Stumpfheit verschwand großer Frau aus den Augen, aber sie war diejenige unter den Fünfen, die sich am ehesten vergaß und die Sprache ihres Stammes benutzte, weshalb sie am häufigsten geschlagen wurde. Im zweiten Monat an der Schule hörte Miss Eva große Frau in der Saugsprache flüstern, und sie peitschte das Mädchen unter Mr. Edwards Augen aus. In dieser Nacht kam Mr. Edward in die dunkle Speicherkammer, die als Schlafraum diente, und sagte flüsternd, er habe eine Salbe, die er Mary vier auf die schmerzenden Striemen auf dem Rücken schmieren wolle. Dann führte er große Frau aus dem Schlafraum. Tags darauf erhielt große Frau von Mr. Edward eine Tüte mit Maisbrot, die sie mit den anderen Saugs teilte. Danach kam er häufig nachts in den Schlafraum, um große Frau zu holen, und die Mädchen gewöhnten sich an die Extrarationen. Es dauerte nicht lange, und bei große Frau begannen die im morgendlichen Übelkeitsanfälle. Sie und zwei Himmel wussten, dass sie schwanger war, noch bevor man es an ihrem Bauch sah. Wenige Wochen später spannte Mr. Edward das Pferd vor den Wagen, und Miss Eva fuhr mit große Frau davon. Als sie alleine wieder zurückkam, berichtete sie zwei Himmel, ihre Schwester sei gesegnet. Von jetzt an, sagte Miss Eva, werde Mary vier auf einer gutchristlichen Farm auf der anderen Seite von Fort Crawford arbeiten. Zwei Himmel sah große Frau nie wieder. So oft zwei Himmel sicher war, dass niemand sie belauschte, redete sie mit den anderen Saugs in der Stammessprache. Wenn sie Kartoffelkäfer absammelten, erzählte sie ihnen die Geschichten, die ihre Mutter ihr erzählt hatte. Wenn sie die Rübenfelder jäteten, sangen sie die Lieder des Saugs. Beim Holzhacken erzählte sie von Saug Enuk und dem Winterlager und brachte so die Tänze und Feste, die Toten und die lebendigen Stammesbrüder in Erinnerung. Wenn die anderen nicht in ihrer eigenen Sprache antworteten, drohte sie ihnen, sie schlimmer zu schlagen als Miss Eva. Obwohl zwei der Saugmädchen älter und größer waren als sie, widersprach ihr keines, und so behielten sie ihre alte Sprache. Sie waren bereits fast drei Jahre auf der Farm, als ein Sioux-Mädchen als neue Schülerin dazukam. Flatternder Flügel war älter als große Frau. Sie stammte aus dem Clan der Wawa Shaw, und nachts verhöhnte sie die Saugs mit Geschichten, wie während des Massakers an der Mündung des Bad Ex, ihr Vater und ihre Brüder am Ufer des Masesebobi gelauert und jeden ihrer Saugfeinde, dem die Flucht über den Fluss gelungen war, getötet und skalpiert hatten. Flatternder Flügel wurde Mary fünf, und Mr. Edward fand sehr schnell Gefallen an ihr. Zwei Himmel träumte davon, sie zu töten, doch dann erwies sich Flatternder Flügels Anwesenheit als Chance, denn nach wenigen Monaten wurde auch sie schwanger. Vielleicht war Mary ein fruchtbarer Name. Zwei Himmel sah zu, wie flatternder Flügels Bauch wuchs und schmiedete ihre Pläne. An einem stillen, heißen Sommertag fuhr Miss Eva mit flatternder Flügel davon. Mr. Edward war auf sich allein gestellt und konnte nicht alle im Auge behalten. Sobald die Frau verschwunden war, warf Zwei Himmel die Hacke, mit der sie im Rübenfeld gearbeitet hatte, weg und schlich sich hinter den Stall. Sie schichtete an der trockenen Bretterwand harzreiche Kiefernspäne auf und entzündete sie mit den Schwefelhölzern, die sie gestohlen und für diesen Augenblick aufbewahrt hatte. Als das Feuer bemerkt wurde, stand der Stall schon in hellen Flammen. Wie ein verrückter schreiend und glotzend kam Mr. Edward aus dem Kartoffelfeld gelaufen und befahl den Mädchen, eine Löschkette zu bilden. Zwei Himmel blieb in der ganzen Aufregung ruhig und gelassen. Sie rief Mond, gelber Vogel und Rauchfrau zu sich. Dann schnappte sie sich eine von Miss Evas Reniklodengärten, trieb damit das große Mastschwein aus dem tiefen, schwarzen Schlamm seines Stalles in Miss Evas geschrubbtes, poliertes, fromm riechendes Haus und schloss die Tür. Nachdem dies erledigt war, führte sie die anderen weg von diesem verhassten Ort der Mukamonic in den Wald. Sie vermieden alle Straßen und blieben im Wald, bis sie den Fluss erreicht hatten. Am Ufer hatte sich ein Eichenstamm verfangen und die vier Mädchen zerrten ihn los. Das warme Wasser bag die Gebeine und die Geister ihrer Lieben und umfing die Mädchen, die sich, an den Stamm geklammert, vom Masi Sibowi nach Süden tragen ließen. Als es dunkel wurde, verließen sie den Fluss. In dieser Nacht schliefen sie hungrig im Wald. Am nächsten Morgen entdeckten sie bei der Bärensuche ein verborgenes Sioux-Kanu. Sie stahlen es ohne Bedenken und hofften, es möge einem Verwandten von flatternder Flügel gehören. Es war schon später Nachmittag, als sie nach einer Biegung im Fluss plötzlich Prophetstown vor sich sahen. Am Ufer säuberte ein Indianer Fische. Als sie sahen, dass es ein Mesquaki war, lachten sie erleichtert auf und steuerten das Kanu in seine Richtung. Weiße Wolke war nach Prophetstown zurückgekehrt, sobald ihm das nach dem Krieg möglich war. Die bleichgesichtigen Soldaten hatten auch sein Langhaus niedergebrannt, aber er baute sich ein neues Hedonosote. Als sich die Nachricht von der Rückkehr des Schamanen verbreitete, kamen wieder Familien aus verschiedenen Stämmen zu ihm und bauten ihre Hütten in Prophetstown, um in seiner Nähe leben zu können. Unter seinen Schülern zollte er den vier Mädchen, die den Weißen entflohen waren und sich zu ihm durchgeschlagen hatten, besondere Aufmerksamkeit. Tagelang beobachtete er sie, während sie in seiner Hütte ruhten und aßen, und er bemerkte dabei, dass drei von ihnen sich in allen Dingen nach der vierten richteten. Er befragte diese drei ausführlich, und jede schwärmte ihm von zwei Himmel vor. Immer von zwei Himmel. Er begann sie mit wachsender Hoffnung zu betrachten. Schließlich holte er zwei Ponys von seiner Koppel und befahl zwei Himmel mit ihm zu kommen. Fast einen ganzen Tag lang ritt sie hinter ihm her, bis der Boden anzusteigen begann. Alle Berge sind geheiligt, aber im Flachland ist sogar ein Hügel ein heiliger Ort. Auf der bewaldeten Erhebung, die sie erreicht hatten, führte er sie zu einer Lichtung. Der Moschusduft von Bären hing in der Luft, auf dem Boden lagen Tierknochen verstreut und die Aschereste erloschener Feuer. Als sie abgestiegen waren, nahm Weiße Wolke die Decke von seiner Schulter und befahl zwei Himmel, die Kleider auszuziehen und sich auf die Decke zu legen. Sie wagte nicht, sich zu weigern, obwohl sie sicher war, dass der alte Schamane sie missbrauchen wollte. Aber als Weiße Wolke sie berührte, tat er es nicht mit der Hand eines Liebhabers. Er untersuchte sie nur, um festzustellen, ob sie noch Jungfrau war. Bei Sonnenuntergang gingen sie in den Wald und er stellte drei Fallen auf. Dann entzündete er auf der Lichtung ein Feuer und blieb singend davor sitzen, während sie sich auf die Erde legte und schlief. Als sie morgens aufwachte, kauerte er vor einem in einer der Fallen gefangenen Hasen und schnitt ihm den Bauch auf. Zwei Himmel war hungrig, doch er machte keine Anstalten, den Hasen zuzubereiten. Stattdessen tastete er in den Eingeweiden herum und untersuchte sie noch ausführlicher als am Abend zuvor den Körper des Mädchens. Schließlich brummte er zufrieden und sah sie argwöhnisch und zugleich staunend an. Nachdem Weiße Wolke und Schwarzer Falke von dem Massaker am Bad Axe erfahren hatten, waren sie mutlos geworden. Sie wollten nicht, dass unter ihrer Führung noch mehr Socks starben und stellten sich deshalb freiwillig dem Indianer Bevollmächtigten in Prairie du Chien. In Fort Crawford wurden sie einem jungen Army-Lieutenant namens Jefferson Davis übergeben, der die beiden Gefangenen den Mississippi hinab nach St. Louis brachte. Den ganzen Winter über waren sie in eine Baracke eingesperrt, wo sie die Demütigung von Kette und Eisenkugel über sich ergehen lassen mussten. Im Frühjahr wollte der große Vater in Washington seinen Bleichgesichtern zeigen, wie vollständig ihre Armee den Stamm besiegt hatte, und er befahl deshalb, die beiden Gefangenen in verschiedene amerikanische Städte zu bringen. Zum ersten Mal sahen sie Eisenbahnen, und sie fuhren dann mit nach Washington, New York, Albany und Detroit. Und überall liefen die Massen zusammen wie Büffelherden, um diese Kuriositäten anzustarren, die geschlagenen Indianer-Häuptlinge. Weiße Wolke sah riesige Siedlungen, großartige Gebäude und furchteinflößende Maschinen, dazu unzählige Amerikaner. Als man ihm dann erlaubte, nach Prophetstown zurückzukehren, musste er sich die bittere Wahrheit eingestehen. Die Mukamonic ließen sich nie mehr vom Land der Sauks vertreiben. Die Indianer würden immer weiter zurückgedrängt werden, weg vom guten Farmland und von den reichen Jagdgründen. Seine Kinder, die Sauks, die Mesquakis und die Winnebagos, mussten sich an eine grausame Welt gewöhnen, die vom weißen Mann dominiert wurde. Das Problem war nun nicht mehr, wie man die Weißen am besten davon jagte. Der Schamane dachte vielmehr über die Frage nach, wie sein Volk sich, um zu überleben, verändern könnte, ohne seine Manitus und seine Medizin aufzugeben. Er war alt und würde bald sterben. Und so hatte er begonnen, sich nach jemandem umzusehen, an dem er das weitergeben könnte, was er war, nach einem Gefäß, in das er die Seele der Alonquin-Stämme gießen konnte. Doch er fand niemanden, bis dieses Mädchen kam. All das erklärte er zwei Himmel, während sie an dem geheiligten Ort auf dem Hügel saßen und er die günstigen Vorzeichen im Kadaver des Hasens studierte, der allmählich zu stinken begann. Danach fragte er sie, ob sie es auf sich nehmen werde, dass er eine Medizinfrau aus ihr machte. Zwei Himmel war noch ein Kind. Doch sie wusste schon genug, um es mit der Angst zu bekommen. Es gab so viel, dass sie nicht verstehen konnte, doch sie begriff, was wichtig war. »Ich will es versuchen«, sagte sie flüsternd zu dem Propheten. Weiße Wolke schickte Mond, gelber Vogel und Rauchfrau zu Keokuksauks, aber zwei Himmel blieb in Prophetstown und lebte in seiner Hütte wie eine Lieblingstochter. Er zeigte ihr Blätter und Wurzeln und Rinden und erklärte ihr, welche davon die Seele aus dem Körper lösten und ihr gestatteten, mit den Manitus zu reden, welche man zum Lederfärben verwendete und welche zur Kriegsbemalung taugten, welche getrocknet und welche eingeweicht werden sollten, welche man aufkochen musste und welche als Breiumschlag verwendet wurden, welche in aufwärts- und welche in abwärtsrichtung gestrichen werden mussten, welche die Verdauung anregten und welche sie hemmten, welche fiebersenkend und welche schmerzstillend wirkten, welche heilen und welche töten konnten. Zwei Himmel hörte ihm aufmerksam zu. Als der Prophet sie nach vier Jahreszeiten prüfte, war er zufrieden. Er habe sie jetzt durch das erste Zelt der Weisheit geführt, sagte er. Bevor sie das zweite Zelt der Weisheit durchschritten hatte, erging es ihr zum ersten Mal nach Art der Frauen. Eine der Nichten von weißer Wolke zeigte ihr, was sie tun musste, und von da an verbrachte sie jeden Monat die Tage, an denen ihre Vagina blutete, im Frauenhaus. Der Prophet erklärte ihr, dass sie keine Zeremonie durchführen und keine Kranken oder Verletzten behandeln dürfe, bevor sie sich nicht nach ihrer Monatsblutung im Schwitzhaus gereinigt habe. In den folgenden vier Jahren lernte sie, die Manitus mit Trommeln und Gesängen herbeizurufen, Hunde auf verschiedene zeremonielle Arten zu schlachten und sie für ein rituelles Mal zuzubereiten, sowie mit Sängern und nur summenden Musikern die geheiligten Tänze einzustudieren. Sie lernte, die Zukunft in den Organen eines getöteten Tieres zu lesen. Und sie lernte die Macht der Täuschung, wie man die Krankheit aus einem Körper heraussaugte und sie als kleinen Stein ausspuckte, damit das Opfer sie berühren konnte und sehen, dass sie gebannt war. Sie lernte auch, wie man die Seele eines Sterbenden mit Gesängen in die nächste Welt führte, wenn man die Manitus nicht dazu bringen konnte, ihn überleben zu lassen. Es gab insgesamt sieben Zelte der Weisheit. Im fünften brachte der Prophet ihr bei, ihren eigenen Körper zu beeinflussen, damit sie verstehen lernte, wie die Körper anderer zu beeinflussen waren. Sie lernte, den Durst zu überwinden und lange Zeit ohne Essen auszukommen. Oft tritt weiße Wolke mit ihr eine lange Strecke und kehrte dann alleine mit zwei Pferden nach Prophetstown zurück, sie aber musste den ganzen Weg zu Fuß zurücklegen. Schritt für Schritt brachte er ihr bei, wie sie den Schmerz überwinden konnte, indem sie ihr Bewusstsein an einen weit entfernten, kleinen Ort tief in ihrem Inneren schickte, an dem der Schmerz es nicht mehr erreichen konnte. Gegen Ende dieses Sommers führte er sie wieder zu der geheiligten Lichtung auf dem Hügel. Sie entzündeten ein Feuer, riefen die Manitus mit Gesängen an und stellten wieder Fallen auf. Sie fingen einen dürrenbraunen Hasen, und als sie ihm den Bauch aufschlitzten und in den Organen lasen, erkannte zwei Himmel, dass die Zeichen günstig waren. Als die Dämmerung hereinbrach, befahl ihr weiße Wolke, das Kleid und die Schuhe auszuziehen. Mit seinem britischen Messer durchschnitt er ihre beiden Schultern, bis sich auf jeder Seite ein Fleischriemen abheben ließ, der den Epauletten weißer Offiziere glich. Er zog ein Seil durch diese blutigen Schlitze, warf dann das Seil über einen Ast und zog sie daran hoch, bis sie knapp über dem Erdboden hing, gehalten nur von ihrem blutenden Fleisch. Mit dünnen Eichenstäben, deren Spitzen er im Feuer hatte glühend werden lassen, brannte er ihr die Zeichen der Geister des Stammes und die Symbole der Manitus in beide Brüste. Die halbe Nacht lang versuchte zwei Himmel sich zu befreien. Sie zappelte und warf sich herum, bis schließlich der Fleischriemen an ihrer linken Schulter riss. Bald darauf gab auch der Schlitz an der rechten Schulter nach und sie fiel zu Boden. Da ihr Bewusstsein an dem kleinen, weit entfernten Ort weilte, wo es den Schmerz nicht spürte, war es möglich, dass sie einschlief. Im schwachen Licht des dämmernden Morgens wachte sie auf und hörte das Schnüffeln eines Bären, der auf der gegenüberliegenden Seite auf die Lichtung kam. Das Tier witterte sie nicht, da es sich in Windrichtung bewegte, und es trottete so gemütlich dahin, dass zwei Himmel seine schneeweiße Schnauze erkennen konnte, und auch, dass es ein Weibchen war. Ein zweiter Bär folgte, ein schwarzes, junges Männchen, das sich zur Paarung anschickte, obwohl das Weibchen warnend knurrte. Zwei Himmel sah deutlich seinen riesigen, steifen Koska in einem Busch starrer, grauer Haare, als er hinter dem Weibchen hersprang und versuchte, es zu besiegen. Das Weibchen wirbelte fauchend herum und schnappte nach ihm, und das Männchen floh. Einen Augenblick lang setzte das Weibchen ihm nach, doch dann entdeckte es den toten Hasen, nahm ihn in die Schnauze und machte sich davon. Unter großen Schmerzen stand zwei Himmel schließlich auf. Der Prophet hatte ihre Kleider mitgenommen. Auf der festgetretenen Erde der Lichtung konnte sie keine Bärenspuren erkennen, doch in der feinen Asche des erloschenen Feuers sah sie deutlich eine einzelne Fuchsspur. War in der Nacht ein Fuchs vorbeigekommen und hatte den Hasen mitgenommen? Hatte sie die Bären vielleicht nur geträumt, oder waren es Manitos gewesen? Den ganzen Tag lang wanderte sie. Einmal hörte sie Pferde näher kommen, und sie versteckte sich im Unterholz, bis zwei junge Sue vorbeigeritten waren. Es war noch hell, als sie, von Geistern begleitet, den nackten Körper mit Staub und Blut bedeckt, Prophetstown betrat. Drei Männer unterbrachen ihr Gespräch, als sie vorbeiging, und eine Frau hielt bei Maismalen inne. Zum ersten Mal entdeckte sie Furcht in den Gesichtern, die sie ansahen. Der Prophet selbst wusch sie. Während er ihre zerschundenen Schultern und die Verbrennungen behandelte, fragte er sie, ob sie geträumt habe. Als sie ihm von den Bären erzählte, strahlten seine Augen. Das stärkste Zeichen, murmelte er. Es bedeute, erklärte er ihr, dass die Manitos immer bei ihr sein würden, solange sie nicht mit einem Mann das Lagerteil. Während sie noch darüber nachdachte, eröffnete er ihr, dass sie nun nicht mehr zwei Himmel, noch Sarah zwei sei. In dieser Nacht in Prophetstown war sie Makwa-Ikwa, die Bärenfrau geworden. Wieder hatte der große Vater in Washington die Salks angelogen. Die Armee hatte Keokuk-Sippe versprochen, sie könnten für alle Zeiten auf dem Land der Iowas am Westufer des Masezibowi leben, aber schon bald drangen auch hier weiße Siedler ein. Gegenüber Rock Island wurde eine weitere weiße Stadt gegründet. Sie erhielt den Namen Davenport, zum Andenken an jenen Händler, der den Salks geraten hatte, Salk-Enuk und die Gebeine ihrer Vorfahren zu verlassen und der dann ihr Land von der Regierung gekauft hatte, um sich selbst zu bereichern. Jetzt behauptete die Armee, Keokuk-Sippe schulde der Regierung eine große Menge amerikanischen Geldes und sie müsse deshalb das neue Land im Iowa-Territorium verkaufen und in ein Reservat ziehen, das die Vereinigten Staaten tief im Südwesten, im Territorium der Kansas eingerichtet hatten. Der Prophet schärfte Bärenfrau ein, solange sie lebe, nie dem Wort eines Weißen zu trauen. In diesem Jahr wurde Gelber Vogel von einer Schlange gebissen. Ihr Körper schwoll an und füllte sich mit Wasser und schließlich starb sie. Mond hatte einen Ehemann gefunden, einen Zaug mit dem Namen Der Singend einhergeht, und sie hatte ihm bereits drei Kinder geboren. Rauchfrau heiratete nicht. Sie schlief mit so vielen Männern und war dabei so glücklich, dass die Leute lächelten, wenn sie ihren Namen nannten. Manchmal überkam auch Magua Ikua die fleischliche Lust, doch sie lernte, dieses Verlangen zu beherrschen, wie den Schmerz. Sie bedauerte nur, dass sie keine Kinder hatte. Manchmal dachte sie daran, wie sie sich während des Massakers am Bad Axe mit der Land besitzt, versteckt hatte und wie sich das Saugen ihres kleinen Bruders an ihrer Brustwarze angefühlt hatte. Doch sie fand sich mit ihrem Los ab. Sie lebte in zu engem Kontakt mit den Manitos, um deren Entscheidung, dass sie nie Mutter sein dürfe, infrage zu stellen. Die letzten beiden Zelte der Weisheit waren der schwarzen Magie vorbehalten. Magua Ikua lernte, wie man mit einem Zauberspruch Gesunde krank machen und Schicksalsschläge heraufbeschwören und lenken konnte. Sie lernte die kleinen Kobolde der Hinterlist, die sogenannten Watawinonas kennen, dazu Geister, Hexen und Panguk, den Dämon des Todes. Diesen Geistern durfte man sich erst in den letzten Zelten nähern, denn eine Medizinfrau musste sich vollständig selbst in der Gewalt haben, bevor sie sie anrief, um nicht in Versuchung zu kommen, beim bösen Treiben der Watawinonas mitzumachen. Die schwarze Magie war die höchste Stufe der Verantwortung. Die Watawinonas raubten Magua Ikua ihr Lächeln. Sie wurde blass. Ihr Fleisch schmolz, bis ihre Knochen grob wirkten, und manchmal blieb ihre Monatsblutung aus. Sie sah, dass die Watawinonas auch das Leben aus weiße Wolkeskörper sorgten, denn er wurde immer schwächer und kleiner. Doch er versprach ihr, er werde noch nicht sterben. Tochter der Midewewin Nachdem zwei weitere Jahre verstrichen waren, führte der Prophet sie durch das letzte Zelt. In früheren Tagen hätte man dazu alle weit verstreuten Saugclans zusammengerufen, hätte Rennen und Spiele veranstaltet, Kalumet geraucht und ein Geheimtreffen der Midewewin des Rates der Medizinmänner der Alonquin-Stämme einberufen. Doch diese Zeit war vorüber. Der rote Mann wurde verfolgt und geknechtet. Der Prophet konnte deshalb nur drei alte Männer aufbieten, die als Richter fungieren sollten. Verlorenes Messer von den Mesquakis, unfruchtbares Pferd von den Ojiba und kleine große Schlange von den Menomini. Die Frauen von Prophetstown nähten Makwaikwa ein Kleid aus weißem Hirschkuhleder, und sie trug ihre Itzeriemen und ihre Arm- und Halsbänder, die klirrten, wenn sie sich bewegte. Sie tötete zwei Hunde mit dem Würgestab und überwachte die Reinigung und Zubereitung des Fleisches. Nach dem Festmahl saßen sie und die alten Männer die ganze Nacht lang um das Feuer. Der Rat befragte sie, und sie antwortete ehrerbietig, aber freimütig, als Gleichberechtigte. Sie sang und spielte auf ihrer Wassertrommel, um die Manitus anzurufen und die Geister zu besänftigen. Die alten Männer enthüllten ihr die Mysterien der Midewewin, bewahrten jedoch ihre ganz persönlichen Geheimnisse, wie sie von nun an das ihre bewahren würde. Als der Morgen dämmerte, war sie eine Schamanin geworden. In früheren Zeiten hätte sie das zu einer mächtigen Frau gemacht, doch dem Gebot der Stunde gehorchend half weiße Wolke ihr die Kräuter zu sammeln, die dort, wo sie hingehen würde, nicht wuchsen. Zusammen mit ihren Trommeln und dem Medizinbeutel packten sie die Kräuter auf ein geschecktes Maultier, das der Prophet mit ihr schenkte. Sie verabschiedete sich zum letzten Mal von dem alten Mann und ritt auf seinem zweiten Geschenk, einem grauen Pony, zum entfernten Territorium der Kansas, wo die Sauks jetzt lebten. Das Land, auf dem das Reservat sich befand, war noch flacher als die Ebenen von Illinois. Und trocken. Es gab gerade genug Trinkwasser, doch es musste über eine weite Strecke herbeigeschafft werden. Diesmal hatten die Weißen den Saugs Land gegeben, das eigentlich so fruchtbar war, dass sie alles Mögliche darauf anbauen konnten. Was sie aussäten, spross im Frühjahr auch kräftig, doch schon in den ersten Tagen des Sommers vertrocknete alles und starb ab. Der Wind wirbelte staubhoch, durch den die Sonne wie ein rundes, rotes Auge brannte. Also aßen sie die Nahrung des weißen Mannes, die die Soldaten ihnen brachten. Verdorbenes Rindfleisch, stinkendes Schweinefett, altes Gemüse. Krumen vom Festmahl der Bleichgesichter. Es gab auch keine Hedonosote. Die Saugs lebten in Hütten aus frischgeschlagenem Holz, das sich verzog und schrumpfte, sodass im Winter der Schnee durch die Ritzen hereindrang. Zweimal im Jahr kam ein nervöser kleiner Indianer-Bevollmächtigter mit einigen Soldaten und lud einen Haufen Waren inmitten der Prärie ab. Billige Spiegel, Glasperlen, kaputte Pferdegeschirre aus rissigem Leder mit Glöckchen daran, alte Kleidung, madenzerfressenes Fleisch. Anfangs stürzten sich alle Saugs auf den Stapel, doch dann fragte jemand den Indianer-Bevollmächtigten, warum er diese Sachen bringe, und er antwortete lakonisch, sie seien die Bezahlung für das Saugland, das die Regierung konfisziert hatte. Danach nahmen nur noch die Ärmsten und die von allen Verachteten etwas. Alle sechs Monate wurde der Stapel größer, doch nur, um in Wind und Wetter zu verrotten. Von Makua Ikua hatten sie bereits gehört. Als sie ankamen, empfingen sie sie mit Respekt, aber sie waren kein richtiger Stamm, der noch eine Schamanin brauchte. Die Mutigsten hatten sich Schwarzer Falke angeschlossen und waren von den Weißen getötet worden, oder sie waren verhungert, oder im Masezibowi ertrunken oder den Sioux in die Hände gefallen. Doch es gab immer noch welche im Reservat, die die tapferen Herzen der Saugs früherer Zeiten besaßen. Ihren Mut mussten sie in den Kämpfen mit den in der Region heimischen Stämmen ständig auf die Probe stellen, denn der Wildbestand wurde immer dünner. Die Comanschen, die Kiowas, die Cheyenne und die Osages ärgerten sich über die Jagdkonkurrenz der Stämme aus dem Osten, die die Weißen hierher verfrachtet hatten. Die Weißen aber machten es den Saugs sehr schwer, sich zu verteidigen, denn sie versorgten sie mit Unmengen schlechten Whiskys und nahmen ihnen dafür fast alle Fälle ab, die ihre Fallen einbrachten. Immer mehr Saugs verbrachten ihre Tage im Alkoholrausch. Makua Ikua lebte über ein Jahr im Reservat. In diesem Frühjahr wanderte eine kleine Büffelherde über die Prärie. Mons Gatte, der singend einhergeht, ritt mit den anderen Jägern hinaus und erlegte einige Tiere. Makua Ikua rief einen Büffeltanz aus und unterwies die Summer und Sänger. Die Leute tanzten wieder auf die alte Art, und in den Augen so mancher entdeckte sie ein Leuchten, das sie schon lange nicht mehr gesehen hatte, ein Leuchten, das sie mit Freude erfüllte. Andere spürten es ebenfalls. Nach dem Büffeltanz kam der singend einhergeht zu ihr und sagte, dass einige Saugs das Reservat verlassen und leben wollten, wie ihre Väter gelebt hatten. Sie ließen fragen, ob ihre Schamanen mit ihnen gehen wollen. Sie fragte, der singend einhergeht, wohin sie gingen. Heim, sagte er. So verließen die Jüngsten und Stärksten das Reservat, und sie ging mit ihnen. Im Herbst hatten sie das Land erreicht, das ihren Herzen Freude und gleichzeitig Kummer bereitete. Es war schwer, dem weißen Mann aus dem Weg zu gehen, obwohl sie um jede Siedlung einen großen Bogen machten. Die Jagd brachte wenig ein, und der Winter traf sie unvorbereitet. Weiße Wolke hatte in diesem Sommer das Zeitliche gesegnet, und Prophetstown war verlassen. An Weiße konnte Makua Ikua sich nicht um Hilfe wenden, denn sie wusste noch zu gut, was der Prophet ihr eingeschafft hatte. Nie dürfe sie einem Weißen trauen. Doch dann hatte sie gebetet, und die Manitors hatten ihr Hilfe in der Gestalt eines weißen Arztes, der Cole hieß, geschickt, und trotz der Warnung des Propheten hatte sie den Eindruck gewonnen, er sei ihres Vertrauens würdig. Als er in das Lager der Saugs geritten kam und ihr sagte, dass er jetzt ihre Hilfe brauche, um seine Medizin zu praktizieren, war sie deshalb ohne Zögern bereit, mit ihm zu gehen. Steine Rob J. versuchte, Makua Ikua zu erklären, was ein Blasenstein ist, aber er wusste nicht, ob sie glaubte, dass Sarah Bletzos Krankheit wirklich von einem Blasenstein herrührte. Makua Ikua fragte ihn, ob er die Steine heraussaugen werde, und während der Unterhaltung wurde ihm klar, dass sie einen Taschenspielertrick von ihm erwartete, mit dem er die Patientin Glauben machen wolle, er habe sie von der Ursache ihres Leidens erlöst. Er erklärte ihr wiederholt, dass die Steine wirklich in der Blase der Patientin vorhanden seien und ihr Schmerzen bereiteten, und dass er mit einem Instrument in Sarahs Körper eindringen und die Steine entfernen werde. Ihre Verwirrung wurde nicht geringer, als sie zu seiner Hütte kamen, und er anfing, den Tisch, den Orden ihm gezimmert hatte, und der ihm jetzt als Operationstisch dienen sollte, mit Kernseife und Wasser abzuschrubben. Dann holten sie Sarah Bletzos gemeinsam im Backboard ab. Der kleine Junge, Alex, war bei Alma Schröder, und seine Mutter wartete mit großen Augen im ausgezehrten bleichen Gesicht auf den Arzt. Während der Rückfahrt schwieg Makua Ikua, und Sarah Bletzos hatte es vor Angst, die Sprache verschlagen. Rob J. versuchte, die Situation mit Geplauder zu entspannen, doch mit wenig Erfolg. Vor seiner Hütte angekommen, sprang Makua Ikua Behände vom Wagen. Sie half der weißen Frau mit einer Behutsamkeit, die ihn überraschte, vom Sitz herunter und redete zum ersten Mal. Früher hieß ich auch einmal Sarah. Sarah war an Alkohol nicht gewöhnt. Sie hustete, als sie versuchte, die drei Finger hoch Whisky zu schlucken, die er ergab, und den zusätzlichen Schluck, den er in die Tasse goss, hätte sie beinahe wieder hochgewirkt. Er wollte, dass sie benommen und schmerzunempfindlich war, aber noch fähig zur Mitarbeit. Während sie warteten, bis der Whisky seine Wirkung zeigte, stellte er um den Tisch herum Kerzen auf und zündete sie trotz der sommerlichen Hitze an, denn das Tageslicht in der Hütte war nur schwach. Als sie Sarah auszogen, sah er, dass ihr Körper rot geschrubbt war. Ihre Hinterbacken waren klein wie die eines Kindes, und die bläulichen Schenkel so dünn, dass sie beinahe konkav wirkten. Sie verzog das Gesicht, als er einen Katheter einführte und ihre Blase mit Wasser füllte. Er zeigte Makua Ikua, wie sie Sarahs Knie halten musste, und fettete dann den Lito-Tripta mit sauberem Schmalz ein, wobei er darauf achtete, nichts auf die kleine Zange zu bekommen, mit der er die Steine würde packen müssen. Die Frau keuchte auf, als er das Instrument in ihre Harnröhre einführte. Ich weiß, dass es wehtut, Sarah. Das Einführen ist sehr schmerzhaft, aber … So, jetzt wird's gleich besser. Sie waren starke Schmerzen gewöhnt, und ihr Stöhnen wurde schwächer, aber er war trotzdem besorgt. Es war einige Jahre her, seit er das letzte Mal nach Steinen getastet hatte, und damals war es unter den aufmerksamen Augen eines Mannes geschehen, der zweifellos zu den besten Chirurgen der Welt gehörte. Am Tag zuvor hatte er stundenlang mit dem Lito-Tripta geübt, hatte Rosinen und Nüsse in eine Schüssel mit Wasser gelegt und versucht, sie mit der Zange zu packen und die Schalen der Nüsse zu knacken. Aber das war natürlich etwas ganz anderes, als in der verletzlichen Blase eines lebenden Wesens herumzustochen, denn er wusste, wenn er nur einmal unvorsichtig zustieß oder statt eines Steins ein Gewebefältchen zwischen die Backen seiner Zange bekam, würde ein Riss entstehen, der eine schreckliche Infektion und einen qualvollen Tod verursachen könnte. Da ihm seine Augen nichts nützten, schloss er sie und bewegte den Lito-Tripta langsam und vorsichtig. Sein ganzes Wesen verschmolz mit dem Nerv, der das Instrument führte. Die Spitze stieß auf etwas. Er öffnete die Augen und betrachtete Bauch und Unterleib der Frau, als könnte er durch das Fleisch sehen. Magua Equa beobachtete seine Hände und sein Gesicht und ließ sich nicht das Geringste entgehen. Er verscheuchte eine Fliege und konzentrierte sich dann nur noch auf seine Aufgabe, die Patientin vor sich und den Lito-Tripta in seiner Hand. Der Stein, mein Gott, der spürte sofort, wie groß er war. Etwas so groß wie sein Daumennagel, schätzte er, während er den Lito-Tripta mit äußerster Vorsicht handhabte. Um festzustellen, ob der Stein sich bewegen ließ, umschloss er ihn fest mit den Backen der Zange, doch als er nur ganz sanft an dem Instrument zog, öffnete die Frau auf dem Tisch den Mund und schrie auf. »Ich habe den größten Stein«, sagte er ruhig, »aber er ist zu groß, um ihn in einem Stück herauszubekommen. Ich versuche ihn deshalb zu zerbrechen.« Noch während er sprach, bewegten sich seine Finger zu der Schraubenmutter am Ende des Instruments. Es war, als würde jede Umdrehung der Schraube auch die Spannung in ihm erhöhen, denn er wusste, wenn der Stein nicht zerbrach, stand es schlecht um die Frau. Doch er hatte Glück, und nach einigen weiteren Umdrehungen war ein dumpfes Knirschen zu hören, ein Geräusch, als zertrete jemand eine Tonscherbe unter dem Stiefelabsatz. Der Stein zerbrach in drei Teile. Obwohl er sehr behutsam vorging, tate er Sarah Bledsoe weh, als er den ersten entfernte. Magua Ikua benetzte ein Tuch und wischte der Patientin den Schweiß vom Gesicht. Rob J. griff nach Sarahs geballter Faust, öffnete die Finger und legte ihr das Bruchstück des Steins in die weiße Hand. Es war ein hässliches Ding, braun und schwarz. Das eine Fragment war glatt und eiförmig, doch die beiden anderen waren unregelmäßig geformt, mit nadelfeinen Spitzen und scharfen Kanten. Als Sarah schließlich alle drei Stücke in der Hand hielt, führte er wieder einen Katheter ein und spülte die Blase. Sie schiet eine große Menge Kristalle aus, die sich beim Brechen vom Stein gelöst hatten. Sarah Bledsoe war erschöpft. Das reicht jetzt, sagte er. Sie haben noch einen Stein in der Blase, aber der ist nur klein und dürfte leicht zu entfernen sein. Den holen wir ein andermal. Innerhalb einer Stunde begann sie vor Fieber zu glühen, was die Folge fast jedes chirurgischen Eingriffs ist. Sie flößten ihr Flüssigkeit ein, unter anderem auch Magua Iquas sehr wirkungsvollen Weidenrindentee. Am nächsten Morgen war Sarah immer noch leicht fiebrig, doch so kräftig, dass sie sie nach Hause bringen konnten. Rob J. wusste, wie wund und entzündet sie war, doch sie ließ die holprige Fahrt klaglos über sich ergehen. Das Fieber war noch nicht ganz aus ihren Augen verschonten, es war aber auch ein neues Leuchten in ihnen, das er als Hoffnung erkannte. Ein paar Tage später lud Nick Holden ihn aufs Neue zur Geißenjagd ein, doch Rob J. nahm nur widerwillig an. Diesmal fuhren sie mit einem Schifffluss aufwärts nach Dexter, wo in einer Taverne die Lassalle-Schwestern auf sie warteten. Nick nahm sich die jüngere, attraktivere Polly, und Rob J. musste sich mit Lydia begnügen, einer ältlichen Frau mit verbittertem Blick und einer Oberlippe, auf der auch eine dicke Schicht Reispuder den dunklen Schnurrbart nicht verbergen konnte. Lydia zeigte deutlich ihre Verärgerung, als Rob J. auf Kernseife, Wasser und den Gebrauch von Old Horny bestand, aber sie erledigte ihren Teil der Transaktion mit professioneller Schnelligkeit. In dieser Nacht lag er neben ihr in einem Zimmer, in dem noch schwach die Dünste früherer bezahlter Leidenschaften hingen und fragte sich, was er hier eigentlich tat. Aus dem angrenzenden Zimmer kamen wütende Stimmen, das heisere Schrein einer Frau und hässliche, aber unverkennbare Schlaggeräusche. »Mein Gott«, Rob J. hämmerte gegen die dünne Wand. »Nick, ist alles in Ordnung?« »Alles bestens. Verdammt, Cole, jetzt schlafen Sie doch endlich. Oder tun Sie, was Sie wollen. Haben Sie verstanden?« rief Holden zurück, und seine Stimme war belegt vom Whisky und vor Verärgerung. Beim Frühstück am nächsten Morgen hatte Polly eine rote Schwellung auf der linken Gesichtshälfte. Nick musste ihr die Schläge gut bezahlt haben, denn ihre Stimme klang beim Abschied trotzdem freundlich. Auf der Rückfahrt ließ sich eine Erwähnung des Vorfalls nicht vermeiden. Nick legte Rob J. die Hand auf den Arm. »Manchmal wollen's die Frauen ein bisschen brutal.« »Das wissen Sie doch, oder? Die lächzen richtig danach. Das bringt Sie erst in Schwung.« Rob betrachtete ihn schweigend, und er wusste plötzlich, dass das seine letzte Geißenjagd gewesen war. Einen Augenblick später nahm Nick die Hand von Rob's Arm und begann, ihm von der bevorstehenden Wahl zu erzählen. Er hatte beschlossen, sich um ein Staatsamt zu bewerben und wollte sich zum Vertreter ihres Distrikts in der Legislative wählen lassen. Es wäre sehr hilfreich, sagte er an Ernstes, wenn Doc Cole bei seinen Hausbesuchen die Leute auffordere, seinen guten Freund zu wählen. Eine Veränderung Zwei Wochen nach der Entfernung des großen Steins wollte Rob J. Sarah Blatzer von dem kleineren Stein in ihrer Blase befreien, doch sie sträubte sich. In den ersten Tagen nach dem Eingriff hatte sie noch mehrmals mit dem Urinkristaller ausgeschieden, manchmal unter Schmerzen. Doch seit die letzten Reste des zertrümmerten Steins ihre Blase verlassen hatten, war sie symptomfrei. Zum ersten Mal seit dem Beginn ihrer Krankheit hatte sie keine lähmenden Schmerzen mehr, und ohne diese Krämpfe gewann sie auch die Kontrolle über ihren Körper zurück. Sie haben noch immer einen Stein in ihrer Blase, erinnerte er sie. Ich will ihn nicht entfernen lassen. Er tut nicht weh. Sie sah ihn trotzig an, senkte dann aber den Blick. Ich habe jetzt mehr Angst als beim ersten Mal. Ihm fiel auf, dass sie bereits besser aussah. Ihrem Gesicht war zwar das lange Leiden noch immer anzusehen, doch sie hatte etwas mehr Fleisch auf die Wangen bekommen und wirkte nicht mehr so abgezehrt. Der große Stein, den wir entfernt haben, war früher auch ein kleiner. Sie wachsen, Sarah, sagte er sanft. Also stimmte sie zu. Wieder saß Magua Equa bei ihr, während er den kleinen Stein, der nur etwa ein Viertel so groß war wie der andere aus ihrer Blase entfernte. Sie hatte kaum Schmerzen, und danach überkam sie ein Gefühl des Triumphes. Doch als diesmal nach der Operation das Fieber einsetzte, begann ihr Körper zu glühen. Er erkannte sehr früh die drohende Gefahr und verfluchte sich, weil er ihr den falschen Rat gegeben hatte. Noch vor Einbruch der Nacht bestätigte sich Sarahs angstvolle Vorahnung. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit hatte der kleinere Eingriff zu einer massiven Infektion geführt. Vier Nächte und fünf Tage lang hielten er und Magua Equa wacher an Sarahs Bett, während in ihrem Körper ein verzweifelter Kampf wütete. Wenn Rob ihre Hände in die Seinen nahm, spürte er das Schwinden ihrer Lebenskraft. Manchmal schien Magua Equa etwas anzustarren, das gar nicht da war. Sie sang dann in ihrer Sprache und erklärte Rob J. sie bitte, Panguk, den Dämon des Todes, diese Frau zu verschonen. Viel mehr konnten sie nicht tun für Sarah, außer sie mit feuchten Tüchern zu waschen, ihr Flüssigkeit einzuflößen und ihre gesprungenen Lippen mit Fett einzureiben. Eine Zeit lang wurde sie immer schwächer. Doch am fünften Morgen, war es Panguk oder ihr eigener Geist oder vielleicht der Weidenrindentee, begann sie zu schwitzen. Ihre Nachthemden waren schneller durchnässt, als sie sie wechseln konnten. Nach einigen Stunden fiel sie in einen tiefen, erholsamen Schlaf und als Rob J. am Nachmittag Sarahs Stirn berührte, fühlte sie sich beinahe so kühl an wie seine eigene. Magua Equas Gesichtsausdruck veränderte sich kaum, doch inzwischen kannte er sie, und er glaubte zu erkennen, dass sie sich über seinen Vorschlag freute, auch wenn sie ihn zunächst nicht ernst nahm. »Mit dir arbeiten? Die ganze Zeit?« Er nickte. Es schien ihm durchaus sinnvoll zu sein. Er hatte gesehen, dass sie wusste, wie ein Patient zu behandeln war, und sie hatte prompt getan, was er bei der Operation jeweils verlangte. »Die Zusammenarbeit könne für beide von Vorteil sein«, sagte er ihr. »Du kannst etwas von meiner Art der Medizin lernen, und mir kannst du so vieles beibringen über Pflanzen und Kräuter, wo sie helfen und wie man sie anwendet.« Zum ersten Mal sprachen sie im Backbord darüber, nachdem sie Sarah heimgebracht hatten. Doch er drängte sie nicht. Er sagte nichts mehr und ließ sie darüber nachdenken. Ein paar Tage später besuchte er das Sauglager, und sie unterhielten sich bei einer Schüssel Haseneintopf noch einmal darüber. Am wenigsten gefiel er an seinem Angebot, dass er darauf bestand, sie müsse in der Nähe seiner Hütte leben, damit er sie in einem Notfall schnell erreichen könne. »Ich muss bei meinen Leuten sein.« Über den Saugclan hatte er bereits nachgedacht. »Früher oder später beanspruchen die Weisen jedes Fleckchen Land, auf dem ihr euer Dorf oder euer Winterlager aufschlagen wollt. Es wird keinen Platz mehr für euch geben, außer in dem Reservat, aus dem ihr weggelaufen seid.« Sie müssten lernen, sagte er, in der veränderten Welt zu leben. »Ich brauche Hilfe auf meiner Farm. Orden Kimball schafft es nicht mehr alleine. Ein Paar wie Mond und der singend einhergeht, könnte ich gut gebrauchen. Ihr könntet euch auf meinem Grundhütten bauen. Ich würde euch mit Dollars und Erzeugnissen der Farm bezahlen. Wenn es funktioniert, gibt es vielleicht auch auf anderen Farmen Arbeit für Saugs. Und wenn ihr genug Geld verdient und spart, könnt ihr euch vielleicht früher oder später Land kaufen, wie es bei den Weisen Brauch und Gesetz ist, und das kann euch dann niemand mehr wegnehmen.« Sie sah ihn an. »Ich weiß, es verletzt euch, dass ihr euer ureigenes Land zurückkaufen müsst. Die weißen Männer haben euch belogen und betrogen und viele von euch getötet. Aber auch rote Männer haben einander angelogen und sich bestohlen. Und die verschiedenen Stämme haben sich untereinander bekriegt und einander getötet. Das hast du mir selber erzählt. Die Hautfarbe ist gleichgültig. Alle möglichen Leute können Schweinehunde sein, aber nicht jeder ist ein Schweinehund. Zwei Tage später kamen Makua Ikua, Mond und der singend einhergeht, nebst deren zwei Kindern auf sein Land geritten. Sie bauten sich ein Hedonosoté mit zwei Rauchabzügen, ein einziges Langhaus, das die Schamanen mit der Saugfamilie teilen wollte und das groß genug war, um auch das dritte Kind zu beherbergen, das bereits in Monds Bauch wuchs. Sie errichteten es am Flussufer, etwa eine Viertelmeile Fluss abwärts von Rob J.'s Hütte. Daneben bauten sie ein Schwitzhaus und ein Frauenhaus für die Zeiten der Menstruation. Orden Kimball stolzierte tief gekränkt umher. »Hier gibt's weiße Männer, die Arbeit suchen«, sagte er eisig zu Rob J. »Weiße Männer. Sie haben wohl nie daran gedacht, dass ich vielleicht gar nicht mit diesen verdammten Indianern arbeiten will, hm?« »Nein«, erwiderte Rob J. »Das habe ich nicht. Ich habe mir gedacht, wenn sie einen guten weißen Arbeiter gefunden hätten, wären sie längst zu mir gekommen. Ich kenne diese Leute inzwischen gut. Sie taugen wirklich viel. Ich weiß, Orden, dass sie ohne Schwierigkeiten bei mir kündigen können. Jeder, der sie nicht einstellt, wäre ein Trottel. Ich will nicht, dass dergleichen passiert, weil ich keinen besseren Mann als sie für diese Farm finde. Also hoffe ich, dass sie bleiben.« Orden starrte ihn verwirrt an. Das Lob schmeichelte ihm, aber die unmissverständliche Botschaft verletzte ihn auch. Schließlich drehte er sich um und begann, Zaunpfosten auf den Backbord zu laden. Die Sache wendete sich schließlich zum Guten, weil, der singend einhergeht, mit seiner beeindruckenden Kraft und Größe und seinem freundlichen Wesen einen großartigen Knecht abgab. Mond hatte in der evangelischen Schule gelernt, für Weiße zu kochen. Für die beiden alleinstehenden Männer war es ein Leckerbissen, wenn sie heiße Waffeln oder Pasteten und regelmäßig schmackhaftes Essen vorgesetzt bekamen. Schon nach einer Woche war offensichtlich, dass die Saugs ein Teil der Farm werden würden, auch wenn Orden distanziert blieb und seine Niederlage nie zugeben wollte. Eine kleine Rebellion erlebte Rob J. auch unter seinen Patienten. Nick Holden warnte ihn bei einer Tasse Sidre. »Ein paar Siedler fangen an, sie Injun-Cole zu nennen. Indianer-Cole. Sie sagen, sie seien ein Indianer-Freund. Und dass sie selber ein bisschen Saugblut in den Adern hätten.« Rob J. lächelte, denn die Vorstellung gefiel ihm. »Ich will Ihnen mal was sagen. Wenn sich jemand bei Ihnen über den Doktor beschwert, geben Sie ihm doch einen dieser Handzettel, die Sie so gerne austeilen, einen, auf dem steht, wie glücklich der Ort ist, einen Arzt mit Dr. Coles Ausbildung und Erfahrung zu haben. Wenn einer von denen wieder mal krank ist oder sich verletzt, wird er kaum über meine angebliche Herkunft klagen. Oder über die Farbe der Hände meiner Assistentin.« Als er das nächste Mal zu Saras Hütte ritt, um sich von ihrer Genesung zu überzeugen, sah er, dass der Pfad zu ihrer Behausung eingefasst, geebnet und gefegt war. Neu angelegte Beete mit Waldpflanzen schmückten die Vorderfront des kleinen Gebäudes. Im Inneren waren die Wände frisch getüncht und es roch angenehm nach Seife und nach Lavendel, Minze, Salbei und Kerbel, die gebündelt von den Dachsparren hingen. »Alma Schröder hat mir die Kräuter geschenkt,« sagte Sarah. »Jetzt ist es schon zu spät, um meinen Garten anzulegen, aber nächstes Jahr will ich meinen eigenen haben.« Sie zeigte ihm das Gartenstückchen, das zum Teil schon von Unkraut und Strauchwerk befreit war. Die Veränderung der Frau war noch erstaunlicher als die ihres Anwesens. »Sie habe begonnen, täglich selber zu kochen,« erzählte sie, »um nicht mehr von den gelegentlichen heißen Mahlzeiten abhängig zu sein, die die großzügige Alma ihr brachte.« Dank der regelmäßigen und besseren Ernährung war die bleiche Hagerkeit einer anmutigen Weiblichkeit gewichen. Sarah bückte sich, um ein paar grüne Zwiebeln zu ernten, die auf dem Gartenstückchen sprossen, und er betrachtete ihren rosigen Nacken. Bald würde man ihn nicht mehr sehen, denn ihr Haar wuchs nach wie ein gelber Pelz. Einem kleinen, blonden Tier gleich trippelte er Junge hinter ihr her. Auch er war sauber, und Rob J. bemerkte Sarahs Unmut, als sie versuchte, Erdflecken vom Knie des Sohnes wegzuwischen. »Ein Junge macht sich eben immer schmutzig,« sagte er leicht hin. Das Kind sah ihn mit wildem, angsterfülltem Blick an. Er hatte immer etwas Süßes in der Tasche, um sich leichter mit seinen kleinen Patienten anzufreunden, und so nahm er ein Bonbon heraus und wickelte es aus. Fast eine halbe Stunde lang musste er dem kleinen Alex ruhig zureden, bis er nahe genug an ihn heran durfte, um ihm die Süßigkeit geben zu können. Als die kleine Hand schließlich nach dem Bonbon schnappte, hörte Rob J. Sarah erleichtert aufatmen. Er hob den Kopf und sah, dass sie sein Gesicht betrachtete. Sie hatte wunderbare Augen voller Leben. »Ich habe eine Wildpastete gemacht. Wenn Sie mit uns essen wollen?« Er wollte schon höflich ablehnen, doch zwei Gesichter starrten ihn an, der Junge verzückt an dem Bonbon lutschend, die Mutter ernst und erwartungsvoll. Die Gesichter schienen ihm Fragen zu stellen, die er nicht verstehen konnte. »Ich liebe Wildpastete«, sagte er. Sarahs Verehrer Es war medizinisch durchaus vertretbar, dass Rob J. in der nächsten Woche mehrmals auf der Rückfahrt von Hausbesuchen bei Sarah Blatsoe vorbeischaute, denn es war immer nur ein sehr kleiner Umweg, und als ihr Arzt musste er sich überzeugen, dass ihre Genesung gut verlief. Und in der Tat verlief sie prächtig. Über ihre Gesundheit gab es kaum etwas zu bemerken. Er konnte höchstens feststellen, dass aus der Leichenblässe ihrer Haut eine rosa-pfirsichfarbene Tönung geworden war, die ihr sehr gut stand, und dass ihre Augen vor Vitalität und einer faszinierenden Intelligenz funkelten. An einem Nachmittag bot sie ihm Tee und Maisbrot an, in der folgenden Woche hielt er dreimal bei ihrer Hütte, und zweimal nahm er ihre Einladung an, zum Essen zu bleiben. Sie kochte noch besser als Mond, und er konnte nicht genug von ihren Gerichten bekommen, die, wie sie sagte, typisch für Virginia waren. Er wusste, dass ihre Vorräte dürftig waren, also brachte er immer wieder Kleinigkeiten mit, einen Sack Kartoffeln oder einen kleinen Schinken. Eines Morgens erhielt er von einem Farmer, der gerade knapp bei Kasse war, vier frischgeschossene Moorhühner als Anzahlung, und mit diesen Vögeln am Sattel ritt er zur Bledsoe-Hütte. Als er dort ankam, sah er Sarah und Alex auf der Erde sitzen. Neben ihnen grub ein schwitzender, hemdloser Mann mit kräftigen Muskeln und gebräunter Haut gerade den Garten um. Sarah stellte ihn als Samuel Mariam vor, einen Farmer aus Hubball. Mariam war mit einem Karren voller Schweinstungen aus Hubball gekommen, und die Hälfte davon hatte er bereits unter die Gartenerde gegraben. »Es gibt nichts Besseres für das Wachstum«, erklärte er Rob J. fröhlich. Verglichen mit diesem fürstlichen Geschenk einer Wagenladung Scheiße, die noch dazu gleich verarbeitet wurde, waren Rob's kleine Vögel nur ein dürftiges Mitbringsel, doch er händigte sie ihr trotzdem aus, und sie schien aufrichtig dankbar zu sein. Er lehnte höflich ab, als sie ihn einlud, doch mit ihr und Samuel Mariam zu Mittag zu essen, und besuchte stattdessen einmal Schröder, die begeistert von seinen Erfolgen bei der Heilung Sarahs plapperte. »Und wie Sie sehen, hat sie auch schon einen Verehrer.« Mariams Frau war im vergangenen Herbst an Fieber gestorben, und er brauchte möglichst bald eine neue Frau, die sich um seine fünf Kinder kümmerte und ihm bei den Schweinen half. »Eine gute Partie für Sarah«, sagte sie. »Aber hier an der Grenze sind Frauen ja so rar, da hat sie alle Chancen.« Auf dem Heimweg zog es Rob J. noch einmal zur Bladsau-Hütte. Er ritt, bis er vor Sarah stand, blieb aber im Sattel sitzen und sah sie nur an. Sie lächelte ihn an, doch es war ein verwirrtes Lächeln, und er sah, dass Mariam seine Arbeit unterbrach und ihn forschend anstarrte. Rob öffnete den Mund, ohne eigentlich zu wissen, was er sagen wollte. »Sie müssen möglichst viel Arbeit selbst verrichten«, kam schließlich über seine Lippen. »Die körperliche Anstrengung ist für ihre vollständige Genesung notwendig.« Dann tippte er an seinen Hut und ritt übelgelaunt nach Hause. Als er drei Tage später wieder vor der Hütte anhielt, war von dem Verehrer nichts zu sehen. Sarah mühte sich mit einem großen alten Rhabarberstock ab, den sie aufteilen und neu einpflanzen wollte, und erlöste das Problem, indem er den Stock mit der Axt zerhackte. Gemeinsam gruben sie Löcher in den Lehm, pflanzten die Setzlinge ein und bedeckten sie mit warmer Erde, eine Arbeit, die ihm Freude machte und eine Portion Welsragu und ein krug kühles Quellwasser einbrachte. Danach saßen sie am Flussufer und angelten, während Alex im Schatten eines Baumes schlief. Rob J. erzählte ihr von Schottland, und sie sagte ihm, dass sie gerne eine Kirche in der Nachbarschaft hätte, damit ihr Sohn im Glauben erzogen werden könne. »Ich denke jetzt sehr oft an Gott«, erzählte sie. »Als ich noch geglaubt habe, dass ich sterben muss und Alex dann alleine ist, habe ich gebetet. Und er hat sie geschickt.« Nicht ohne eine gewisse Verlegenheit gestand er ihr, dass er nicht an die Existenz Gottes glaube. »Ich glaube, Götter sind eine Erfindung des Menschen, und das war immer so«, sagte er. Er sah das Entsetzen in ihrem Blick und fürchtete schon, sie zu einem Leben der Frömmigkeit auf einer Schweinefarm ermuntert zu haben. Aber sie ging nicht weiter auf die Religion ein, sondern erzählte von ihrem früheren Leben in Virginia, wo ihre Eltern eine Farm besaßen. Ihre großen Augen waren so dunkelblau, dass sie beinahe violett wirkten. Es sprach zwar keine Sentimentalität aus ihrem Blick, doch er erkannte in ihm die Sehnsucht nach dieser einfacheren, wärmeren Zeit. »Pferde«, sagte sie, »ich bin mit Pferden aufgewachsen.« Das bot ihm die Gelegenheit, sie für den folgenden Tag zu einem Ausritt einzuladen, zu einem alten Mann, der in Schwindsucht starb, und sie versuchte gar nicht, ihre Begeisterung über das Angebot zu verbergen und nahm an. Am nächsten Morgen holte er sie auf Margaret Holland und mit Monica Granville am Zügel ab. Alex ließen sie bei Alma Schröder, die vor Freude strahlte, als sie erfuhr, dass Sarah mit dem Doktor ausritt. Es schien ein guter Tag für einen Ausritt. Zur Abwechslung war es einmal nicht zu heiß, und sie nahmen sich Zeit und ließen die Tiere im Schritt gehen. Sarah hatte Brot und Käse in ihre Satteltasche gepackt, und sie picknickten im Schatten einer immergrünen Eiche. Im Haus des lungenkranken Mannes blieb Sarah im Hintergrund, sie horchte nur auf das Rasseln seines Atems und sah zu, wie Rob J. die Hände des Patienten hielt. Er wartete, bis Wasser auf der Feuerstelle heiß geworden war, wusch dann die dürren Glieder und flößte dem alten Löffelweiser einen Betäubungstrunk ein, damit der Schlaf die Wartezeit erleichterte. Sarah hörte, wie er dem mürrischen Sohn und der Schwiegertochter sagte, dass der alte Mann nur noch wenige Stunden zu leben habe. Als sie das Haus verließen, war Sarah bewegt und sprach wenig. Rob, der die Ungezwungenheit des Hinritz wiederherstellen wollte, schlug vor, die Pferde zu tauschen, da sie eine gute Reiterin sei, und mit Margaret Holland bestimmt keine Probleme haben werde. Sie genoss den Ritt auf dem lebhafteren Pferd. Heißen eigentlich die beiden Stuten nach Frauen, die sie gekannt haben? fragte sie, und er musste zugeben, dass das so war. Sie nickte nachdenklich. Trotz seiner Bemühungen verlief der Rückweg recht schweigsam. Bei seinem nächsten Besuch zwei Tage später war schon wieder ein neuer Mann in ihrer Hütte, ein spindeldürrer Hausierer namens Timothy Mead, der die Welt aus traurigen, braunen Augen betrachtete, und er erbietig mit dem Doktor sprach, als er ihm vorgestellt wurde. Mead schenkte Sarah vier Rollen verschiedenfarbiges Garn. Rob J. holte einen Dorn aus Alex nacktem Fuß, wobei ihm auffiel, dass der Sommer zu Ende ging, der Junge aber keine ordentlichen Schuhe hatte. Der nahm deshalb an dessen Füßen Maß, und bei seinem nächsten Abstecher nach Rock Island ging er zum Schuhmacher und bestellte ein paar Kinderstiefel. Es war ihm ein großes Vergnügen, das für sie tun zu können. Als er die kleinen Stiefel zwei Wochen später ablieferte, sah er, dass das Geschenk Sarah verlegen machte. Sie war immer noch ein Rätsel für ihn, und er wusste nicht, ob sie dankbar war oder verärgert. An dem Vormittag, nachdem Nick Holden in die Legislative gewählt worden war, kam er auf die Lichtung vor Rob J.'s Hütte geritten. In zwei Tagen würde er nach Springfield reiten und Gesetze machen, die dem Gedeih von Holdens Crossing förderlich seien. Holden spuckte großspurig aus und brachte das Gespräch auf die inzwischen allgemein bekannte Tatsache, dass der Doktor mit der Witwe Bledsoe ausritt. »Da gibt's gewisse Dinge, die Sie wissen sollten, Doktor.« Rob sah ihn an. »Na, das Kind. Ihr Sohn. Sie wissen doch, dass es ein Kind der Liebe ist. Es wurde fast zwei Jahre nach dem Tod Ihres Gatten geboren.« Rob stand auf. »Leben Sie wohl, Nick. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise nach Springfield.« Sein Ton war unmissverständlich und Holden richtete sich auf. »Ich wollte doch nur sagen, dass ein Mann wie Sie es nicht nötig hat,« begann er. Doch was er in Rob J.'s Gesicht sah, ließ ihn den Rest des Satzes verschlucken. Einen Augenblick später verabschiedete er sich verlegen und ritt weg. Rob J. sah eine verwirrende Mischung von Gefühlen in ihrem Gesicht. Freude, ihn zu sehen und in seiner Gesellschaft zu sein, Zärtlichkeit, wenn sie sie sich zugestand, manchmal aber auch etwas wie Entsetzen. Es kam der Abend, an dem er sie küsste. Zunächst war ihr Mund weich und willig, und sie schmickte sich an ihn, doch plötzlich wand sie sich aus seinen Armen. Zum Teufel, dachte er, sie mag mich nicht, und damit hat sich's. Aber er zwang sich, sie sanft zu fragen, was denn los sei. »Wie kann ich dir denn gefallen? Hast du mich denn nicht elend gesehen, in einem abscheulichen Zustand? Du hast doch …« »Meinen Unrat gerochen«, sagte sie mit hochrotem Gesicht. »Sarah«, erwiderte er und sah ihr in die Augen, »als du krank warst, war ich dein Arzt. Doch inzwischen sehe ich dich als charmante Frau voll Intelligenz, mit der es mir große Freude macht, Gedanken auszutauschen und meine Träume zu teilen. Ich möchte dich. In jeder Hinsicht. Ich kann da nichts anderes mehr denken als an dich. Ich liebe dich.« Nur ihre Hände berührten sich, die ihren lagen in den Seinen. Ihr Griff verstärkte sich, doch Sarah sagte nichts. »Vielleicht kannst du lernen, mich zu lieben.« »Lernen?« »Wie sollte ich dich denn nicht lieben?«, fragte sie aufbrausend. »Dich, der du mir mein Leben zurückgegeben hast, als wärst du Gott.« »Nein, verdammt noch mal, ich bin ein ganz gewöhnlicher Mann, und das muss ich auch sein, um …« »Jetzt küssen sie sich.« Der Kuss dauerte und dauerte und war doch nicht genug. Sarah war es schließlich, die verhinderte, was leicht hätte geschehen können, indem sie ihn grob wegstieß, sich abwandte und ihre Kleider ordnete. »Heirate mich, Sarah.« Als sie nichts erwiderte, redete er weiter. »Du bist nicht dazu geschaffen, den ganzen Tag in einem Schweinestall zu stehen oder mit einem Hausiererbündel auf dem Rücken durch die Gegend zu stolpern.« »Wozu bin ich denn dann geschaffen?«, fragte sie mit leiser, verbitterter Stimme. »Na, zur Frau eines Arztes. Das ist doch offensichtlich,« sagte er feierlich. Sie musste ihre Ernsthaftigkeit nicht vortäuschen. »Es gibt Leute, die werden nichts eiliger zu tun haben, als dir von Alex und seiner Abstammung zu erzählen. Also werde ich es dir lieber gleich selber sagen. Ich will Alex Vater sein. Ich mache mir Gedanken über sein Heute und sein Morgen. Das Gestern brauche ich nicht zu wissen. Auch in meinem Gestern hat es Schreckliches gegeben. »Heirate mich, Sarah.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen, doch es gab noch etwas, das sie ihm sagen musste. »Es heißt, die Indianerfrau lebt mit dir. Du musst sie wegschicken.« »Es heißt, und es gibt Leute, die dir erzählen werden. Jetzt will ich dir mal was erzählen, Sarah Bledsoe. Wenn du mich heiraten willst, musst du lernen, dich einen Dreck um die Leute zu scheren,« erholte tief Atem. »Marqua Equa ist eine gute, schwer arbeitende Frau. Sie lebt in ihrem eigenen Haus auf meinem Land. Sie wegzuschicken wäre Ungerechtigkeit ihr und mir gegenüber, und ich werde es nicht tun. Es wäre der schlechtestmögliche Anfang für unser beider gemeinsames Leben,« erhielt inne. »Du musst mir glauben, dass es keinen Grund zur Eifersucht gibt.« Er drückte ihre Hände und ließ sie nicht los. »Noch andere Bedingungen?« »Ja,« erwiderte sie erregt. »Du musst die Namen deiner Stuten ändern. Sie heißen nach Frauen, die du geritten hast, oder etwa nicht?« Er lächelte, doch aus ihren Augen funkelte echter Zorn. »Nur die eine. Die andere war eine alternde Schönheit, die ich als kleiner Junge gekannt habe. Eine Freundin meiner Mutter. Ich habe sie begehrt, aber für sie war ich nur ein Kind.« Sie fragte nicht, welches Pferd nach welcher Frau benannt war. »Es ist ein grausamer und gemeiner Männerwitz.« »Aber du bist kein grausamer und gemeiner Mann, und deshalb wirst du die Namen der Stuten ändern.« »Dann gib du ihnen neue Namen,« sagte er ohne Zögern. »Und du musst versprechen, dass du nie ein Pferd nach mir benennst, gleichgültig, was in Zukunft zwischen uns passiert.« »Ich schwöre es.« »Allerdings«, er konnte sich die Bemerkung nicht verkneifen, »habe ich vor, bei Samuel Merriam ein Schwein zu bestellen und es ...« Zum Glück hielt er ihre Hände und er ließ sie auch nicht los, bis sie seinen Kuss aufrichtig erwiderte. Als ihre Lippen sich trennten, sah er, dass sie weinte. »Was ist denn?«, fragte er, und ihn beschlich die Vorahnung, dass es nicht einfach sein würde, mit dieser Frau verheiratet zu sein. Ihre nassen Augen strahlten. »Briefe mit der Postkutsche zu verschicken kostet zwar schrecklich viel Geld,« sagte sie, »aber jetzt kann ich doch endlich meinem Bruder und meiner Schwester in Virginia etwas Erfreuliches berichten.« Die große Erweckung Sich zur Heirat zu entschließen, war einfacher als dann einen Geistlichen zu finden. Deshalb kümmerten sich die Paare im Grenzland meistens nicht groß um das förmliche Treuegelöbnis, doch Sarah weigerte sich, verheiratet zu sein, ohne verheiratet zu sein. Sie hatte die Fähigkeit, alles sehr unverblümt zu sagen. »Ich weiß, was es heißt, ein vaterloses Kind zu tragen und aufzuziehen, und es wird mir nie wieder passieren.« Er verstand. Doch der Herbst war angebrochen und er wusste, wenn erst einmal der Schnee die Prärie bedeckte, würden viele Monate lang keine Wanderprediger oder über Land reitende Priester durch Holdens Crossing kommen. Die Lösung ihres Problems tauchte eines Tages mit einem Flugzettel auf, der eine Erweckungswoche ankündigte und den Rob J. zufällig im Gemischtwarenladen las. Sie nennen es die große Erweckung von 1842. Die Woche wird in Belding Creek abgehalten. »Dort müssen wir hin, Sarah. Dort gibt's genügend Priester.« Er bestand darauf, Alex mitzunehmen, und Sarah stimmte freudig zu. Sie nahmen den Backbord. Es war eine eineinhalbtägige Reise auf einer passierbaren, wenn auch steinigen Straße, und in der ersten Nacht schliefen sie in der Scheune eines gastfreundlichen Farmers, in der sie ihre Decken im duftenden, frischen Heu ausbreiteten. Am nächsten Morgen verbrachte Rob J. eine halbe Stunde damit, als Gegenleistung für die Unterkunft, die beiden Bullen des Farmers zu kastrieren und eine Wucherung aus der Flanke einer Kuh zu entfernen. Trotz dieser Verzögerung trafen sie vormittag in Belding Creek ein. Auch diese Siedlung war ziemlich neu, nur fünf Jahre älter als Holdens Crossing, aber schon viel größer. Als sie durch den Ort fuhren, bekam Sarah große Augen. Sie drückte sich an Rob J. und hielt Alex Hand, denn an so viele Menschen war sie nicht gewöhnt. Die große Erweckung von 1842 fand draußen in der Prärie in der Nähe eines schattigen Weidenwäldchens statt. Aus der ganzen Region hatte das Ereignis Leute angezogen, überall waren Zelte zum Schutz gegen die mittägliche Sonne und den Herbstwind aufgestellt. Sie sahen Wagen aller Arten und überall angebundene Pferde und Ochsen. Fliegende Händler versorgten die Menge, und die drei Reisenden aus Holdens Crossing fuhren an Feuern mit brutzelnden und schmorenden Köstlichkeiten vorbei, deren Duft ihnen den Mund wässrig machte. Wildeintopf, Flussfischsuppe, Schweinebraten, Süßmais, geschmorter Hase. Als Rob J. das Pferd an einen Busch band, es war die frühere Margaret Holland und jetzige Vicky, die ihren Namen der Queen Victoria verdankte, »Die junge Queen hast du doch nie geritten, oder?« hatte Sarah gefragt, »waren sie sehr hungrig.« Doch sie brauchten kein Geld für Essen auszugeben. Einmal Schröder hatte ihnen einen Proviantkorb mitgegeben, der für ein siebentägiges Hochzeitsmahl ausgereicht hätte, und sie labten sich an kaltem Hühnchen und Apfelküchlein. Sie aßen schnell, denn die Aufregung hatte sie erfasst, das bunte Treiben der Menge, ihr Geschrei und ihre Gespräche. Dann nahmen sie den kleinen Jungen in die Mitte und schlenderten durch den Versammlungsort. Es waren eigentlich zwei Erweckungstreffen in einem, denn es herrschte ein ununterbrochener religiöser Wettstreit zwischen Methodisten und Baptisten, deren Prediger miteinander konkurrierten. Eine Zeit lang hörten sie einem Baptisten auf einer Lichtung des Wäldchens zu. Sein Name war Charles Prentice Willard, und er schrie und zeterte so, dass Sarah erschauerte. Er warnte sie, dass Gott namentlich in seinem Buch festhalte, wer des ewigen Todes teilhaftig werde. Was einen Sünder zum ewigen Tod verurteile, sagte er, sei ein unmoralisches und unchristliches Verhalten, und er nannte Beispiele. Ehebruch, das Erschießen eines christlichen Bruders, Schlägereien und Fluchen, Whisky trinken und das Hervorbringen illegitimer Brut. Rob Jay sah düsterdrein, und Sarah war zittrig und blass, als sie wieder auf die Prärie hinaustraten, um einem Methodisten zuzuhören, der Arthur Johnson hieß. Er war bei weitem kein so wortgewaltiger Redner wie Mr. Willard, aber er sagte, dass die Rettung für jeden möglich sei, der Gutes tue, seine Sünden beichte und Gott um Vergebung bitte. Sarah nickte, als Rob Jay sie fragte, ob sie nicht auch glaube, dass Mr. Johnson der Richtige für die Trauung sei. Mr. Johnson war erfreut, als Rob Jay sich nach der Predigt an ihn wandte. Er beabsichtigte, die beiden vor der versammelten Gemeinde zu trauen, doch weder Rob Jay noch Sarah wollten der allgemeinen Unterhaltung dienlich sein. Für drei Dollar war er einverstanden, sie etwa eine Meile außerhalb der Stadt am Ufer des Mississippi zu trauen. Dort angekommen nahmen sie unter einem Baum Aufstellung, der kleine Junge saß daneben am Boden und sah zu, und eine sanfte, dicke Frau, die Mr. Johnson als Schwester Jane vorstellte, fungierte als Trauzeugin. »Ich habe einen Ring«, sagte Rob Jay und holte das Schmuckstück aus der Tasche. Sarah riss die Augen auf, denn vom Eherring seiner Mutter hatte er ihr nichts erzählt. Ihre langen Finger waren sehr schmal und der Ring erwies sich als zu weit. Sie hatte ihre gelben Haare mit einem dunkelblauen Band zusammengebunden, das Alma Schröder ihr geschenkt hatte und das sie jetzt abnahm. Sie schüttelte die Haare, bis sie locker ihr Gesicht umspielten und sagte, sie werde den Ring an dem Band um den Hals tragen, bis sie ihn enger machen lassen könne. Sie drückte Rob Jay fest die Hand, während Mr. Johnson mit langjähriger Routiniertheit die Zeremonie vollzog. Rob Jay wiederholte die Worte mit einer Stimme, deren Heiserkeit ihn selbst überraschte. Sarahs Stimme bebte, und sie sah beinahe ungläubig aus, so als könne das alles eigentlich gar nicht wahr sein. Nach der Zeremonie, als sie sich anhaltend küßten, versuchte Mr. Johnson, sie zu überreden, zum Erweckungstreffen zurückzukehren, da bei den Abendversammlungen die meisten Seelen errettet würden. Aber sie dankten ihm, verabschiedeten sich und machten sich auf den Heimweg. Der kleine Junge wurde bald übellaunig und quengelig, aber Sarah sang ihm fröhliche Lieder vor und erzählte ihm Geschichten, und so oft Rob Jay das Pferd anhielt, nahm sie Alex vom Wagen und hüpfte und rannte mit ihm umher. Sie aßen früh zu Abend, es gab Almas Rindfleisch und Nierenpastetchen, Früchtekuchen mit Zuckerguss sowie frisches Quellwasser, und danach überlegten sie in Ruhe, welche Unterkunft sie sich für die Nacht suchen sollten. Ein paar Stunden entfernt gab es einen Gasthof, und Sarah freute sich offensichtlich auf eine Übernachtung dort, denn für so etwas hatte sie noch nie Geld gehabt. Als ihr aber Rob Jay von den Wanzen und der allgemeinen Unsauberkeit in solchen Etablissements erzählte, stimmte sie sofort seinem Vorschlag zu, dieselbe Scheune aufzusuchen, in der sie in der vergangenen Nacht geschlafen hatten. Sie erreichten sie bei Anbruch der Dämmerung. Der Farmer nahm sie bereitwillig wieder auf, und sie kletterten beinahe mit dem Gefühl, als würden sie nach Hause zurückkehren, hinauf in das warme Dunkel. Erschöpft von der Anstrengung, und weil er unterwegs zu wenig geschlafen hatte, fiel Alex sofort in einen tiefen Schlaf. Nachdem sie ihn gut zugedeckt hatten, breiteten sie in der Nähe eine Decke aus und fielen sich in die Arme, noch bevor sie ganz ausgezogen waren. Es gefiel ihm, dass sie nicht die Unschuldige spielte und dass ihre Leidenschaft füreinander aufrichtig und wissend war. Sie liebten und danach lagen sie da und horchten, ob sie Alex aufgeweckt hatten, doch der kleine Junge schlief weiter. Er zog sie nun vollends aus und wollte sie ansehen. Da es inzwischen in der Scheune dunkel geworden war, krochen sie gemeinsam zu der kleinen Luke, durch die das Heu auf die Tenne gehievt wurde. Als er die Klappe öffnete, warf der zunehmende Mond ein Lichtrechteck in die Scheune, indem sie sich gegenseitig betrachteten. Das Mondlicht zeigte ihm vergoldete Schultern und Arme, glänzende Brüste, einen Schamhügel wie das silbrige Nest eines kleinen Vogels und einen gespenstisch weißen Hintern. Er hätte sie gern im Licht geliebt, doch die Luft war herbstlich frisch und Sarah fürchtete, vom Farmer gesehen zu werden. Sie schlossen deshalb die Luke. Diesmal waren sie langsam und sehr zärtlich, und als er es in sich auffallen spürte, rief er überschwänglich jubelnd, »Das wird unser Burn! Ja!« Das heisere Stöhnen seiner Mutter weckte den schlafenden Jungen, und er fing an zu weinen. Danach lagen sie da, mit Alex in ihrer Mitte. Rob J. streichelte sie und wischte ihr Halme von der Haut, und seine Fingerspitzen prägten sich ihre Konturen ein. »Du darfst nicht sterben,« flüsterte sie. »Keiner von uns muss das, noch sehr lange nicht.« »Ein Burn, ist das ein Kind?« »Ja.« »Und du glaubst, wir haben schon eins gemacht?« »Vielleicht.« Er hörte sie schlucken. »Dann sollten wir es noch mal versuchen, um sicher zu gehen.« Als ihr Gatte und ihr Arzt schien ihm das ein vernünftiger Vorschlag zu sein. Auf Händen und Knien kroch er durch das duftende Heu, und das reife Schimmern der bleichen Flanken seiner Frau lockte ihn weg von dem schlafenden Sohn. Dritter Teil Holden's Crossing 14. November 1841 Fluch und Segen Ab Mitte November wurde es sehr kalt. Früher setzten heftige Schneefälle ein, und Vicky musste sich durch hohe Verwehungen kämpfen. Wenn Rob J. bei schlimmem Wetter draußen war, rief er die Stute manchmal »Margaret«, und sie stellte beim Klang ihres alten Namens die kurzen Ohren auf. Ross und Reiter wussten, wohin sie wollten. Auf das Pferd warteten warmes Wasser und ein voller Sack Hafer. Der Mann freute sich auf seine Hütte mit all der Wärme und dem Licht, die mehr von der Frau und dem Kind kamen als von der Feuerstelle und den Öllampen. Wenn Sarah nicht schon in der Hochzeitsnacht empfangen hatte, dann kurz danach. Doch die heftige morgendliche Übelkeit konnte ihre Leidenschaft nicht dämpfen. Ungeduldig warteten sie, bis Alex eingeschlafen war, und dann fielen sie übereinander her, mit einer Begierde, die nie nachließ. Je weiter Sarahs Schwangerschaft fortschritt, desto zärtlicher und behutsamer wurde er. Einmal im Monat nahm er Bleistift und Notizbuch, um sie nackt neben dem wärmenden Feuer zu zeichnen. Entwicklungsstadien einer Schwangeren, die nichts von ihrem wissenschaftlichen Wert verloren, nur weil Gefühle in die Zeichnungen mit einflossen. Er fertigte auch architektonische Entwürfe an, denn sie hatten sich auf ein Haus mit drei Schlafzimmern, einer großen Küche und einem Wohnzimmer geeinigt. Er zeichnete maßstabsgetreue Pläne, damit Orden zwei Zimmerleute anstellen und im Frühjahr nach der Aussaat mit dem Hausbau beginnen konnte. Sarah sah es nicht gern, dass Marqua Equa an einem Aspekt des Lebens ihres Mannes teilhatte, der ihr selbst verschlossen war. Als wärmere Tage die Prärie zuerst in einen riesigen Sumpf und dann in einen zarten grünen Teppich verwandelten, kündigte sie an, wenn das Frühlingsfieber ausbreche, werde sie mit ihm gehen und die Kranken pflegen. Doch Ende April war ihr Körper bereits so unförmig, dass sie, gequält von Eifersucht und von der Schwangerschaft, wütend zu Hause saß, während die Indianerfrau mit dem Doktor ausritt und erst viele Stunden oder manchmal auch Tage später zurückkehrte. Erschöpft, wie Rob J. nach solchen Strapazen war, aß er nur schnell, badete, wenn möglich, stahl sich ein paar Stunden Schlaf und ritt dann mit Marqua Equa wieder hinaus. Bis zum Juni, Terras letztem Monat der Schwangerschaft, war die Fieberepidemie so weit abgeklungen, das Rob J. Marqua Equa zu Hause lassen konnte. Eines Morgens, als er gerade bei heftigem Regen zu einer Farmersfrau ritt, die im Sterben lag, kam zu Hause in seiner Hütte seine Frau nieder. Marqua Equa steckte Sarah das Beißholz zwischen die Zähne, band ein Seil an der Tür fest und gab ihr das verknotete Ende in die Hand, damit sie daran ziehen konnte. Es dauerte Stunden, bis Rob J. seinen Kampf gegen die brandigen Wundrosen verlor. Wie er später Oliver Wendell Holmes in einem Brief berichten sollte, war die tödliche Krankheit Folge einer vernachlässigten Verletzung am Finger, die sich die Frau beim Saatkartoffelstecken zugezogen hatte. Doch als er nach Hause zurückkehrte, war sein Kind noch immer nicht geboren. Die Augen Saras funkelten wild. »Es reißt mir den Körper auseinander. Mach, dass es aufhört, du Saukerl!« fauchte sie ihn an, kaum dass er durch die Tür trat. Als Holmes gelehriger Schüler schrubbte er seine Hände, bis sie rot waren, bevor er sich seiner Frau näherte. Nachdem er sie untersucht hatte, nahm er Makua Ikua zur Seite. »Das Kind kommt sehr langsam«, sagte sie. »Das Kind kommt mit den Füßen zuerst«. Ihr Blick verschattete sich, doch sie nickte und kehrte zu Sarah zurück. Die Wehen ließen nicht nach. Mitten in der Nacht zwang er sich, Sarahs Hände in die Seinen zu nehmen, denn er fürchtete sich vor dem, was sie ihm sagen mochten. »Was ist?«, fragte sie mit belegter Stimme. Er spürte ihre Lebenskraft, wenn auch vermindert, doch unauslöschlich in ihr verwurzelt. Er flüsterte ihr Liebesworte zu, doch sie hatte zu starke Schmerzen, um auf Worte oder Küsse zu reagieren. Es dauerte und dauerte. Sie stöhnte und schrie. Er ertappte sich dabei, wie er betete, doch dann bekam er es mit der Angst zu tun, weil er, ungläubig wie er war, von Gott nichts verlangen konnte, und er fühlte sich zugleich arrogant und heuchlerisch. »Wenn ich Unrecht habe und du existierst, dann bestrafe mich, aber bitte nicht, indem du dieser Frau etwas tust. Oder diesem Kind, das sich so abmüht, in die Welt zu kommen«, fügte er hastig hinzu. Kurz vor Tagesanbruch zeigten sich kleine, rote Extremitäten, große Füße für ein Neugeborenes mit der richtigen Anzahl Zehen. Rob flüsterte aufmunternd, erzählte dem Kleinen, dass das ganze Leben ein Kampf sei. Zentimeter um Zentimeter schoben sich Beine heraus, strampelnde, lebendige Beine, wie er erfreut feststellte. Dann der süße kleine Penis eines Jungen. Hände, die richtige Anzahl Finger. Ein gut entwickeltes Baby. Doch die Schultern steckten fest. Er musste Sarah schneiden, ihr noch mehr Schmerzen zufügen. Das kleine Gesicht drückte gegen die Scheidenwand. Aus Angst der Junge könne im mütterlichen Fleisch ersticken, schob er zwei Finger hinein und dehnte den Geburtskanal, bis das entrüstet blickende kleine Gesicht in das Chaos des Lebens plumpste und sofort einen dünnen Schrei ausstieß. Mit zitternden Händen band er die Nabelschnur ab, durchtrennte sie und nähte dann seine schluchzende Frau. Als er ihr schließlich über den Bauch strich, damit die Gebärmutter sich zusammenziehe, hatte Makwa Ikwa den Kleinen bereits gewaschen, gewickelt und der Mutter an die Brust gelegt. Dreiundzwanzig schwere Stunden hatten die Wehen gedauert, und jetzt schlief Sarah lange und wie eine Tote. Er hielt ihre Hand fest in den Seinen, bis sie die Augen wieder aufschlug. »Gute Arbeit«, sagte er. »Er ist so groß wie ein Büffel. Ungefähr so groß wie Alex war«, erwiderte sie heiser. Als Rob J. ihn wog, zeigte die Waage sieben Pfund und vierhundertvierzig Gramm. »Ein gutes Ben«, fragte sie, musterte sein Gesicht und grinste, als er sagte, es sei ein Teufelsbraten. »Ein verflucht gutes Ben«, dann brachte er seine Lippen an ihr Ohr. »Weißt du noch, was du mich gestern genannt hast?«, flüsterte er. »Was denn?« »Einen Saukerl.« »Nie«, rief sie entsetzt und wütend und wollte fast eine Stunde lang nicht mehr mit ihm reden. »Robert Jefferson Cole«, so nannten sie den Jungen, weil in der Cole-Familie jeder erstgeborene Junge den Taufnamen Robert erhielt und einen zweiten Namen, der mit J. begann. In Rob's Augen war der dritte amerikanische Präsident ein Genie gewesen und Sarah sah in dem Namen Jefferson eine Verbindung zu Virginia. Sie hatte befürchtet, dass Alex eifersüchtig sein werde, aber der ältere Junge zeigte nichts anderes als Faszination. Er war nie weiter als ein oder zwei Schritte von seinem Bruder entfernt und passte immer auf ihn auf. Von Anfang an machte er deutlich, dass sie getrost das Baby pflegen, ihm die Windeln wechseln, mit ihm spielen, es küssen und liebkosen konnten. Seine Aufgabe aber war es, auf den Kleinen aufzupassen. In vieler Hinsicht erwies sich 1842 als ein gutes Jahr für die kleine Familie. Für den Hausbau hatte Orden Otto Pferzik, den Müller und einen Siedler aus dem Staat New York namens Mord London angeheuert. London war ein guter, erfahrener Zimmermann. Pferzik hatte zwar für die Holzarbeiten nicht die geschicktesten Hände, dafür aber für das Mauern, und die drei Männer brachten Tage damit zu, am Fluss die besten Steine auszusuchen und sie mit Ochsen zum Bauplatz hochzukarren. Die Grundmauern, der Schornstein und die Feuerstellen wurden stattlich und solide. Die Männer arbeiteten langsam, denn es war ihnen bewusst, dass sie in einem Land der Holzhütten etwas Dauerhaftes bauten. Doch als bei Herbstbeginn Pferzik in seine Mühle und die beiden anderen Männer zur Farmarbeit mussten, waren die Wände hochgezogen und die Dachflächen gedeckt. Aber das Haus war noch lange nicht fertig, und deshalb saß Sarah vor der Hütte und putzte gerade grüne Bohnen, als ein gedeckter Planwagen hinter zwei müde aussehenden Pferden den Weg entlang schaukelte. Sie musterte den stattlichen Mann auf dem Kutschbock und entdeckte ein freundliches Gesicht und viel Straßenstaub auf den dunklen Haaren und dem Bart. »Ist das vielleicht das Haus von Dr. Coleman?« »Das ist es. Nicht nur vielleicht. Aber er ist unterwegs zu einem Hausbesuch. Ist der Patient verletzt oder schwer krank?« »Wir haben keinen Patienten, dem Herrn sei Dank. Wir sind Freunde des Doktors, die sich hier niederlassen wollen.« Bei diesen Worten lugte eine Frau hinten aus dem Wagen heraus. Sarah sah ein blasses, ängstliches Gesicht unter einem ungestärkten Häubchen. »Sie sind doch nicht …« »Sind Sie vielleicht die Geigers?« »Das sind wir.« »Nicht nur vielleicht.« Der Mann hatte schöne Augen, und sein herzhaftes, freundliches Lächeln ließ sie noch größer erscheinen. »Ach, wir haben euch so erwartet, Nachbarn. Jetzt aber schnell herunter von diesem Wagen!« Vor Aufregung verschüttete Sarah die Bohnen, als sie von der Bank aufstand. Drei Kinder befanden sich noch hinten auf dem Wagen. Das kleinste, Hermann, schlief, doch Rachel, die schon beinahe vier war, und der zweijährige David schrien, als man sie herunterhob, und Sarahs Baby stimmte, ohne lang zu zögern, in den Chor mit ein. Sarah fiel auf, dass Mrs. Geiger gut zehn Zentimeter größer war als ihr Gatte, und nicht einmal die Erschöpfung der langen, beschwerlichen Reise konnte verdecken, wie fein geschnitten und anmutig ihre Züge waren. Als Mädchen aus Virginia hatte Sarah einen Blick für dergleichen. Zwar hatten die Züge der Ankommenden eine exotische Note, die Sarah noch nie gesehen hatte, doch sie begann sich sofort nervös, Gedanken darüber zu machen, welches Essen sie ihnen vorsetzen konnte, das ihr keine Schande machen würde. Dann sah sie, dass Lillian weinte, und ihre eigene, schier unendlich lange Reise in einem solchen Wagen fiel ihr wieder ein. Sie nahm die Frau in die Arme und merkte erstaunt, dass sie nun auch weinte, während Geiger recht verwirrt inmitten weinender Frauen und Kinder stand. Schließlich löste sich Lillian aus Sarahs Armen und flüsterte verlegen, dass ihre ganze Familie dringend einen geschützten Bach brauche, um sich zu waschen. Dieses Problem können wir sofort lösen, sagte Sarah und fühlte sich stark und mächtig. Als Rob Jay nach Hause kam, waren die Haare der Geigers noch nass vom Bad im Fluss. Als all das Händeschütteln und Rückenklopfen vorbei war, hatte er Gelegenheit, seine Farm einmal mit den Augen eines Neuankömmlings zu sehen. Jay und Lillian waren erschrocken über die Indianer und beeindruckt von Ordensfähigkeiten. Jay war sofort einverstanden, als Rob vorschlug, Vicky und Bess, die ehemalige Monica Granville, zu satteln und zu dem Land zu reiten, das den Geigers gehören sollte. Gerade rechtzeitig zu einem köstlichen Abendessen kehrten die beiden zurück, und Jay Geigers Augen strahlten vor Glück, als er seiner Frau die Vorzüge des Landes zu beschreiben versuchte, das Rob Jay für sie erworben hatte. Du wirst schon sehen. Warte nur, bis du es siehst, sagte er. Nach dem Essen ging er zu seinem Wagen und kam mit der Fiedel zurück. Das Tafelklavier von Babcock hätten sie nicht mitnehmen können, sagte er, aber seine Frau habe es an einem sicheren, trockenen Ort in Verwahrung gegeben und hoffe, es sich eines Tages nachschicken lassen zu können. Hast du den Chopin gelernt? fragte er, und als Antwort nahm Rob Jay die Gambe zwischen die Knie und spielte die ersten satten Töne der Mazurka. Die Musik, die er und Jay damals in Ohio hervorgebracht hatten, war klangvoller gewesen, da Lillian mit dem Piano ihren Teil dazu beigetragen hatte, doch auch jetzt harmonierten die Fiedel und die Gambe hervorragend. Als Sarah die Hausarbeit beendet hatte, setzte sie sich zu den Dreien und lauschte. Ihr fiel auf, dass Mrs. Geiger, während die Männer spielten, ihre Finger bewegte, als würden sie Tasten berühren. Sie wollte Lillians Hand fassen und sie mit Worten und Versprechungen trösten, saß dann aber einfach nur neben ihr auf dem Boden und hörte zu, wie die Musik an- und abschwoll und ihnen allen Trost und Hoffnung schenkte. Solange Jason Geiger Bäume für eine Hütte fällte, kampierte die Familie neben einer Quelle auf ihrem eigenen Land. Sie waren so fest entschlossen, sich den Coles nicht aufzudrängen, wie Sarah und Rob entschlossen waren, ihnen Gastfreundschaft zu gewähren. Man besuchte sich häufig gegenseitig. Als sie an einem kühlen Abend um das Lagerfeuer der Geigers saßen, begannen draußen in der Prärie Wölfe zu heulen, und Jay entlockte seiner einfachen Geiger ein ähnlich langgezogenes, bebendes Heulen. Es wurde erwidert, und eine Zeit lang hielten der Mensch und die unsichtbaren Tiere Zwiesprache, bis Jason bemerkte, dass seine Frau nicht nur wegen der Kälte zitterte. Er legte die Fidel weg und warf ein neues Holzscheit ins Feuer. Jason war kein erfahrener Zimmermann. So verzögerte sich die Vollendung des Kohlhauses erneut, denn sobald Orden neben der Farmarbeit dazu Zeit fand, begann er den Geigers eine Hütte zu bauen. Bald kamen auch Otto Pferzik und Mord London dazu, um ihm zu helfen. In kurzer Zeit hatten die drei Männer eine gemütliche Hütte errichtet, und sie bauten auch einen Schuppen an, der als Lager für die Kräuter und Arzneien aus Jays Wagen dienen sollte. Jay nagelte eine kleine Blechröhre an den Türstock, die eine Pergamentrolle mit Sprüchen aus dem Deuteronomium enthielt, ein jüdischer Brauch, wie er sagte, und am 18. November bezog die Familie ihre Hütte, wenige Tage bevor aus Kanada schneidende Kälte herunterzog. Zwischen dem Anwesen der Coles und Geigers Hütte rodeten Jason und Rob Jay einen Pfad durchs Gehölz. Sie nannten ihn bald den Langen Weg, um ihn von dem kurzen Weg zu unterscheiden, den Rob schon früher zwischen dem Haus und dem Fluss angelegt hatte. Nun konnten sich die Bauleute wieder dem Haus der Coles widmen. Da sie den ganzen Winter für die Innenausstattung Zeit hatten, zündeten sie in den Kaminen ein Feuer aus Sägespänen an und machten sich frohen Mutes an die Arbeit. Sie schnitten Simse und Wandvertäfelungen aus Eichenkanthölzern und brachten Stunden damit zu, Magermilchfarbe zu mischen, bis sie genau die Tönung hatte, die Sarah wollte. Der Büffelsumpf in der Nähe des Bauplatzes war zugefroren und manchmal unterbrach Orden die Arbeit, schnallte sich Kufen an die Stiefel und führte seine Fertigkeiten als Eisläufer vor, die er in seiner Kindheit in Vermont gelernt hatte. Rob J. war in Schottland jeden Winterschlittschuh gelaufen und hätte sich gern Ordens Kufen geborgt, aber sie waren viel zu klein für seine großen Füße. Drei Wochen vor Weihnachten fiel der erste Schnee. Der Wind trieb ihn wie weißen Rauch vor sich her, und die winzigen Kristalle brannten auf der Haut. Später fielen große, schwerere Flocken, die die Welt in Weiß erstickten. Und so blieb es auch. Mit wachsender Aufregung plante Sarah ihr Weihnachtsessen und besprach mit Lilian althergebrachter Rezepte aus Virginia. Dabei entdeckte sie erste Unterschiede zwischen ihrer Familie und der der Geigers, denn Lilian teilte die Aufregung über das bevorstehende Fest nicht. Sarah war sehr erstaunt, als sie erfuhr, dass ihre neuen Nachbarn die Geburt Christi nicht feierten und stattdessen ein höchst eigenartiges Andenken an irgendeine urzeitliche Schlacht im Heiligen Land pflegten, indem sie Kerzen anzündeten und Kartoffelpfannkuchen buchen. Trotzdem schenkten die Geigers den Coles etwas zu Weihnachten, Pflaumenmarmelade, die sie aus Ohio mitgebracht hatten, und warme Socken, die Lilian für alle gestrickt hatte. Das Geschenk der Coles für die Geigers war eine schwere, eiserne Bratpfanne auf einem Dreifuß, die Rob J. im Gemischtwarenladen in Rock Island gekauft hatte. Sie luden die Geigers zum Weihnachtsessen ein, und am Ende kamen sie auch, obwohl Lilian außerhalb ihres Hauses kein Fleisch aß. Sarah servierte Zwiebelcremesuppe, Wels mit Pilzsoße, Gänsebraten mit Innereien, Korketten, englischen Plump-Pudding aus Lilians Marmelade, Cracker, Käse und Kaffee. Sarah schenkte den ihren Wollpullover. Von Rob erhielt sie eine Reisedecke aus Fuchsfell, das so dicht und glänzend war, dass ihr der Atem stockte und alle anderen bewundernd aufschrien. Orden bekam von Rob J. eine neue Pfeife und eine Dose Tabak, und der Knecht überraschte ihn mit scharfgeschliffenen Schlittschuhkufen, die er selber geschmiedet hatte und die groß genug waren für Rob's Füße. »Jetzt liegt zwar Schnee auf dem Eis, aber nächstes Jahr werden sie ihren Spaß daran haben,« bemerkte Orden lachend. Nachdem die Gäste gegangen waren, klopfte Magua Ikua an die Tür und brachte ihnen Fäustlinge aus Hasenfell. Ein paar für Sarah, eins für Rob und eins für Alex. Sie war wieder verschwunden, bevor sie sie ins Haus bitten konnten. »Sie ist eine komische Frau,« sagte Sarah nachdenklich. »Wir hätten ihr auch etwas schenken sollen.« »Das habe ich bereits,« erwiderte Rob und erzählte seiner Frau, dass er Magua die gleiche Bratpfanne wie den Geigers geschenkt habe. »Soll das heißen, dass du dieser Indianerin ein so kostspieliges, in einem Geschäft gekauftes Geschenk gemacht hast?« Als er nicht antwortete, fuhr sie mit schneidender Stimme fort. »Du musst aber eine ganze Menge von dieser Frau halten.« Rob sah sie an. »Das tue ich,« erwiderte er dünn. In der Nacht stieg die Temperatur und statt Schnee fiel Regen. Gegen Morgen klopfte ein tropfnasser fünfzehnjähriger Junge an ihre Tür, Freddy Gruber. Der Ochse, Paul Grubers wertvollster Besitz, hatte eine Öllampe umgestoßen und der Stall war trotz des Regens in Flammen aufgegangen. »Mein Gott, ich habe so etwas noch nie gesehen. Wir konnten das Feuer einfach nicht löschen. Immerhin haben wir das Vieh retten können, bis auf den Maulesel. Aber mein Paar hat sich bös verbrannt, am Arm, am Hals und an beiden Beinen. Sie müssen mitkommen, Doc.« Der Junge war bei diesem Unwetter vierzehn Meilen geritten, und Sarah wollte ihm etwas zu essen und zu trinken geben, doch er schüttelte den Kopf und ritt sofort wieder zurück. Sie packte die Überreste des Festessens in einen Korb, während Rob J. sich saubere Stofffetzen und die Salben, die er brauchen würde, zusammensuchte und dann zum Langhaus ging, um Magua Ikua zu holen. Wenige Minuten später sah Sarah die beiden in die regnerisch trübe Dämmerung verschwinden. Rob J. auf Vicky, die Kapuze über dem Kopf, dem großen Körper vorgebeugt gegen den Regen, die Indianerin in eine Decke gewickelt auf Bess. »Auf meinem Pferd macht sie sich mit meinem Mann davon«, dachte sie, und beschloss dann, Brot zu backen, da sie keinen Schlaf mehr finden würde. Den ganzen Tag wartete sie auf die Rückkehr der beiden. Als die Nacht hereinbrach, saß sie lange neben dem Feuer und sah zu, wie die Mahlzeit, die sie für ihn warmgehalten hatte, sich in etwas verwandelte, das er nicht mehr essen würde. Später im Bett fand sie keinen Schlaf. Und sie sagte sich, wenn die beiden sich wirklich in ein Tipi, eine Höhle oder ein anderes warmes Nest verkochen hatten, dann sei sie selber schuld, weil sie ihren Mann mit ihrer Eifersucht davongetrieben habe. Am nächsten Morgen saß sie am Tisch und quälte sich mit ihren Einbildungen, als Lilian Geiger, der das Stadtleben fehlte und die die Einsamkeit in den Regen hinausgetrieben hatte, sie besuchen kam. Sarah hatte dunkle Ringe unter den Augen und sah sehr schlecht aus, doch sie begrüßte Lilian fröhlich und unterhielt sich mit ihr, bis sie plötzlich, mitten im Gespräch über Blumensamen, in Tränen ausbrach. Einen Augenblick später lag sie in Liliens Armen und musste verwirrt feststellen, dass sie dieser ihre schlimmsten Ängste mitteilte. »Bevor er kam, ging es mir so schlecht, und jetzt geht es mir so gut, wenn ich ihn je verlieren sollte.« »Sarah«, sagte Lilian sanft, »natürlich kann niemand wissen, was in der Ehe anderer vorgeht. Aber du sagst doch selbst, dass deine Angst wahrscheinlich grundlos ist. Ich bin sicher, sie ist es. Rob J. scheint mir nicht der Mann zu sein, der einen Ehebruch begeht.« Sarah ließ sich von der anderen Frau trösten und beschwichtigen. Als Lilian sie wieder verließ, war der Gefühlssturm vorüber. Zur Mittagszeit kam Rob J. nach Hause. »Wie geht's, Paul Gruber?«, fragte Sarah. »Ach, furchtbare Verbrennungen«, antwortete er müde, »und starke Schmerzen. Ich hoffe, dass er wieder in Ordnung kommt. Ich habe Magua dort gelassen, damit sie ihn pflegt.« »Das ist gut«, sagte sie. Während er den ganzen Nachmittag und den Abend überschlief, hörte es auf zu regnen und die Temperatur sank wieder. Er wachte mitten in der Nacht auf und zog sich an, um auf das Aborthäuschen zu gehen. Auf dem Weg dorthin rutschte und schlitterte er, denn der regennasse Schnee war beinhart gefroren. Nachdem er seine Blase entleert hatte und ins Bett zurückgekehrt war, konnte er nicht mehr einschlafen. Er hatte ursprünglich gehofft, am Morgen wieder zu den Grubers reiten zu können, doch jetzt fürchtete er, dass die Hufe seines Pferdes auf dem Eis keinen Halt finden würden. Er zog sich in der Dunkelheit wieder an und schlich sich aus dem Haus, um festzustellen, ob seine Bedenken zutrafen. Als er, so fest er konnte, auf dem Schnee aufstampfte, konnten seine Stiefel die harte, weiße Kruste nicht durchbrechen. Im Stall fand er die Kufen, die Orden für ihn geschmiedet hatte, und er schnallte sie sich an. Der Pfad, der zum Haus führte, war wegen der vielen Spuren unregelmäßig überfroren und bot eine nur schlechte Gleitfläche, doch dahinter begann die offene Prärie, deren vom Wind blanke wehte Schneedecke glatt und hart war wie Glas. Er glitt über einen funkelnden Mondpfad, zuerst noch zögernd, doch dann, als die alte Sicherheit zurückkehrte, mit immer weiter ausholenden und freieren Bewegungen. Wie ein riesiges arktisches Meer breitete sich die Ebene vor ihm aus, und die einzigen Geräusche, die er hörte, waren das Zischen seiner Kufen und sein eigenes Keuchen. Schließlich ging ihm die Luft aus. Er blieb stehen und betrachtete die fremdartige Welt der gefrorenen Prärie bei Nacht. Ziemlich nah und erschreckend laut erklang das gespenstische Heulen eines Wolfes, und Rob J. stellten sich die Nackenhaare auf. Wenn er stürzte, wenn er sich vielleicht ein Bein brach, dann wäre er schon nach wenigen Minuten von ausgehungerten Raubtieren umringt, das wusste er. Der Wolf heulte noch einmal, vielleicht war es diesmal auch ein anderer, und in diesem Schrei schwang etwas mit. Einsamkeit, Hunger, Wildheit, das Rob J. Angst machte. Er kehrte um und machte sich wieder auf den Heimweg, nun vorsichtiger und zurückhaltender dahingleitend als zuvor, aber doch fliehend wie ein Verfolgter. In der Hütte angekommen, sah er zuerst nach, ob Alex und der Kleine noch gut zugedeckt waren. Beide schliefen fest. Als er dann ins Bett stieg, drehte seine Frau sich um und wärmte sein eiskaltes Gesicht mit ihren Brüsten. Sie schnurrte und stöhnte sanft, Geräusche der Liebe und der Reue, und umschlang ihn einladend mit Armen und Beinen. Der Arzt war wegen des schlechten Wetters nicht verfügbar. Gruber werde schon ohne ihn zurechtkommen, solange nur Makwaikwa bei ihm war, dachte Rob, und überließ sich der Wärme des Mundes, des Fleisches und der Seele seiner Frau. Er ging auf in einer vertrauten Beschäftigung, die geheimnisvoller war als das Mondlicht und noch angenehmer als das Gleiten über Eis ohne Wölfe. Veränderungen Wäre Robert Jefferson Cole in Schottland zur Welt gekommen, hätte man ihn von Geburt an Rob J. genannt. Und sein Vater, Robert Judson Cole, wäre Big Rob, der alte Rob oder einfach Rob ohne die Initiale geworden. Bei den Coles in Schottland behielt der erstgeborene Sohn des J. nur so lange, bis er selbst Vater eines Sohnes wurde, dann gab er den Buchstaben würdevoll und bereitwillig an seinen Erstgeborenen weiter. Rob J. hatte nicht die Absicht, eine jahrhundertealte Familientradition zu durchbrechen, aber er befand sich in einem neuen Land, und die, die er liebte, hielten sich nicht an diese uralten Bräuche. So oft er es ihnen auch zu erklären versuchte, sie nannten den neuen Sohn nie Rob J. Für Alex war der kleine Bruder am Anfang einfach nur Baby. Für Alden hieß er der Junge. Maqua Iqua gab ihm schließlich den Namen, der ein Teil seiner Persönlichkeit werden sollte. Eines Vormittags saß der Junge, der damals noch nicht laufen konnte und gerade erst zu klappern begonnen hatte, mit zwei der drei Kinder von Mond und der singend einhergeht auf dem Lehmboden des Hedonosoté. Die beiden anderen Kinder hießen Anemoha, kleiner Hund, und Chisawa Iqua, Vogelfrau. Sie waren drei beziehungsweise zwei Jahre alt. Sie spielten mit Maiskolbenpuppen, doch der kleine Junge kroch von ihnen weg. In dem trüben Licht, das durch die Rauchabzüge fiel, entdeckte er die Wassertrommel der Medizinfrau, schlug mit der Hand darauf und brachte einen Ton hervor, der jeden im Langhaus den Kopf heben ließ. Der junge Koch von dem Geräusch verstört weg, aber nicht wieder zurück zu den anderen Kindern. Wie bei einer Inspektion krabbelte er zu Maqua Iquas Kräuterlager, hielt mit wichtiger Miene bei jedem Stapel an und betrachtete ihn höchst interessiert. Maqua Iqua lächelte. Du bist Ubenu Medjejiye, ein kleiner Schamane, sagte sie. Seitdem nannte sie ihn nur noch Schämen, Schamane. Und auch die anderen verwendeten den Namen ziemlich bald, denn er schien irgendwie zu passen und der kleine Rob reagierte sofort auf ihn. Es gab natürlich Ausnahmen. Alex nannte ihn inzwischen einfach Bruder und wurde von ihm Bigger genannt, der Größere, weil ihre Mutter von Anfang an nur vom kleinen Bruder und vom größeren Bruder sprach. Einzig Lillian Geiger versuchte, das Kind Rob J. zu nennen, denn ihr Nachbar hatte ihr von dem Familienbrauch erzählt und sie hielt sehr viel auf Familie und Tradition. Aber sogar Lillian vergaß es manchmal und nannte den Jungen Schämen. Und Rob J. Cole, der Vater, gab den Kampf schließlich auf und behielt seine Initiale. Doch ob nun mit J. oder nicht, vom Hörensagen wusste er, dass einige seiner Patienten ihn Injun Cole, Indianer Cole nannten, oder auch diesen verdammten Indianer vögelnden Bauchaufschneider. Aber alle, die Toleranten und die Bornierten wussten, dass er ein guter Arzt war. Und wenn er gerufen wurde, ging er zu ihnen, ob sie ihn mochten oder nicht. War Holdens Crossing früher nur eine Bezeichnung auf Nick Holdens Handzetteln gewesen, so besaß es jetzt eine Hauptstraße mit Läden und Geschäftshäusern, die alle nur The Village, das Dorf, nannten. Dort fand man das Rathaus, Haskins Gemischtwarenladen, Reimers Futtermittel- und Saatguthandlung, ein Spar- und Kreditinstitut, Mrs. Anna Wileys Pension, in der man auch warme Mahlzeiten bekam, Jason Geigers Apotheke, Nelson's Saloon, der nix frühen Plänen eigentlich ein richtiges Gasthaus hätte werden sollen, wegen der Konkurrenz durch Mrs. Wileys aber nie über einen niederen Raum mit einer langen Theke hinauskam, sowie die Stallungen und die Schmiede von Paul Williams, dem Hufschmied. Roberta Williams, seine Frau, betrieb in ihrem Holzhaus eine Maßschneiderei. Einige Jahre lang kam der Versicherungsmakler Harold Ames jeden Mittwochnachmittag aus Rock Island und hielt im Gemischtwarenladen Geschäftsstunden ab. Doch nachdem der Großteil des von der Regierung parzellierten Landes an Siedler abgegeben war und einige der Möchtegern Farmer sich ihr Versagen eingestehen und ihren Grund wieder verkaufen mussten, zeigte sich, dass der Ort ein Maklerbüro brauchte und deshalb ließ sich Carol Wilkinson als Immobilien- und Versicherungsmakler nieder. Charlie Anderson, der später auch Chef der Bank werden sollte, wurde bei der ersten Wahl zum Bürgermeister gewählt und in den folgenden Jahren immer wieder in diesem Amt bestätigt. Anderson war allgemein beliebt, doch jeder wusste, dass er Nick Holdens Kandidat war und tat, was dieser verlangte. Das Gleiche galt für den Sheriff. Mord London brauchte nicht länger als ein Jahr, um zu erkennen, dass er kein Farmer war. Auch als Zimmermann fand er in der Gegend nicht genügend Aufträge, um sich den Lebensunterhalt zu sichern, da die Siedler Schreinerarbeiten so weit möglich selber erledigten. Als deshalb Nick Holden ihm anbot, ihn bei der Wahl zum Sheriff zu unterstützen, nahm Mord die Hilfe bereitwillig an. Er war ein friedfertiger Mann, der still seine Arbeit tat, und das hieß vor allem, die Betrunkenen in Nelsons Saloon zu beschwichtigen. Für Rob J. war es nicht gleichgültig, wer Sheriff war, denn jeder Landarzt war gleichzeitig Deputy Coroner, Stellvertreter des Bezirks Leichenbeschauers, und der Sheriff entschied, wer bei einem Todesfall infolge eines Verbrechens oder eines Unfalls die Autopsie durchführen sollte. Oft stellten Autopsien die einzige Möglichkeit dar, diese Zierungen vorzunehmen, die nötig waren, um als Chirurg in Übung zu bleiben. Rob J. bemühte sich dabei um einen wissenschaftlichen Standard, wie er in Edinburgh üblich gewesen war. Er wog alle wichtigen Organe und führte darüber Buch. Zum Glück war er mit Mord London immer gut ausgekommen, sodass er viele Autopsien durchführen konnte. Nick Holden war dreimal als Abgeordneter des Distrikts in die Legislative gewählt worden. Manchmal ärgerten sich die Bürger des aufstrebenden Ortes über sein Selbstherrliches auftreten, und sie riefen sich dann gegenseitig ins Gedächtnis, dass er zwar über den Großteil der Bank, Anteile an der Mühle, dem Gemischtwarenladen und diesem Saloon und wer weiß über wie viele Morgengrund verfügte, aber bei Gott nicht über sie und ihr Land. Aber im Allgemeinen sahen sie es mit Stolz und Erstaunen, dass er in Springfield auftrat wie ein richtiger Politiker, mit dem aus Tennessee stammenden Gouverneur Bourbon trank, in gesetzgebenden Ausschüssen mitarbeitete und so schnell und geschickt Fäden knüpfte, dass sie nur ausspucken, grinsen und den Kopf schütteln konnten. Nick hatte zwei Ziele, über die er auch ganz offen sprach. »Ich will die Eisenbahn nach Holdens Crossing bringen, damit aus dem Kaff vielleicht mal eine Stadt wird«, sagte er zu Rob J. eines Morgens, während er auf der Veranda vor Haskins Laden saß und sich eine königliche Zigarre schmecken ließ. »Und ich will unbedingt in den Kongress gewählt werden. Die Eisenbahn kriege ich nämlich nie hierher, wenn ich in Springfield bleibe.« Seit Nick versucht hatte, Rob J. die Heirat mit Sarah auszureden, taten sie nicht mehr so, als seien sie die besten Freunde, aber sie unterhielten sich freundlich, wenn sie sich trafen. Jetzt sah Rob J. ihn zweifelnd an. »Es ist schwer, ins Repräsentantenhaus zu kommen, Nick. Da brauchen sie Stimmen aus einem viel größeren Wahlbezirk, nicht nur die von hier aus der Gegend. Und der alte Singleton ist auch noch da.« Der gegenwärtige Kongressabgeordnete Samuel Turner Singleton, den alle im Rock Island County nur unseren alten Samuel nannten, saß politisch noch fest im Sattel. »Samuel Singleton ist alt«, »der wird bald sterben oder zurücktreten. Wenn es soweit ist, mache ich jedem im Distrikt klar, dass eine Stimme für mich, eine Stimme für den Wohlstand ist.« Nick grinste ihn an. »Ihnen habe ich doch auch auf die Sprünge geholfen.« »Was, Doktor?« Rob J. musste zugeben, dass das stimmte. Er hielt jetzt Anteile sowohl an der Mühle wie an der Bank. Bei der Finanzierung des Gemischtwarenladens und des Saloons hatte Nick Rob J. aber nicht mehr eingeladen. Rob verstand. Er war inzwischen in Holden's Crossing fest verwurzelt, und Nick verschwendete keine Wohltaten, wenn sie nicht nötig waren. Jay Geigers Apotheke und der ständige Zuzug von Siedlern in die Region lockten bald einen zweiten Arzt nach Holden's Crossing. Dr. Thomas Beckerman war ein blasser Mann mittleren Alters mit schlechtem Atem und geröteten Augen. Er kam aus Albany, New York, und ließ sich in einem kleinen Holzhaus in The Village, unweite Apotheke nieder. Er besaß kein Diplom einer medizinischen Fakultät und sprach nur recht allgemein über seine Ausbildung, die er seinen Angaben zufolge bei einem gewissen Dr. Cantwell in Concord genossen hatte. Anfangs war Rob J. froh über seine Ankunft. Es gab genug Patienten für zwei Ärzte, sofern diese nicht habgierig waren, und Rob hätte diesem zweiten Mediziner gern einen Teil der langwierigen Hausbesuche überlassen, die ihn oft weit in die offene Prärie hinausführten. Aber Beckerman war ein schlechter Arzt und ein starker Trinker, und beides merkten die Leute sehr schnell. Also musste Rob J. weiterhin zu weit reiten und zu viele Patienten betreuen. Über den Kopf wuchs ihm diese Aufgabe nur im Frühling, wenn die jährlichen Epidemien ausbrachen, das Sumpffieber an den Ufern der Flüsse, die Illinois-Krätze in den Farmen der Prärie und andere ansteckende Krankheiten, die sich über das ganze Land ausbreiteten. Sarah wollte immer an der Seite ihres Mannes den Kranken helfen, und im Frühjahr, nach der Geburt ihres zweiten Sohnes, drängte sie Rob J., sie doch als Assistentin mitzunehmen. Doch sie hatte sich einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht. In diesem Jahr waren Milchfieber und Masern besonders bedrohlich, und als sie begannen, ihm mit ihren Bitten zuzusetzen, hatte er bereits viele Schwerkranke, darunter einige Sterbende, und so konnte er ihr kaum Aufmerksamkeit schenken. Also musste Sarah wieder zusehen, wie Maqua Iqua den ganzen Frühling über mit ihm ausritt, und ihre Seelenqualen kehrten zurück. Mit dem Beginn des Hochsommers klangen die Epidemien ab, und Rob J. konnte den üblichen, gemächlicheren Lebensrhythmus wieder aufnehmen. Eines Abends, nachdem er mit J. Geiger ein Mozart-Duo für Violine und Viola gespielt hatte, brachte J. das heikne Thema von Sarahs Unglück zur Sprache. Die beiden waren inzwischen gute Freunde geworden, und doch war Rob überrascht, dass J. es wagte, in eine Welt einzudringen, die er als seine Intimsphäre betrachtete. »Woher weißt du so gut über Sarahs Gefühle Bescheid?« »Sie redet mit Lillian, und Lillian redet mit mir«, erwiderte J., und hielt dann einen Augenblick verlegen inne. »Ich hoffe, du verstehst mich. Ich sage das aus echter Zuneigung zu euch beiden.« »Ich verstehe. Aber hast du neben deiner freundlichen Anteilnahme auch einen Rat für mich?« »Deiner Frau zuliebe musst du dich von dieser Indianerin trennen.« »Zwischen uns ist nichts außer Freundschaft«, erwiderte Rob, ohne seine Verärgerung unterdrücken zu können. »Das ist egal. Ihre bloße Anwesenheit macht Sarah schon unglücklich.« »Sie kann doch nirgendwo hin.« »Keiner von ihnen kann irgendwo hin.« »Die Weißen betrachten sie als Wilde und lassen sie nicht so leben, wie sie es früher getan haben. Mond und der singend einhergeht sind die besten Farmarbeiter, die man sich wünschen kann. Aber keiner hier in der Gegend ist bereit, einen Saug einzustellen.« »Marqua, Mond und der singend einhergeht bringen mit dem Wenigen, was sie bei mir verdienen, den ganzen Clan durch.« »Marqua arbeitet schwer, und ich kann mich auf sie verlassen. Ich kann sie doch nicht wegschicken und dem Hungertod oder noch Schlimmerem ausliefern.« Jay seufzte und nickte und sprach nie mehr davon. Das Eintreffen eines Briefes war eine Seltenheit. Fast schon ein Ereignis. Eines Tages kam einer für Rob J. Der Postmeister in Rock Island hatte den Brief, nachdem er fünf Tage bei ihm gelegen hatte, dem Versicherungsmakler Harold Ames mitgegeben, der geschäftlich nach Holdens Crossing fahren musste. Rob riss den Umschlag neugierig auf. Es war ein langer Brief von Dr. Harry Loomis, seinem Freund in Boston. Er las ihn einmal und dann ein zweites Mal langsamer und dann noch einmal. Er war am 20. November 1846 geschrieben worden und hatte den ganzen Winter gebraucht, um seinen Bestimmungsort zu erreichen. Harry war offensichtlich auf dem besten Wege zu einer erstklassigen Karriere. Er berichtete, dass er kürzlich zum Assistenzprofessor für Anatomie in Harvard ernannt worden sei und deutete seine bevorstehende Heirat mit einer Dame namens Julius Selman an. Aber der Brief war insgesamt mehr ein medizinischer denn ein persönlicher Bericht. Eine neue Entdeckung lasse nun schmerzfreie Chirurgie Wirklichkeit werden, schrieb Harry mit unverkennbarer Begeisterung. Es sei ein Gas namens Äther, das seit Jahren bei der Herstellung von Wachsen und Parfums als Lösungsmittel benutzt werde. Harry erinnerte Rob J. an die Experimente, die in Bostoner Krankenhäusern zur Erprobung von Stickstoffoxydul, dem sogenannten Lachgas, als Betäubungsmittel durchgeführt worden waren. Anspielungsreich fügte er hinzu, dass Rob sich vielleicht an gewisse Freizeitbeschäftigungen mit diesem Stoff erinnere, die außerhalb der Krankenhäuser stattgefunden hatten. Rob erinnerte sich noch gut, wenn auch mit etwas gemischten Gefühlen daran, wie er sich mit McHolland ein Fläschchen des Lachgases genehmigt hatte, dessen Spender Harry gewesen war. Vielleicht ließen die Zeit und die Entfernung das Erlebnis schöner und lustiger erscheinen, als es tatsächlich gewesen war. Für den 5. Oktober dieses Jahres, schrieb Loomis, war im Operationssaal des Massachusetts General Hospital ein weiteres Experiment geplant, diesmal jedoch mit Äther. Vorangegangene Versuche, den Schmerz mit Stickstoffoxydul zu betäuben, waren komplette Fehlschläge gewesen, bei denen die Studenten und Ärzte auf den Galerien regelmäßig gejohlt und Humbug, Humbug gerufen hatten. Die Experimente waren zu einer allgemeinen Belustigung geworden und die geplante Operation im Massachusetts General versprach, den früheren in nichts nachzustehen. Der Chirurg war Dr. John Collins Warren. Sie werden sich sicher noch daran erinnern, dass Dr. Warren ein abgebrühter, grober Operateur ist, der eher für seine Geschicklichkeit mit dem Skalpell, denn für seine Geduld mit Dummköpfen berühmt ist. Also strömten wir an diesem Tag in den Operationssaal, als wäre er ein Kabarett statt. Stellen Sie sich das vor, Rob. Der Mann, der den Äther liefern soll, ein Zahnarzt namens Morten verspätet sich. Warren ist in höchstem Maße verärgert, nutzt aber die Verzögerung, um in allen Einzelheiten darzulegen, wie er einen großen Tumor aus der krebsbefallenen Zunge eines jungen Mannes namens Abbott entfernen wird, der bereits halbtot vor Angst auf dem roten Operationsstuhl sitzt. Nach fünfzehn Minuten gehen Warren die Worte aus, und er zieht missmutig seine Uhr aus der Tasche. Auf der Galerie hat man bereits zu kichern begonnen, als endlich der auf Abwege geratene Zahnarzt eintrefft. Morten verabreicht das Gas und erklärt kurze Zeit später, der Patient sei nun bereit. Dr. Warren nickt, immer noch wütend, rollt die Ärmel hoch und sucht sich ein Skalpell aus. Assistenten öffnen Abbott den Mund und ziehen die Zunge heraus, andere drücken den Patienten auf den Operationsstuhl, damit er nicht um sich schlägt. Warren beugt sich über ihn und setzt mit einer blitzschnellen Bewegung den ersten tiefen Schnitt, der Blut aus Abbott's Mundwinkel Quellen lässt. Der Patient rührt sich nicht. Auf der Galerie herrscht absolutes Schweigen. Noch das leiseste Seufzen oder Aufstöhnen wäre zu hören. Warren macht sich wieder an die Arbeit. Er setzt einen zweiten Schnitt, dann einen dritten. Sorgfältig und schnell entfernt er den Tumor, katzt die Wunde aus, vernäht sie und drückt einen Schwamm auf die Zunge, um die Blutung zu unterbinden. Der Patient schläft. Der Patient schläft. Warren richtet sich auf. Auch wenn Sie es mir nicht glauben, Rob, aber die Augen dieses selbstherrlichen Zynikers waren feucht. Gentlemen, sagte er, das ist kein Humbug. Die Entdeckung von Äther als Betäubungsmittel in der Chirurgie ist in der medizinischen Presse von Boston veröffentlicht worden. Unser Holmes, wie immer in vorderster Reihe mit dabei, hat bereits vorgeschlagen, die Anwendung Anästhesie zu nennen, nach dem griechischen Wort für Empfindungslosigkeit. Geigers Apotheke führte Äther nicht. Aber ich bin kein ungeschickter Chemiker, sagte Jay nachdenklich. Ich kann ihn herstellen. Wahrscheinlich. Dazu muss ich Ethylalkohol mit Schwefelsäure destillieren. Meinen metallenen Destillierkolben kann ich dazu allerdings nicht benutzen, den würde die Säure durchfressen. Aber ich habe noch eine Glasspirale und eine große Flasche. Als sie seine Regale absuchten, fanden sie jede Menge Alkohol, aber keine Schwefelsäure. Kannst du auch Schwefelsäure herstellen? fragte ihn Rob. Geiger kratzte sich am Kinn. Die Sache machte ihm offensichtlich Spaß. Dazu muss ich Schwefel mit Sauerstoff verbinden. Ich habe genügend Schwefel, aber der chemische Prozess ist ein bisschen kompliziert. Wenn man Schwefel oxidiert, erhält man zunächst Schwefeldioxid. Ich muss dann das Schwefeldioxid nochmal oxidieren, um Schwefelsäure zu erhalten. Aber klar, warum eigentlich nicht? Wenige Tage später hatte Rob Jay einen Vorrat an Äther. Harry Loomis hatte ihm beschrieben, wie man aus Draht und Stoffstreifen eine Äthermaske anfertigt. Zunächst probierte Rob Jay das Gas an einer Katze aus, die 22 Minuten besinnungslos blieb. Dann raubte er einem Hund für über eine Stunde das Bewusstsein und erkannte an dieser langen Zeitspanne, dass Äther ein gefährlicher Stoff und mit Vorsicht anzuwenden ist. Zum Abschluss gab er das Gas einem männlichen Lamm vor der Kastration, und die Hoden wurden entfernt, ohne dass das Tier ein einziges Mal blückte. Schließlich wies er Geiger und Sarah in die Benutzung des Äthers ein, und sie verabreichten ihm das Gas. Er blieb nur ein paar Minuten bewusstlos, da sie vor Nervosität zu spärlich dosierten, aber es war trotzdem eine einzigartige Erfahrung. Einige Tage später geriet Gas Schröder, der unhin nur noch achteinhalb Finger hatte, mit dem Zeigefinger seiner Guten, der rechten Hand unter einen schweren Stein und zerquetschte ihn sich. Rob gab ihm Äther, und Gas wachte mit siebeneinhalb Fingern wieder auf und fragte, wann die Operation beginne. Rob war überwältigt von den neuen Möglichkeiten. Er kam sich vor, als sei ihm ein Blick in die endlosen Weiten hinter den Sternen gewährt worden, und er erkannte, dass der Äther noch wertvoller war als seine Gabe. Diese Gabe besaßen nur wenige Mitglieder seiner Familie, aber mit dem Äther konnte von nun an jeder Arzt der Welt operieren, ohne dem Patienten mörderische Schmerzen zuzufügen. Mitten in der Nacht ging Sarah in die Küche hinunter und sah ihren Mann allein am Tisch sitzen. »Geht es dir gut?« Er betrachtete nachdenklich die farblose Flüssigkeit in der Glasflasche. »Wenn ich das gehabt hätte, Sarah, dann hätte ich dir damals bei den Operationen nicht so wehgetan.« »Du hast es auch so sehr gut gemacht. Du hast mir das Leben gerettet, das weiß ich ganz genau.« »Dieses Zeug«, er hielt die Flasche in die Höhe, »für sie sah es nicht anders aus als Wasser,« »wird viele Leben retten. Es ist ein Schwert gegen den Schwarzen Ritter.« Sarah mochte es nicht, wenn er vom Tod wie von einer Person sprach, die jeden Augenblick die Tür öffnen und ihr Haus betreten konnte. Sie verschränkte die weißen Arme vor ihren schweren Brüsten und fröstelte in der nächtlichen Kühle. »Komm ins Bett, Rob J.,« sagte sie. Tags darauf begann Rob, den Ärzten der Gegend zu schreiben und sie zu einer Konferenz einzuladen. Sie fand einige Wochen später in einem Zimmer über der Futtermittelhandlung in Rock Island statt. In der Zwischenzeit hatte Rob J. den Äther noch dreimal benutzt. Sieben Ärzte und Jason Geiger saßen beisammen und hörten, was Loomis geschrieben und was Rob J. aus eigener Erfahrung zu berichten hatte. Die Reaktionen schwankten zwischen großem Interesse und unverhüllter Skepsis. Zwei der Anwesenden bestellten bei J. Äther und Betäubungsmasken. »Das ist doch bloß eine Modeerscheinung,« sagte Thomas Beckerman, »wie dieser Unsinn mit dem Händewaschen.« Ein paar der Ärzte lächelten, denn jeder wusste von Rob J.'s ausführlichem Gebrauch von Seife und Wasser. »Die Krankenhäuser in den Großstädten können sich mit sowas abgeben, aber kein Arzt aus Boston soll uns erzählen, wie wir hier im Westen Medizin zu praktizieren haben.« Die anderen Ärzte waren taktvoller als Beckerman. Tobias Barr meinte, er erhalte viel von einem solchen Gedankenaustausch unter Kollegen und regte die Gründung einer Rock Island Medical Society an. Die Anregung wurde aufgenommen und Dr. Barr zum Präsidenten dieser Ärztevereinigung gewählt. Rob J. wurde zum korrespondierenden Sekretär ernannt, eine Ehre, die er nicht ablehnen konnte, da alle Anwesenden ein Amt oder den Vorsitz eines Ausschusses, den Thomas Barr als höchst wichtig bezeichnete, erhielten. In diesem Jahr kam es unerwartet im Herbst zu einer Epidemie, obwohl doch die kühle Luft für Lebenskraft und gute Gesundheit hätte sorgen sollen. In der ersten Oktoberwoche brachen acht Familien eine Krankheit aus, die Rob J. nicht diagnostizieren konnte. Es war von galligem Auswurf begleitetes Fieber, wie es eigentlich für Typhus typisch war, doch Rob J. vermutete, dass es sich nicht um Typhus handelte. Als man ihm dann täglich mindestens einen neuen Fall meldete, wusste er, dass es wieder einmal so weit war. Er wollte schon zum Langhaus gehen, um Magua Ikua zu sagen, sie solle sich fertig machen, änderte jedoch die Richtung und betrat die Küche seines Hauses. In der Gegend ist ein schlimmes Fieber ausgebrochen, das sich mit Sicherheit weiter ausbreiten wird. Kann sein, dass ich wochenlang unterwegs bin. Sarah nickte ernst, als Zeichen, dass sie es verstand. Als er sie fragte, ob sie mit ihm kommen wolle, kam so schlagartig Leben in ihr Gesicht, dass seine Zweifel verschwanden. Aber du wirst dann die Jungen nicht sehen, warnte er sie. Magua wird sich um sie kümmern, solange wir weg sind. Sie kann das wirklich gut, sagte Sarah. Noch am selben Nachmittag brachen sie auf. In einem so frühen Stadium einer Epidemie ritt Rob gewöhnlich zu jedem Haus, von dem er wusste, dass die Krankheit ausgebrochen war, denn er wollte versuchen, das Feuer zu löschen, bevor es zu einem Großbrand wurde. Er sah, dass jeder neue Fall mit den gleichen Symptomen begann, mit plötzlich erhöhter Temperatur oder einem entzündeten Hals und darauf folgendem Fieber. Für gewöhnlich kam sehr früh Durchfall und grünlich-gelber Galle-Auswurf dazu. Im Mund jedes Patienten bildeten sich kleine Bläschen, unabhängig davon, ob die Zunge trocken oder feucht, schwärzlich oder weiß belegt war. Wenn sich innerhalb einer Woche keine weiteren Symptome zeigten, wusste Rob J., dass der Tod bevorstand. Kamen jedoch heftige Schüttelfröste und Gliederschmerzen hinzu, wie es oft der Fall war, schien eine Genesung wahrscheinlich. Auch Fronkel und andere Abszesse, die gegen Ende des Fiebers auftraten, waren günstige Zeichen. Er hatte keine Ahnung, wie er die Krankheit behandeln sollte. Da früh auftretender Durchfall häufig das Fieber senkte, versuchte er diesen in einigen Fällen mit Abführmitteln herbeizuführen. Wenn die Patienten Schüttelfrost bekamen, gab er ihnen Magua Iquas Pflanzentonico mit etwas Alkohol versetzt, um sie zum Schwitzen zu bringen. Dazu legte er ihnen blasenziehende Senfpflaster auf. Bald nach Ausbruch der Epidemie trafen er und Sarah Thomas Beckerman, der ebenfalls zu Fieberpatienten ritt. Mit Sicherheit Typhus, sagte Beckerman. Rob glaubte das nicht. Es zeigten sich keine roten Flecken am Bauch und niemand schied blutigen Stuhl aus. Aber er ließ sich auf keinen Disput ein. Was es auch war, was die Leute da befiel, es wurde nicht weniger besorgniserregend, wenn man es mit dem einen oder dem anderen Namen bezeichnete. Beckerman berichtete ihnen, dass am Vortag zwei Patienten trotz ausgedehnten Schröpfens gestorben waren. Rob versuchte ihm das Schröpfen als Heilmittel gegen Fieber auszureden, aber Beckerman war nicht der Mann, der den Rat des einzigen Kollegen am Ort annahm. So verabschiedeten sie sich schon nach wenigen Minuten wieder. Nichts ärgerte Rob J. mehr als ein schlechter Arzt. Zunächst war es eigenartig für Rob, Sarah anstelle von Magua Ikwa bei sich zu haben. Sarah gab sich die allergrößte Mühe und beeilte sich, alles zu tun, was er verlangte. Doch der Unterschied war, dass er die einzelnen Verrichtungen von ihr verlangen und sie ihr beibringen musste, während Magua wusste, was zu tun war, ohne dass er es sagte. Bei den Patienten oder während des Reitens zwischen den einzelnen Besuchen hatten er und Magua oft lange geschwiegen, was sie beide als angenehm empfanden. Sarah dagegen, die froh war, bei ihm zu sein, redete und redete, zumindest am Anfang, denn je mehr Patienten sie behandelten und je erschöpfter sie wurden, desto stiller wurde auch sie. Die Krankheit breitete sich schnell aus. Wenn in einem Haushalt einer erkrankte, steckten sich für gewöhnlich alle anderen Familienmitglieder an. Doch Rob J. und Sarah gingen von Haus zu Haus und infizierten sich nicht, als wären sie von einem unsichtbaren Panzer geschützt. Alle drei oder vier Tage versuchten sie nach Hause zurückzukehren, um zu baden, die Kleider zu wechseln und ein paar Stunden zu schlafen. Das Haus war warm und sauber und duftete nach den heißen Mahlzeiten, die Magua für sie kochte. Nur kurz widmeten sie sich ihren Söhnen, dann packten sie das Pflanzentonicum ein, das Magua während ihrer Abwesenheit gebraut und auf Rob's Anweisung hin mit ein wenig Wein vermischt hatte, und dritten wieder hinaus. Zwischen den Abstechern nach Hause schliefen sie zusammengekuschelt, wo sie Platz fanden, meistens in Heuschobern oder auf dem Boden vor dem Kamin eines Patientenhauses. Eines Morgens kam ein Farmer namens Benjamin Haskell in seine Scheune und bekam Stielaugen, als er den Doktor mit dem Arm unter den Röcken seiner Frau überraschte. Das war ihr einziger Versuch eines ehelichen Verkehrs während der gesamten Dauer der Epidemie, sechs Wochen lang. Die Blätter hatten sich eben verfärbt, als sie begonnen hatte und an ihrem Ende war der Boden bereits mit Schnee bedeckt. An dem Tag, als sie heimkehrten und ihnen bewusst wurde, dass sie nicht mehr würden hinausreiten müssen, schickte Sarah die Kinder mit Magua Ikua im Backbord zu Müllers Farm, um Körbe mit Winteräpfeln zum Kompottkochen zu holen. Sie lag lange vor dem Kamin in der Wanne und erhitzte dann neues Wasser für Rob. Als er in dem Blechzuber lag, kam sie zurück und wusch ihn langsam und zärtlich, so wie sie es mit dem Patienten gemacht hatte, und doch ganz anders, denn statt eines Lappens benutzte sie ihre bloßen Hände. Dampfend und fröstelnd lief er ihr anschließend durch das kalte Haus nach bis hinauf ins Schlafzimmer, wo sie unter der warmen Decke blieben, bis Stunden später Magua mit Rob und Alex zurückkehrte. Einige Monate später war Sarah wieder schwanger. Doch sie erlitt sehr früh eine Fehlgeburt, und Rob bekam es mit der Angst, dass sie dabei äußerst heftig blutete. Er erkannte, dass es für seine Frau gefährlich werden würde, wenn sie noch einmal empfing, und traf von da an seine Vorkehrungen. Besorgt beobachtete er sie, ob sich nicht dunkle Schatten über ihr Gesicht legten, wie es bei Frauen nach einer Fehlgeburt oft der Fall war. Doch abgesehen von einer gewissen Blässe und Phasen der Nachdenklichkeit, in denen sie mit geschlossenen Augen still dasaß, schien sie sich so schnell zu erholen, wie er nur hoffen konnte. »Keine Tochter«, sagte sie eines Abends, nachdem er Asche aufs Feuer gestreut hatte, nahm seine Hand und legte sie auf ihren flachen Bauch. »Nein«, erwiderte er, »aber im Frühjahr kannst du wieder mit mir zu den Patienten reiten.« Und diesen Trost konnte sie nicht ablehnen. Frühlingsmusik. So kam es, dass die Cole-Jungen häufig und für lange Zeiträume in der Obhut der Saugfrau blieben. Shaman war der Duft Magua'Iquas nach zerdrückten Beeren bald so vertraut wie der Geruch seiner leiblichen Mutter, ihre Dunkelheit so vertraut wie Sarahs milchig-weiße Blondheit und schließlich vertrauter. Wenn Sarah ihre Kinder abgab, ergriff Magua freudig die Gelegenheit und rückte den Jungen, den Sohn von Kafso-Wabe-Sikyu, dem weißen Schamanen, mütterlich an ihre warme Brust. Es schenkte ihr eine Erfüllung, die sie nicht mehr erlebt hatte, seit sie ihren kleinen Bruder in den Armen gehalten hatte. Sie belegte den kleinen weißen Jungen mit einem Liebeszauber und manchmal sang sie ihm vor. Ich gehe mit dir, mein Sohn, ich gehe mit dir, mein Sohn, wohin du auch gehst, ich gehe mit dir, mein Sohn. Manchmal sang sie, um ihn zu beschützen, Geist, ich rufe dich heute. Geist, ich spreche zu dir. Einer, der deiner sehr bedarf, wird dich anbeten. Gewähre mir deine Gnade. Bald summte Schämen diese Lieder, während er ihr auf Schritt und Tritt folgte. Alex trottete bedrückt nebenher, denn er musste zusehen, wie ein weiterer Erwachsener Anspruch auf seinen Bruder erhob. Er gehorchte Magua-Equa, doch sie erkannte, dass der Argwohn und die Abneigung, die manchmal in seinen jungen Augen aufblitzten, Spiegelbilder der Gefühle waren, die seine Mutter ihr gegenüberhegte. Es machte ihr nicht viel aus. Alex war noch ein Kind, und sie konnte sich bemühen, sein Vertrauen zu gewinnen, und was Sarah anging, die Soks hatten Feinde gehabt, solange Magua-Equa sich erinnern konnte. Jay Geiger, der zu sehr mit seiner Apotheke beschäftigt war, hatte Maud London angestellt, damit der die ersten Felder seiner Farm pflückte. Es war eine langwierige und sehr beschwerliche Arbeit. Von April bis Ende Juli hatte Maud gebraucht, um die tiefe, schwere Krume aufzubrechen. Es war aber auch eine teure Angelegenheit, denn die umgedrehten Soden mussten nun zwei bis drei Jahre ruhen und verrotten, bevor man neu pflügen und endlich ansäen konnte, und außerdem hatte Maud die ille Neukretze aufgeschnappt, die fast alle Männer befiel, die in der Prärie Felder bearbeiteten. Einige glaubten, die verfaulenden Soden würden giftige Dämpfe freisetzen, die den Farmer krank machten, während andere behaupteten, die Krätze komme von den Bissen der winzigen Insekten, die die Pflugschar aufscheuchte. Es war ein unangenehmes Leiden, denn auf der Haut bildeten sich kleine, juckende und nässende Pusteln. Mit einer Schwefelbehandlung konnte die Krätze so weit eingedämmt werden, dass sie nur noch lästig, aber nicht mehr gefährlich war. Doch bei Vernachlässigung entwickelte sich aus ihr ein lebensbedrohendes Fieber, wie es zum Beispiel Alexander Bledsoe, Sarahs ersten Mann, getötet hatte. Jay bestand darauf, dass auch die Ecken seines Fels sorgfältig gepflügt und später besät wurden. Entsprechend dem uralten jüdischen Gesetz erntete er im Herbst die Ecken nicht ab, sondern überließ sie den Armen. Als seine ersten Felder anfingen, gute Maiserträge abzuwerben, konnte er den zweiten Abschnitt in Angriff nehmen, auf dem er Weizen anbauen wollte. Zu dieser Zeit war Maud London bereits schärf, und keiner der anderen Siedler war bereit, für Lohn zu arbeiten. Es war eine Zeit, in der chinesische Kulis es nicht wagten, ihre Eisenbahntrupps zu verlassen, da sie Gefahr liefen, gesteinigt zu werden, wenn sie einer Stadt zu nahe kamen. Gelegentlich kam ein Ire und manchmal auch ein Italiener nach Holden's Crossing, meistens auf der Flucht vor der Sklavenarbeit beim Bau des Illinois and Mississippi Canal, aber Papisten wurden vom Großteil der Bevölkerung mit Argwohn betrachtet und schleunigst wieder weitergeschickt. Jay hatte mit einigen Sougs flüchtige Bekanntschaft geschlossen, denn sie waren die Armen, die seine Feldecken abernten durften. Schließlich kaufte er vier Ochsen und einen Stahlpflug und stellte zwei der Krieger, Kleines Horn und Steinhund, ein, damit sie für ihn die Prärie umpflückten. Die Indianer wussten um Geheimnisse, wie man die Ebenen aufbrach und ihr Fleisch und Blut bloßlegte, die schwarze Erde. Bei der Arbeit entschuldigten sie sich beim Boden, weil sie ihn verletzten, und sie sangen Lieder, um die entsprechenden Geister günstig zu stimmen. Sie wussten auch, dass der weiße Mann zu tief pflückte. Als sie die Pflugschafe eine flachere Bearbeitung einstellten, verrottete das Wurzelgeflecht unter der umgepflückten Erde tatsächlich schneller als zuvor, und sie konnten auf diese Weise zwei Morgen pro Tag bearbeiten, anstatt eineinhalb. Außerdem bekamen weder Kleines Horn noch Steinhund die Krätze. Jay staunte über die Ergebnisse und versuchte, die Methode auch seinen Nachbarn nahe zu bringen, doch er fand nirgends ein offenes Ohr. Das ist nur, weil diese ignoranten Arschlöcher mich als Ausländer betrachten, obwohl ich in South Carolina geboren bin, ein paar von denen aber in Europa, beschwerte er sich erregt bei Rob Jay. Die trauen mir nicht. Sie hassen die Iren und die Juden und die Chinesen und die Italiener und Gott weiß wen sonst noch, weil die zu spät nach Amerika gekommen sind. Die Franzosen und die Mormonen hassen sie aus Prinzip, und die Indianer hassen sie, weil die zu früh in Amerika waren. Zum Teufel, wen mögen sie eigentlich? Rob lachte. Aber Jay, sich selber mögen sie. Sie glauben, dass sie genau richtig sind, nur weil sie zufällig gerade zur rechten Zeit hier angekommen sind, sagte er. In Holdens Crossing war es eine Sache, gemocht zu werden, eine ganz andere aber, akzeptiert zu werden. Rob J. Cole und Jay Geiger wurden widerstrebend akzeptiert, weil ihre Berufe dringend benötigt wurden. Während sie allmählich zu markanten Flecken in der Patchwork-Decke der Gemeinde wurden, hielten die beiden Familien eng zusammen und unterstützten und ermutigten sich gegenseitig. Die Kinder wurden vertraut mit den Werken großer Komponisten, und oft lagen sie abends im Bett und lauschten dem wunderbaren Klang der Seiteninstrumente, die ihre Väter mit Liebe und Leidenschaft spielten. Als Shaman fünf Jahre alt war, wüteten im Frühling die Masern. Der unsichtbare Panzer, der Sarah und Rob beschützt hatte, wirkte nicht mehr, und so schwand auch das Glück, das ihnen bis dahin beigestanden hatte. Sarah brachte die Krankheit mit nach Hause und musste einen leichten Anfall durchstehen. Shaman ebenfalls. Rob Js Ansicht nach hatte jeder Glück, der sich nur geringfügig ansteckte, denn seiner Erfahrung nach bekam man die Masern nur einmal im Leben. Alex allerdings befiel die Krankheit in ihrer ganzen schrecklichen Heftigkeit. Während seine Mutter und sein Bruder nur leicht erhöhte Temperatur hatten, glühte er im Fieber. Während sie nur schwachen Juckreiz spürten, kratzte er sich die Haut blutig. Rob J wickelte ihn in welke Kohlblätter und musste ihm zu seinem eigenen Besten die Hände fesseln. Im darauf folgenden Frühjahr war Scharlach die vorherrschende Krankheit. Die Sougs steckten sich an, und auch Magua Equa wurde krank, sodass Sarah missmutig zu Hause bleiben und die Indianerfrau pflegen musste, anstatt als Assistentin mit ihrem Mann mitzureiten. Nach einer Weile steckten sich auch die beiden Jungen an. Diesmal holte Alex sich die leichtere Version, während Shaman glühte, er brach, vor Ohrenschmerzen schrie und einen so heftigen Ausschlag bekam, dass er sich an vielen Stellen schälte wie eine Schlange. Nachdem die Epidemie abgeklungen war, ließ Sarah die warme Mailuft ins Haus und erklärte, dass die Familie einen Feiertag nötig habe. Sie briet eine Gans, ließ die Geigers wissen, dass sie willkommen seien, und am Abend erklang wieder Musik, nachdem seit Wochen keine mehr zu hören gewesen war. Die Kinder der Geigers durften auf Feldbetten im Zimmer von Alex und Shaman schlafen. Kurz bevor sie einstiefen, schlüpfte Lillian Geiger ins Zimmer und gab jedem Kind einen Gute-Nacht-Kuss. An der Tür blieb sie noch einmal stehen und wünschte ihnen eine gute Nacht. Alex antwortete, und auch ihre eigenen Kinder, Rachel, Davy, Herm und Cubby, der noch zu jung war, um bei seinem richtigen Namen Lionel gerufen zu werden. »Gute Nacht, Rob J.,« sagte sie. Doch es kam keine Antwort, und Lillian sah, dass der Junge geradeaus starrte, als wäre er tief in Gedanken versunken. »Sherman? Mein Lieber?« Als wieder keine Reaktion kam, klatschte sie laut in die Hände. Fünf Gesichter wandten sich ihr zu, doch eines nicht. Im anderen Zimmer spielten die Musiker jenes Mozart-Duo, das sie am besten gemeinsam spielten, und in dem sie als Künstler glänzten. Rob war sehr erstaunt, als Lillian sich plötzlich vor ihn stellte und seinen Bogen mitten in einer Passage anhielt, die er besonders liebte. »Dein Sohn,« sagte sie, »der Kleine. Er hört nichts.« Das stille Kind Während seines lebenslangen Kampfes um die Linderung von Leiden, die körperliche und seelische Defekte mit sich bringen, wunderte Rob J. sich immer wieder, wie sehr es ihn traf, wenn der Patient jemand war, den er liebte. Er hatte für alle Sympathie, der er behandelte, auch für solche, die die Krankheit böse gemacht hatte, und sogar für jene, die schon vor ihrer Krankheit böse gewesen waren, denn indem sie seine Hilfe suchten, wurden sie in gewisser Weise zu den Seinen. Als junger Arzt in Schottland hatte er seine Mutter immer schwächer werden und auf den Tod zugehen sehen, und das hatte ihm schmerzhaft vor Augen geführt, wie machtlos er letztlich als Mediziner war. Jetzt schmerzte ihn tief, was diesem starken, stämmigen Jungen widerfahren war, der seinem Samen und seiner Seele entsprungen war. Shaman lag nur benommen da, während sein Vater in die Hände klatschte, schwere Bücher zu Boden fallen ließ und ihn anschrie. »Kannst du etwas hören, Sohn?« schrie Rob und deutete auf seine eigenen Ohren, doch der kleine Junge starrte ihn nur verwirrt an. Shaman war vollkommen taub geworden. »Wird es wieder vergehen?« fragte Sarah ihren Mann. »Vielleicht,« antwortete Rob, »doch er sorgte sich noch mehr als sie, weil er mehr wusste und Tragödien miterlebt hatte, die sie sich kaum vorstellen konnte.« »Du wirst schon dafür sorgen, dass es wieder vergeht.« Sie hatte absolutes Vertrauen in ihn. So wie er einst sie gerettet hatte, würde er auch ihr Kind heilen. Rob J. wusste zwar nicht, wie er vorgehen sollte, aber er versuchte es. Er goss Shaman warmes Öl in die Ohren. Er badete ihn heiß, legte Kompressen an. Sarah betete zu Jesus. Die Geigers beteten zu Jahwe. Makwa Ikwa schlug ihre Wassertrommel und sang zu ihren Manitus und Geistern. Weder Gott noch Geist schienen darauf zu achten. Weder Gott noch Geist erhörten das Flehen. Am Anfang war Shaman zu verblüfft, um Angst zu haben. Doch schon wenige Stunden später begann er zu wimmern und zu schreien. Er schüttelte den Kopf und griff sich an die Ohren. Sarah glaubte schon, die schrecklichen Ohrenschmerzen würden wieder einsetzen, doch Rob wusste, es war etwas anderes, denn er kannte das von früheren Fällen. Er hört Geräusche, die wir nicht hören können. In seinem Kopf. Sarah erbleichte. Stimmt mit seinem Kopf etwas nicht? Nein, nein. Er konnte ihr sagen, wie man das Symptom nannte. Tinnitus. Aber er konnte ihr nicht sagen, was die Geräusche hervorrief, die nur Shaman hörte und sonst niemand. Shaman hörte nicht auf zu weinen. Sein Vater, seine Mutter und Makua lagen abwechselnd in seinem Bett und drückten ihn an sich. Erst später sollte Rob erfahren, dass sein Sohn eine Vielzahl von Geräuschen hörte, knistern, rauschen, dröhnen, zischen. Shaman lebte in beständiger Angst, doch dieser innerliche Höllenlärm verschwand nach drei Tagen. Shaman war mehr als erleichtert und die wiedergefundene Stille tröstete ihn sehr, aber die Erwachsenen, die ihn liebten, waren gepeinigt von der Verzweiflung in dem kleinen, blassen Gesicht. An diesem Abend schrieb Rob an Oliver Wendell Holmes in Boston und fragte ihn, ob er eine Therapie gegen Taubheit kenne. Darüber hinaus bat er Holmes für den Fall, dass es keine Behandlungsmöglichkeit gab, ihm Informationen zur Erziehung eines Taubensohnes zu schicken. Keiner wusste, wie sie Shaman behandeln sollten. Während Rob Jay nach einer medizinischen Lösung suchte, war Alex es, der die Verantwortung übernahm. Obwohl das Unglück, das seinem Bruder widerfahren war, ihn verwirrte und ängstigte, passte er sich der Situation schnell und geschickt an. Er nahm Shamans Hände und ließ sie nicht mehr los. Wohin der ältere Junge auch ging, folgte ihm der Jüngere. Wenn ihre Finger sich verkrampften, wechselte Alex die Seite und nahm die andere Hand. Shaman gewöhnte sich sehr schnell an die Sicherheit, die Biggers schweißige, oft schmutzige Hände ihm boten. Alex passte sehr genau auf ihn auf. Er will noch etwas, bemerkte er häufig bei Tisch und streckte seiner Mutter Shamans leere Schüssel hin, damit sie ihm nachfüllte. Sarah beobachtete ihre Söhne und merkte, wie sie beide litten. Shaman hörte auf zu reden, und Alex leistete ihm in seiner Stummheit Gesellschaft. Er sprach kaum noch und kommunizierte mit Shaman mit einer Reihe deutlicher Gästen und mit Blicken, denn die beiden jungen Augenpaare waren in ständigem Kontakt. Sie quälte sich mit der Vorstellung von Situationen, in denen Shaman ein schreckliches Schicksal erlitt, weil er ihre besorgten Warnrufe nicht hören konnte. Sie befahl den Jungen, immer in der Nähe des Hauses zu bleiben. Das langweilte die beiden bald, und sie saßen mürrisch auf der Erde und spielten dumme Spiele mit Nüssen und Kieseln oder zeichneten mit Zweigen in den Staub. Sie konnte es zwar kaum glauben, doch hin und wieder hörte sie die zwei sogar lachen. Da Shaman seine eigene Stimme nicht hörte, neigte er dazu, zu leise zu sprechen, und sie mussten ihn dann bitten, zu wiederholen, was er gemurmelt hatte, doch er verstand sie nicht. Er gewöhnte sich an, zu grunzen, anstatt zu sprechen. Wenn Alex der Geduldsfaden riss, vergaß er die Gegebenheiten. »Was?« rief er dann. »Was, Shaman?« Doch dann erinnerte er sich an die Taubheit seines Bruders und verlegte sich wieder aufs Gestikulieren. Mit der Zeit übernahm er von Shaman die schlechte Gewohnheit zu grunzen, um etwas zu verdeutlichen, das er mit seinen Händen ausdrückte. Sarah konnte diese schnaubenden Geräusche nicht ertragen, denn die ließen ihre Söhne in ihren Augen wie Tiere erscheinen. Auch sie nahm eine schlechte Gewohnheit an, denn sie stellte sich oft hinter sie und klatschte in die Hände, schnippte mit den Fingern oder rief ihren Namen, um auszuprobieren, ob Shaman wirklich noch taub war. Wenn sie im Haus mit dem Fuß aufstampfte, brachte die Erschütterung des Bodens Shaman dazu, den Kopf zu drehen. Ansonsten war Alex' böser Blick die einzige Reaktion auf ihre Einmischung. Sie war eine unbeständige Mutter gewesen, hatte sie es doch oft vorgezogen, mit Rob J. auszureiten, anstatt sich um ihre Kinder zu kümmern. Sie musste sich eingestehen, dass ihr Mann das Wichtigste in ihrem Leben war, so wie sie einsah, dass für ihn die Medizin die Hauptantriebskraft in seinem Leben war, wichtiger noch als seine Liebe zu ihr. Aber so war es eben. Weder für Alexander Bledsoe noch für einen anderen Mann hatte sie je empfunden, was sie für Rob J. Cole empfand. Jetzt, da einer ihrer Söhne bedroht war, wandte sie ihre Liebe wieder mit ganzer Kraft ihren Kindern zu, doch es war zu spät. Alex war nicht bereit, ein Quäntchen von seinem Bruder abzurücken, und Shaman hatte sich daran gewöhnt, von Makwa Ikwa abhängig zu sein. Makwa hatte nicht die Absicht, etwas gegen diese Abhängigkeit zu tun. Im Gegenteil, sie nahm ihn für lange Zeitspannen mit in ihr Hino Nosote und wachte über jede seiner Bewegungen. Einmal sah Sarah, wie sie zu der Stelle lief, wo Shaman Wasser gelassen hatte und etwas von der nassen Erde in eine Schale schaufelte, als sammle sie die Reliquien eines Heiligen ein. Sarah hielt die Frau für einen Sukupus, der versuchte, den Teil ihres Gatten für sich zu beanspruchen, den sie selbst am meisten schätzte, und der jetzt auch noch versuchte, ihr Kind in seine Gewalt zu bekommen. Sie wusste, dass Makwa Ikwa Zauberworte sprach, sang und wilde Rituale vollzog, bei denen sie eine Gänsehaut bekam, wenn sie nur daran dachte, doch sie traute sich nicht, etwas dagegen zu sagen. So sehr sie sich auch wünschte, dass jemand, wer auch immer und womit auch immer ihrem Kind helfe, empfand sie doch eine gewisse selbstgerechte Bestätigung, eine Bekräftigung in dem einen, wahren Glauben, als die Tage vergingen und nichts von dem heidnischen Unsinn den Zustand ihres Sohnes besserte. Nachts lag Sarah wach und quälte sich mit Gedanken an Taubstumme, die sie kannte. Sie erinnerte sich vor allem an eine schwachsinnige, zerlummte und sehr fette Frau, die sie und ihre Freundinnen durch die Straßen ihres Heimatdorfes in Virginia gejagt und wegen ihrer Korpulenz und ihrer Taubheit verspottet hatten. Bessie hatte sie geheißen, Bessie Turner. Sie hatten Zweige und Steine nach ihr geworfen, denn in ihrem Übermut wollten sie sehen, wie Bessie auf körperliche Schmerzen reagierte, wenn sie schon die schlimmen Beleidigungen nicht mitbekam, die sie ihr nachriefen. Sie fragte sich, ob grausame Kinder auch Schemmen durch die Straßen jagen würden. Langsam dämmerte es Sarah, dass auch Rob Schemmen nicht helfen konnte. Nicht einmal er. Jeden Morgen verließ er das Haus und ritt zu seinen Hausbesuchen. Die Krankheiten anderer Leute nahmen ihn ganz in Anspruch. Doch er ließ dabei seine eigene Familie nicht im Stich. Es kam ihr nur manchmal so vor, da sie Tag für Tag zusehen musste, wie ihre Söhne sich abmühten. Die Geigers, die hilfsbereit sein wollten, luden sie öfters zu Abenden ein, wie die beiden Familien sie früher häufig verbracht hatten. Doch Rob J. lehnte ab. Er spielte nicht mehr auf seiner Gambe, und Sarah glaubte, er könne es einfach nicht ertragen, Musik zu machen, die Schemmen nicht hören konnte. Sie stürzte sich in die Farmarbeit. Orden Kimball grub ihr ein neues Stückchen Erde um, und sie legte einen höchst ehrgeizigen Gemüsegarten an. Meilenweit suchte sie das Flussufer nach gelben Taglilien ab, die sie in ein Beet vor dem Haus verpflanzte. Sie half Orden und Mond, kleine herdenblückender Schafe auf ein Floß zu treiben, in die Flussmitte zu starken und dann ins Wasser zu stoßen, damit sie ans Ufer schwimmen mussten, wobei die Wolle vor dem Scheren gereinigt wurde. Nach dem Kastrieren der Frühlingslämmer sah Orden sie schief an, als sie den Kübel mit den abgeschnittenen Hoden verlangte, den Prärieaustern, die Orden so gerne aß. Sarah schälte die senige Hülle ab und fragte sich dabei, ob die Hoden eines Mannes unter der runzeligen Haut genauso aussahen. Dann halbierte sie die zarten kleinen Bällchen und briet sie mit wilden Zwiebeln und in Scheiben geschnittenen Bophisten in ausgelassenem Speck. Orden aß seine Portion mit großem Appetit, erklärte sie für ausgezeichnet und beklagte sich von da an nicht mehr. Sie hätte beinahe glücklich sein können. Bis auf das eine. Eines Tages kam Rob J. nach Hause und erzählte ihr, dass er mit Tobias Barr über Schemen gesprochen habe. In Jacksonville wurde eine Schule für Taube eröffnet, aber er weiß nur wenig darüber. Ich könnte hinfahren und sie mir ansehen. Aber Schemen ist noch so jung. Jacksonville ist hundertundfünfzig meilenweit weg. Wir würden ihn kaum noch sehen. Er berichtete ihr, dass der Arzt aus Rock Island ihm seine Unwissenheit, was die Behandlung tauber Kinder betraf, gestanden habe. Erst vor einigen Jahren habe er ein achtjähriges Mädchen und ihren sechsjährigen Bruder ihrem Schicksal überlassen müssen. Die beiden Kinder seien schließlich als Mündel des Staates in die Irrenanstalt von Springfield in Illinois gesteckt worden. Rob J., sagte sie. Durch das offene Fenster drang das kehlige Grunzen ihrer Söhne herein, ein irrsinniges Geräusch, und plötzlich sah sie Bessie Turners leeren Blick wieder vor sich. Ein taubes Kind zu Verrückten in eine Anstalt zu stecken, das ist böse. Der Gedanke an das Böse ließ sie erschauern, wie immer. Glaubst du, flüsterte sie, dass Schemen für meine Sünden bestraft wird? Er nahm sie in seine Arme, und sie schöpfte Mut aus seiner Kraft, wie sie es stets tat. Nein, antwortete er. Er hielt sie lange. Ach, meine Sarah, das darfst du nie denken. Aber er sagte ihr nicht, was sie tun konnten. Eines Morgens saßen die beiden Jungen zusammen mit kleiner Hund und Vogelfrau vor dem Hedonosoté und schälten die Rinde von Weidenroten ab, damit Magua ihre Medizin daraus brauen konnte, als ein fremder Indianer auf einem knochigen Pferd aus dem Wald am Flussufer geritten kam. Er war vom Aussehen her ein Sioux, alles andere als jung und so dürr und schäbig und abgerissen wie sein Pferd. Seine Füße waren nackt und schmutzig. Er trug Gamaschen und ein Lendentuch aus Hirschleder und um den Oberkörper den zerfetzten Überrest eines Bisonfells, das ein Gurt aus verknoteten Stofffetzen zusammenhielt. Seine langen, angegrauten Haare waren mit Streifen von Otterhaut nachlässig zu einem kurzen Zopf am Hinterkopf und zu zwei längeren Zöpfen an den Seiten geflochten. Noch vor ein paar Jahren hätte ein Saug einen Sioux nur mit der Waffe begrüßt, doch inzwischen wussten beide Stämme, dass sie von einem gemeinsamen Feind bedroht waren, und als der Reiter Magua Ikua in der Zeichensprache begrüßte, die die Präriestämme mit unterschiedlichen Dialekten untereinander benutzten, erwiderte sie den Gruß mit ihren Händen. Sie vermutete, dass er den Wisconsin überquert hatte und dann dem Waldgürtel entlang des Masese Bowie gefolgt war. Seine Zeichen gaben ihr zu verstehen, dass er in Frieden komme und der untergehenden Sonne zu den sieben Nationen folge. Er bat sie um Essen. Die vier Kinder waren fasziniert. Sie kicherten und ahnten das Essenzeichen mit ihren kleinen Händen nach. Er war ein Sioux, also konnte sie ihm nicht einfach etwas ohne Gegenleistung geben. Er tauschte ein geflochtenes Seil gegen einen Teller Eichhörnchen-Eintopf und ein großes Stück Maiskuchen sowie einen kleinen Sack getrocknete Bohnen für unterwegs ein. Der Eintopf war kalt, aber der Sioux stieg ab und aß mit offensichtlichem Hunger. Dann bemerkte er die Wassertrommel und fragte sie, ob sie eine Geisterbeschwörerin sei. Als sie bejahte, setzte er eine unbehagliche Miene auf. Ihren Namen nannten sie nicht, um dem anderen nicht Macht über sich zu geben. Nachdem er gegessen hatte, warnte sie ihn, keine Schafe zu jagen, da die weißen Männer ihn sonst töten würden, und er stieg wieder auf sein dürres Pferd und ritt davon. Die Kinder spielten noch immer mit ihren Händen und machten Zeichen, die nichts bedeuteten, außer Alex, der sich das Essenzeichen gemerkt hatte. Marquard brach ein Stück von dem Maiskuchen ab, gab es ihm und zeigte dann den anderen, wie man es machte. Hatten sie es begriffen, erhielten sie zur Belohnung ebenfalls ein Stückchen. Diese zwischen den Stämmen benutzte Sprache war etwas, das die Saugkinder eigentlich beherrschen sollten, deshalb brachte sie ihnen auch das Zeichen für Weide bei. Die weißen Kinder ließ sie aus Freundlichkeit am Unterricht teilhaben. Doch dann sah sie, dass Schämmen die Zeichen sehr schnell zu begreifen schien, und ihr kam ein aufregender Gedanke, der sie dazu brachte, sich auf ihnen mehr zu konzentrieren als auf die anderen. Zusätzlich zu den Zeichen für Essen und Weide zeigte sie ihnen die für Mädchen, Junge, Waschen und Anziehen. Das war in ihren Augen genug für den ersten Tag, doch sie hielt sie dazu an, sie immer wieder zu üben, bis sie die Zeichen perfekt beherrschten. Für die Kinder war das ein aufregendes, neues Spiel. Als Roger an diesem Nachmittag heimkehrte, brachte Makwa Ikwa die Brüder zu ihm und zeigte ihm, was sie gelernt hatten. Rob J. sah seinem Taubensohn nachdenklich zu. Er sah, dass Makwas Augen vor Stolz über das Erreichte leuchteten, und er lobte die Kinder und dankte Makwa, die versprach, ihnen noch weitere Zeichen beizubringen. Wozu soll denn das gut sein? fragte Sarah bitter, als sie alleine waren. Was bringt es, wenn unser Sohn mit seinen Händen reden kann, aber nur von einem Haufen Indianer verstanden wird? Es gibt eine ähnliche Zeichensprache für die Taubstummen, erwiderte Rob J. nachdenklich. Ich glaube, ein Franzose hat sie erfunden. An der Universität habe ich selber gesehen, wie sich zwei Taubstumme mit Gebärden problemlos verständigt haben. Wenn ich mir ein Buch mit diesen Zeichen schicken lasse und wie sie mit Shaman lernen, können wir mit Shaman reden und er mit uns. Widerstrebend gab sie zu, dass es einen Versuch wert sei. In der Zwischenzeit, beschloss Rob J., würde es dem Jungen nicht schaden, wenn er die indianischen Zeichen lernte. Von Oliver Wendell Holmes kam ein langer Brief. Mit der für ihn typischen Gründlichkeit hatte er die Literatur in der Bibliothek der Harvard Medical School durchforstet und eine Reihe von Autoritäten Shammons Fall, soweit er ihn aus Rob J.'s Schreiben kannte, vorgelegt. Er sah nur wenig Hoffnung für eine Besserung von Shammons Zustand. Manchmal, schrieb er, erlangen Patienten ihr Gehör wieder, die in der Folge von Krankheiten wie Masern, Scharlach oder Gehirnhautentzündung vollständig taub wurden. Aber oft hat eine massive Infektion während der Krankheit zu Beschädigungen und Vernarbungen des Gewebes geführt, wodurch höchst sensible und komplizierte Prozesse außer Funktion gesetzt werden. Eine Wiederherstellung durch Behandlung ist nicht möglich. Sie schreiben, dass Sie die beiden äußeren Gehörgänge mit einem Spekulum untersucht haben. Ich würde Ihnen empfehlen, mithilfe eines Handspiegels das Licht einer Kerze in das Ohr zu lenken. Mit ziemlicher Sicherheit liegt die Beschädigung tiefer als der Bereich, den Sie untersuchen konnten. Da wir beide seziert haben, wissen wir um die Empfindlichkeit und Komplexität des Mittel- und des Innenohres. Wir werden wohl nie erfahren, ob das Problem des jungen Robert im Trommelfell oder den Gehörknöchelchen oder in der Schnecke liegt. Wir wissen nur, mein lieber Freund, dass Ihr Sohn, falls er bei Eintreffen dieses Briefes immer noch taub ist, aller Wahrscheinlichkeit nach auch für den Rest seines Lebens taub bleiben wird. Das Problem, dem wir unsere Aufmerksamkeit schenken müssen, ist also die Frage nach der bestmöglichen Ausbildung. Holmes hatte sich mit Dr. Samuel G. Howe aus Boston unterhalten, der mit zwei Taubstummen und blinden Kindern gearbeitet und ihnen beigebracht hatte, mit anderen zu kommunizieren, indem sie mit ihren Fingern buchstabierten. Drei Jahre zuvor hatte Dr. Howe Europa bereist und dabei beobachten können, wie Taubenkindern beigebracht wurde, deutlich und verständlich zu reden. Aber in Amerika bringt man Kindern nicht das Reden bei, schrieb Holmes weiter, sondern nur die Zeichensprache. Wenn Ihr Sohn die Zeichensprache lernt, wird er sich nur mit anderen Tauben unterhalten können. Wenn er aber lernt zu sprechen und von den Lippen der anderen abzulesen, was sie sagen, gibt es keinen Grund, warum er nicht auch in der Gesellschaft normaler Menschen leben könnte. Dr. Howe empfiehlt Ihnen deshalb, Ihren Sohn zu Hause zu behalten und ihn selbst zu unterrichten, und ich stimme ihm zu. Die befragten Ärzte hatten davor gewarnt, dass Schämen, wenn man ihn nicht zum Sprechen zwinge, aufgrund mangelnder Übung der Sprechorgane mit der Zeit stumm werden könne. Und Holmes fügte noch hinzu, wenn die Sprechfähigkeit erhalten werden solle, dürfe die Familie Cole im Umgang mit dem jungen Robert keine formalisierten Zeichen benutzen und von ihm auch nie solche Zeichen akzeptieren. Die Fesselung Zunächst verstand es Makwa Ikwa nicht, als Kafso Wabescu ihr sagte, sie dürfe den Kindern die Zeichen der Stämme nicht mehr beibringen. Aber Rob J. erklärte ihr, warum diese Zeichen für Schämen schlechte Medizin waren. Der Junge hatte bereits 16 Zeichen gelernt. Er kannte die Gäste für Hunger, er konnte um Wasser bitten und anzeigen, dass ihm heiß oder kalt war und ob er sich wohl oder krank fühlte. Er konnte seine Zustimmung oder sein Missfallen ausdrücken, grüßen und sich verabschieden, konnte Größen beschreiben und schließlich deutlich machen, ob er etwas für klug oder für töricht hielt. Für die anderen Kinder war die indianische Zeichensprache nur ein Spiel, aber für Schämen, der ja von der normalen Kommunikation ausgeschlossen war, bedeutete sie den wiederhergestellten Kontakt zur Welt. Seine Hände sprachen weiter. Rob J. verbot den anderen, sich darauf einzulassen, doch es waren Kinder, und wenn Schämen ein Zeichen machte, konnten sie der Versuchung, darauf zu reagieren, manchmal nicht widerstehen. Nachdem Rob J. mehrmals zusehen musste, dass weiterhin Zeichen ausgetauscht wurden, nahm er einen weichen Stoffstreifen, den Sarah zu einer Binde zusammengerollt hatte, und fesselte damit Schämen die Hände an den Gürtel. Schämen schrie und weinte. »Du behandelst deinen Sohn wie ein Tier,« flüsterte Sarah. »Es ist vielleicht schon zu spät für ihn. Vielleicht ist das seine letzte Chance.« Rob fasste die Hände seiner Frau und versuchte, sie zu trösten, aber so sehr sie ihn auch anflehte, er blieb standhaft, und die Hände seines Sohnes blieben gefesselt, als wäre er ein kleiner Gefangener. Alex wusste noch gut, wie er sich gefühlt hatte, als sein Körper während der Masern so schrecklich gejuckt und sein Vater ihm die Hände gefesselt hatte, damit er sich nicht kratzen konnte. Er vergaß dabei, dass sein Körper bereits geblutet hatte, und erinnerte sich nur noch an das ungelinderte Jucken und das entsetzliche Gefesseltsein. Bei der ersten Gelegenheit holte er deshalb die Sichel aus der Scheune und zerschnitt die Fessel seines Bruders. Als Rob J. Alex Hausarrest auferlegte, hielt er sich nicht daran. Er packte ein Küchenmesser, ging hinaus und befreite seinen Bruder noch einmal von den Fesseln, nahm ihn bei der Hand und führte ihn weg. Zur Mittagszeit wurde ihre Abwesenheit bemerkt, und jeder auf der Farm ließ seine Arbeit im Stich, um sich auf die Suche zu machen. In den Wäldern, am Flussufer und auf den Weiden der Charterie suchte man sie und rief ihren Namen, die freilich nur einer der Jungen würde hören können. Niemand erwähnte den Fluss selbst, doch in diesem Frühling waren zwei Franzosen mit einem Kanu bei Hochwasser umgekippt und ertrunken, weshalb die Bedrohung, die dieser Fluss darstellte, allen noch frisch im Gedächtnis war. Es gab keine Spur von den beiden Jungen, bis kurz vor Einbruch der Nacht Jay Geiger auf die Farm der Coles geritten kam, Schämmen vor sich im Sattel, Alex hinter sich. Er habe sie mitten in seinem Maisfeld gefunden, berichtete er, vollkommen verweint und sich gegenseitig an den Händen haltend seien sie zwischen den Pflanzen gesessen. Wenn ich das Feld nicht gerade nach Unkraut abgesucht hätte, würden sie immer noch dort sitzen, sagte Jay. Rob Jay wartete, bis die Tränen nassen Gesichter gewaschen waren und die jungen gegessen hatten. Dann nahm er Alex und ging mit ihm zum Fluss. Die Strömung kräuselte sich glucksend an den Steinen am Ufer, und das Wasser war bereits dunkler als der Himmel. Die hereinbrechende Nacht spiegelte sich in ihm. Mauersegler stiegen hoch und stießen dann wieder herunter, bis sie beinahe die Wasseroberfläche berührten. Hoch oben zog zielstrebig wie ein Postboot ein Kranich vorbei. Weißt du, warum ich dich hierher gebracht habe? Wirst mich verprügeln wollen. Ich habe dich bis jetzt noch nie geprügelt, oder? Und ich fange auch jetzt nicht damit an. Nein, ich will mich mit dir beratschlagen. Der Junge sah ihn mit ängstlich aufgerissenen Augen an, denn er wusste nicht genau, ob dieses Beratschlagen nicht schlimmer war als Prügel. Was ist denn das? Weißt du, was Tauschen ist? Alex nickte. Klar. Hab schon oft Sachen getauscht. Na, und ich will mit dir Gedanken austauschen. Über deinen Bruder. Schämen hat großes Glück, dass er einen großen Bruder hat wie dich. Jemanden, der sich um ihn kümmert. Deine Mutter und ich, wir sind stolz auf dich. Wir danken dir. Du behandelst ihn aber gemein, Paar. Fesselst ihm die Hände. Alex, wenn er euch weiter mit Zeichen verständigt, braucht er nicht zu reden. Und ziemlich bald hat er dann das Reden verlernt, und du wirst nie wieder seine Stimme hören. Nie wieder. Glaubst du mir das? Die Augen des Jungen wurden noch größer. Die Last der Verantwortung spiegelte sich in ihnen. Er nickte. Ich will, dass du ihm die Hände gefesselt lässt. Und ich bitte dich, dich mit ihm nie wieder mit Zeichen zu verständigen. Wenn du mit ihm redest, deute erst auf deinen Mund, damit er auf deine Lippen sieht. Dann sprich langsam und deutlich. Du musst wiederholen, was du sagst, bis er anfängt, von deinen Lippen zu lesen. Rob J. sah Alex in die Augen. Verstehst du das, mein Sohn? Willst du uns helfen, damit er das Reden nicht verlernt? Alex nickte. Rob J. zog ihn an seine Brust und drückte ihn. Der Junge stank, wie eben ein Zehnjähriger riecht, der den ganzen Tag lang schwitzend und weinend in einem gedüngten Maisfeld gesessen hat. Zu Hause wollte Rob ihm gleich helfen, Badewasser in die Stube zu tragen. Ich liebe dich, Alex. Dich auch, Pa, flüsterte der Junge. Jedem wurde das Gleiche eingeschärft. Zieh Shamans Aufmerksamkeit auf dich, deute auf deine Lippen, sprich langsam und deutlich, sprich zu seinen Augen anstatt zu seinen Ohren. Jeden Morgen, gleich nach dem Aufstehen, fesselte Rob J. seinem Sohn die Hände. Bei den Mahlzeiten band Alex Shaman los, damit er essen konnte. Danach fesselte er seinen Bruder wieder und achtete darauf, dass keins der anderen Kinder Zeichen machte. Doch Shamans Blick wurde immer gepeinigter. Das sowieso schon abgehärmte Gesicht verschloss sich vor dem Rest der Welt. Er konnte nicht verstehen. Und er sagte kein einziges Wort. Hätte Rob J. von einem anderen Vater gehört, der seinem Jungen die Hände fesselte, hätte er alles getan, um dem Kind zu helfen. Grausamkeit lag ihm fern. Und er sah, was Shamans Leiden bei den anderen in seinem Haushalt anrichtete. So war es eine willkommene Flucht für ihn, wenn er seine Tasche nehmen und davonreiten konnte, um seinem Beruf nachzugehen. Die Welt außerhalb der Farm nahm ihren Lauf, ohne sich groß um die Sorgen der Coles zu kümmern. In diesem Sommer bauten drei weitere Familien solide Holzhäuser als Ersatz für ihre Sodenhütten. Man sprach viel davon, eine Schule zu bauen und einen Lehrer zu engagieren, und Rob J. und Jason Geiger befürworteten das Vorhaben. Die beiden unterrichteten ihre Kinder zu Hause und halfen sich in Notfällen gegenseitig aus, aber sie waren übereinstimmend der Meinung, dass es besser wäre, wenn die Kinder in eine richtige Schule kämen. Als Rob J. einmal die Apotheker aufsuchte, merkte er deutlich, dass J. unbedingt etwas loswerden wollte. Schließlich platzte der Freund mit der Nachricht heraus, dass Lillians Babcock-Klavier unterwegs sei. Es war in Columbus verpackt und eingeschifft worden und hatte auf Floß und Flussdampfer bereits mehr als tausend Meilen zurückgelegt. Den Schiotto hinunter bis zum Ohio, den Ohio hinunter bis Cairo und unseren Mississippi hoch zum Pier der Great Southern Transport Company in Rock Island, wo es jetzt auf meinen Backbord und meine Ochsen wartet. Ordn Kimball hatte Rob gebeten, einen Bekannten von ihm zu behandeln, der krank in der verlassenen Mormonenstadt Nauwo lag. Ordn begleitete ihn als Führer. Auf der Reiseflussabwärts wollten sie es sich gemütlich machen und bezahlten deshalb für sich und ihre Pferde die Fahrt auf einem Flachboot. Nauwo war eine gespenstische, zum größten Teil verlassene Stadt. Ein Netzwerk breiter Straßen an einer hübsch gelegenen Flussbiegung mit soliden Häusern und den steinernen Ruinen eines Tempels in der Mitte, der aussah, als wäre er von König Salomon erbaut. Nur eine Handvoll Mormonen lebte noch dort, erzählte ihm Orden, alte Leute und Rebellen, die mit der Führung gebrochen hatten, als die Heiligen der letzten Tage nach Utah gezogen waren. Es war ein Ort, der Freigeister anzog. So war ein Winkel der Stadt an eine kleine Kolonie von Franzosen vermietet worden, die sich selbst die Ikaria nannten und genossenschaftlich zusammenlebten. Mit verächtlich erhobenem Kopf, aufrecht in seinem Sattel sitzend, führte Orden Rob Jay durch das französische Viertel und schließlich zu einem Haus aus verwittertem Backstein an einem freundlichen Sträßchen. Eine ernstblickende Frau mittleren Alters öffnete auf sein Klopfen hin und nickte ihm grüßend zu. Sie nickte auch Rob Jay zu, nach dem Orden sie als Mrs. Spider-Man vorgestellt hatte. Etwa ein Dutzend Leute standen oder saßen im Salon, aber Mrs. Spider-Man führte Rob nach oben in ein Zimmer, in dem ein etwa 16-jähriger Junge mit Masern im Bett lag. Es war kein schwerer Fall. Rob gab der Mutter Senfsamen und zeigte ihr, wie sie ihm damit Bäder bereiten konnte. Aus einem Päckchen mit getrockneten Holunderbeeren sollte sie Tee kochen. Ich glaube nicht, dass Sie mich noch einmal brauchen werden, sagte er, aber Sie müssen mich sofort holen lassen, wenn es zu einer Entzündung der Ohren kommt. Mrs. Spider-Man war schon voraus ins Erdgeschoss gegangen und hatte den Leuten im Salon offensichtlich die beruhigende Nachricht bereits überbracht, denn als Rob Jay über die Schwelle trat, erwarteten sie ihn mit Geschenken. Einem Topf Honig, drei Gläsern Marmelade, eine Flasche Wein und mit dankbarem Geplapper. Danach stand er beladen vor dem Haus und starrte Orden verwirrt an. Sie sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie den Jungen behandelt haben, sagte Orden. Mrs. Spider-Man war die Witwe von Joseph Smith, dem Propheten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, dem Mann, der die Religion begründet hat. Der Junge ist sein Sohn und er heißt ebenfalls Joseph Smith. Sie glauben, dass der Jüngling auch ein Prophet ist. Während sie wegritten, betrachtete Orden die Stadt und seufzte. Das war doch wirklich ein schöner Ort zum Leben. Und alles ist ruiniert, nur weil Joseph Smith seinen Schwanz nicht in seiner Hose behalten konnte. Der und seine Vielweiberei. Gattinnen im Geiste hat er sie genannt, war aber nichts Geistiges dran. Der hat nur gern rumgehurt. Rob Jay wusste, dass man die Heiligen aus Ohio, Missouri und schließlich auch aus Illinois vertrieben hatte, weil Gerüchte über ihre Mehrfachheiraten die Gemüter der ortsansässigen Bevölkerung erregt hatten. Er hatte Orden noch nie mit Fragen über sein früheres Leben bedrängt, doch jetzt konnte er nicht widerstehen. Haben sie selber auch mehr als eine Frau gehabt? Drei. Als ich dann mit der Kirche Jesu Christi gebrochen habe, wurden sie unter den anderen Heiligen verteilt. Zusammen mit ihren Kindern. Rob wagte nicht zu fragen, wie viele Kinder es gewesen waren. Aber ein Dämon reizte seine Zunge zu einer letzten Frage. Hat Ihnen das was ausgemacht? Orden dachte einen Augenblick nach und spuckte dann aus. Die Abwechslung war schon interessant, das will ich gar nicht leugnen. Aber der Friede ohne sie ist wunderbar, erwiderte er. In dieser Woche reichte die Skala der Patienten, die Rob behandelte, von dem jungen Propheten bis zu einem Kongressabgeordneten. Er wurde nach Rock Island gerufen, um das Mitglied des Repräsentantenhauses Samuel T. Singleton zu untersuchen, der bei der Rückkehr aus Washington eine Herzattacke erlitten hatte. Als Rob Singletons Haus betrat, verließ es gerade Thomas Beckerman, und er erzählte ihm, dass auch Tobias Barr den Abgeordneten bereits untersucht habe. Der braucht aber eine Menge medizinischer Autoritäten, was? meinte Beckerman. Der Aufwand zeigte nur das Ausmaß von Samuel Singletons Angst, und als Rob Jane untersuchte, erkannte er, dass diese Angst wohl begründet war. Singleton war neunundsiebzig. Der kleine Mann hatte eine fast vollständige Glatze, schwammiges Fleisch und einen riesigen Bauch. Sein Herz schlug unregelmäßig. Rob Jay hörte Pfeif- und Gurgelgeräusche. Er nahm die Hände des alten Mannes in die Seinen und starrte in das Antlitz des Schwarzen Ritters. Singletons Assistent, ein Mann namens Stephen Hume und sein Sekretär, Billy Rogers, saßen am Fußende des Bettes. Wir waren das ganze Jahr in Washington. Jetzt muss er in Illinois reden halten und seine Position wieder festigen. Er hat einen Riesenberg Arbeit vor sich, sagte Hume vorwurfsvoll, als sei es Rob J.s Schuld, dass Singleton in so schlechter Verfassung war. Hume war zwar ein schottischer Name, doch Rob Jay wurde mit dem Mann nicht so recht warm. Sie müssen im Bett bleiben, sagte er unverblümt zu Singleton. Vergessen Sie Ihre Reden und Ihre Position. Essen Sie leicht und bekömmlich und trinken Sie nur sehr wenig Alkohol. Rogers starrte ihn böse an. Die beiden anderen Ärzte haben uns aber etwas ganz anderes gesagt. Dr. Barr meinte, nach der langen Reise wäre jeder erschöpft. Und der andere aus ihrer Stadt, Dr. Beckerman, war der gleichen Ansicht und sagte, alles, was der Abgeordnete brauche, sei Hausmannskost und gute Prärieluft. Wir hielten es für richtig, mehrere Ärzte zurate zu ziehen, sagte Hume, falls es verschiedene Ansichten gibt. Und die haben wir jetzt ja auch nicht. Die anderen beiden sind nicht Ihrer Meinung, also stets zwei zu eins. Sehr demokratisch, aber das hier ist keine Wahl. Rob Jay wandte sich an Singleton. Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie tun, was ich Ihnen sage. Die kalten Augen sahen ihn amüsiert an. Sie sind ein Freund des Abgeordneten Holden und sein Partner in diversen Geschäften, wenn ich richtig informiert bin. Hume gluckste vergnügt. Nick kann's ja kaum noch erwarten, dass unser Boss zurücktritt. Ich bin Arzt. Um Politik kümmere ich mich nicht. Sie haben mich gerufen, Mr. Singleton. Der Kongressabgeordnete nickte und warf den beiden anderen einen vielsagenden Blick zu. Willie Rogers führte Rob aus dem Zimmer. Als der versuchte, die Bedrohlichkeit von Singletons Zustand darzulegen, erhielt er vom Sekretär ein Nicken und vom Assistenten ein glattzüngiges Dankeschön. Rogers bezahlte das Honorar, als gebe er einem Stalljungen ein Trinkgeld, und Rob Jay wurde schnell und ohne Umschweife hinaus komplementiert. Als Rob Jay ein paar Stunden später auf Vicky die Main Street in Holdens Crossing entlang ritt, sah er, wie gut Nick Holdens Nachrichtendienst funktionierte. Nick wartete auf der Veranda vor Haskins Laden, den Stuhl gegen die Wand gekippt, einen Stiefel auf dem Geländer. Als er Rob Jay entdeckte, winkte er ihn zu sich. Nick zog ihn schnell in den hinteren Lagerraum des Ladens und versuchte erst gar nicht, seine Aufregung zu verbergen. Und? Was und? Ich weiß, dass sie direkt von Samuel Singleton kommen. Über meine Patienten rede ich nur mit ihnen selbst. Und manchmal mit ihren Lieben. Sind sie einer von Singletons Lieben? Holden lächelte. Also, ich mag ihn schon. Mögen reicht nicht, Nick. Keine Spielchen, Rob Jay. Ich möchte nur eins wissen. Muss er zurücktreten? Wenn Sie das wissen wollen, fragen Sie ihn doch selber. Mein Gott, schnarrte Hoden verärgert. Rob Jay wich einer aufgestellten Mausefalle aus, als er den Lagerraum verließ. Mit dem Geruch lederner Pferdegeschirre und verfaulender Saatkartoffeln verfolgte ihn Nicks Zorn. Cole, Ihr Problem ist, dass Sie nicht wissen, wer Ihre wirklichen Freunde sind. Vermutlich musste Haskins jeden Abend darauf achten, dass der Käse gut verpackt und das Kräckerfass sorgfältig verschlossen war. Wo wir hier Lebensmittel sind, können Mäuse große Verheerung anrichten, überlegte Rob, während er durch den Laden ging. Und wenn man so nah an der Prärie wohnte, waren Mäuse eine unvermeidliche Plage. Vier Tage später saß Samuel T. Singleton mit zwei Stadträten aus Rock Island und drei Stadträten aus Davenport an einem Tisch, um ihnen die steuerliche Situation der Chicago and Rock Island Railroad zu erklären, die vorhatte, zwischen diesen beiden Städten eine Eisenbahnbrücke über den Mississippi zu bauen. Er sprach eben über Wegerechte, als er plötzlich wie verärgert leicht aufseufzte und auf seinem Stuhl zusammensackte. Bis Dr. Tobias Barr im Saloon eintraf, wusste schon die ganze Nachbarschaft, dass Samuel Singleton tot war. Es dauerte eine Woche, bis der Gouverneur einen Nachfolger bestimmt hatte. Direkt nach dem Begräbnis war Nick Holden nach Springfield gefahren, um zu versuchen, sich den Posten zu sichern. Rob J. konnte sich gut vorstellen, wie er dort an diversen Stellen Druck ausübte, und zweifellos erhielt er auch Unterstützung von seinem gelegentlichen Saufkumpanen, dem aus Kentucky stammenden Vizegouverneur. Doch offensichtlich hatten auch die Leute um Singleton ihre Saufkumpane, denn der Gouverneur bestimmte Singletons Assistenten Stephen Hume dazu, die verbleibenden 18 Monate der Wahlperiode an die Stelle des Verstorbenen zu treten. »Jetzt ist Nick unten durch«, bemerkte Jay Geiger. »Bis zum Ende der Wahlperiode wird Hume sich eine sichere Position geschaffen haben. Er geht dann als Amtsinhaber ins Rennen, und Nick hat kaum noch Chancen, ihn zu schlagen.« Rob war es gleichgültig. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, was in seinen eigenen vier Wänden vor sich ging. Nach zwei Wochen hörte er auf, seinem Sohn die Hände zu fesseln. Shemmon versuchte nicht mehr, Zeichen zu machen, aber er sprach auch nicht. Etwas Totes und Graues lag in dem Blick des kleinen Jungen. Sie nahmen ihn oft in die Arme, aber das war nur ein vorübergehender Trost für das Kind. So oft Rob den Kleinen ansah, überfielen ihn Selbstzweifel und Hilflosigkeit. Unterdessen folgten die anderen seinen Anweisungen, als wäre er unfehlbar in der Behandlung von Taubheit. Wenn sie mit Shemmon redeten, sprachen sie langsam und deutlich und zeigten dabei auf ihre Münder, um ihn zum Lippenlesen zu ermutigen. Makwa Ikwa war es schließlich, der eine neue Lösungsmöglichkeit des Problems einfiel. Sie erzählte Rob, wie man ihr und den anderen Saugmädchen in der evangelischen Schule schnell und effektiv das Englischsprechen beigebracht hatte. Bei Tisch hatten sie nur etwas zu essen bekommen, wenn sie auf Englisch darum baten. Sarah explodierte vor Wut, als Rob mit ihr darüber sprach. Es war schon schlimm genug, dass du ihn gefesselt hast wie einen Sklaven, und jetzt willst du ihn auch noch hungern lassen. Aber Rob J. wusste nicht, was er sonst noch ausprobieren sollte, und er verzweifelte langsam. Er sprach lang und ernsthaft mit Alex, der versprach ihm zu helfen, und bat dann seine Frau, etwas Besonderes zu kochen. Shemmon hatte eine Vorliebe für Süßsaures, und Sarah bereitete ein Hähnchen-Stew mit Mehlklößen zu und als Nachttisch warmen Rhabarberkuchen. Als die Familie an diesem Abend bei Tisch saß und Sarah den ersten Gang hereinbrachte, lief alles ganz ähnlich ab wie an jedem Abend der vorangegangenen Wochen. Rob hob den Deckel von der dampfenden Schüssel und ließ den verführerischen Duft von süß-saurem Hühnchen, Klößen und Gemüsen über den Tisch wehen. Er gab zuerst Sarah, dann Alex. Anschließend winkte er, bis er Shemmons Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, und deutete dann auf seinen Mund. »Hühnchen«, sagte er, und hob die Schüssel in die Höhe. »Klöße!« Shemmon starrte ihn schweigend an. Rob füllte seinen eigenen Teller und setzte sich. Shemmon sah zu, wie seine Eltern und sein Bruder mit Appetit aßen, hob seinen Teller und grunzte verärgert. Rob deutete auf seinen Mund und hob die Schüssel. »Hühnchen!« Shemmon streckte ihm seinen Teller hin. »Hühnchen!«, sagte Rob J. noch einmal. Als sein Sohn stumm blieb, stellte er die Schüssel ab und aß weiter. Shemmon fing an zu schluchzen. Er sah seine Mutter an, die eben ihren Teller leer gegessen hatte, obwohl sie sich dazu hatte zwingen müssen. Sie deutete auf ihren Mund und hielt ihrem Mann den Teller entgegen. »Hühnchen, bitte!«, sagte sie, und er bediente sie. Auch Alex bat um eine zweite Portion und bekam sie. Shemmon saß da und zitterte vor Verzweiflung, das Gesicht zu einer Grimasse verzogen, angesichts dieses neuen Angriffs, dieses neuen Albtraums, Entzug der Nahrung. Nachdem Hühnchen und Mehlklöße gegessen waren, wurden die Teller abgeräumt, und dann brachte Sarah den noch ofenwarmen Nachtisch und einen Krug Milch herein. Sie war sehr stolz auf ihren Rhabarberkuchen, den sie nach einem alten Rezept aus Virginia bog. Reichlich Ahornsirup warf Bläschen auf der Oberfläche und karamellisierte langsam mit dem Rhabarbersaft zu einer Kruste, die die darunterliegenden Köstlichkeiten erahnen ließ. »Kuchen«, sagte Rob, und Sarah und Alex wiederholten das Wort. »Kuchen«, sagte Alex, direkt an Shemmon gewandt. Es funktionierte nicht. Rob J. schnürte es das Herz zusammen. Er konnte doch nicht zulassen, dass sein Sohn verhungerte. Ein stummes Kind war immer noch besser als ein totes. Verzagt schnitt er sich selber ein Stück ab. »Kuchen«. Es war ein Aufschrei der Entrüstung, ein Aufbegehren gegen alle Ungerechtigkeit der Welt. Und es war die vertraute, geliebte Stimme, die sie schon so lange nicht mehr gehört hatten. Dennoch saß Rob einen Augenblick lang wie betäubt da und versuchte sich zu vergewissern, dass es nicht Alex gewesen war, der geschrien hatte. »Kuchen! Kuchen! Kuchen!« kreischte Shemmon. »Kuchen!« Der kleine Körper bebte vor Wut und Verzweiflung. Das Gesicht war tränennaß. Als seine Mutter versuchte, ihm die Nase zu putzen, riss Shemmon sich los. Höflichkeit ist im Augenblick unwichtig, dachte Rob J. Für Bitte und Danke ist auch später noch Zeit. Er deutete auf seinen Mund. »Ja«, sagte er zu seinem Sohn, nickte und schnitt gleichzeitig ein großes Stück vom Rhabarberkuchen ab. »Ja, Shemmon! Kuchen!« Politik Die flache, mit hohem Gras bewachsene Landparzelle, südlich der Geigerschen Farm, hatte ein schwedischer Einwanderer namens August Lund von der Regierung erworben. Drei Jahre mühte er sich ab, die dicke Grasnarbe aufzubrechen, doch im Frühling des Vierten erkrankte seine junge Frau an Cholera und starb sehr schnell. Der Verlust verleidete ihm das Land und verdüsterte sein Gemüt. Jay kaufte seine Kuh und Rob J. seine Pferdegeschirre und einige Werkzeuge, und beide zahlten ihm mehr als nötig, da sie wussten, wie dringend er weg wollte. Er kehrte nach Schweden zurück, und zwei Jahre lang blieb sein frisch gepflügtes Land ohne Frucht, wie eine verlassene Frau, und die Natur nahm wieder Besitz davon. Dann wurde der Grund über einen Makler in Springfield verkauft, und einige Monate später brachte ein aus zwei Wagen bestehender Dreck einen Mann und fünf Frauen auf dieses Land. Wären sie ein Zuhälter und seine Huren gewesen, hätten sie in Holden's Crossing nicht mehr Aufmerksamkeit erregt. Es handelte sich um einen Priester und Nonnen des römisch-katholischen Franziskanerinnenordens, und im Rock Island County verbreitete sich schnell das Gerücht, sie seien gekommen, um eine Schule zu errichten und Kinder zum Papismus zu verführen. Holden's Crossing brauchte sowohl eine Schule wie eine Kirche. Über beide Vorhaben hätte man wahrscheinlich noch jahrelang nur geredet, doch die Ankunft der Franziskanerinnen brachte neuen Schwung in die Sache. Nach einer Reihe von abendlichen Zusammenkünften in den Wohnzimmern der Farmer wurde ein Bauausschuss ins Leben gerufen, der die Mittel für einen Kirchenbau beschaffen sollte. Aber Sarah war verärgert. Die können sich einfach nicht einigen. Wie streitende Kinder. Die einen wollen sparsam sein und nur eine Blockhütte errichten, andere wollen ein richtiges Holzhaus, einen Ziegel oder einen Steinbau. Sie bevorzugte einen Steinbau, nebst Glockenturm, mit einer richtigen Kirchturmspitze und bemalten Fenstern. Eine richtige Kirche eben. Man stritt sich den ganzen Sommer, den Herbst und den Winter, doch im März kam es schließlich zu einer Einigung. Da die Bevölkerung auch noch die Mittel für ein Schulhaus aufbringen musste, beschloss der Ausschuss den Bau einer einfachen, weißgestrichenen Holzkirche. Die architektonische Kontroverse verblasste neben dem wütenden Streit über das Bekenntnis, dem die Kirche als Gotteshaus dienen sollte. Doch in Holden's Crossing gab es mehr Baptisten als Anhänger einer anderen Glaubensrichtung und die Mehrheit setzte sich durch. Der Ausschuss wandte sich an die Kongregation der First Baptist Church in Rock Island, die der im Entstehen begriffenen Schwestergemeinde mit guten Ratschlägen und ein wenig Geld auf die Beine half. Eine Sammlung wurde veranstaltet und Nick Holden überraschte jeden, weil er die größte Spende gab, fünfhundert Dollar. »Menschenliebe allein bringt den nie und nimmer in den Kongress«, sagte Rob J. zu J. »Hume hat hart gearbeitet und die Nominierung der demokratischen Partei bereits in der Tasche.« Offensichtlich dachte Holden genauso. Denn bald darauf wurde bekannt, dass er mit den Demokraten gebrochen hatte. Einige erwarteten, dass er sich der nationalrepublikanischen Opposition zuwenden würde, doch stattdessen trat er der American Party bei. »American Party? Die kenne ich ja gar nicht«, sagte J. Rob klärte ihn auf. Denn er erinnerte sich noch gut an die anti-irischen Predigten und Hetzartikel dieser wahren Amerikaner, die er überall in Boston gehört und gelesen hatte. »Es ist eine Partei, die den im Land geborenen weißen Amerikaner verherrlicht und für die Unterdrückung der Katholiken und aller im Ausland geborenen eintritt.« »Welche Ängste und Vorurteile die Leute auch haben, Nick nutzt sie für seine Politik aus«, sagte J. Vor ein paar Tagen stand er auf der Veranda des Gemischtwarenladens und warnte die Leute von Maguars kleiner Sauggruppe, als wären sie schwarzer Falke und seine Schar. Er hat einige der Männer ganz schön aufgestachelt. »Wenn wir nicht aufpassen«, meinte er, »käme es zu Blutvergießen und Farmern würden die Kehlen durchgeschnitten.« Er verzog das Gesicht. »Unser Nick, der große Staatsmann!« Eines Tages erhielt Rob J. einen Brief von seinem Bruder aus Schottland. Es war die Antwort auf den Brief, den Rob acht Monate zuvor abgeschickt und indem er seine Familie, seine Praxis und seine Farm beschrieben hatte. Er hatte ein plastisches Bild seines Lebens in Holdens Crossing gezeichnet und seinen Bruder gebeten, ihm von den Lieben im alten Land zu berichten. Was sein Bruder nun schrieb, war zwar traurig, aber nicht unerwartet, denn bei Rob's Flucht aus Schottland war seine Mutter bereits nicht mehr die kräftigste gewesen. Sie sei drei Monate nach seiner Abreise gestorben, schrieb der Bruder, und liege neben dem Vater unter dem Moos des Kirchhofs von Kilmarnock begraben. Im Jahr darauf sei auch der Bruder des Vaters, Onkel Reynolds, gestorben. Rob's Bruder berichtete, dass er die Herde erweitert und mit großen Steinen vom Fuß der Klippe einen neuen Stall gebaut habe. Er blieb eher zurückhaltend in seiner Beschreibung, denn offensichtlich wollte er Rob zwar wissen lassen, dass er mit dem Land gut zurechtkam, andererseits aber jede Andeutung von Wohlstand vermeiden. Rob erkannte, dass es Zeiten gegeben haben musste, zu denen sein Bruder seine Rückkehr gefürchtet hatte. Erbrechtlich stand Rob Jay als Ältestem das Land zu, doch am Abend vor seiner Flucht aus Schottland hatte er dem Bruder, der ein leidenschaftlicher Schaffarmer war, den Besitz überschrieben. Er habe, berichtete der Bruder weiter, Alice Broom geheiratet, die Tochter von John Broom, einem Preisrichter bei der Lammschau von Kilmarnock, und dessen Frau Elsa, einer geborenen McLarkin. Rob erinnerte sich noch schwach an Alice Broom, ein dünnes, mausgraues Mädchen, das sein unsicheres Lächeln hinter vorgehaltener Hand versteckte, weil seine Zähne zu lang waren. Er habe mit ihr drei Töchter, schrieb sein Bruder, aber Alice sei wieder in anderen Umständen, und diesmal hoffe er auf einen Sohn, denn die Schafherde werde immer größer und er brauche Hilfe. Jetzt, da sich die politische Situation beruhigt hat, denkst du vielleicht daran, nach Hause zurückzukehren? An der verkrampften Handschrift merkte Rob, wie viel Angst und Unsicherheit in der Formulierung lag und wie sehr sich sein Bruder seiner Befürchtungen schämte. Er setzte sich sofort hin und schrieb einen Brief, um ihn zu beruhigen. Er werde nicht mehr nach Schottland zurückkehren, außer vielleicht im Alter als Besucher, wenn die Gesundheit und die Mittel es ihm gestatten sollten. Er bestellte Grüße an seine Schwägerin und seine Nichten und gratulierte dem Bruder zu dem Erfolg, den er hatte. Man merke deutlich, schrieb er, dass die Coalfarm in den richtigen Händen sei. Nachdem er den Brief abgeschlossen hatte, unternahm er einen langen Spaziergang entlang des Flussufers bis zu dem Steinhaufen, der das Ende seines Landes und den Beginn von Jays Besitz markierte. Diese Coalfarm hier stand auf besserem Grund als das Anwesen in Kilmarnock. Die Erde war tiefer, das Gras fetter und es gab mehr Wasser. Inzwischen fühlte er sich für dieses Land verantwortlich. Er kannte seine Gerüche und Geräusche und er liebte es im Sommer, wenn ein heißen, zitronengelben Morgen der Wind das hohe Gras zum Flüstern brachte, aber auch im Winter, wenn es in der kalten, brutalen Umarmung des Schnees lag. Es war sein Land. Als er ein paar Tage später zu einer Versammlung der Medical Society nach Rock Island fuhr, ging er ins Gerichtsgebäude, um einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen. Roger Murray, der Gerichtsdiener, las den Antrag umständlich durch. »Drei Jahre Wartezeit, das wissen Sie, Doktor, bevor Sie ein Bürger werden können.« Rob Jay nickte. »Ich kann warten. Ich gehe sonst nirgendwo hin.« Je mehr Tom Beckerman trank, desto einseitiger verteilte sich die ärztliche Arbeit in Holdens Crossing. Rob Jay hatte die Hauptlast zu tragen. Er verfluchte Beckermans Alkoholismus und wünschte sich, ein dritter Arzt würde in den Ort ziehen. Stephen Hume und Billy Rogers vergrößerten ungewollt noch sein Problem, indem sie überall herumerzählten, dass Doc Cole der einzige Arzt gewesen sei, der Samuel Singleton gesagt hatte, wie krank er wirklich war. »Wenn Samuel nur auf Cole gehört hätte,« sagten sie, »könnte er noch am Leben sein.« Rob Jays Ruf wuchs auf diese Art und immer neue Patienten suchten ihn auf. Er gab sich größte Mühe, Zeit für Sarah und die Jungen zu erübrigen. Shaman verblüffte ihn. Er war wie ein pflanzlicher Organismus, dessen Gedeihen gefährdet gewesen war, der dann aber mit einem neuen Wachstumsschub reagiert hatte und nun überall grüne Triebe zeigte. Er machte vor ihren Augen die schönsten Fortschritte. Sarah, Alex, die Socks, Alden, alle, die auf der Colefarm lebten, übten lange und gewissenhaft mit ihm das Lippen lesen. Es war beinahe schon eine Hysterie, so erleichtert waren sie, dass er nicht mehr schwieg, und nachdem der Junge erst einmal zu sprechen begonnen hatte, redete und redete er. Ein Jahr vor dem Beginn seiner Taubheit hatte er lesen gelernt, und jetzt hatten seine Eltern Schwierigkeiten, ihn mit immer neuen Büchern zu versorgen. Sarah brachte ihren Söhnen alles bei, was sie konnte, doch sie hatte nur eine sechsklassige Dorfschule besucht und war sich ihrer Grenzen bewusst. In Latein und Rechnen unterrichtete Rob J. die Jungen. Alex hielt sich gut, er war intelligent und fleißig. Schämen aber verblüffte alle mit seiner schnellen Auffassungsgabe. Rob J. gab es einen Stich, wenn er an die angeborene Intelligenz des Jungen dachte. Er wäre ein guter Arzt geworden, das weiß ich, sagte er eines Nachmittags bedauernd zu J., als sie im Schatten vor dem Haus der Geigers saßen und Ingwerwasser tranken. Er gestand J., dass jeder Cole fest hoffe, sein Sohn werde einmal ein Arzt werden. J. nickte mitfühlend. Na, da ist doch noch Alex. Der ist doch ein intelligenter Bursche. Rob J. schüttelte den Kopf. Es ist wie verhext. Schämen, der nie Arzt werden kann, weil er taub ist, ist derjenige, der mich immer bei meinen Hausbesuchen begleiten will. Alex dagegen, dem einmal alle Türen offen stehen, wenn er erwachsen ist, folgt lieber Alden Kimball wie ein Schatten über die Farm. Er sieht lieber dem Knecht beim Einschlagen von Zaunpfosten oder beim Kastrieren der Lämmer zu, als mir bei meiner Arbeit. J. lachte. Aber das würdest du doch auch. In seinem Alter, oder? Vielleicht bewirtschaften die Brüder die Farm einmal gemeinsam. Sie sind beide ordentliche Jungen. Im Haus übte Lilian die Klaviersonate in A-Dur von Mozart. Sie nahm ihre Fingerübungen sehr ernst, und es war nervenaufreibend, sie immer wieder die gleiche Passage spielen zu hören, bis sie genau den richtigen Ausdruck und die richtige Klangfarbe hatte. War sie dann aber zufrieden und ließ die Töne laufen, war es die schönste Musik. Das Babcock-Piano war wohlbehalten eingetroffen, allerdings störte ein langer, flacher Kratzer die polierte Perfektion eines der schlanken Nussholzbeine. Lilian hatte geweint, als sie es sah, doch ihr Gatte sagte, der Kratzer werde nie ausgebessert werden, damit er noch unsere Enkel daran erinnert, wie wir hierher gekommen sind. Die Kirche von Holdens Crossing wurde so spät im Juni eingeweiht, dass die Feierlichkeiten direkt in die zum Unabhängigkeitstag übergingen. Sowohl der Kongressabgeordnete Stephen Hume wie Nick Holden, der Kandidat für dieses Amt, sprachen bei der Einweihung. Hume wirkte auf Rob J. entspannt und selbstsicher, während Nick den Eindruck eines Mannes erweckte, der sich verzweifelt bewusst ist, dass er kaum noch gewinnen kann. Am Sonntag nach dem Fest hielt ein Wanderprediger, der erste von vielen, die den Ort aufsuchen sollten, den Gottesdienst ab. Sarah gestand Rob J., dass sie nervös sei, und er wusste, dass sie an den Baptistenprediger dachte, der damals bei der großen Erweckung Frauen mit unehelichen Kindern das Höllenfeuer prophezeit hatte. Ein sanftmütigerer Hirte wie etwa Arthur Johnson, der Methodistenprediger, der sie getraut hatte, wäre ihr lieber gewesen, doch die Geistlichen wurden von der gesamten Gemeinde ausgewählt. So kamen den ganzen Sommer lang Prediger jeder Art nach Holdens Crossing. Rob besuchte in Begleitung seiner Frau einige Gottesdienste, doch meistens blieb er weg. Im August kündigte ein Flugplatz an der Vorderfront des Gemischtwarenladens den Besuch eines gewissen Elwood R. Patterson an, der am Samstag, den 2. September, um 19 Uhr einen Vortrag mit dem Titel »Die Flut, die die Christenheit bedroht« halten und am Sonntagvormittag den Gottesdienst feiern und predigen würde. Am Vormittag dieses Septembertages kam ein fremder Mann in Rob J.'s Praxis. Er saß geduldig im kleinen Wohnzimmer, das als Warteraum diente, während Rob sich um den Ringfinger von Charlie Haskins rechter Hand kümmerte, den er zwischen zwei Baumstämmen eingeklemmt hatte. Der 20-jährige Sohn des Ladenbesitzers war Holzfäller von Beruf. Er hatte starke Schmerzen und ärgerte sich über seine Unachtsamkeit, die zu dem Unfall geführt hatte, aber er hatte ein loses Mundwerk und ließ sich durch nichts bremsen. »Na, Doc, werde ich deswegen nicht mehr heiraten können?« »Nach einer Weile wird der Finger wieder sein wie eh und je«, erwiderte Rob trocken. »Du wirst den Nagel verlieren, aber der wächst wieder nach. Und jetzt raus hier. Aber komm in drei Tagen wieder, damit ich den Verband wechseln kann.« Noch immer lachend bat er dann den Mann aus dem Wartezimmer herein, der sich als Elwood Patterson vorstellte. Der Wanderprediger, dachte Rob, der den Namen von dem Flugblatt her kannte. Er sah einen etwa vierzigjährigen Mann vor sich, übergewichtig, aber aufrecht und straff in der Haltung, mit einem großflächigen, arroganten Gesicht, langen schwarzen Haaren, leicht geröteter Haut und kleinen, aber deutlich hervortretenden blauen Adern auf Nase und Wangen. Mr. Patterson sagte, dass er an Geschwüren leide. Er entblößte den Oberkörper und Rob J. sah auf seiner Haut die Pigmentflecken verheilter Stellen und dazwischen ein Dutzend offene Wunden, Pusteln, schorfige und granulierte Bläschen und weiche, gummiartige Geschwüre. Er sah den Mann mitfühlend an. »Wissen Sie, dass Sie an einer Infektion leiden?« »Man hat mir gesagt, dass es Syphilis ist. Im Saloon haben Sie erzählt, dass Sie ein besonderer Arzt sind. Und da habe ich mir gedacht, ich schaue mal, ob Sie was für mich tun können.« »Vor drei Jahren habe eine Hure in Springfield es ihm französisch besorgt, und er habe daraufhin einen harten Schanker und Schwellungen hinter den Hoden bekommen,« erzählte er Rob. »Ich bin dann noch einmal zu ihr zurück. Die steckt keinen mehr an.« Einige Monate später hätten ihn Fieber und kupferfarbene Beulen sowie heftige Schmerzen in den Gelenken und dem Kopf gequält. Die Symptome seien von selbst wieder verschwunden, und er habe schon geglaubt, er sei wieder gesund. Doch dann seien diese Beulen und Knötchen aufgetaucht. Rob schrieb seinen Namen auf ein Patientenblatt und daneben »Syphilis im dritten Stadium.« »Woher kommen Sie, Sir?« »Aus Chicago.« Das kurze Zögern weckte in Rob den Verdacht, dass ein Patient log. Doch das war gleichgültig. »Dafür gibt es kein Heilmittel, Mr. Pattison.« »Hm. Und was passiert jetzt?« Ihm die Wahrheit vorzuenthalten, brachte den Mann auch nicht weiter. »Wenn die Krankheit Ihr Herz angreift, sterben Sie. Wenn Sie ins Gehirn geht, werden Sie wahnsinnig. Und wenn Sie in Knochen und Gelenke eindringt, werden Sie zum Krüppel. Aber oft passiert nichts von diesen schrecklichen Dingen. Manchmal verschwinden die Symptome und kehren nicht mehr zurück. Sie können nur hoffen, dass Sie zu den Glücklicheren gehören.« Patterson verzog das Gesicht. »Bis jetzt sieht man die Geschwüre noch nicht, solange ich angezogen bin. Können Sie mir etwas geben, damit Sie sich nicht im Gesicht und am Hals ausbreiten? Ich führe ein Leben in der Öffentlichkeit.« »Ich kann Ihnen eine Salbe verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob Sie bei dieser Art von Geschwüren hilft,« erwiderte Rob sanft, und Mr. Patterson nickte und griff nach seinem Hemd. Am nächsten Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, kam ein barfüßiger Junge in zerrissenen Hosen auf einem Maulesel auf den Hof geritten und sagte, seiner Mami gehe es sehr schlecht, ob der Doktor nicht kommen könne. Es war Malcolm Howard, der älteste Sohn einer Familie, die wenige Monate zuvor aus Louisiana in die Gegend gekommen war und sich in der Niederung sechs Meilen flussabwärts angesiedelt hatte. Rob sattelte Vicky und folgte dem Maulesel über holprige Wege zu einer Hütte, die kaum besser war als der Hühnerstall, der an ihr lehnte. Drinnen lag Molly Howard in ihrem Bett, um das ihr Mann Julian und ihre Kinder standen. Die Frau steckte mitten in einem Malariaanfall, aber Rob sah sofort, dass es nichts Bedrohliches war. Ein paar aufmunterte Worte und eine kräftige Dosis Chinin linderten die Angst der Patientin und die der Familie. Julian Howard machte keinerlei Anstalten zu bezahlen und Rob J. verlangte auch nichts, da er sah, wie wenig die Familie hatte. Howard folgte ihm nach draußen und verwickelte ihn in ein Gespräch über den letzten Erfolg ihres Senators, Stephen A. Douglas. Der hatte vor kurzem den Kansas-Nebraska-Act durch den Kongress gebracht, der im Westen zwei neue Territorien begründete. Nach Douglas' Gesetzesvorlage blieb es den Territorialregierungen überlassen, ob sie in ihrem Gebiet Sklaverei zuließen oder nicht. Und deshalb prägte sich im Norden heftiger Protest gegen das Gesetz. Diese verdammten Nordlichter! Was wissen denn die über Nigger? Ein paar von uns Farmern haben sich zusammengetan, weil wir wollen, dass Ille neu endlich aufwacht und ne Mann erlaubt, Sklaven zu halten. Wollen sie vielleicht bei uns mitmachen? Die sehr Dunkelhäutigen sind doch dazu bestimmt, auf den Feldern des weißen Mannes zu arbeiten. Sie haben ja auch ein paar rote Nigger, die bei ihnen arbeiten. Das sind Zauks, keine Sklaven. Sie arbeiten für Lohn. Ich persönlich halte nichts von der Sklaverei. Die beiden Männer sahen sich an. Howard errötete. Er schwieg, und offensichtlich hielt ihn nur die Tatsache, dass Rob kein Honorar verlangt hatte, davon ab, diesem hochnäsigen Doktor die Meinung zu sagen. Rob dagegen war froh, dass die Unterhaltung beendet war. Er erließ der Frau noch etwas chenien da und konnte anschließend, ohne aufgehalten zu werden, nach Hause reiten. Doch als er dort eintraf, wartete bereits Gas Schröder in panischer Angst auf ihn, denn Alma war beim Reinigen des Stalls zwischen die Wand und den großen, schäkigen Bullen geraten, auf den sie so stolz waren. Der Bulle hatte sie gerade zu Boden gestoßen, als Gas den Stall betrat. Und dann rührte sich das gottverdammte Vieh nicht mehr. Steht einfach da über ihr und senkt die Hörner, und ich musste ihn schließlich mit der Heugabel wegscheuchen. Sie sagt zwar, sie wär nicht schlimm verletzt, aber sie kennen ja Alma. Also ritt er, noch immer ohne Frühstück, zu den Schröders. Alma schien in Ordnung, war allerdings blass und etwas verstört. Sie zuckte zusammen, als er gegen die fünfte und sechste Rippe auf der linken Seite drückte, und er beschloss, lieber kein Risiko einzugehen, sondern ihr einen Verband anzulegen. Er wusste, wie sehr es sie demütigte, sich vor ihm ausziehen zu müssen, und er bat deshalb Gas, nach seinem Pferd zu sehen, damit der Ehemann nicht Zeuge ihrer Erniedrigung würde. Er ließ sie selbst ihre großen, schwabbeligen, blaugeäderten Brüste hochheben und achtete darauf, ihr weißes Fleisch beim Verbinden so wenig wie möglich zu berühren. Zur Ablenkung unterhielt er sich mit ihr über Schafe und Weizen und erzählte ihr von seiner Frau und seinen Kindern. Danach lächelte sie in etwas Verlegen an und ging in die Küche, um eine frische Kanne aufzugießen. Anschließend saßen sie zu dritt am Tisch und tranken Kaffee. Gus erzählte Rob, dass Albert Pattersons samstäglicher Vortrag nur eine schlecht verhüllte Wahlkampfrede für Nick Holden und die American Party gewesen sei. Die Leute glauben, dass Nick ihn herbestellt hat. Besagte Flut, die die Christenheit bedroht, bestand nach Patterson aus den Katholiken, die in die Vereinigten Staaten einwanderten. Die Schröders waren an diesem Sonntagmorgen zum ersten Mal nicht in die Kirche gegangen. Sowohl Alma wie Gus waren als Lutheraner erzogen worden, doch von Patterson hatten sie schon nach dessen Vortrag genug gehabt. Er hatte behauptet, dass die im Ausland Geborenen, und das hieß auch die Schröders, dem amerikanischen Arbeiter das Brot stahlen und war dafür eingetreten, dass die Wartezeit bei der Einbürgerung um achtzehn Jahre verlängert werde. Rob J. schnitt eine Grimasse. So lange möchte ich eigentlich nicht warten. Da sie alle drei an diesem Sonntag noch Arbeit vor sich hatten, dankte er Alma für den Kaffee und machte sich auf den Weg. Er musste fünf Meilen flussaufwärts zur Farm von John Ash Gilbert reiten, dessen bejahter Schwiegervater, Fletcher White, sich eine böse Erkältung zugezogen hatte. White war 83 und ein zäher alter Vogel, er hatte schon öfters Bräunchenerkrankungen überstanden, und Rob war zuversichtlich, dass er es auch diesmal wieder schaffen werde. Fletchers Tochter Susie hatte er aufgetragen, dem greisen Mann heiße Getränke einzuflößen und Wasser zum Kochen zu bringen, damit er den Dampf inhalieren konnte. Rob besuchte Fletcher öfter, als eigentlich notwendig war, aber seine alten Patienten lagen ihm besonders am Herzen, da er nur wenige hatte. Pioniere waren meist kräftige junge Leute, die die alten zurückließen, wenn sie nach Westen aufbrachen. Fletcher war bereits wieder auf dem Wege der Besserung. Susie Gilbert setzte Rob ein Mittagessen aus einer gebratenen Wachtel und Kartoffelpfannkuchen vor und bat ihn, bei ihren Nachbarn, den Bakers, vorbeizusehen, da einer der Söhne eine entzündete Zehe hatte, die geöffnet werden musste. Rob ritt auch dorthin und fand den 19-jährigen Donnie Baker in einem sehr schlechten Zustand vor. Der junge Mann fieberte und hatte heftige Schmerzen von einer böse aussehenden Entzündung. Die halbe Sohle seines rechten Fußes war schwarz verfärbt. Rob amputierte zwei Zehen, öffnete dann den Fuß und führte einen Gazetampon ein, aber er zweifelte, ob er den Fuß würde retten können. Er kannte zahlreiche Fälle, bei denen eine solche Infektion nur durch die Amputation des ganzen Fußes hatte gestoppt werden können. Es war später Nachmittag, als er sich auf den Heimweg machte. Etwa auf halber Strecke hörte er hinter sich jemanden rufen. Er hielt Vicky an und wartete, bis Mort London ihn auf seinem großen, kastanienbraunen Wallach eingeholt hatte. »Sheriff?« »Doc, ich …« Mort nahm seinen Hut ab und schlug gereizt nach einer herumsummenden Fliege. Er seufzte. »Eine schlimme Sache. Ich fürchte, wir brauchen einen Leichenbeschauer.« Auch Rob J. war gereizt. Susie Gilberts Kartoffelpfannkuchen lagen ihm schwer im Magen. Wenn Calvin Baker ihn eine Woche früher benachrichtigt hätte, hätte er Donnies Zehen problemlos heilen können. Jetzt gab es große Probleme, vielleicht sogar eine Tragödie. Er fragte sich, wie vielen seiner Patienten auf dem offenen Land es wohl schlecht erging, ohne dass sie es ihn wissen ließen und beschloss noch vor Einbruch der Nacht bei mindestens dreien vorbeizusehen. »Da holen Sie sich besser Beckerman,« sagte er, »ich habe heute noch viel zu tun.« Der Sheriff drehte den Hut in seinen Händen. »Ich kann mir vorstellen, dass Sie es selber übernehmen wollen, Dr. Cole.« »Einer meiner Patienten?« Er ging im Geiste die möglichen Kandidaten durch. »Es ist diese Saugfrau,« Rob J. sah ihn an. »Die Indianerin, die für Sie gearbeitet hat,« ergänzte London. »Ich habe heute noch viel zu tun.« Die Verhaftung Er redete sich ein, dass es Mond sei. Nicht, dass Mond entbehrlich war oder er sie nicht mochte und schätzte, aber er hatte nur zwei Saugfrauen, die für ihn arbeiteten, und wenn es nicht Mond war, dann war die Alternative nicht auszudenken. »Die, die Ihnen beim Behandeln geholfen hat,« sagte Mord London, aber unerbittlich. »Erstochen.« »Ziemlich viele Einstiche. Und sovor hat man sie zusammengeschlagen und ihr die Kleider heruntergerissen. Ich glaube, sie wurde auch vergewaltigt.« Ein paar Minuten lang ritten sie schweigend. »Kann gut sein, dass es mehrere waren. Die ganze Lichtung, wo sie gefunden wurde, ist nämlich voller Hufspuren,« sagte der Sheriff. Dann verstummte er wieder, und sie ritten schweigend weiter. Als sie die Farm erreichten, hatte man Makwa Ikwa bereits in den Schuppen gebracht. Vor der Tür hatte sich zwischen Praxis und Stall eine kleine Gruppe versammelt, Sarah, Alex, Shaman. Jay Geiger, Mond, der singend einhergeht, und die Kinder der beiden. Die Indianer trauerten nicht laut, aber ihre Augen verrieten ihren Kummer und ihr Wissen um die Sinnlosigkeit und die Schlechtigkeit des Lebens. Sarah weinte leise, und Rob Jay ging zu ihr und küsste sie. Jay Geiger führte ihn von den anderen weg. »Ich habe sie gefunden.« Er schüttelte den Kopf, als wollte er ein Insekt verscheuchen. »Lillian hat mich mit ein paar Gläsern Pfirsichmarmelade zu euch geschickt. Und unterwegs habe ich dann Shaman unter einem Baum schlafen sehen.« Das schockierte Rob Jay. »Shaman war dort? Hat er Makwa gesehen?« »Nein, hat er nicht. Sarah sagt, Makwa hat ihn heute Morgen zum Bärensuchen in den Wald mitgenommen, wie sie es öfters getan hat. Als er dann müde wurde, hat sie ihn wohl einfach im Schatten ein Nickerchen machen lassen. Und du weißt doch, dass Geräusche, Schreie oder sonst was Shaman nicht stören. Ich habe gedacht, er ist bestimmt nicht allein hier draußen und bin weitergeritten bis zu dieser Lichtung. Und da habe ich sie gefunden. Sie sieht furchtbar aus, Rob. Ich selber habe ein paar Minuten gebraucht, bis ich mich wieder in der Gewalt hatte. Ich bin dann zurückgeritten und habe den Jungen geweckt. Aber gesehen hat er nichts. Ich habe ihn erst hierher gebracht und bin dann zu London geritten. »Anscheinend bringst du dauernd meine Jungen nach Hause.« Jay sah ihn prüfend an. »Wirst du es durchstehen?« Rob nickte. Dafür sah Jay blass und elend aus. Er schnitt eine Grimasse. »Ich fürchte, du musst dich an die Arbeit machen. Die Saugs werden sie waschen und begraben wollen.« »Halt mir mal für eine Weile alle vom Leib«, bat Rob, ging dann in den Schuppen und schloss die Tür hinter sich. Sie war mit einem Tuch bedeckt. Hereingebracht hatten sie offensichtlich weder Jay noch die Saugs. Er schon Londons Männer, denn jemand hatte sie beinahe nachlässig auf den Seziertisch geworfen, wie einen leblosen Gegenstand ohne großen Wert, ein Stück Holz oder eben eine tote Indianerin. Sie lag auf der Seite, und als er das Tuch wegzog, sah er zuerst ihren Hinterkopf und den nackten Rücken, das Gesäß und die Beine. Die bläuliche Verfärbung deutete an, dass sie zum Zeitpunkt des Todes auf dem Rücken gelegen hatte. Der Rücken und die plattgedrückten Hinterbacken waren fleckig von ausgetretenem Kapillarblut. In der Gesäßfalte bemerkte er dunkelrote Verkrustungen und eine eingetrocknete, weißliche Substanz, die sich an manchen Stellen mit dem Blut zu hellen, scharlachroten Flecken vermischt hatte. Behutsam drehte er sie auf den Rücken. Auf ihren Wangen waren Kratzer, vermutlich von Zweigen verursacht, als sie mit dem Gesicht nach unten auf den Waldboden gedrückt wurde. Rob Jay hatte eine große Vorliebe für den weiblichen Hintern. Seine Frau hatte das sehr früh gemerkt. Sarah bot sich ihm gelegentlich so dar, das Gesicht im Kissen, die Brüste auf die Matratze gedrückt, ihre schmalen, elegant geformten Füße ausgestellt, die beiden birnenförmigen Wölbungen weiß und rosa über ihrem goldenen Busch. Es war eine nicht gerade bequeme Stellung, die sie aber manchmal einnahm, weil seine sexuelle Erregung auch ihre Leidenschaft befeuerte. Für Rob Jay war der Koitus ein Ausdruck der Liebe und nicht nur ein Akt der Fortpflanzung, und deshalb war für ihn keine Körperöffnung tabu. Aber als Arzt wusste er, dass der Schließmuskel seine Elastizität verlieren kann, wenn er missbraucht wird, und so achtete er beim Liebesspiel mit Sarah darauf, nichts zu tun, was sie verletzen konnte. Bei Magua war jemand nicht so rücksichtsvoll gewesen. Ihr von der Arbeit gestählter Körper wirkte um einige Jahre jünger, als sie vermutlich gewesen war. Schon vor Jahren waren er und Magua mit der körperlichen Anziehung, die sie beide empfanden, ins Reine gekommen, sie hatten sie immer sorgfältig in Schach gehalten. Aber es hatte Zeiten gegeben, da hatte er von ihrem Körper geträumt und sich vorgestellt, wie es wäre, sie zu lieben. Jetzt hatte der Tod sein Zerstörungswerk begonnen. Der Bauch war angeschwollen, und ihre Brüste waren schlaff, denn der Gewebezerfall hatte bereits eingesetzt. Die Muskelversteifung war beträchtlich, und er streckte die Beine, solange das noch möglich war. Ihre Schamhaare glichten schwarzer Drahtwolle und waren blutverschmiert. Vielleicht war es gut, dass sie nicht überlebt hatte, denn sie hätte ihre Zauberkraft verloren gehabt. »Feine Hunde! Ihr dreckigen Schweinehunde!« Er wischte sich die Augen, und plötzlich wurde ihm bewusst, die draußen konnten ihn hören und wussten, dass er mit Magua Igua alleine war. Ihr Oberkörper schien nur noch eine unförmige Masse zu sein, aus Wunden und Prellungen, und ihre Unterlippe war zerschlagen, wahrscheinlich von einer großen Faust. Auf dem Boden neben dem Seziertisch lagen die Beweisstücke, die der Sheriff aufgesammelt hatte, ihr zerrissenes und blutverschmiertes Kleid, ein altes Baumwollkleid, das Sarah ihr geschenkt hatte, ihr Korb, halbvoll mit Minzeblättern, Kresse und irgendwelchem Laub, Vogelkirsche, wie er vermutete, und ein Hirschlederschuh. Nur ein Schuh? Er suchte den anderen, fand ihn aber nirgends. Ihre kantigen braunen Füße waren nackt, es waren harte, vielbenutzte Füße, der zweite Zeh des Linken verkrüppelt von einer alten Fraktur. Er hatte sie oft barfuß gesehen und sich immer gewundert, wie sie sich diesen Zeh wohl gebrochen hatte, doch er hatte sie nie danach gefragt. Er blickte hoch zu ihrem Gesicht und sah seine gute Freundin. Die Augen waren offen, doch die Glaskörper hatten Druck verloren und waren trocken, sodass die Augen das Lebloseste an ihr waren. Er schloss sie schnell und beschwerte die Lieder mit Pennymünzen. Er wurde jedoch auch so das Gefühl nicht los, als starr sie ihn an. Ihre Nase trat im Tod noch stärker hervor und wirkte hässlich. Im Alter wäre sie keine Schönheit gewesen, aber ihr Gesicht strahlte bereits jetzt große Würde aus. Er erschauderte und faltete die Hände wie ein Kind beim Gebet. Es tut mir so leid, Magua Equa. Er machte sich keine Illusionen, dass sie ihn hören könnte, aber es tröstete ihn, wenn er zu ihr sprach. Er nahm Feder, Tusche und einen Bogen Papier zur Hand und zeichnete die runenähnlichen Narben auf ihren Brüsten ab, denn er hatte das Gefühl, dass sie wichtig seien. Er wusste nicht, ob irgendjemand die Linien verstehen würde. Da Magua Equa geglaubt hatte, noch viele Jahre vor sich zu haben, hatte sie sich noch keinen Nachfolger herangezogen und in ihre Geheimnisse eingeweiht. Robb vermutete, dass sie gehofft hatte, eins der Kinder von Mond und der singend einhergeht, würde sich eines Tages als geeignet erweisen. Schnell zeichnete er ihr Gesicht, so wie es gewesen war. Etwas Schreckliches war ihr, und damit auch ihm widerfahren. So wie er stets von dem Henker und Medizinstudenten träumte, der den Kopf seines Freundes Andrew Giroux in die Höhe hielt, würde er immer von diesem Tod träumen. Er wusste zwar nicht genau, was an der Freundschaft so Besonderes war, dass sie von der Liebe unterschied, aber irgendwie waren er und diese Frau wirkliche Freunde geworden, und ihr Tod war ein großer Verlust für ihn. Einen Augenblick lang vergaß er sein Gelübde der Gewaltlosigkeit. Wenn er die Täter jetzt in Händen gehabt hätte, er hätte sie zerdrückt wie Ungeziefer. Der Augenblick verging wieder. Rob J. band sich gegen den Gestank ein Tuch vor Mund und Nase und griff zum Skalpell. Er öffnete den Leichnam in U-Form von Schulter zu Schulter und schnitt dann zwischen den Brüsten hindurch in gerader Linie bis zum Nabel, sodass sein blutloses Y entstand. Seine Finger waren gefühllos und gehorchten seinem Verstand nur widerwillig. Es war gut, dass er nicht an einem lebenden Patientenschnitt. Bevor er die drei Hautlappen zurückgeklappt hatte, war die schauerliche Leiche Makua gewesen, doch als er nach der Knochensäge griff, um das Brustbein von den Rippen zu lösen, zwang er sich, auf einer Bewusstseinsebene zu denken, auf der nichts Platz hatte, außer die vor ihm liegende Arbeit. Er verfiel in die berufliche Routine und tat, was getan werden musste. Bericht über Tod durch Gewaltanwendung. Opfer? Makua Equa. Adresse? Kohlsche Schaffarm, Holdens Crossing, Illinois. Beruf? Assistentin von Dr. Robert J. Cole. Alter? Circa 29 Jahre. Größe? Circa 1,75 Meter. Gewicht? Circa 63 Kilogramm. Todesumstände? Leiche des Opfers, eine Frau des Saugstammes, wurde am Nachmittag des 3. September 1851 in einem Waldstück auf der Kohl'schen Schaffarm von einem Vorbeireitenden entdeckt. Festzustellen waren elf Stichwunden, die in unregelmäßiger Linie vom Jugulum am Sternum entlang bis zu einer Stelle etwa zwei Zentimeter unterhalb des Sternfortsatzes verliefen. Die Wunden waren etwa einen Zentimeter breit. Zugefügt wurden sie mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einer Dreiecksklinge aus Metall mit drei sehr scharfen Kanten. Das Opfer, das noch Jungfrau gewesen war, wurde vergewaltigt. Reste des Hymens deuten darauf hin, dass es nicht perforiert gewesen war. Die Membran zeigte sich dick und nicht mehr geschmeidig. Vermutlich konnte, konnten, der, die Vergewaltiger die Penetration mit dem Penis nicht vollziehen. Die Defloration wurde mit einem stumpfen Gegenstand mit rauer Oberfläche oder scharfkantigen Vorsprüngen bewerkstelligt, wobei es zu massiven Verletzungen der Vulva kam, darunter tiefe Kratzer im Perineum, Risse in den großen und kleinen Schamlippen und dem Vestibulum der Vagina. Entweder vor oder nach dieser blutigen Defloration wurde das Opfer auf den Bauch gedreht. Quetschungen an den Schenkeln deuten darauf hin, dass es festgehalten wurde, während dann der Analverkehr vollzogen wurde, was wiederum nahelegt, dass es sich um mindestens zwei, wenn nicht mehr Täter gehandelt haben muss. Als Folge des Analverkehrs kam es zu einer Überdehnung und zum Einreißen des Analkanals. Im Rektum fand sich Sperma, im Mastdarm waren Spuren ausgedehnter Blutungen festzustellen. Quetschungen an Körper und Gesicht deuten darauf hin, dass das Opfer heftig geschlagen wurde, vermutlich von Männerfäusten. Es gibt Anzeichen, dass das Opfer sich gewehrt hat. Unter den Nägeln des zweiten, dritten und vierten Fingers der rechten Hand fanden sich Hautpartikel und zwei schwarze Haare, vermutlich von einem Bart. Die Stiche wurden mit solcher Wucht ausgeführt, dass die dritte Rippe eingekerbt und das Sternum mehrfach durchstoßen wurde. Der linke Lungenflügel wurde zweimal, der rechte dreimal durchstoßen, wobei die Pleura aufgeschlitzt und das innere Lungengewebe zerrissen wurde. Beide Flügel kollabierten vermutlich sofort. Drei Stiche drangen in das Herz, zwei davon in den rechten Vorhof, wo sie Wunden von etwa 8 und 9 mm Breite hinterließen. Die dritte Wunde, in der rechten Kammer, wies eine Breite von knapp 8 mm auf. Als Folge dieser Herzverletzungen kam es zu einer ausgedehnten Blutansammlung in der Bauchhöhle. Die Organe waren unauffällig, bis auf die erwähnten Verletzungen. Beim Abwiegen ergaben sich für das Herz 263 Gramm, für das Gehirn 1430 Gramm, für die Leber 1620 Gramm und für die Milz 169 Gramm. Schlussfolgerung? Mord mit vorausgehender sexueller Misshandlung, verübt von unbekanntem Täter von unbekannten Tätern. Unterzeichnet Dr. Robert Judson Cole, beigeordneter Leichenbeschauer Rock Island County, Illinois. An diesem Abend blieb Rob J. lange auf und schrieb den Bericht für die Akten des Bezirksgerichts und für Mordlondon ab. Am nächsten Morgen kamen die Sougs zur Farm und holten Magua Ikua, um sie hoch über dem Fluss neben ihrem Hedonosote zu begraben. Rob hatte ihnen diese Grabstätte angeboten, ohne es vorher mit Sarah zu besprechen. Sie wurde wütend, als sie davon erfuhr. »Auf unserem Land! Was hast du dir denn dabei gedacht? Ein Grab ist für die Ewigkeit. Jetzt wird sie für alle Zeiten hier sein! Wir werden sie nie mehr los!«, rief sie aufgebracht. »Halt den Mund, Frau!«, sagte Rob J. leise, und sie drehte sich um und ließ ihn stehen. Mond wusch Magua und zog ihr das Schamanen entkleid aus Hirschleder an. Orden erbot sich, einen Sarg zu zimmern, doch die Indianerin sagte, es sei bei ihnen brauch, die Toten nur in ihre beste Decke eingewickelt zu begraben. Also half Orden stattdessen, der singend einhergeht beim Grabschaufeln. Mond ließ sie schon in aller Frühe mit dem Graben beginnen. So schreibe es die Tradition vor, sagte sie, Grabschaufeln am frühen Morgen, die Beerdigung am frühen Nachmittag. Außerdem müssten Maguas Füße nach Westen zeigen, ergänzte sie, und ließ dann aus dem Sauglager den Schwanz eines Büffelweibchens holen, der mit ins Grab gelegt werden sollte. Er werde Magua Equa helfen, sicher über den Fluss aus Schaum zu kommen, der das Land der Lebenden von dem Land im Westen trennte, erklärte sie Rob J. Das Begräbnis war nur eine karge Zeremonie. Die Indianer, alle Coles und Jay Geiger versammelten sich um das Grab, und Rob J. wartete, dass jemand mit dem Ritual beginne, doch keiner rührte sich. Die Saugs hatten keinen Schamanen mehr, und er musste bestürzt feststellen, dass sie ihn erwartungsvoll ansahen. Wenn sie eine Christin gewesen wäre, hätte er vermutlich nachgegeben und etwas gesagt, woran er nicht glaubte. Doch so wusste er überhaupt nicht, was er tun sollte. Von irgendwoher kamen ihm einige Zeilen ins Gedächtnis. Die Bark, in der sie saß, ein Feuertron, Brand auf dem Strom. Getriebenes Gold der Spiegel. Die Purpursegel duften, das der Wind entzückt nachzog. Die Ruder waren Silber, die nach der Flöten Ton Takt hielten, dass das Wasser, das sie trafen, schneller strömte, verliebt in ihren Schlag. Doch sie nun selbst. Zum Bettler wird Beschreibung. J. Geiger starrte ihn an, als wäre er verrückt geworden. Kleopatra? Rob J. aber wurde bewusst, welch eine düstere Majestät sie für ihn besessen hatte, einen königlich-heiligen Schein, eine ganz besondere Art der Schönheit. Sie war noch mehr als Kleopatra. Kleopatra hatte nichts von persönlichem Opfer gewusst, nichts von Treue und nichts von Kräutern. Er würde sie nie mehr wiedersehen, und John Dunn lie ihm weitere Worte, die er dem schwarzen Ritter entgegenschleudern konnte. »Tod! Sei nicht stolz! Auch wenn es heißt, du seist mächtig und schrecklich, bist du's doch nicht. Denn der, den du bereits bezwungen meinst, stirbt nicht, elendtot! Noch töten kannst du mich!« Als offensichtlich wurde, dass Rob J. nichts mehr sagen wollte, räusperte sich J. und sagte ein paar Worte auf Hebräisch. Einen Augenblick lang fürchtete Rob J., Sarah werde Jesus mit ins Spiel bringen, aber sie traute sich nicht. Marquard hatte den Saugs einige Gebetslieder beigebracht, und eins davon sangen sie jetzt in einem etwas holperigen Gleichklang. »Ti-ti-la-ye-ke-wita-mone-i-no-kii, ti-la-ye-ke-wita-mone-i-no-kii, me-ma-ko-te-si-ta-ke-te-ma-ga-yo-se.« Es war ein Lied, das Makwa oft Shaman vorgesungen hatte, und Rob J. sah, dass sein Sohn zwar nicht mitsang, aber doch die Lippen zu den Worten bewegte. Als das Lied zu Ende war, war es auch das Begräbnis. Mehr gab es nicht zu tun. Danach ging er zu der Lichtung im Wald, wo es geschehen war. Die Stelle war übersät mit Hufspuren. Er hatte im Mond gefragt, ob einer der Saugs Pferden lesen könne, aber sie hatte erwidert, alle guten Pferdenleser seien tot. In der Zwischenzeit waren auch schon Londons Männer hier gewesen, Pferdehufe und Stiefel hatten die Spuren zertrampelt. Rob J. wusste, wonach er suchte. Er fand den Stock im Unterholz, wo man ihn hingeworfen hatte. Er sah aus wie ein ganz gewöhnlicher Stock, bis auf die rostig-rötliche Verfärbung an dem einen Ende. Der zweite Schuh lag auf der anderen Seite der Lichtung im Wald, wohin ihn offensichtlich jemand mit kräftigen Armen geworfen hatte. Da er sonst nichts mehr fand, wickelte er die beiden Gegenstände in ein Tuch und ritt zum Büro des Sheriffs. Morton London nahm den Obduktionsbericht und die Beweisstücke kommentarlos in Empfang. Er war kühl und etwas kurz angebunden, vielleicht weil seine Männer den Stock und den Schuh bei ihrer Suche übersehen hatten. Rob J. hielt sich nicht lange bei ihm auf. Gleich neben dem Büro des Sheriffs, auf der Veranda des Gemischtwarenladens, begrüßte ihn Julian Howard. »Hab was für Sie«, sagte Howard. Er wühlte in seiner Tasche, und Rob J. hörte das satte Klimpern großer Münzen. Howard streckte ihm einen Silberdollar hin. Das hatte doch keine Eile, Mr. Howard. Aber Howard fuchtelte mit der Münze vor seinem Gesicht herum. »Ich zahle meine Schulden«, sagte er herausfordernd, und Rob nahm die Münze, ohne zu erwähnen, dass noch fünfzig Cents für die Medizin, die er dort gelassen hatte, fehlten. Howard hatte sich bereits barsch abgewandt, da fragte ihn Rob, »wie geht es Ihrer Frau?« »Schon viel besser. Sie braucht sie nicht mehr.« Das war eine gute Nachricht, denn sie ersparte Rob einen langen und mühsamen Ritt. Stattdessen ritt er zur Farm der Schröders, wo Alma bereits mit dem herbstlichen Hausputz begonnen hatte. Ihre Rippen konnten also nicht gebrochen sein. Sein nächster Besuch galt Donnie Baker. Der Junge hatte noch immer Fieber, und der Entzündung an seinem Fuß sah man nicht an, ob sie sich zum Guten oder zum Schlechten hin entwickeln würde. Rob konnte nichts anderes tun, als den Verband wechseln und etwas Laudanum gegen die Schmerzen geben. Ein schlimmer und unglücklicher Vormittag ging nun langsam zu Ende. Rob's letzter Besuch galt der Farm der Gilberts, wo er Fletcher White in einer sehr schlechten Verfassung vorfand. Seine Augen waren trübe und blicklos, sein dürrer alter Körper wurde von Hustenanfällen geschüttelt. Jeder Atemzug war für ihn eine Qual. Es ging ihm schon besser, flüsterte Susie Gilbert. Rob J. wusste, dass Susie eine Schar Kinder und unendlich viel Arbeit hatte, also hatte sie wohl zu früh mit dem Wasserdampf und den heißen Getränken aufgehört. Als er Fletchers Hände in die Seinen nahm, spürte er, dass der alte Mann nur noch sehr wenig Zeit zu leben hatte, und er wollte auf keinen Fall Susie das Gefühl geben, sie sei schuld am Tod ihres Vaters. Er gab ihr etwas von Marquas starkem Tonikum, damit sie Fletcher Erleichterung verschaffen konnte. Dabei merkte er, dass er nur noch wenig von dem Tonikum hatte. Er war oft dabei gewesen, wenn sie es zusammenbraute, und glaubte, die wenigen Kräuteringredienzchen zu kennen. Jetzt musste er versuchen, es selber herzustellen. Eigentlich hätte er am Nachmittag Sprechstunde in seiner Praxis halten sollen, doch als er zur Farm zurückkehrte, herrschte dort ein wahres Chaos. Sarah war bleich im Gesicht. Mond, deren Augen bei Marquas Tod trocken geblieben waren, weinte bitterlich, und alle Kinder schauten ängstlich und verschüchtert rein. Während Rob Jays Abwesenheit waren Maud London und Fritz Graham, sein regulärer Hilfssheriff, sowie der extra für diesen Anlass vereidigte Otto Pferzik auf die Farm gekommen. Sie hatten ihre Gewehre auf »Der singend einhergeht« gerichtet, und Maud hatte ihn verhaftet. Dann hatten sie ihm die Hände auf den Rücken gebunden, ihm ein Seil umgelegt und ihn wie einen Ochsen hinter ihren Pferden hergezogen. Die letzten Indianer in Illinois. »Sie haben einen Fehler gemacht, Maud«, sagte Rob. Maud London sah ihn verlegen an, schüttelte aber den Kopf. »Nein, wir glauben, dass dieser Riese von einem Hurensohnes war, der sie getötet hat.« Als Rob J. wenige Stunden zuvor im Büro des Sheriffs gewesen war, hatte London nichts davon erwähnt, dass er vorhabe, auf die Colsche Farm zu reiten und einen der Arbeiter zu verhaften. Irgendetwas stimmte nicht. Die Schwierigkeiten, in denen der »Singend einhergeht« jetzt steckte, waren wie eine Krankheit unerkennbare Ursache. Auf das »Wir« reagierte Rob überhaupt nicht. Er wusste, wer »Wir« waren, und er erkannte, dass Nick Holden aus Maguas Tod politischen Profit schlagen wollte. Aber er beherrschte seinen Zorn. Ein schlimmer Fehlermord. »Es gibt einen Zeugen, der den großen Indianer auf der Lichtung gesehen hat, wo sie gefunden wurde, kurz bevor es passierte.« »Das sei nicht überraschend«, erwiderte Rob J., »da der singend einhergeht, einer seiner Arbeiter sei und jenes Waldstück zu seiner Farm gehöre. Ich möchte eine Kaution für ihn stellen.« »Ich kann keine Kaution akzeptieren. Wir müssen warten, bis aus Rock Island ein Richter kommt.« »Wie lange wird das dauern?« London zuckte die Achseln. »Eins der wenigen guten Dinge, die wir von den Engländern übernommen haben, ist das Gebot der unverzüglichen Rechtsprechung. Das sollte man doch hier anwenden.« »Ich kann doch wegen eines Indianers keinen Richter zur Eile treiben.« »Fünf, sechs Tage wird's noch dauern. Vielleicht eine Woche.« »Ich will, der singend einhergeht, sehen.« London führte Rob in den Arrestbau mit den zwei Zellen, der sich an sein Büro anschloss. Die Hilfssheriffs saßen in dem düsteren Korridor zwischen den beiden Zellen, die Flinten auf dem Schoß. Fritz Graham sah aus, als mache es ihm großen Spaß. Otto Pfersig dagegen machte den Eindruck, als kehre er lieber in seine Mühle zurück und male Mehl. Die eine Zelle war leer. Der singend einhergeht, füllte die andere Zelle fast vollständig aus. »Binden Sie ihn los«, sagte Rob J. mit dünner Stimme. London zögerte. Rob merkte, dass sie alle drei Angst hatten, sich dem Gefangenen zu nähern. Der singend einhergeht, hatte einen schlimm aussehenden Bluterguss über dem rechten Auge, vielleicht von einem Gewehr schafft. Seine Körpergröße war wirklich furchterregend. »Lassen Sie mich zu ihm hinein! Ich binde ihn selber los!« London schloss die Zelle auf, und Rob J. betrat sie allein. »Payawanegawa«, sagte er, um ihn bei seinem richtigen Namen zu nennen, und legte ihm die Hand auf die Schulter. Er stellte sich hinter den Indianer und versuchte, den Knoten seiner Fessel zu lösen, doch der war zu fest gebunden. »Den muss ich aufschneiden,« sagte er zu London. »Geben Sie mir ein Messer!« »Den Teufel werde ich tun!« »Dann die Schere aus meiner Arzttasche!« »Als ob das keine Waffe wäre«, murmelte London, ließ aber Graham die Schere holen, worauf Rob J. den Strick durchschneiden konnte. Er massierte dem Indianer die Handgelenke, sah ihm dabei in die Augen und redete wie zu seinem tauben Sohn. »Kafsor Wabeskyu wird Paya Wanegawa helfen. Wir sind Brüder von der gleichen Hälfte, den langen Haaren.« Er ignorierte die spöttischen, verächtlichen Blicke der zuhörenden Weißen auf der anderen Seite des Gitters. Er konnte nicht erkennen, ob der, singend einhergeht, verstanden hatte, was er gesagt hatte. Die Augen des Saugs waren dunkel und trübe, doch als Rob J. sie studierte, entdeckte er eine Veränderung in ihnen, ein ungewisses Aufblitzen, das Zorn oder auch das Wiederaufkeimen von Hoffnung sein konnte. Nachmittags brachte er Mond zu ihrem Mann. Sie dolmetschte, während London ihn verhörte. Paya Wanegawa schien das Verhör zu verblüffen. Er gab ohne Zögern zu, an diesem Vormittag auf der Lichtung gewesen zu sein. Es sei an der Zeit, Holz für den Winter zu holen, sagte er und sah dabei den Mann an, der ihn dafür bezahlte. Außerdem habe er nach Ahornbäumen Ausschau gehalten, die man im Frühjahr wegen des Sirups anzapfen könne. »Er habe doch im gleichen Langhaus wie die tote Frau gewohnt,« bemerkte London. »Ja, ob er je Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt habe.« Mond zögerte mit der Übersetzung. Rob J. warf London einen vorwurfsvollen Blick zu, berührte dann aber Monds Arm und nickte. Sie übersetzte die Frage und der singend einhergeht antwortete sofort und ohne erkennbare Verärgerung. »Nein, niemals.« Nach dem Verhör folgte Rob J. Maud London in sein Büro. »Können Sie mir sagen, warum Sie diesen Mann verhaftet haben?« »Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Ein Zeuge hat ihn auf der Lichtung gesehen, kurz bevor die Frau getötet wurde.« »Wer ist dieser Zeuge?« »Julian Howard.« Rob fragte sich, was Julian Howard auf seinem Land zu suchen gehabt hatte. Er erinnerte sich noch an das Klimpern der Dollars in Howards Tasche, als der ihn für den Hausbesuch bezahlte. »Sie haben ihn für diese Zeugenaussage bezahlt,« sagte er, als wisse er das ganz sicher. »Hab ich nicht.« »Nein,« erwiderte London auffahrend. Aber in der Rolle des Schurken war er ein Amateur. Die Empörung über den Vorwurf wollte ihm nicht so recht gelingen. Wahrscheinlich hatte Nick Julian das Geld gegeben, ihm geschmeichelt und versichert, dass er ja nur ein gottesfürchtiger Mann sei, der seine Pflicht tue. »Der singend einhergeht, war genau dort, wo er als mein Arbeiter zu sein hatte. Da können sie genauso gut mich verhaften, weil mir das Land gehörte, auf dem Magua getötet wurde. Oder Jay Geiger, weil er sie gefunden hat.« »Wenn es der Indianer nicht getan hat, wird sich das im Laufe des Verfahrens herausstellen. Er hat mit der Frau zusammengelebt. Sie war seine Schamanin. Das ist so, als wäre sie sein Priester gewesen. Und weil sie im selben Langhaus zusammengelebt haben, war Sex zwischen ihnen etwas Verbotenes, wie zwischen Bruder und Schwester. Was das angeht, heute haben schon ihre Priester getötet und ihre Schwestern gefögelt. Rob J. wandte sich empört von ihm ab, drehte sich dann aber noch einmal um. »Es ist noch nicht zu spät, um das wieder in Ordnung zu bringen, Mord. Dieses Sheriffamt ist auch nur irgendeine verdammte Arbeit. Und sie werden überleben, auch wenn sie die verlieren. Ich halte sie für einen anständigen Mann. Aber wenn sie so etwas einmal tun, ist es leicht, es immer wieder zu tun.« Das war ein Fehler. Mord konnte damit leben, dass der ganze Ort wusste, wie sehr er von Nick Holdens Gunst abhängig war, solange es ihm niemand ins Gesicht sagte. »Ich habe diesen Scheiß-Mist gelesen, den Sie einen Autopsiebericht nennen, Dr. Cole. Sie dürften es ziemlich schwer haben, einem Richter und einer Jury aus sechs anständigen Weißen weiß zu machen, dass die Frau noch Jungfrau war. Eine gutaussehende Indianerin in ihrem Alter. Und jeder in der Umgebung weiß doch, dass sie ihr Weib war. Sie haben vielleicht Nerven, mir eine Predigt zu halten. Und jetzt raus hier! Und kommen Sie nie wieder, wenn Sie nichts Offizielles mit mir zu besprechen haben.« Mond sagte, der singend einhergeht, habe Angst. »Ich glaube nicht, dass Sie sich an ihm vergreifen werden,« erwiderte Rob J. Sie sagte, er habe nicht Angst davor, dass man sich an ihm vergreife. »Er weiß, dass die Weißen manchmal Leute aufhängen. Wenn ein Saug aufgehängt wird, kann er den Fluss aus Schaum nicht überqueren und kommt nie in das Land im Westen.« »Niemand wird ihn aufhängen,« entgegnete Rob J. fast unwirsch. »Sie haben keine Beweise gegen ihn. Es ist eine politische Angelegenheit, und in ein paar Tagen werden Sie ihn wieder freilassen müssen.« Aber die Angst war ansteckend. Der einzige Anwalt in Holdens Crossing war Nick Holden. In Rock Island gab es zwar mehrere Anwälte, aber Rob J. kannte keinen von ihnen persönlich. Am folgenden Morgen kümmerte er sich nur um jene Patienten, deren Behandlung sich nicht aufschieben ließ, dann ritt er in die Bezirkshauptstadt. Im Wartezimmer des Kongressabgeordneten Stephen Hume saßen noch mehr Leute als gewöhnlich in seinem eigenen, und er musste beinahe neunzig Minuten warten, bis er an die Reihe kam. Hume hörte ihm aufmerksam zu. »Warum sind Sie gerade zu mir gekommen?«, fragte er schließlich. »Weil Sie wiedergewählt werden wollen, und Nick Holden ihr Konkurrent ist. Aus Gründen, die ich noch nicht kenne, versucht Nick, den Sougs im Allgemeinen und der singend einhergeht, im Besonderen so viele Schwierigkeiten zu machen, wie es nur geht.« Hume seufzte. »Nick hat sich mit einem üblen Haufen eingelassen, und ich kann seine Kandidatur nicht auf die leichte Schulter nehmen.« »Die American Party impft den im Land geborenen Arbeitern Angst vor Einwanderern und Katholiken ein. Und Hass auf sie. In jeder Stadt haben sie eine Geheimloge mit einem Guckloch an der Tür, um Nicht-Mitglieder fernhalten zu können. Man nennt sie die Nichtswisser-Partei, weil die Mitglieder darauf gedrillt sind, auf die Frage nach den Aktivitäten ihrer Partei nur zu antworten, sie wüssten von nichts. Sie propagieren Gewalt gegen im Ausland Geborene und wenden sie auch an. Und ich schäme mich, sagen zu müssen, dass sie das Land politisch im Sturm erobern. Es strömten zwar beständig Einwanderer nach Illinois, aber im Augenblick seien noch 70 Prozent der Bevölkerung im Land geboren, und von den restlichen 30 seien die meisten keine amerikanischen Bürger und dürften nicht wählen. Im letzten Jahr habe die Nichtswisser-Partei in New York beinahe den Gouverneur gestellt, und in der gesetzgebenden Versammlung hätten sie bereits 49 Abgeordnete. Eine Koalition aus Nichtswissern und Nationalrepublikanern, konnte in Pennsylvania und Delaware problemlos gewinnen, und Cincinnati ging nach hartem Kampf an die Nichtswisser-Partei. Aber warum ist Nick hinter den Saugs her? Die sind doch wirklich nicht im Ausland geboren. Hume schnitt eine Grimasse. Ich glaube, dass sein politisches Gespür sehr gut entwickelt ist. Erst vor 19 Jahren wurden die Leute hier in der Gegend von Indianern massakriert und haben selber auch nicht schlecht gewütet. Im Krieg des Schwarzen Falken kamen viele Leute um. 19 Jahre, das ist eine sehr kurze Zeit. Jungen, die Indianerangriffe überlebt haben, und eine Menge Indianer-Hasser sind jetzt Wähler. Und die Angst vor den Indianern ist immer noch sehr verbreitet. Mein geschätzter Konkurrent gießt also nur Öl ins Feuer. Erst vor ein paar Abenden hat er hier in Rock Island Whisky ausschenken lassen und dann alte Geschichten zum Besten gegeben, wobei er keinen einzigen Sculp und keine angebliche Grausamkeit ausgelassen hat. Dann erzählte er, dass die letzten blutdürstigen Indianer in Illinois in ihrem Ort verhätschelt würden und dass er, wenn er erst mal im Repräsentantenhaus sitze, sie schon in ihr Reservat in Kansas zurückschicken werde, denn da gehörten sie ja hin. Können sie etwas unternehmen, um den Saugs zu helfen? Etwas unternehmen? Ich umseufzte. Dr. Cole, ich bin Politiker. Indianer sind keine Wähler, also werde ich mich hüten, mich öffentlich für einen oder für alle einzusetzen. Aber in politischer Hinsicht kann es mir helfen, wenn wir die Angelegenheit entschärfen, da mein Gegner versucht, auf diese Weise mein Amt zu gewinnen. Die beiden für ihren Distrikt zuständigen Richter sind Honorable Daniel P. Allen und Honorable Edwin Jordan. Richter Jordan hat eine gemeine Ader und ist außerdem ein Nationalrepublikaner. Denn Allen ist ein ziemlich guter Richter und ein noch besserer Demokrat. Ich kenne ihn aus langjähriger Zusammenarbeit. Und wenn er diesen Fall verhandelt, wird er nicht zulassen, dass Nicks Leute einen Zirkus veranstalten, damit ihr Saugfreund wegen irgendwelcher Pseudobeweise verurteilt wird und so Nick helfen, die Wahl zu gewinnen. Man kann unmöglich wissen, ob er den Fall bekommt oder Jordan. Wenn es Allen ist, wird er kaum mehr als gerecht sein. Aber gerecht wird er sein. Kein Anwalt in der Stadt wird von sich aus einen Indianer vertreten. Das können Sie mir glauben. Der beste Verteidiger hier in der Stadt ist ein junger Kerl namens John Corland. Lassen Sie mich mit ihm sprechen. Mal sehen, ob ich ihm nicht ein bisschen gut zureden kann. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Abgeordneter. Na, dann zeigen Sie es, indem Sie mich wählen. Ich gehöre zu den besagten 30 Prozent. Ich habe die Einbürgerung bereits beantragt, aber da gibt es diese dreijährige Wartezeit. Dann können Sie mich ja beim nächsten Mal wählen, bemerkte ich nun pragmatisch. Und in der Zwischenzeit empfehlen Sie mich Ihren Freunden. Lang hielt sich in Holdens Crossing die Aufregung über den Tod der Indianerin nicht. Viel interessanter war die bevorstehende Eröffnung der Schule. Jeder im Ort wäre bereit gewesen, ein kleines Stück seines Landes als Bauplatz für die Schule herzugeben, um sich damit das Eintrittsrecht für die eigenen Kinder zu sichern. Doch man hatte sich darauf geeinigt, dass eine solche Einrichtung an zentraler Stelle stehen sollte. Und schließlich akzeptierte die Ratsversammlung Vier Morgen Land von Nick Holden, was Nick sehr freute. Denn so entstand die Schule genau an der Stelle, die er in seiner Traumkarte von Holdens Crossing für sie vorgesehen hatte. Mit vereinten Kräften hatte man ein Schulhaus errichtet, das aus einem einzigen großen Klassenzimmer bestand. Alle waren mit Feuereifer bei der Sache. Anstatt des üblichen Holzpflasterbodens wurde ein Bretterboden eingezogen, für den die Stämme sechs Meilen bis zum Sägewerk geschleppt werden mussten. Entlang der einen Wand wurde ein langes Brett befestigt, das als gemeinschaftlicher Schreibtisch dienen sollte, und davor stellte man eine lange Bank, sodass die Schüler beim Schreiben mit dem Gesicht zur Wand sitzen und sich dann umdrehen und beim Lesen den Lehrer ansehen konnten. Man beschloss, dass das Schuljahr jeweils nach der Ernte beginnen und in drei Abschnitte von jeweils zwölf Wochen unterteilt sein sollte. Der Lehrer sollte pro Abschnitt 19 Dollar sowie freie Kost und Logis erhalten. Das Gesetz schrieb vor, dass ein Lehrer in Lesen, Schreiben und Rechnen qualifiziert sein musste, in Geografie, Grammatik oder Geschichte zumindest bewandert. Viele Bewerber für den Posten gab es nicht, denn das Gehalt war niedrig und die Schwierigkeiten waren groß. Doch schließlich konnte die Versammlung Marshall Byers anstellen, einen Cousin des Schmieds Paul Williams. Mr. Byers war ein schlanker junger Mann von 21 Jahren mit vorstehenden Augen, der, bevor er nach Illinois gekommen war, in Indiana unterrichtet hatte und deshalb wusste, was es hieß, jede Woche bei der Familie eines anderen Schülers Unterkunft zu finden. Sarah gestand er, er sei froh, auf einer Schaffarm unterzukommen, da er Lamm und Karotten lieber esse als Schweinefleisch und Kartoffeln. Wenn es sonst irgendwo Fleisch gibt, dann ist es immer Schwein mit Kartoffeln. Schwein mit Kartoffeln, sagte er. Rob J. grinste ihn an. Dann werden sie sich bei den Geigers wohlfühlen, sagte er. Rob J. war von dem Lehrer nicht sonderlich begeistert. Es lag etwas Hinterhältiges in der Art, wie er Mond und Sarah verstohlen musterte und Schämen anstarrte, als wäre der Junge ein Krüppel. Ich freue mich schon, Alexander in meiner Schule zu haben, sagte Mr. Byers. Auch Schämen freut sich schon auf die Schule, entgegnete Rob J. ruhig. Aber das wird wohl kaum gehen. Der Junge kann nicht normal sprechen. Und wie soll ein Kind, das nichts hört, in der Schule etwas lernen? Er liest von den Lippen ab. Und er begreift sehr schnell Mr. Byers. Mr. Byers runzelte die Stirn. Er wollte schon weiter protestieren, doch als er Rob J.'s Gesichtsausdruck sah, überlegte er es sich anders. Natürlich, Dr. Cole, sagte er steif. Natürlich. Am nächsten Morgen klopfte Orden Kimball vor dem Frühstück an die Hintertür. Er war schon sehr früh im Futtermittelladen gewesen und platzte vor Neuigkeiten. Dieser blöden Indianer! Jetzt haben Sie es getan, sagte er. Haben Sie sich gestern Abend besoffen und dann den Stall von diesen papistischen Nonnen angesteckt?« Mond bestritt das sofort, als Rob mit ihr redete. »Ich war den ganzen Abend bei meinen Freunden im Sauglager, und wir haben uns über der singend ein Hergitt unterhalten. Das, was Orden da gehört hat, ist eine Lüge.« »Vielleicht haben Sie erst getrunken, nachdem du gegangen bist.« »Nein, es ist eine Lüge.« Ihre Stimme klang ruhig, aber ihre zitternden Finger lösten bereits ihre Schürze. »Ich muss zu meinem Stamm!« Rob seufzte. Am besten erstattete den Franziskanerinnen einen Besuch ab. Er hatte gehört, dass die Leute sie diese verdammten braunen Käfer nannten. Und er begriff auch, weshalb, als er sie sah, denn sie trugen eine braune, wollene Ordenstracht, die für den Herbst zu warm war und in der Hitze des Sommers eine Qual gewesen sein musste. Vier von ihnen arbeiteten in den Brandruinen des hübschen, kleinen schwedischen Stalls, den August Lund und seine Frau voller jugendlicher Hoffnung und Entschlossenheit gebaut hatten. Sie schienen in den verkohlten, in der einen Ecke noch schwelenden Überresten nach Heilgebliebenem zu suchen. »Guten Morgen!« rief er. Sie hatten sein Näherkommen nicht bemerkt. Den Saum ihrer langen Kutten hatten sie in den Gürtel gesteckt, um bei der Arbeit mehr Bewegungsfreiheit zu haben, und jetzt beeilten sie sich, die Röcke wieder herunterzulassen, denn vier Paar kräftiger, rußfleckig-weißbestrumpfter Beine waren entblößt gewesen. »Ich bin Dr. Cole«, sagte er und stieg ab. »Ein entfernt lebender Nachbar!« Sie starrten ihn stumm an, und ihm fiel ein, dass sie vielleicht seine Sprache nicht verstanden. »Könnte ich bitte mit der verantwortlichen Person sprechen?« »Das wäre die Schwester Oberin«, erwiderte eine von ihnen, und ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Mit einer kleinen Bewegung des Kopfes, die ihn wohl zum Mitkommen aufforderte, ging sie auf das Haus zu. Neben einem neu an das Gebäude angebauten Schuppen jätete ein alter Mann in Schwarz den frostkahlen Gemüsegarten. Der alte Mann zeigte kein Interesse an Rob. Die Nonne klopfte zweimal, ein sanftes, leises Geräusch, das zu ihrer Stimme passte. »Herein!« Die braune Kutte schlüpfte an ihm vorbei und knickste. »Dieser Herr möchte euch sprechen, ehrwürdige Mutter. Ein Arzt und ein Nachbar«, sagte die flüsternde Nonne, knickste noch einmal und war verschwunden. Die Schwester Oberin saß auf einem Holzstuhl an einem kleinen Tisch. Das vom Schleier umrahmte Gesicht war großflächig, die Nase fleischig und breit, die leicht spöttisch blickenden Augen von einem durchdringenden Blau, das heller war als das von Sarahs Augen und eher herausfordernd als freundlich. Er stellte sich vor und sagte, dass ihm das wegen des Feuers leidtue. »Können wir Ihnen irgendwie helfen!« »Ich vertraue auf Gott! Er wird uns helfen!« Ihr Englisch klang perfekt, aber er glaubte, einen deutschen Akzent zu erkennen, obwohl ihrer anders als der der Schröders klang. Vielleicht stammten sie aus verschiedenen Gegenden Deutschlands. »Bitte nehmen Sie Platz«, sagte sie und wies zu dem einzigen bequemen Sessel im Zimmer, einem tonähnlichen Möbel mit Lederpolsterung. »Haben Sie diesen Sessel in einem Wagen bis hierher geschleppt?« »Ja. Wenn der Bischof uns besucht, können wir ihm wenigstens eine anständige Sitzgelegenheit anbieten«, antwortete sie ernst. »Die Männer seien während des Nachtoffiziums gekommen«, berichtete sie. »Die Gemeinschaft sei in Andacht versunken gewesen und habe anfangs das Grölen und das Knistern nicht gehört, doch bald hätten sie den Rauch gerochen.« »Man hat mir gesagt, es sei ein Indianer gewesen.« »Die Art von Indianer, die schon bei der Boston Tea Party dabei waren«, erwiderte sie trocken. »Sind Sie sicher?« Sie verzog das Gesicht zu einem humorlosen Lächeln. »Es waren betrunkene Weiße, und sie haben geflucht und gegrölt wie betrunkene Weiße.« »Es gibt hier eine Loge der American Party«, sie nickte. »Die Nichtswisser. Vor zehn Jahren kam ich frisch aus Württemberg in das Franziskanerinnenkloster in Philadelphia. Die Nichtswisser haben mich mit einem einwöchigen Aufruhr empfangen, bei dem zwei Kirchen überfallen, zwei Katholiken zu Tode geprügelt und unzählige Häuser der Katholiken niedergebrannt wurden. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich erkannte, dass nicht alle Amerikaner so sind.« Rob J. nickte. Er bemerkte, dass sie diesen einen der beiden Räume in August Lunds ehemaliger Behausung in ein spartanisches Dormitorium umgewandelt hatten. Hier war ursprünglich Lunds Getreidespeicher gewesen. Jetzt waren in der Ecke Schlafpritschen aufgestapelt. Neben dem Schreibtisch und dem Holzstuhl sowie dem Bischofsthron vervollständigten ein großer, schöner Refektoriumstisch und Bänke aus frischem Holz die Einrichtung des Raumes, und Rob lobte die Tischlerarbeit. »Hat ihr Priester die gezimmert?« Sie lächelte und erhob sich. »Vater Russell ist unser Kaplan. Schwester Mary Peter Salistine ist unser Tischler. Möchten Sie unsere Kapelle sehen?« Er folgte ihr in das Zimmer, in dem die Lunds gegessen, geschlafen und sich geliebt hatten und in dem Greta Lund gestorben war. Die Nonnen hatten es getüncht. An einer Wand stand ein hölzerner Altar und davor eine Andachtsbank. Vor dem Kruzifix auf dem Altar brannte, flankiert von kleineren Kerzen, eine große Tabernakelkerze in einem roten Glasgefäß. Er sah vier Gipsstatuen, die offensichtlich nach dem Geschlecht getrennt waren. Ganz rechts erkannte Rob die heilige Jungfrau. Die Oberen erklärte ihm, dass die Statue neben Maria die heilige Clara darstelle, die Gründerin ihres Nonnenordens, und die Figuren auf der anderen Seite des Altars seien der heilige Franziskus und der heilige Josef. Man sagt, sie haben vor, eine Schule zu eröffnen. »Da sind Sie falsch unterrichtet«, er lächelte, »und, dass Sie vorhaben, unsere Kinder zum Papismus zu verführen.« »Nun ja, das ist nicht ganz unrichtig«, erwiderte sie ernsthaft. »Wir hoffen immer eine Seele zu erretten, ob nun Kind, Frau oder Mann. Wir bemühen uns natürlich, neue Katholiken zu gewinnen, aber hauptsächlich sind wir ein Pflegeorden.« »Ein Pflegeorden? Und wo wollen Sie pflegen? Wollen Sie hier ein Krankenhaus bauen?« »Ach«, sagte sie bedauernd, »wir haben leider kein Geld. Die heilige Mutter Kirche hat dieses Land gekauft und uns hierher gesandt, aber jetzt sind wir allein auf uns gestellt. Wir sind sicher, dass der Herr uns helfen wird.« Rob J. war sich da weniger sicher. »Darf ich Ihre Krankenschwestern rufen, wenn Patienten sie brauchen?« »Damit Sie in deren Häuser gehen?« »Nein, das steht ganz außer Frage«, antwortete sie streng. Er fühlte sich unbehaglich in der Kapelle und wollte sich zurückziehen. »Ich vermute, Sie sind kein Katholik, Dr. Cole.« Er schüttelte den Kopf. Doch plötzlich fiel ihm noch etwas ein. »Falls es den Saugs etwas nützt, würden Sie bezeugen, dass die Männer, die ihren Stall angesteckt haben, weiße waren?« »Natürlich«, sagte sie ungerührt, »da es die Wahrheit ist.« Er hatte plötzlich das Gefühl, dass ihre Novizinnen in beständiger Angst vor ihr leben mussten. »Vielen Dank.« Er zögerte, denn es schien ihm unmöglich, sich vor dieser stolzen Frau zu verbeugen und sie ehrwürdige Mutter zu nennen. »Wie heißen Sie, Schwester Oberin?« »Ich bin Marta Miriam Ferruzia.« Er hatte in der Schule Latein gelernt, hatte sich mit Cicero abgemüht und Cäsar auf seinen gallischen Kriegen begleitet, und er wusste noch genug, um den Namen mit »Maria die Mutige« übersetzen zu können. Für sich aber, und nur für sich, nannte er die Oberen von diesem ersten Besuch an »Ferocious Miriam«, die grimmige Miriam. Er nahm den langen Ritt nach Rock Island auf sich, um Stephen Hume zu besuchen, und wurde sofort dafür belohnt, denn der Kongressabgeordnete hatte gute Nachrichten. Daniel P. Allen würde den Prozess führen. Da keine schlüssigen Beweise vorlagen, sah Richter Allen keinen Grund, der singend einhergeht, nicht auf Kaution freizulassen. »Es geht allerdings um ein Kapitalverbrechen, da konnte er die Kaution nicht unter 200 Dollar festsetzen. Wenn Sie einen Kredit brauchen, müssen Sie nach Rockford oder Springfield.« »Ich bringe das Geld selber auf.« »Mir läuft der singend einhergeht bestimmt nicht davon,« sagte Rob J. »Gut. Der junge Kerland hat versprochen, ihn zu verteidigen. Unter den gegebenen Umständen wird es das Beste sein, wenn Sie nicht selbst zum Gefängnis gehen. Rechtsanwalt Kerland wird Sie in zwei Stunden vor Ihrer Bank treffen.« »Ist das die in Holdens Crossing?« »Ja.« »Stellen Sie einen Scheck für das Rock Island County aus. Unterschreiben Sie ihn und geben Sie in Kerland. Der erledigt dann den Rest. Dan Allen und John Kerland werden gemeinsam dafür sorgen, dass Nick ziemlich dumm dasteht, falls er versucht, aus diesem Prozess eine Schau zu machen.« Sein Händedruck war fest und kam einer Gratulation gleich. Rob J. ritt nach Hause und spannte den Backbord an, denn er hatte das Gefühl, Mond sollte dabei sein, wenn er ihren Mann abholte. In ihrem normalen Hauskleid und einem Häubchen, das Magua gehört hatte, saß sie aufrecht und selbst für ihre Verhältnisse außergewöhnlich schweigsam auf dem Wagen. Rob merkte, dass sie sehr nervös war. Er wand das Pferd vor der Bank an und sie wartete auf dem Wagen, während er den Scheck ausstellte und ihn John Kerland gab, einem ernsthaften jungen Mann, der Mond bei der Vorstellung höflich, aber ohne jede Herzlichkeit begrüßte. Nachdem der Anwalt gegangen war, setzte sich Rob J. neben Mond auf den Wagen. Er ließ das Pferd angebunden, wo es war, und sie saßen da und sahen hinüber zur Tür von Maud Londons Büro. Obwohl es September war, brannte die Sonne noch heiß. Die Wartezeit kam ihnen ungewöhnlich lang vor. Schließlich berührte Mond seinen Arm, denn die Tür ging auf und der singend einhergeht trat heraus, gebückt, damit er unbeschadet unter dem Türstock hindurchkam. Kerland folgte dicht hinter ihm. Sie bemerkten Mond und Rob J. sofort und kamen auf sie zu. Der singend einhergeht fing an zu rennen, vielleicht, weil er sich über die neugewonnene Freiheit freute, vielleicht auch, weil er instinktiv vor diesem Gefängnis fliehen wollte, doch schon nach wenigen federnden Sätzen bellte etwas über und hinter ihm auf, und dann knallte es von zwei Dächern auf der anderen Straßenseite. Paya Wanegawa, der Jäger, der Führer, der Held des Stock- und Ballspiels hätte eigentlich mit Würde fallen müssen, wie ein riesiger Baum. Doch er stolperte und strauchelte wie ein gewöhnlicher Mann und stürzte dann mit dem Gesicht nach vorne in den Staub. Rob J. sprang vom Wagen und rannte zu ihm, doch Mond konnte sich nicht bewegen. Als er bei ihm war und ihn umdrehte, sah er, was Mond bereits wusste. Eine Kugel hatte ihn genau ins Genick getroffen und zwei andere in die Brust, kaum drei Zentimeter voneinander entfernt. Zwei Herzschüsse, wie es aussah, beide tödlich. Auch Kerland kam herbeigelaufen und stand nun in hilflosem Entsetzen daneben. Einige Augenblicke später kamen London und Holden aus dem Büro des Sheriffs. Maud ließ sich von Kerland erklären, was passiert war, und befahl dann seinen Leuten, die Dächer zu beiden Seiten der Straße abzusuchen. Niemand schien sonderlich überrascht, sie leer zu finden. Rob J. war neben der singend einhergeht Knien geblieben, doch jetzt stand er auf und sah Nick Holden in die Augen. Der war etwas bleich, doch entspannt und wie auf alles vorbereitet. Obwohl es ganz und gar nicht zur Situation passte, war Rob aufs Neue von seiner männlichen Schönheit beeindruckt. Er bemerkte, dass Nick einen Revolver trug, und er wusste, dass das, was er ihm zu sagen hatte, ihn selbst in Gefahr bringen konnte und deshalb mit Bedacht formuliert werden musste. Doch gesagt werden musste es. Ich will nie wieder etwas mit Ihnen zu tun haben. Nie mehr, solange ich lebe, sagte er. Der singend einhergeht wurde in den Schuppen der Schaffarm gebracht, und Rob J. ließ seine Familie dort mit ihm alleine. Bei Einbruch der Dunkelheit wollte er Mond und ihre Kinder zum Abendessen ins Haus holen, doch sie waren verschwunden, und die Leiche ebenfalls. Später an diesem Abend entdeckte Jay Geiger den Backbord und das Pferd der Coles, angebunden an einem Pfosten vor seinem Stall, und er brachte Rob sein Eigentum zurück. Er berichtete, dass kleines Horn und Steinhund seine Farm ebenfalls verlassen hätten. Mond und ihre Kinder kehrten nicht zurück. In dieser Nacht lag Rob J. schlaflos in seinem Bett und dachte an der singend einhergeht, der jetzt wahrscheinlich in einem unmarkierten Grab irgendwo am Fluss lag. Oder auf dem Land eines anderen, das früher den Socks gehört hatte. Was in der Nacht passiert war, erfuhr Rob J. erst am nächsten Vormittag, als Jay noch einmal auf die Farm geritten kam und ihm erzählte, dass Nick Holdens riesiger Viehstall niedergebrannt worden sei. Diesmal waren es wirklich die Socks, das ist sicher. Sie sind alle davon gelaufen. Nick hat die halbe Nacht gebraucht, um die Flammen von seinem Haus abzuhalten, und drohte ständig, er werde die Miliz und die Army alarmieren. Er ist bereits mit fast vierzig Mann hinter ihnen her, mit den erbärmlichsten Indianerkämpfern, die man sich vorstellen kann. Maud London ist dabei, Dr. Beckerman, Julian Howard, Fritz Graham, die meisten Stammgäste aus Nelsons Kneipe, also die Hälfte aller Suffkörper aus dieser Gegend, und alle tun so, als wären sie hinter schwarzer Falke her. Die können von Glück sagen, wenn sie sich nicht gegenseitig in den Fuß schießen. An diesem Nachmittag ritt Rob J. zum Sauglager hinaus. So wie es aussah, hatten sie es endgültig verlassen. Die Büffelfelle vor den Eingängen der Hedonosauté waren verschwunden, die schwarzen Löcher gähnten wie Zahnlücken, und auf dem Boden lagen die Überreste des Lagerlebens verstreut. Er hob eine Blechbüchse auf, an deren zerfruchtem Deckel er erkannte, dass sie mit einem Messer oder einem Bayonett geöffnet worden war. Dem Etikett nach hatte sie Pfirsichhälften aus Georgia enthalten. Er hatte es nie geschafft, die Saugs vom Wert einer Latrine zu überzeugen, und jetzt bewahrte ihn der Geruch menschlicher Exkremente, den der Wind vom Außenbezirk des Lagers hereintrug, vor allzu großer Sentimentalität. Ein letzter stinkender Hinweis darauf, dass etwas sehr Wertvolles von diesem Ort verschwunden war und weder durch Zaubersprüche noch durch Politik zurückgebracht werden konnte. Vier Tage lang verfolgten Nick Holden und sein Trupp die Saugs, doch wirklich nahe kamen sie ihnen nie. Die Indianer blieben in den Wäldern am Ufer des Mississippi und Floh nach Norden. Sie fanden sich in der Wildnis zwar nicht so gut zurecht wie einige ihres Stammes, die nun tot waren, aber auch die schlechtesten von ihnen waren immer noch besser als die weißen Männer, und sie schlugen Haken und legten falsche Fährten, denen die Weißen auch prompt folgten. Die Verfolgung führte die Weißen weit nach Wisconsin hinein. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn sie mit Trophäen, einigen Skalps und Ohren hätten zurückkehren können, aber sie redeten sich auch so ein, dass sie einen großen Sieg errungen hätten. In Prairie du Chien hielten sie an und ließen sich mit Whisky volllaufen. Fritzi Graham bekam Streit mit einem Kavaleristen und landete im Gefängnis, doch Nick holte ihn wieder heraus, indem er den Sheriff davon überzeugte, dass bei einem durchreisenden Hilfssheriff eine gewisse kollegiale Nachsicht angebracht sei. Nach ihrer Rückkehr schwärmten sofort 38 Getreue aus und verbreiteten die frohe Botschaft, dass Nick Holden den Staat vor der roten Bedrohung gerettet habe und ein durch und durch anständiger Kerl sei. Der Herbst war mild in diesem Jahr und angenehmer noch als der Sommer, denn einige frühe Fröste machten den Insekten den Gar aus. Es war eine goldene Zeit mit kühlen Nächten, die das Laub am Flussufer bunt verfärbten und wärmen, sanften Tagen. Im Oktober berief die Kirchengemeinde einen Reverend Joseph Hills Perkins zu ihrem Priester. Er hatte zusätzlich zum Gehalt ein Pfarrhaus verlangt, und so wurde nach der Ernte ein kleines Blockhaus errichtet, das der Priester mit seiner Frau Elizabeth bezog. Die beiden hatten keine Kinder. Im Begrüßungskomitee war Sarah eine der eifrigsten. Rob J. fand am Flussufer abgestorbene Lilien und pflanzte die Knollen auf Magwas Grab. Bei den Sougs war es zwar nicht üblich, Gräber mit Steinen zu markieren, aber er bat trotzdem Orden, eine Tafel aus witterungsbeständigem Robinienholz glatt zu hobeln. Da es ihm unpassend schien, mit englischen Worten an sie zu erinnern, ließ er Orden die runenähnlichen Symbole auf die Tafel schnitzen, die er von ihrem Körper abgezeichnet hatte. Die Tafel stellte er an ihrem Grab auf. Er unternahm einen Versuch, Mord London zu einer weitergehenden Untersuchung, Iris und Paya Wanegawas Tod zu überreden, doch der Sheriff sagte, er sei überzeugt, dass Magwa-Iquas Mörder getötet worden sei, und zwar vermutlich von anderen Indianern. Im November gingen in den ganzen Vereinigten Staaten männliche Bürger über 21 zur Wahl. Über allem Land reagierten die Arbeiter auf die Konkurrenz, die die Einwanderer auf dem Stellenmarkt darstellten. Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Massachusetts und Kentucky wählten Nichtswisser-Gouverneure. In acht Staaten kamen Nichtswisser-Regierungen an die Macht. In Wisconsin unterstützten die Nichtswisser im Wahlkampf republikanische Anwälte, die nach der Wahl daran gingen, die Einwanderungsbehörden ihres Staates abzuschaffen. Nichtswisser gewannen in Texas an Stimmen, in Tennessee, Kalifornien und Maryland, und sie sicherten sich in fast allen Südstaaten einen hohen Anteil. In Illinois stellten sie die Mehrheit in Chicago und in den südlichen Landesteilen. Im Rock Island County verfehlte der amtierende Kongressabgeordnete Stephen Hume die Wiederwahl um 183 Stimmen. Er musste seinen Sitz an den Indianerkämpfer Nicholas Holden abtreten, der fast unmittelbar nach der Wahl die Heimat verließ, um seinen Distrikt in Washington D.C. zu die glänzenden Schienen im überwiegend flachen Land immer weiter vorschoben, bis sie schließlich das Ostufer des Mississippi bei Rock Island erreichten. Gleichzeitig baute die Mississippi and Missouri Railroad Company eine Bahn quer durch Iowa von Davenport nach Council Bluffs und die neu gegründete Mississippi River Bridge Company arbeitete daran, die beiden Schienenstränge mit einer Brücke über den großen Fluss zu verbinden. Am 1. September 1852, kurz nach Einbruch der Nacht, verwandelten sich in den geheimnisvollen Gründen des strömenden Wassers Millionen zappelnder Larven in Köcherfliegen. In zitternden Schwärmen erhoben sich diese libellenartigen Insekten mit ihren vier silbernen Flügeln aus dem Wasser und fielen über Davenport herein wie ein Blizzard aus schimmernden Schneeflocken. Sie bedeckten die Fensterscheiben, setzten sich an Augen, Ohren und Mündern von Mensch und Tier fest und waren für jeden, der sich vor die Tür wagte, eine schreckliche Plage. Die Köcherfliegen lebten nur eine einzige Nacht. Ihr kurzer Überfall war ein Phänomen, das ein- oder zweimal im Jahr auftrat, und die Menschen am Mississippi nahmen es gelassen hin. Bei Sonnenaufgang war die Invasion vorbei, waren die Fliegen tot. Um 8 Uhr morgens saßen vier Männer im dünnen Schein der Herbstsonne auf verschiedenen Bänken am Ufer, rauchten und sahen zu, wie Arbeitstrupps die Kadaver zu Haufen zusammenfegten und auf Karren schaufelten, von denen sie anschließend in den Fluss gekippt wurden. Wenig später kam ein fünfter Mann auf einem Pferd, der vier andere Pferde hinter sich mitführte. Die Männer verließen die Bänke und stiegen auf. Es war ein Donnerstagvormittag. Zahltag. Im Büro der Chicago and Rock Island Railroad stellten der Zahlmeister und zwei Gehilfen eben die Lohnliste für die beim Brückenbau beschäftigten Arbeiter zusammen. Um 8 Uhr 19 ritten fünf Männer vor dem Büro vor. Vier stiegen ab und gingen hinein, der fünfte blieb bei den Pferden. Sie waren nicht maskiert, und wären sie nicht bewaffnet gewesen, hätten sie ausgesehen wie gewöhnliche Farmer. Sie sagten leise und höflich, was sie wollten, doch einer der Gehilfen war so töricht, nach einer Pistole auf einem Regal in seiner Nähe zu greifen, und er bekam eine Kugel in den Kopf. Danach gab es keinen Widerstand mehr, und die vier Räuber steckten in aller Ruhe das gesamte Lohngeld in Höhe von über 1100 Dollar in einen schmutzigen Leinensack, bevor sie sich aus dem Staub machten. Der Zahlmeister berichtete später den Behörden, er sei sicher, dass der Anführer der Banditen ein Mann namens Frank Mosby gewesen war, der einige Jahre lang etwas weiter südlich am anderen Flussufer in der Nähe von Holdens Crossing Land bewirtschaftet hatte. Sarah hätte keinen unglücklicheren Zeitpunkt wählen können. Am Sonntagvormittag wartete sie, bis Reverend Perkins die Gläubigen aufforderte, ihre Verfehlungen zu bekennen. Dann nahm sie ihren ganzen Mut zusammen, erhob sich und ging nach vorne. Mit leiser Stimme berichtete sie dem Priester und der Gemeinde, dass sie, nachdem sie schon in jungen Jahren Witwe geworden war, Verkehr außerhalb des Heiligen Bundes der Ehe gehabt habe und dass daraus ein Kind entstanden sei. Jetzt aber, so fuhr sie fort, suche sie in der öffentlichen Beichte Erlösung von ihrer Sünde durch die reinigende Gnade Jesu Christi. Danach hob sie ihr blasses Gesicht und schaute in die tränenfeuchten Augen von Reverend Perkins. »Lobe den Herrn«, flüsterte er. Mit seinen langen, schmalen Fingern umfasste er ihren Kopf und zwang sie auf die Knie. »Gott«, betete er dann mit strenger Stimme, »spricht diese gute Frau von ihrem Fehltritt frei. Denn sie hat am heutigen Tag in diesem deinem Haus gebeichtet, hat das Blut der Sünde von ihrer Seele gewaschen und sie weiß gemacht wie die Rose, rein wie den ersten Schnee.« Das Murmeln der Gemeinde schwoll an zu kräftigen Rufen. »Lobet den Herrn! Amen! Halleluja! Amen! Amen! Sarah spürte, wie ihre Seele leichter wurde. Während die Kraft des Herrn durch Mr. Perkins Fingerspitzen in ihren Körper strömte, war ihr, als schwebte sie noch in diesem Augenblick ins Paradies. Die Gemeinde platzte förmlich vor Aufregung. Jeder wusste von dem Überfall auf das Eisenbahnbüro und dass als Anführer der gesetzlosen Frank Mosby erkannt worden war, dessen verstorbener Bruder Bill, so das Gerücht, Sarah Coles ersten Sohn gezeugt hatte. Deshalb ergötzten sich alle in der Kirche am Drama dieser Beichte. Sie beglotzten Sarah Coles Gesicht und Körper und stellten sich alle möglichen lasziven Szenen vor, die sie später, schockiert flüsternd, als mutmaßliche Tatsachen unter Freunden und Nachbarn weiter verbreiteten. Als Mr. Perkins Sarah schließlich gestattete, in ihre Bank zurückzukehren, streckten sich ihr eifrige Hände entgegen und viele Stimmen murmelten Worte der Freude und Glückwünsche. Für Sarah war es die wunderbare Erfüllung eines Traumes, der sie seit Jahren beschäftigt hatte. Es war der Beweis, dass Gott gut war, dass christliche Vergebung neues Hoffen möglich machte und dass man sie in eine Welt aufgenommen hatte, in der Liebe und Barmherzigkeit regierten. Es war der glücklichste Augenblick ihres Lebens. Am nächsten Morgen fand die Eröffnung der Schule statt. Die Kinder hatten ihren ersten Unterrichtstag. Schämen genoss die Gesellschaft von 18 Kindern unterschiedlichen Alters und den scharfen Geruch nach frischem Holz, der vom Gebäude und dem Mobiliar ausging. Er freute sich über seine Tafel und die bunten Kreidestifte und über sein Lesebuch, das abgenutzt und zerfleddert war. Die Schule in Rock Island hatte nämlich für ihre Schüler die neuere Ausgabe dieses Lesebuchs angeschafft und die alte Auflage nach Rodens Crossing verkauft. Doch beinahe vom ersten Augenblick an stürzten Probleme auf Schämen ein. Mr. Byers hatte seine Schüler in vier Altersgruppen unterteilt und in alphabetischer Sitzordnung platziert, sodass Schämen an einem Ende des langen Gemeinschaftstisches saß, zu weit von Alex entfernt, um seine Hilfe beanspruchen zu können. Der Lehrer sprach vor Nervosität so schnell, dass Schämen Schwierigkeiten hatte, von seinen Lippen abzulesen. Die Schüler erhielten die Aufgabe, ein Bild von ihrem Zuhause auf die Schiefertafel zu malen und ihren Namen, ihr Alter sowie den Namen und den Beruf ihres Vaters dazu zu schreiben. Mit einer Begeisterung, wie sie nur Schulanfänger aufbringen können, drehten sie sich zum Tisch um und machten sich an die Arbeit. Dass etwas nicht stimmte, merkte Schämen erst, als er den hölzernen Zeigestock auf seiner Schulter spürte. Mr. Byers hatte der Klasse befohlen, die Arbeit zu beenden und sich wieder zu ihm umzudrehen. Alle hatten gehorcht, bis auf den tauben Jungen, der nichts gehört hatte. Als Schämen sich verängstigt umdrehte, sah er, dass die anderen Kinder ihn auslachten. Wir lesen jetzt vor, was wir geschrieben haben und zeigen der Klasse unsere Bilder. Wir beginnen mit dir, sagte der Lehrer und Schämen spürte wieder den Zeigestock auf seiner Schulter. Er las und stotterte dabei bei einigen Wörtern. Nachdem er sein Bild hergezeigt und sich wieder gesetzt hatte, rief Mr. Byers Rachel Geiger auf, die am anderen Ende des langen Tisches saß. Obwohl Schämen sich vorbeugte, soweit es ging, konnte er weder ihr Gesicht sehen, noch von ihren Lippen ablesen. Er hob die Hand. »Was ist?« »Bitte«, sagte er höflich, wie seine Mutter es ihm eingeschärft hatte, »ich kann von hier aus die Gesichter nicht sehen. Darf ich mich vor die Klasse hinstellen?« In seiner letzten Stellung hatte Marshall Byers sich mit Disziplinproblemen herumschlagen müssen, die manchmal so schlimm waren, dass er Angst gehabt hatte, das Klassenzimmer zu betreten. Diese Schule bot ihm eine neue Chance, und er war entschlossen, die jungen Wilden fest an die Kandare zu nehmen. Ein geeignetes Mittel schien ihm eine straffe Sitzordnung zu sein, alphabetisch und in vier kleinen Gruppen, dem Alter entsprechend. Jeder Schüler an seinem Platz. Er konnte also nicht zulassen, dass dieser Junge beim Vorlesen vor den Schülern stand, ihnen auf den Mund starrte und vielleicht auch noch hinter seinem Rücken Grimassenschnitt, um sie zum Lachen oder zu Pflegeleien zu verleiten. »Nein, das darfst du nicht!« Folglich saß Schämen den Großteil des Vormittags einfach da, ohne verstehen zu können, was um ihn herum vorging. In der Mittagspause gingen die Kinder nach draußen und spielten Fangen. Es machte ihm Spaß, bis Lucas Stebbins, der größte Junge in der Schule, Alex beim Abklatschen so anrempelte, dass der zu Boden stürzte. Als Alex sich wieder hochrappelte und wütend die Fäuste ballte, baute Stebbins sich vor ihm auf. »Willst du schlägern, du Scheißkerl? Wir sollten dich eigentlich gar nicht mitspielen lassen. Bist ein Bastard, sagt mein Paar.« »Was ist ein Bastard?« fragte Davy Geiger. »Weißt du das nicht?« erwiderte Luke Stebbins. »Das bedeutet, dass ein anderer als ein Paar, ein dreckiger Gauner, der Bill Mosby hieß, Mrs. Cole, sein Ding in ihr Pissloch gesteckt hat.« Als Alex sich auf den größeren Jungen warf, versetzte der ihm einen solchen Schlag, dass seine Nase zu bluten anfing und er wieder zu Boden stürzte. Schämen stürmte auf den Peiniger seines Bruders zu und wurde mit einem solchen Hagel von Schlägen auf die Ohren empfangen, dass einige der Kinder davonliefen, weil sie Angst vor Lucas bekamen. »Hör auf damit! Du tust ihm weh!« rief Rachel Geiger wütend. Normalerweise hörte Luke auf sie, denn es verwirrte ihn, dass sie mit zwölf Jahren schon Brüste hatte, aber diesmal grinste er nur. »Der ist doch schon taub! Seinen Ohren kann nichts mehr passieren!« »Und komisch reden tut der Blödmann außerdem noch!« sagte er fröhlich und versetzte Schämen einen letzten Schlag, bevor er wegging. Wenn Schämen es zugelassen hätte, hätte Rachel die Arme um ihn gelegt und ihn getröstet. So aber saß er mit Alex nur auf der Erde und weinte vor den Augen der anderen Schüler. Nach der Mittagspause stand Musik auf dem Stundenplan. Der Unterricht bestand im Einstudieren von Liedern und Chorälen und den Kindern gefiel es, denn es bedeutete eine Abwechslung zum Lernen aus den Büchern. Dem tauben Jungen wies Mr. Byers die Aufgabe zu, während der Musikstunde den Aschenkübel neben dem Ofen zu leeren und die Holzkiste mit schweren Scheiten zu füllen, die Schämen von draußen hereinschleppen musste. Schämen kam zu der Einsicht, dass er die Schule hasste. Alma Schröder berichtete Rob J. im Glauben, dass er es bereits wisse, voller Bewunderung von der öffentlichen Beichte in der Kirche. Nachdem er alle Einzelheiten erfahren hatte, stritt er sich mit Sarah. Er hatte ihre Pein wahrgenommen und spürte jetzt ihre Erleichterung, aber trotzdem verwirrte und kränkte es ihn, dass sie vor Fremden so intime Details ihres Lebens preis gab. »Nicht vor Fremden«, korrigierte sie ihn, »vor Brüdern in der Gnade und Schwestern in Christi, die teilgenommen haben an meinem Bekenntnis und meiner Lossprechung.« Mr. Perkins habe ihnen gesagt, dass jeder, der sich im kommenden Frühjahr taufen lassen wolle, sich zuerst in einer Beichte von seinen Sünden befreien müsse, erklärte sie ihm. Es verblüffte sie, dass Rob J. das nicht verstand. Für sie war es sonnenklar. Als die Jungen immer wieder mit Kampfspuren von der Schule nach Hause kamen, drängte sich Rob J. der Verdacht auf, dass zumindest einige der Brüder in der Gnade und Schwestern in Christi sich nicht scheuten, über die Beichte, deren Zeugen sie in der Kirche geworden waren, zu plaudern. Die Jungen schwiegen sich über ihre Blessuren aus, und er brachte es nicht übers Herz mit seinen Söhnen anders als liebend und bewundernd, über ihre Mutter zu reden. Aber er sprach mit ihnen über das Raufen. Es steht einfach nicht dafür, jemanden zu schlagen, wenn man wütend ist. So was kann leicht ins Auge gehen und sogar zum Tod führen. Nichts rechtfertigt das Töten. Die Jungen waren verwirrt. Sie redeten über Schulhofprügeleien, nicht übers Töten. Aber was soll man denn tun, außer zurückschlagen, wenn ein anderer einen angreift, pah? fragte Shaman. Rob J. nickte mitfühlend. Ich weiß, dass das ein Problem ist. Du musst dein Gehirn benutzen, nicht deine Fäuste. Orden Kimball hatte die Unterhaltung mitgehört. Wenig später ging er zu den beiden Brüdern und spuckte angewidert aus. Verdammt nochmal! Euer Vater ist bestimmt einer der gescheitesten Köpfe unter der Sonne. Aber ich glaube, er kann sich auch mal täuschen. Ich sag euch eins, wenn einer euch schlägt, müsst ihr dem Saukerl eine verpassen, sonst schlägt er weiter. Luke ist furchtbar groß, Orden, sagte Shaman. Sein Bruder dachte das Gleiche. Luke? Ist das dieser Ochse von Stebbins, Junge? Lucas Stebbins? fragte Orden und spuckte noch einmal aus, als die beiden traurig nickten. Wisst ihr, dass ich als junger Kerl ein Jahrmarktsboxer war? Jeder, der einen halben Dollar zahlte, durfte drei Minuten gegen mich boxen. Wenn mich einer geschlagen hätte, hätte er drei Dollar bekommen. Und glaub bloß nicht, dass nicht eine ganze Menge starker Männer das versucht haben. Hast du viel Geld verdient, Orden? fragte Alex. Ordens Miene verdüsterte sich. Nö, mein Direktor, der hat viel Geld kassiert. Zwei Jahre lang habe ich das gemacht, immer im Sommer und im Herbst. Aber dann hat mich einer geschlagen. Der Direktor hat dem Jahr die drei Dollar gegeben und ihn dann an meiner Stelle angeheuert. Dann sah er sie direkt an. Was ich sagen möchte, ich kann euch das Boxen beibringen, wenn ihr wollt. Zwei junge Gesichter sahen zu ihm hoch. Dann nickten zwei Köpfe. Lass das! Sag doch einfach ja! Oder könnt ihr das nicht? Sagte Orden unwirsch. Ihr seht ja aus wie zwei blöde Schafe. Ein bisschen Angst ist eine gute Sache, erklärte er ihnen. Das bringt das Blut in Schwung. Aber wenn ihr euch zu viel Angst einjagen lasst, könnt ihr nur verlieren. Und ihr dürft euch auch nicht zu sehr aufbringen lassen. Ein Boxer mit einer riesen Wut im Bauch fängt an, wild um sich zu schlagen und macht dabei seine Deckung auf. Shaman und Alex grinsten unsicher, aber Orden war sehr ernst, als er ihnen zeigte, wie sie die Hände halten mussten, die linke in Augenhöhe, um den Kopf zu schützen, die rechte etwas tiefer als Deckung für den Oberkörper. Umständlich erklärte er ihnen, dass sie beim Fäusteballen die Finger fest in die Handflächen pressen mussten, damit die Knöchel hart wurden und die Schläge ihre Gegner trafen, als wären es Steine. Beim Boxen gibt es nur vier Schläge, sagte er. Linker Jab, linker Haken, rechter Cross, rechte Gerade. Der Jab ist wie ein Schlangenbiss. Muss ein bisschen brennen, tut aber dem Gegner nicht viel, wirft ihn nur etwas aus dem Gleichgewicht und macht ihn auf für schwerere Geschütze. Ein linker Haken reicht zwar nicht weit, aber er wirkt. Du drehst dich nach links, verlagerst das Gewicht auf das rechte Bein und knallst ihm die Faust mit aller Kraft an den Kopf. Dann der rechte Cross. Da verlagerst du das Gewicht auf das andere Bein und holst dir den Schwung mit einer schnellen Drehung aus der Hüfte. Ungefähr so. Mein Lieblingsschlag ist die rechte Gerade auf den Körper. Ich nenn ihn den Knüppel. Du duckst dich nach links, verlagerst das Gewicht auf das linke Bein und jagst ihm deine rechte Faust in den Bauch, so als wäre dein Arm ein Speer. Er brachte ihnen die Schläge einen nach dem anderen bei, um sie nicht zu verwirren. Am ersten Tag ließ er sie zwei Stunden lang den Jab üben, bis sie sich an den Bewegungsablauf gewöhnt hatten und ihre Schläge koordinierter wurden. Am folgenden Nachmittag waren sie wieder auf der kleinen Lichtung hinter Ordenshütte, wo keiner sie störte, und von da an jeden Tag. Immer und immer wieder mussten sie die Schläge üben, bevor er sie gegeneinander boxen ließ. Alex war dreieinhalb Jahre älter, doch dank Chamons außergewöhnlicher Größe schien der Unterschied nur ein Jahr zu sein. Sie gingen sehr behutsam miteinander um. Deshalb ließ er die Jungen abwechselnd gegen sich boxen und drängte sie, so fest zuzuschlagen wie in einem richtigen Kampf. Zu ihrer Überraschung duckte er sich und wich zur Seite aus, oder er blockte die Schläge mit dem Unterarm oder der Faust ab. Wisst ihr, was ich euch hier beibringe, ist kein großes Geheimnis. Auch andere wissen, wie man boxt. Ihr müsst lernen, euch zu verteidigen. Er schärfte ihnen ein, das Kinn fest gegen das Brustbein zu drücken, um es vor Schlägen zu schützen. Er zeigte ihnen, wie man einen Gegner in einen Clinch zog, schärfte aber Alex ein, bei Luke den Clinch unter allen Umständen zu vermeiden. Der Kerl ist viel stärker als du. Du musst Abstand halten, sonst drückt er dich zu Boden. Insgeheim hielt Orden es für unwahrscheinlich, dass Alex einen so großen Jungen wirklich besiegen konnte. Er hoffte aber, Alex werde Lukas mit ein paar platzierten Schlägen davon überzeugen können, dass es besser war, die beiden Brüder in Ruhe zu lassen. Er wollte aus den Cole-Jungen keine Jahrmarktsboxer machen, er wollte nur, dass sie in der Lage wären, sich zu verteidigen, und er brachte ihnen kaum mehr als die Grundbegriffe bei, denn er beherrschte selber lediglich die Fausttechnik. Was sie mit ihren Füßen machen sollten, versuchte er erst gar nicht ihnen zu erklären. Erst Jahre später gestand der Schämen, wenn er selber nur ein bisschen besser gewusst hätte, was er mit seinen Füßen anfangen solle, hätte dieser Drei-Dollar-Boxer ihn wahrscheinlich nicht geschlagen. Des Öfteren glaubte Alex, er sei jetzt bereit, gegen Luke anzutreten, doch Orden erwiderte immer, er werde es ihm schon sagen, wenn er soweit sei. Also gingen Schämen und Alex jeden Tag mit dem Bewusstsein in die Schule, dass die Pause wieder eine Leidenszeit für sie werden würde. Luke hatte es sich angewöhnt, seine Spielchen mit den Cole-Brüdern zu treiben. Er schlug und beleidigte sie nach Lust und Laune und nannte sie nur noch Blödmann und Bastard. Beim Fangen rempelte er sie brutal an, und wenn er mit ihnen raufte, drückte er ihre Gesichter in den Staub. Für Schämen war Luke nicht das einzige Problem in der Schule. Er konnte nur einen kleinen Teil von dem sehen, was während des Unterrichts gesagt wurde, und so blieb er gleich von Anfang an hoffnungslos zurück. Marshall Byers war nicht unzufrieden mit dieser Entwicklung, hatte er doch versucht, dem Vater des Jungen zu erklären, dass eine normale Schule nicht der richtige Ort für einen Tauben sei. Aber der Lehrer ging die Sache behutsam an. Er wusste, wenn das Thema wieder zur Sprache kam, musste er Beweise auf den Tisch legen können. So führte er sorgfältig Buch über Robert J. Coles immer schlechter werdende Noten und behielt den Jungen häufig nach dem Unterricht für zusätzliche Übungsstunden dar, die aber dessen Leistungen nicht merklich verbesserten. Manchmal behielt Mr. Byers auch Rachel Geiger nach dem Unterricht dar, was Schämen überraschte, denn Rachel galt als die intelligenteste Schülerin der Klasse. Wenn das passierte, trotteten die beiden gemeinsam nach Hause. An einem dieser Nachmittage – es war ein grauer Tag, an dem es zum ersten Mal in diesem Jahr schneite – erschreckte Rachel Robb, indem sie mitten im Gehen in Tränen ausbrach. Er konnte sie nur bestürzt ansehen. Sie blieb stehen und drehte sich zu ihm hin, damit er ihre Lippen sehen konnte. Dieser Mr. Byers! Er – er kommt mir immer so nahe. Und dann fasst er mich an. Fasst dich an? Hier, sagte sie und deutete mit ihrer Hand auf das Revere ihres blauen Mantels. Schämen wusste nicht, wie er auf diese Enthüllung reagieren sollte, denn er hatte so etwas noch nie erlebt. Was können wir da tun? fragte er, mehr sich selbst als sie. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Erschrocken musste er mit ansehen, wie Rachel wieder zu weinen begann. Ich werde ihn umbringen müssen, sagte er seelenruhig. Das zog ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihn, und sie hörte auf zu weinen. Das ist doch albern! Nein, ich werde es tun. Der Schnee fiel inzwischen dichter. Er sammelte sich auf ihrer Haube und in ihren Haaren. Ihre braunen Augen, deren dicke, lange Wimpern noch immer von Tränen funkelten, sahen ihn erstaunt an. Eine große, weiße Flocke schmolz auf ihrer glatten Wange, die dunkler war als seine, ein Teint, der irgendwo zwischen der Hellhäutigkeit ihrer Mutter und Maguas bräunlich-dunkler Gesichtsfarbe lag. Würdest du das wirklich für mich tun? Er versuchte, sachlich darüber nachzudenken. Auch er wäre Mr. Byers gern losgeworden, aber Rachels Probleme mit dem Lehrer waren das Zünglein an der Waage, und so konnte er überzeugt nicken. Ihr Lächeln, das merkte Sherman plötzlich, schenkte ihm ein Wohlgefühl, wie er es zuvor noch nie erlebt hatte. Sie berührte feierlich seine Brust, genau an der Stelle, an der sie es hasste, von Mr. Byers berührt zu werden. Du bist mein treuer Freund, und ich bin deine treue Freundin, sagte sie, und er wusste sofort, dass sie damit recht hatte. Als sie dann weitergingen, stellte er erstaunt fest, dass die behandschuhte Hand des Mädchens einen Weg zu der Seinen fand. Wie ihre blauen Fäustlinge waren auch seine Roten von ihrer Mutter gestrickt, die den Coles zu Geburtstagen immer Handschuhe schenkte. Durch die Wolle hindurch verströmte ihre Hand eine Wärme, die von seiner Hand beinahe bis zum Ellbogen hinaufstieg. Doch schon Augenblicke später blieb sie wiederstehen und sah ihn an. »Wie? Wie wirst du es tun?« Er zögerte, bis ihm aus der kalten Luft eine Formulierung zuflog, die er von seinem Vater oft gehört hatte. Das will reiflich überlegt sein. Schultage Rob J. genoss die Versammlungen der Medical Society. Manchmal waren sie sogar lehrreich. Meistens jedoch waren es einfach nur Abende in der Gesellschaft von Männern, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten wie er und mit denen er eine gemeinsame Sprache sprach. Auf der Novemberversammlung sprach Julius Barton, ein junger Arzt aus dem nördlichen County, über Schlangenbisse und erzählte dann von einigen ungewöhnlichen Tierbissen, die er behandelt hatte, darunter auch der Fall einer Frau, die so kräftig in ihr Dralles Hinterteil gebissen worden war, dass es geblutet hatte. Ihr Mann hat behauptet, es sei der Hund gewesen. Und das war höchst ungewöhnlich, denn an dem Biss sah man deutlich, dass der Hund ein menschliches Gebiss gehabt haben musste. Um sich nicht ausstechen zu lassen, erzählte Tom Beckerman von einem Katzenfreund mit Risswunden an den Hoden, die von einer Katze hätten stammen können oder auch nicht. Tobias Barbe merkte, das sei nichts Ungewöhnliches. Erst vor ein paar Monaten habe er einen Patienten mit einem zerkratzten Gesicht behandelt. Auch der hat behauptet, eine Katze habe ihn so zugerichtet. Aber wenn das wahr gewesen wäre, hätte die Katze nur drei Krallen gehabt und die wären so breit gewesen wie die eines menschlichen Kätzchens, schloss Dr. Bar unter allgemeinem Gelächter. Er wollte gleich mit einer zweiten Anekdote fortfahren und ärgerte sich deshalb, als Rob Cole ihn unterbrach, um ihn zu fragen, ob er sich noch erinnere, wann genau er diesen Patienten behandelt habe. Nein, erwiderte Dr. Bar kurz und kehrte wieder zu seiner Geschichte zurück. Nach der Versammlung nahm sich Rob den Kollegen noch einmal vor. Tobias, dieser Patient mit dem zerkratzten Gesicht. Könnte es sein, dass Sie ihn am Sonntag, dem 3. September, behandelt haben? Das weiß ich nicht mehr so genau. Hab's mir nicht aufgeschrieben. Dr. Bar wusste nur zu gut, dass Dr. Cole gewissenhafter praktizierte als er und er fühlte sich ertappt, weil er nur unzureichend Buch führte. Mein Gott, man muss sich doch nicht jede Kleinigkeit aufschreiben, oder? Vor allem bei einem Patienten wie dem, einem Wanderprediger aus einem anderen County, der nur auf der Durchreise war. Wahrscheinlich sehe ich ihn nie wieder, geschweige denn, dass ich ihn noch einmal behandeln muss. Prediger? Erinnern Sie sich an seinen Namen? Dr. Bar runzelte die Stirn, dachte angestrengt nach und schüttelte den Kopf. Vielleicht Patterson? fragte Rob J. Elwood R. Patterson? Dr. Bar starrte ihn an. Soweit er sich erinnern konnte, hatte der Patient keine genaue Adresse hinterlassen. Ich glaube, er hat gesagt, er sei aus Springfield. Zu mir hat er gesagt, aus Chicago. Ist er wegen seiner Syphilis zu Ihnen gekommen? Drittes Stadium. Genau. Syphilis im dritten Stadium, sagte Dr. Bar. Hat mich deswegen um Rat gefragt, nachdem ich sein Gesicht behandelt hatte. Das war so ein Kerl, der so viel wie möglich für seinen Dollar herausschlagen wollte. Wenn er ein Hühnerauge am kleinen Zeh gehabt hätte, hätte ich ihm das auch noch herausschneiden müssen. Ich habe ihm etwas Salbe für seine Syphilis verkauft. Ich auch, sagte Rob J., und beide lächelten. Dr. Bar machte ein verwirrtes Gesicht. Der ist wohl abgehauen, ohne Sie zu bezahlen, hm? Suchen Sie deshalb nach ihm. Nein. Ich habe eine Autopsie an einer Frau durchgeführt, die an dem Tag ermordet wurde, an dem Sie den Mann untersuchten. Sie wurde von mehreren Männern vergewaltigt. Unter ihren Fingernägeln fand ich Haut, und ich vermute, dass sie einem der Männer das Gesicht zerkratzt hat. Dr. Bar räusperte sich. Ich erinnere mich, dass zwei Männer vor meiner Praxis auf ihn gewartet haben. Die stiegen ab und setzten sich einfach auf das Vordertreppchen. Einer von ihnen war kräftig gebaut und hatte wie ein Bär kurz vor dem Winterschlaf eine anständige Fettschicht unter der Haut. Der andere war eher dürr und jünger. Muttermal unter einem Auge. Ich glaube, dem Rechten. Die Namen der beiden habe ich nicht gehört, und auch sonst fällt mir nichts mehr ein. Der Präsident der Medical Society neigte zu beruflichen Eifersüchteleien und konnte gelegentlich etwas aufgeblasen sein, aber Rob J. mochte ihn. Er dankte Tobias Bar und verabschiedete sich von ihm. Maud London hatte sich seit ihrem letzten Zusammentreffen wieder beruhigt, vielleicht weil er sich in Nick Holdens Abwesenheit unsicher fühlte, vielleicht aber auch, weil er erkannt hatte, dass es sich für einen gewählten Amtsinhaber nicht auszahlte, seine Zunge nicht im Zaum halten zu können. Der Sheriff hörte Rob J. zu, notierte sich die Beschreibungen von Albert R. Patterson und den beiden anderen Männern und versprach ölig, Nachforschungen anzustellen. Rob drängte sich der Verdacht auf, dass die Notizen im Papierkorb landen würden, sobald er Londons Büro verließ. Hätte er die Wahl gehabt zwischen einem wütenden und einem aalglatt diplomatischen Mord, er hätte den wütenden vorgezogen. Also stellte er seine eigenen Nachforschungen an. Carol Wilkinson, der Immobilien- und Versicherungsmakler, war Vorsitzender des Pfarrgemeinderats und hatte sich vor der Berufung von Mr. Perkins um die Einladung der Gastprediger gekümmert. Als guter Geschäftsmann führte er über alles Buch. Das ist es, sagte er und zog ein zusammengefaltetes Flugblatt heraus. Das habe ich bei einem Versicherungskongress in Galesburg mitgenommen. Das Flugblatt bot christlichen Kirchen den Besuch eines Predigers an, der über Gottes Pläne für das Mississippi-Tal sprechen würde. Der Besuch wäre für die akzeptierende Gemeinde mit keinen Kosten verbunden, da sämtliche Ausgaben für den Prediger vom Stars and Stripes Religious Institute 282 Palmer Avenue, Chicago übernommen würden. Ich habe Ihnen einen Brief geschrieben und Ihnen drei freie Sonntage genannt, und Sie haben mir mitgeteilt, dass Elwood Patterson am 3. September predigen werde. Sie haben sich um alles gekümmert. Er räumte ein, dass Pattersons Predigt nicht besonders populär gewesen sei. Hauptsächlich hat er uns ja vor den Katholiken gewarnt, er lächelte, und um ehrlich zu sein, dagegen hatte keiner was. Aber dann hat er mit den Leuten angefangen, die aus anderen Ländern ins Mississippi-Tal kommen, dass sie den Einheimischen die Arbeit wegnehmen, und dass alle, die nicht von hier stammen, wie Eiterbeulen sind. Eine Nachsenderadresse für Patterson hatte er nicht. Es hat doch niemand daran gedacht, ihn noch einmal einzuladen. Das Letzte, was eine junge Kirche wie die unsere braucht, ist ein Prediger, der die Gemeindemitglieder gegeneinander aufbringen will. Ike Nelson, der Saloon-Besitzer, erinnerte sich an Elwood Patterson. Die waren bis spät in die Nacht da an dem Samstag. Ein übler Suffkopp, dieser Patterson, und die zwei Typen, die er dabei hatte, waren auch nicht viel besser. Das Geld saß ihnen ziemlich locker. Aber so viel konnten die gar nicht da lassen, wie ich Schwierigkeiten mit ihnen hatte. Der Große, Hank, hat mich immer angebrüllt, ich soll ein paar Huren besorgen. Aber dann hat sich der Fettwanz zugesoffen und wollte von Frauen nichts mehr wissen. Wie hieß denn der mit Nachnamen, dieser Hank? Warten Sie mal. Ah ja, Kau, Hank Kau. Der andere Kerl, der dünnere, Junge, den nannten sie Len, manchmal auch Lenny. An den Nachnamen kann ich mich nicht erinnern. Hatte so einen dunkelroten Fleck auf der Wange. Und er hinkte, als hätte ein Bein kürzer als das andere. Das Hinken hatte Toby Barr nicht erwähnt, aber vermutlich hatte er den Mann nicht gehen sehen. Auf welchem Bein hinkte er denn? fragte er, aber das brachte ihm nur einen verwirrten Blick des Kneipenwirts ein. Ging er so? fragte Rob und hinkte auf dem rechten Bein. Oder so. Nun war das linke dran. Nicht so stark. Es war ja kaum zu bemerken. Aber auf welcher Seite, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass alle drei einen ganzen Stiefel vertragen konnten. Patterson hat mir einen ordentlichen Packen Scheine auf die Theke geknallt und gesagt, ich soll nur immer nachgießen und mir auch was nehmen. Am Ende musste ich dann nach Maud London und Fritzy Graham schicken und ihnen ein paar Dollar von dem Packen zustecken, damit sie die drei zu Anna Wiley schafften und in der Pension ins Bett steckten. Aber ich hab gehört, dass Patterson am nächsten Morgen in der Kirche so frisch und heilig war, wie man sich's nur wünschen kann. Ike strahlte. So'n Prediger lass ich mir gefallen. Acht Tage vor Weihnachten kam Alex Cole mit Aldons Erlaubnis, er dürfe nun kämpfen, in die Schule. Während der Pause sah Shaman seinen Bruder über den Schulhof gehen. Erschrocken stellte er fest, dass Biggers Beine zitterten. Alex ging direkt auf Lucas Stebbins zu, der mit anderen Jungen im weichen Schnee einer nicht geräumten Ecke des Hofes Weitsprung übte. Das Glück war ihm gnädig, denn Luke hatte bereits zwei wenig erfolgreiche Sprünge hinter sich und deshalb seine schwere Rindlederjacke ausgezogen. Wenn er die Jacke anbehalten hätte, hätte Alex ebenso gut mit der Faust auf ein Stück Holz schlagen können. Luke glaubte, Alex wolle beim Weitspringen mitmachen und freute sich schon darauf, ihn schikanieren zu können. Doch Alex stellte sich vor ihn hin und jagte ihm die Rechte ins grinsende Gesicht. Es war ein Fehler, der Beginn eines ungeschickten Schlagabtausches. Dabei hatte Orden ihn so sorgfältig vorbereitet. Der erste Überraschungsschlag hätte auf den Magen zielen sollen, damit, wenn er richtig traf, Luke die Luft wegblieb, aber Alex Angst hatte die Vernunft verdrängt. Lukes Unterlippe blutete und er stürzte sich wütend auf Alex. Der angreifende Luke, das war ein Anblick, bei dem Alex noch vor zwei Monaten vor Schreck erstarrt wäre, doch inzwischen war er daran gewöhnt, dass Orden auf ihn zustürmte und er wich aus. Als Luke an ihm vorbeirauschte, versetzte er ihm noch einen schmerzhaften linken Jab auf den bereits verletzten Mund. Der größere Junge bremste ab, doch bevor er sich in Position stellen konnte, versetzte ihm Alex zwei weitere Jabs auf die gleiche Stelle. Shaman hatte schon beim ersten Schlag zu jubeln begonnen und jetzt rannten die Schüler aus allen Ecken des Hofes herbei und umringten die Kämpfenden. Alex zweiter großer Fehler war es, dass er zu Shaman hinübersah, als er dessen Stimme hörte. Lukes Faust traf ihn knapp unterhalb des rechten Auges und schickte ihn zu Boden. Aber Orden hatte seine Sache gut gemacht, denn Alex rollte sich ab, sprang sofort wieder hoch und erwartete Luke, der auf ihn zustürzte. Alex' Gesicht fühlte sich taub an und das rechte Auge schwoll sofort zu, aber er stand fest und sicher auf den Beinen, was ihn selber erstaunte. Er konzentrierte sich und nahm die Stellung ein, die ihm während seines täglichen Trainings zur Routine geworden war. Sein linkes Auge war noch in Ordnung und er heftete den Blick genau auf die Stelle, die Orden ihm eingeschärft hatte, nämlich auf Lukes Brust, damit er erkennen konnte, in welche Richtung der seinen Körper drehte und mit welchem Arm er ausholte. Er versuchte nur einmal, einen Schlag abzublocken, danach war sein ganzer Arm taub, Luke war einfach zu stark. Alex wurde allmählich müde, aber er pendelte und sprang hin und her und versuchte nicht an den Schaden zu denken, den Luke anrichten konnte, wenn er noch einen Treffer landete. Immer wieder ließ er seine linke vorschnellen und traf Luke ins Gesicht und auf den Mund. Der kräftige erste Schlag zu Beginn des Kampfes hatte einen von Lukes Schneidezähnen gelockert und der stetige Hagel von Jabs erledigte den Rest. Shaman staunte, als Luke heftig den Kopf schüttelte und den Zahn in den Schnee spuckte. Alex reagierte mit einem weiteren linken Jab und einem etwas ungeschickten rechten Cross, der auf Lukes Nase landete und sie zum Bluten brachte. Verwirrt hob Luke die Hände vors Gesicht. »Den Knüppel, Bigger!« schrie Shaman. »Den Knüppel!« Alex hörte seinen Bruder und trieb seine Rechte mit solcher Gewalt in Lukes Magen, dass der zusammenklappte und nach Luft schnappte. Es war das Ende des Kampfes, denn die zusehenden Kinder flüchteten bereits vor dem Zorn des Lehrers. Finger aus Stahl verdrehten Alex Ohr, und plötzlich starrte Mr. Byers zornig auf die beiden Kampfhähne hinab und erklärte die Pause für beendet. Im Klassenzimmer wurden Lukes und Alex dann den anderen Kindern unter dem großen Schild mit der Aufschrift »Friede auf Erden« als üble Vorbilder vorgeführt. »In meiner Schule dulde ich keine Schlägereien«, sagte Mr. Byers kalt, griff nach der Gerte, die er als Zeigestab benutzte, und bestrafte die beiden Boxer mit je fünf herzhaften Streichen auf die offene Hand. Luke schluchzte. Alex' Unterlippe zitterte, als er seine Strafe erhielt. Sein geschwollenes Auge hatte die Farbe einer alten Aubergine angenommen, und seine rechte Hand schmerzte innen und außen, die Knöchel abgeschürft vom Boxen, die Handfläche geschwollen und rot von Mr. Byers streichen. Aber als er zu Shaman hinübersah, durchströmte beide Brüder ein Gefühl der Erfüllung. Als die Kinder nach dem Unterricht das Schulhaus verließen und sich zerstreuten, scharrten sich einige lachend um Alex und stellten bewundernde Fragen. Lucas Dabbins trottete alleine nach Hause, mürrisch und noch immer verwirrt. Als Shaman Cole hinter ihm herlief, dachte Luke verstört nun, wolle auch noch der jüngere Bruder gegen ihn antreten, und er hob die Hände, die linke zur Forst geballt, die rechte in einer beinahe flehenden Gäste geöffnet. Shaman sprach freundlich, aber bestimmt mit ihm. »Von jetzt an nennst du meinen Bruder Alexander, und mich nennst du Robert«, sagte er. Rob J. schrieb an das Stars and Stripes Religious Institute einen Brief, in dem er mitteilte, dass er sich in einer kirchlichen Frage an Reverend Albert R. Patterson wenden wolle und um Mr. Pattersons Adresse bat. Es würde Wochen dauern, bis eine Erwiderung ihn erreichte, wenn sie überhaupt antworteten. Unterdessen erzählte er niemandem, was er wusste oder welchen Verdacht er hatte, bis er eines Abends wieder einmal mit den Geigers musizierte. Sie hatten eben eine kleine Nachtmusik zu Ende gespielt. Sarah und Lilian standen plaudernd in der Küche, kochten Tee und schnitten Früchtekuchen auf, da schüttete Rob J. Geiger sein Herz aus. »Was soll ich tun, wenn ich diesen Prediger mit dem zerkratzten Gesicht wirklich finde? Ich weiß, dass Mord London nicht gerade erpicht darauf ist, ihn vor den Richter zu bringen.« »Dann musst du Tam-Tam machen, dass man es bis nach Springfield hört«, erwiderte J. »Und wenn die Behörden dort dir nicht helfen wollen, musst du dich an Washington wenden.« Bisher war kein Politiker bereit, sich wegen einer toten Indianerin ins Zeug zu legen. »Wenn das so bleibt«, sagte J., »und wenn du Beweise für seine Schuld hast, dann müssen wir einige rechtschaffene Männer um uns versammeln, die mit Gewehren umgehen können.« »Würdest du das wirklich tun?« Jay sah ihn erstaunt an. »Natürlich. Du nicht?« Rob erzählte Jay von seinem Gelübde der Gewaltlosigkeit. »Solche Skrupel habe ich nicht. Wenn ein schlechter Mensch mich bedroht, habe ich das Recht, mich zu verteidigen.« »Deine Bibel sagt, du sollst nicht töten.« »Ah, sie sagt aber auch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wer einen Menschen schlägt, sodass er stirbt, soll mit dem Tod bestraft werden.« »Wer dich auf die Wange schlägt, dem halte auch die andere hin.« »Das ist nicht aus meiner Bibel«, sagte Geiger. »Ach, Jay, das ist ja das Problem. Es gibt so viele verschiedene Bibeln, die alle behaupten, die Wahrheit zu verkünden.« Geiger lächelte verständnisvoll. »Rob, ich würde nie versuchen, dich von deinem Freidenkertum abzubringen, aber ich möchte dir zum Abschluss nur noch einen Gedanken mitgeben. Die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit.« Dann kamen die Frauen mit dem Tee herein und die Unterhaltung wandte sich anderen Dingen zu. In der folgenden Zeit dachte Rob Jay oft an seinen Freund. Manchmal sogar mit einem gewissen Groll. Für Jay war es einfach. Er wickelte sich mehrmals am Tag in seinen fransenbesetzten Gebetsschal, der ihm Sicherheit und Beruhigung über das Gestern und das Morgen gab. Alles war vorgeschrieben. Das ist erlaubt, das ist verboten. Man kann nicht fehlgehen. Jay glaubte an die Gesetze Jahwes und der Menschheit. Er musste nur den uralten Geboten und den Gesetzen des Parlaments von Illinois gehorchen. Rob Jays Offenbarung aber war die Wissenschaft, ein Glaube, der weniger bequem und noch viel weniger tröstend war. Die Wahrheit stellte seine Gottheit dar, der Beweis seine Gnade und der Zweifel seine Liturgie. Dieser Glaube bag so viele Geheimnisse wie andere Religionen und er war durchzogen von düsteren Pfaden, die zu großen Gefahren, zu furchterregenden Klippen und tiefen Abgründen führten. Keine höhere Macht erhellte die dunkle, trübe Reise und Rob hatte nur sein eigenes, schwaches Urteilsvermögen, um einen sicheren Weg zu finden. An dem der Jahreszeit entsprechend frostigen vierten Tag des Jahres 1852 hielt die Gewalt noch einmal Einzug in der Schule. Rachel kam an diesem eisig kalten Morgen zu spät zur Schule. Als sie eintraf, glitt sie still auf ihren Platz auf der Bank, ohne Schämmen zuzulächeln oder grüßend die Lippen zu bewegen, wie sie es sonst tat. Überrascht bemerkte Schämmen, dass ihr Vater sie ins Schulhaus begleitet hatte. Jason Geiger ging zum Pult und blieb vor Mr. Byers stehen. »Na nun, Mr. Geiger, es ist mir ein Vergnügen, Sir. Was kann ich für Sie tun?« Auf dem Pult lag Mr. Byers Zeigestab. Jay Geiger nahm ihn und schlug damit dem Lehrer ins Gesicht. Mr. Byers sprang auf und warf dabei seinen Stuhl um. Er war einen Kopf größer als Jay, aber nur von gewöhnlicher Statur. Später erinnerten sich alle daran, wie komisch die Szene gewirkt hatte, dieser kleine, dicke Mann, der den viel jüngeren, größeren Lehrer mit dessen eigener Gärte schlug, das Auf und Ab seines Armes und die verdatterte Miene Mr. Byers. Aber an diesem Morgen lachte niemand. Die Schüler saßen stocksteif da und wagten kaum zu atmen. Sie waren nicht weniger verblüfft als Mr. Byers. Was da vor ihren Augen passierte, war noch unglaublicher als Alex' Boxkampf mit Luke. Shaman sah Rachel an und bemerkte, dass ihr Gesicht, das zuvor noch die Röte der Verlegenheit überzogen hatte, sehr blass geworden war. Es kam ihm vor, als wolle sie sich so taub stellen, wie er es war, und dazu noch blind für alles, was um sie herum passierte. »Was zum Teufel soll das?« Mr. Byers hielt schützend die Arme vor sein Gesicht und schrie vor Schmerz auf, als der Zeigestab seine Rippen traf. Er machte drohend einen Schritt auf Jay zu. »Sie verdammter Idiot! Sie verrückter kleiner Jude!« Jay schlug weiter auf den Lehrer ein und trieb ihn zur Tür, bis Mr. Byers hinausstürzte und hinter sich die Tür zuknallte. Dann nahm er den Mantel des Lehrers und warf ihn hinaus in den Schnee, kam zurück und setzte sich schwer atmend auf den Lehrerstuhl. »Der Unterricht ist für heute beendet,« sagte er schließlich, nahm Rachel an der Hand und brachte sie auf seinem Pferd nach Hause. Draußen war es wirklich kalt. Shaman trug zwei Schals, den einen um den Kopf und unter dem Kinn, den anderen vor Mund und Nase, aber trotzdem hatte er bei jedem Atemzug das Gefühl, als würden seine Nasenlöcher zufrieren. Zu Hause angelangt, lief Alex sofort hinein, um seiner Mutter zu erzählen, was in der Schule passiert war, aber Shaman ging am Haus vorbei hinunter zum Fluss. Das Eis auf der Wasseroberfläche hatte in der Kälte Risse bekommen, es musste ein wundervolles Geräusch gewesen sein. Auch eine große Pappel in der Nähe von Magua-Iguas schneebedecktem Hedonosote hatte der Frost zum Bersten gebracht. Es sah aus, als hätte ein Blitz in sie eingeschlagen. Shaman war froh, dass Rachel sich ihrem Vater anvertraut hatte. Er war erleichtert, dass er Mr. Byers nun doch nicht umbringen musste und dass man folglich ihn, aller Wahrscheinlichkeit nach, in seinem Leben nicht mehr aufhängen würde. Aber etwas quälte ihn doch, wie ein Ausschlag, der nicht verheilte. Wenn Orden es für richtig hielt, zu kämpfen, wenn man dazu gezwungen war, und wenn Jace für richtig hielt, seine Tochter so tatkräftig zu beschützen, was war dann mit seinem Vater los?« Eine nächtliche Behandlung Schon Stunden nach Marshall Byers' Flucht aus Holden's Crossing wurde ein Ausschuss ernannt, der einen neuen Lehrer suchen sollte. Paul Williams gehörte dazu. Man wollte dem Schmied zeigen, dass niemand ihm grollte, weil sein Cousin sich so daneben benommen hatte. Jason Geiger gehörte dazu, denn ihm wollte man zeigen, dass er sich richtig verhalten hatte, indem er Mr. Byers davonjagte. Auch Carol Wilkinson gehörte zu dem Ausschuss, und das war ein Glück, denn der Makler hatte erst vor Kurzem an John Meredith, einen Ladenbesitzer an Rock Island, die Lebensversicherung seines verstorbenen Vaters ausgezahlt. Meredith wiederum hatte Carol erzählt, wie dankbar er seiner Nichte Dorothy Burnham sei, weil sie ihre Stellung als Lehrerin aufgegeben habe, um seinen Vater während der letzten Tage zu pflegen. Als der Ausschuss Dorothy Burnham zu einem Gespräch einlud, gefiel sie Wilkinson wegen ihres unscheinbaren, reizlosen Gesichts und der Tatsache, dass sie mit Ende 20 noch unverheiratet war. Denn so, meinte er, stehe kaum zu befürchten, dass eine Ehe sie der Schule wieder entreißen werde. Jay fühlte sich zu ihr hingezogen, weil sie vom Unterrichten mit einer ruhigen Selbstsicherheit sprach und mit einer Wärme, die daraufhin deutete, dass sie es als Berufung empfand. Für siebzehneinhalb Dollar pro zwölf Wochen stellten sie Miss Burnham ein. Sie erhielt eineinhalb Dollar weniger als Mr. Byers, weil sie eine Frau war. Acht Tage nach Marshal Byers Flucht aus dem Schulhaus war sie bereits die neue Lehrerin. Die Sitzordnung ihres Vorgängers behielt sie bei, da die Kinder bereits daran gewöhnt waren. Sie hatte zuvor in zwei Schulen unterrichtet, einer kleineren in dem Dorf Bloom und einer größeren in Chicago. Was Behinderungen angeht, hatte sie bis dahin nur Erfahrungen mit einem lahmen Kind gemacht, und es interessierte sie sehr, jetzt einen Taubenjungen in ihrer Obhut zu haben. Bei ihrer ersten Unterhaltung mit dem jungen Robert Cole überraschte und faszinierte es sie, dass er alles von ihren Lippen ablesen konnte. Aber sie ärgerte sich über sich selbst, dass sie beinahe einen halben Tag brauchte, um zu begreifen, dass Rob von seinem Platz aus nicht sehen konnte, was die meisten der Kinder sagten. Es gab im Klassenzimmer noch einen einzelnen Stuhl für Besuche, und den stellte Miss Burnham seitlich vor die lange Bank. Sie ließ Shaman sich darauf setzen, damit er sowohl ihre Lippen wie die seiner Schulkameraden sehen konnte. Von da ab war dies sein fester Platz. Die zweite große Veränderung für Shaman trat zu Beginn der Musikstunde ein. Wie es seine Gewohnheit geworden war, stand er auf, um die Asche hinaus zu tragen und frisches Feuerholz zu holen, doch diesmal hielt Miss Burnham ihn zurück und befahl ihm, wieder auf seinen Platz zu gehen. Dorothy Burnham gab den Kindern mit einer Ocarina den Ton an und ließ sie dann die aufsteigende Tonleiter mit den Worten »Die Schule ist ein teurer Ort« und die absteigende zu den Worten »Und wir lernen hier fürs Leben« singen. Doch schon während des ersten Lieds wurde deutlich, dass sie dem tauben Jungen mit der Aufnahme in den Unterricht keinen Gefallen getan hatte, denn der junge Cole saß nur da und starrte die anderen an, und bald trübte sich sein Blick und signalisierte eine leidende Geduld, die Miss Burnham unerträglich fand. Er brauchte ein Instrument, durch dessen Schwingungen er den Rhythmus der Musik wahrnehmen konnte, beschloss sie. Eine Trommel vielleicht? Aber der Lärm einer Trommel würde den Gesang der anderen Kinder stören. Nachdem sie eine Weile über das Problem nachgedacht hatte, ging sie zu Haskin ins Geschäft und er bat von ihm eine Zigarrenkiste, in die sie sechs rote Murmeln legte. Die Murmeln machten zunächst zu viel Lärm, wenn die Kiste geschüttelt wurde, doch als sie diese dann mit weichem, blauem Stoff von einem alten Unterhemd ausgekleidet hatte, erhielt sie ein zufriedenstellendes Ergebnis. Am nächsten Morgen gab sie Shaman die Kiste in die Hand und schüttelte sie im Rhythmus, während die anderen Kinder »America« sangen. Er reagierte und las der Lehrerin die Worte von den Lippen ab, um selber im Takt mitschütteln zu können. Er konnte zwar nicht singen, aber er wurde vertraut mit Rhythmus und Takt, und er formte mit den Lippen stumm die Wörter der Lieder, die seine Klassenkameraden sangen. Bald hatten sich alle an das gedämpfte Klappern von Roberts' Kiste gewöhnt. Shaman liebte die Zigarrenkiste. Auf dem Deckel prangten das Bild einer dunkelhaarigen Königin mit einem ausgeprägten, chiffon-verhüllten Busen und die Worte »Panatellas de las Jardines de la Reina« mit dem Namenszug »Gottlieb Tobacco Importing Company of New York City« darunter. Wenn er die Kiste an die Nase hob, konnte er den aromatischen Geruch von Zedernholz und den schwachen Duft des Havanna-Tabaks riechen. Miss Burnham ließ bald alle Jungen der Klasse abwechselnd früher kommen, damit sie die Asche hinaustrugen und frisches Feuerholz holten. Obwohl Shaman es nie von diesem Standpunkt aus betrachtete, hatte sein Leben doch eine einschneidende Veränderung erfahren, nur weil Marshal Byers seine Hände nicht von jugendlichen Brüsten fernhalten konnte. Der März begann frostig, und die Prärie war noch hart gefroren wie Feuerstein, und so zwang Rob J. sich jeden Tag, wenn sein übervolles Wartezimmer sich endlich geleert hatte, noch so viele Hausbesuche wie möglich zu erledigen, denn in wenigen Wochen würde der Schlamm die Ausritte zur Qual machen. Da Shaman nicht in der Schule, erlaubte ihm sein Vater, ihn bei diesen Hausbesuchen zu begleiten, denn der Junge versorgte das Pferd und ermöglichte es so dem Arzt, sich gleich um die Patienten zu kümmern. Spät an einem bleiernden Nachmittag ritten sie nach einem Besuch bei Freddie Wall, der an Rippenfellentzündung erkrankt war, die Flussstraße entlang. Rob J. überlegte eben, ob er noch zu Anne Fraser reiten solle, die den ganzen Winter über kränklich gewesen war, oder ob am nächsten Tag auch noch Zeit dafür sei, als drei Männer auf ihren Pferden zwischen den Bäumen hervorkamen. Wie die beiden Coles waren sie gegen die Kälte dick in Mäntel und Schals eingemummt, doch Rob J. entging nicht, dass alle drei Schusswaffen trugen, zwei im Gürtel über dem schweren Mantel, der dritte in einem Halfter, das vorne am Sattel befestigt war. Sie sind doch der Doktor, oder? Rob J. nickte. Und Sie? Wir haben einen Freund, der dringend einen Arzt braucht. Ein kleiner Unfall. Was für ein Unfall? Hat er sich etwas gebrochen? Nein, na ja, so genau weiß ich das nicht. Vielleicht. Wurde angeschossen. Hier oben. Er berührte seinen linken Arm unterhalb der Schulter. Verliert er viel Blut? Nein. Na gut, ich komme. Aber zuerst bringe ich den Jungen nach Hause. Nein, sagte der Mann noch einmal, und Rob J. sah ihn an. Ich weiß, wo Sie wohnen. Am anderen Ende des Orts. Es ist ein langer Ritt bis zu unserem Freund in die entgegengesetzte Richtung. Fast eine Stunde. Rob J. seufzte. Dann zeigen Sie mir den Weg, sagte er. Der Mann, der gesprochen hatte, setzte sich an die Spitze. Rob J. entging nicht, dass die beiden anderen warteten, bis er ihm folgte, und dann so knapp hinter seinem Pferd herritten, dass er nicht ausbrechen konnte. Anfangs ritten sie nach Nordwesten, da war Rob J. sich ziemlich sicher. Er merkte, dass sie immer wieder die Richtung änderten und von Zeit zu Zeit die eigene Spur kreuzten, wie ein Fuchs, der von Hunden gejagt wird. Die List war erfolgreich, denn Rob J. hatte bald die Orientierung verloren. Nach etwa einer halben Stunde erreichten sie eine Kette bewaldeter Hügel zwischen dem Fluss und der offenen Prärie. Zwischen den Hügeln lagen Sümpfe, die noch zugefroren und deshalb passierbar waren, sich aber in unüberwindliche Schlammlöcher verwandeln würden, sobald die Schneeschmelze einsetzte. Der Anführer hielt sein Pferd an. Muss ihnen die Augen verbinden. Rob J. hütete sich zu protestieren. Einen Augenblick, sagte er und drehte sich zu Schemmen um. Sie werden dir jetzt die Augen verbinden, aber du brauchst keine Angst zu haben. Er sah erleichtert, dass Schemmen ruhig nickte. Das Tuch, das Rob J. die Sicht nahm, war alles andere als sauber. Und er hoffte, dass Schemmen mehr Glück hatte, denn er ekelte sich bei dem Gedanken, dass der Schweiß und der getrocknete Rotz eines Fremden die Haut seines Sohnes berührten. Sie führten Rob J.s Pferd am Zügel, und es kam ihm so vor, als ritten sie sehr lange zwischen den Hügeln hindurch. Doch vermutlich verging für ihn die Zeit einfach langsamer, weil er nichts sah. Schließlich spürte er, dass das Pferd unter ihm einen Hügel hinaufklomm, und kurze Zeit später hielten sie an. Als man ihm die Binde abnahm, sah er, dass sie vor einer kleinen Hütte unter hohen Bäumen standen, eher einem Schuppen als einem Blockhaus. Es dämmerte bereits, doch die Augen gewöhnten sich schnell daran. Er sah, dass sein Sohn blinzelte. Alles in Ordnung, Schemmen? Alles in Ordnung, Pa. Er kannte dieses Gesicht, und als er in ihm forschte, sah er, dass Schemmen vernünftig genug war, Angst zu verspüren. Doch als sie mit den Füßen aufstampften, um die Blutzirkulation wieder in Schwung zu bringen und dann die Hütte betraten, stellte er beinahe belustigt fest, dass in Schemmens Augen neben der Angst auch die Neugier aufblitzte, und er machte sich Vorwürfe, weil es ihm nicht gelungen war, den Jungen irgendwie zurückzulassen, wo er in Sicherheit war. Drinnen glühten rote Kohlen im Kamin, und die Luft war warm, aber sehr schlecht. Möbel fehlten. Ein feister Mann lag, gegen einen Sattel gelehnt auf dem Boden, und im Schein des Feuers sah Schemmen, dass er kahlköpfig war, dafür aber im Gesicht so viele kräftige schwarze Haare hatte, wie andere Männer auf dem Kopf. Zerwühlte Decken auf dem Boden zeigten an, wo die anderen geschlafen hatten. »Habt aber ganz schön lange gebraucht«, sagte der Feiste. Er trank einen Schluck aus dem dunklen Krug in seiner Hand und hustete. »Haben aber nicht getrödelt«, erwiderte der Mann, der sie hierher geführt hatte, mürrisch. Als er den Schal abnahm, der sein Gesicht geschützt hatte, sah Schemmen, dass er einen kleinen weißen Bart hatte und älter aussah als die anderen. Der Mann legte Schemmen die Hand auf die Schulter und drückte ihn nieder. »Sitz«, sagte er wie zu einem Hund. Schemmen kauerte sich in der Nähe des Feuers nieder. Es war ein guter Platz für ihn, denn von dort hatte er sowohl den Mund des Verletzten wie den seines Vaters im Blick. Der ältere Mann zog seine Pistole aus dem Halfter und richtete den Lauf auf Schemmen. »Flicken Sie unseren Freund hier besser ordentlich zusammen, Doc!« Schemmen hatte große Angst. Das Loch am Ende des Laufs sah aus wie ein nacktes Auge, das ihn direkt anstarrte. »Ich tue überhaupt nichts, solange jemand eine Waffe in der Hand hält«, sagte sein Vater zu dem Mann auf dem Boden. Der Feiste schien zu überlegen. »Raus mit euch«, sagte er dann zu seinen Gefolgsleuten. »Bevor Sie gehen«, befall nun Schemmens Vater, »holen Sie Holz und machen Sie ein größeres Feuer. Und setzen Sie Wasser zum Kochen auf. Haben Sie noch eine Lampe?« »Ne Laterne«, sagte der alte Mann. »Holen Sie sie«. Schemmens Vater legte dem Feisten die Hand auf die Stirn, dann knöpfte er dessen Hemd auf und schob es beiseite. »Wann ist das passiert?« »Gestern früh«. Der Mann sah Schemmen mit zugekniffenen Augen an. »Ihr Junge?« »Mein jüngster Sohn.« »Der Taube.« »Sie wissen wohl einiges über meine Familie«. Der Mann nickte. »Der Ältere. Der soll angeblich von meinem Bruder Bill sein. Wenn der auch nur ein bisschen nach meinem Billi geraten ist, dann muss er jetzt schon ein tüchtiger Bengel sein. Wissen Sie, wer ich bin?« »Ich kann's mir denken.« Jetzt sah Schemmen, dass sein Vater sich vorbeugte und den Mann scharf fixierte. »Sie sind beide meine Jungen. Wenn Sie von meinem älteren Sohn reden. Er ist mein älterer Sohn. Und Sie werden sich auch in Zukunft von ihm fernhalten, so wie Sie es in der Vergangenheit getan haben.« Der Mann auf dem Boden lächelte. »Wieso sollte ich eigentlich keinen Anspruch auf ihn erheben?« »Vor allem, weil er ein guter, ordentlicher Junge ist, der alle Chancen für ein anständiges Leben hat. Und falls Ihr Bruder wirklich sein Vater war, werden Sie ihn kaum sehen wollen, so wie Sie hier liegen, wie ein gejagtes, verwundetes Tier in diesem stinkenden, dreckigen Schweinestall von einem Versteck.« Einen Augenblick lang starrten sich die beiden nur an. Dann schnitt der Mann eine Grimasse und wandte sich ab, und Schemmens Vater begann, ihn zu behandeln. Er nahm dem Mann den Krug weg und zog ihm das Hemd aus. Keine Austrittswunde. »Ah, das Mistding steckt noch drin, das hätte ich Ihnen gleich sagen können. Wird vermutlich verflucht wehtun, wenn Sie da rumbohren, was? Kann ich noch ein Schlückchen oder zwei haben?« »Nein, ich geb Ihnen was, das wird Sie besser betäuben.« Der Mann funkelte ihn böse an. »Ich lass mich doch nicht einschläfern, damit Sie mit mir anstellen können, wozu Sie grad Lust haben, und ich kann mich nicht wehren.« »Ihre Entscheidung,« sagte Schemmens Vater. Er gab ihm den Krug zurück und ließ ihn trinken, während er wartete, bis das Wasser kochte. Dann wusch er mit der braunen Seife und einem sauberen Tuch aus seiner Arzttasche die Gegend um die Wunde, die Schemmen nicht deutlich erkennen konnte. Sein Vater nahm eine dünne Stahlsonde und führte sie in die Schusswunde ein, und der feiste Mann erstarrte, öffnete den Mund und streckte seine dicke rote Zunge heraus, soweit er konnte. Er ist fast bis zum Knochen gedrungen, hat ihn aber nicht zersplittert. Die Kugel muss schon ziemlich matt gewesen sein. »Glückstreffer«, sagte der Mann. »Der Huhnsohn war ziemlich weit weg.« Sein Bart war schweißverklebt und seine Haut grau. Schemmens Vater holte eine Fremdkörperzange aus seiner Tasche. »Damit werde ich die Kugel entfernen. Sie ist um einiges dicker als die Sonde, und es wird noch viel mehr wehtun.« »Es ist wohl besser, wenn Sie mir vertrauen«, sagte er. Der Patient drehte den Kopf, und Schemmen konnte nicht sehen, was er sagte, aber offensichtlich hatte er um etwas Stärkeres als Whisky gebeten. Sein Vater nahm eine Äthermaske aus seiner Tasche und winkte Schemmen zu sich, der schon öfters bei der Narkose zugesehen, aber nie mitgeholfen hatte. Jetzt drückte er dem feisten Mann die Maske vorsichtig auf Mund und Nase, während sein Vater den Äther darauf träufelte. Das Kugelloch war größer, als Schemmen erwartet hatte, und am Rand dunkelrot verfärbt. Sobald er Äther Wirkung zeigte, begann sein Vater die Zange vorsichtig und Stück für Stück in die Wunde hineinzuschieben. Ein hellroter Tropfen erschien am Rand des Lochs und lief am Arm des Mannes hinunter. Doch als die Zange wieder zum Vorschein kam, steckte eine Bleikugel zwischen den Greifern. Sein Vater wusch die Kugel und legte sie auf die Decke, damit der Mann sie fand, wenn er aufwachte. Als sein Vater die Männer wieder aus der Kälte hereinrief, brachten sie einen Topf weißer Bohnen mit, die sie gefroren auf dem Dach aufbewahrt hatten. Sie ließen sie über dem Feuer auftauen und gaben dann Schemmen und seinem Vater etwas davon. Es waren irgendwelche Fleischstücke darin, vielleicht von einem Hasen, und Schemmen dachte, dass das Gericht etwas Gewürz hätte vertragen können, aber er verschlang es hungrig. Nach dem Essen erhitzte sein Vater noch einmal Wasser und begann, den ganzen Körper des Patienten zu waschen, was die anderen Männer zuerst mit Argwohn und dann gelangweilt verfolgten. Sie legten sich hin und schliefen einer nach dem anderen ein, aber Schemmen blieb wach. Bald darauf musste er zusehen, wie der Patient ekelerregend wirkte und sich übergab. Whisky und Äther passen nicht zusammen, erklärte sein Vater. Du legst dich jetzt hin und schläfst. Ich pass schon auf. Schemmen gehorchte, und als sein Vater ihn wach rüttelte und ihm befahl, seinen Mantel anzuziehen, sickerte bereits graues Licht durch die Ritzen in den Bretterwänden. Der feiste Mann lag auf dem Boden und sah ihnen zu. Zwei oder drei Wochen lang werden Sie ziemlich starke Schmerzen haben, sagte sein Vater. Ich lasse Ihnen etwas Morphium da. Es ist nicht viel, aber alles, was ich bei mir habe. Am wichtigsten ist, dass Sie die Wunde sauber halten. Sollte sie brandig werden, rufen Sie mich, und ich komme noch einmal her. Der Mann schnaubte. Wir sind doch längst weg von hier, bevor Sie zurückkommen können. Ganz gleich. Falls Sie Schwierigkeiten bekommen, schicken Sie nach mir. Ich komme zu Ihnen, egal wo Sie sind. Der Mann nickte. Bezahl ihn gut, sagte er zu dem Alten mit dem weißen Bart, der einen Stapel Scheine aus einem Bündel zog und sie dem Arzt gab. Schemmens Vater nahm zwei Scheine und warf den Rest auf die Decke. Eineinhalb Dollar für den nächtlichen Hausbesuch, fünfzig Cent für den Äther. Er ging zur Tür, drehte sich aber noch einmal um. Weiß einer von Ihnen vielleicht etwas über einen Mann namens Elwood R. Patterson? Ist manchmal mit einem Kerl namens Hank Cow und einem Jüngeren namens Len oder Lenny unterwegs? Alle vier starrten ihn nur verständnislos an. Der Mann auf dem Boden schüttelte den Kopf. Schemmens Vater nickte und sie traten hinaus in eine Luft, die nach nichts anderem als nach Bäumen roch. Diesmal kam nur der Mann, der am Abend zuvor an der Spitze geritten war, mit Ihnen. Er wartete, bis sie aufgesessen waren, bevor er Ihnen Taschentücher vor die Augen band. Rob J. hörte, wie der Atem seines Sohnes plötzlich schneller wurde, und er wünschte, er hätte mit Schemmen gesprochen, solange der noch seine Lippen sehen konnte. Sein Gehör war aufs Äußerste angespannt. Sein Pferd wurde geführt. Er konnte das Klappern der Hufe vor sich hören, hinter sich hörte er jedoch nichts. Aber es war ja kein Problem für die Männer, jemanden unterwegs auf die Zeugen warten zu lassen. Derjenige müsste sie dann nur vorbeireiten lassen, sich ein wenig vorbeugen, auf einen Kopf mit einer Augenbinde zählen und abdrücken. Es war ein langer Ritt. Als sie schließlich anhielten, wusste Rob, wenn sie noch eine Kugel erwartete, würde sie jetzt kommen. Aber es wurden ihnen lediglich die Augenbinden abgenommen. Sie reiten einfach in dieser Richtung weiter, verstanden? Dann werden sie sich bald wieder auskennen. Rob J. nickte blinzelnd. Er sagte nicht, dass er bereits wusste, wo sie waren. Sie ritten in die eine Richtung, der Bewaffnete in die andere. Nach einer Weile hielt Rob J. an einem Gehölz an, damit sie pinkeln und sich die Beine vertreten konnten. »Schämen«, sagte er, »gestern Abend hast du meine Unterhaltung mit dem Angeschossenen beobachtet.« Der Junge nickte und sah ihn an. »Mein Sohn, hast du verstanden, worüber wir gesprochen haben?« Der Junge nickte wieder. Rob J. glaubte ihm. »Aber wie kommt es, dass du das gleich verstanden hast?« »Hat irgendjemand Sachen über«? Er brachte es nicht über die Lippen, »deine Mutter« zu sagen, »deinen Bruder« gesagt. »Ein paar Jungen in der Schule«, Rob J. seufzte. »Die Augen eines alten Mannes in einem so jungen Gesicht«, dachte er. »Also, Schämen, hör mal zu. Ich glaube, alles, was passiert ist, dass wir bei diesen Leuten waren, dass ich diesen Angeschossenen behandelt habe und vor allem, was ich mit ihm besprochen habe, ich glaube, das alles sollte unser Geheimnis bleiben. Deins und meins. Wenn wir es nämlich deinem Bruder und deiner Mutter erzählen, wird sie das sehr schmerzen und ihnen Angst einjagen.« »Ja, Pa.« Sie bestiegen wieder das Pferd. Ein warmer Wind war aufgekommen. »Der Kerl hatte recht gehabt«, dachte Rob J., »es fängt jetzt an zu tauren. In ein paar Tagen würden hier überall Bäche fließen und da mussten sie längst weg sein.« Wenig später riss ihn von hinten Schämens hölzerne Stimme aus seinen Gedanken. »Ich will genauso sein wie du, Pa. Ich möchte ein guter Arzt werden.« Rob J. stiegen die Tränen in die Augen. Die Umstände, er mit dem Rücken zu Schämen und der Jungen durchgefroren, hungrig und müde, verboten es, ihm beizubringen, dass man sich einige Wünsche nicht erfüllen kann, wenn man taub ist. So musste er sich damit begnügen, seine langen Arme nach hinten auszustrecken und seinen Sohn an sich zu drücken. Er spürte Schämens Stirn an seinem Rücken, und er hörte einfach auf, sich zu quälen. Während das Pferd dahin trottete und sie langsam nach Hause brachte, gestattete er sich, vom Schlaf zu naschen, wie ein Verhungernder, der Angst hat, einen ganzen Teller voll Essen zu verschlingen. Antworten und Fragen Stars and Stripes Religious Institute, Palmer Avenue Nr. 282, Chicago, Illinois, 18. Mai 1852 Dr. Robert J. Cole, Holdens Crossing, Illinois Sehr geehrter Dr. Cole, wir haben Ihre Anfrage bezüglich des Aufenthaltsortes und der Adresse von Reverend Elwood R. Patterson erhalten, doch müssen wir Ihnen leider mitteilen, Ihnen in dieser Angelegenheit nicht behilflich sein zu können. Wie Sie vielleicht wissen, unterstützt unser Institut sowohl die Kirchen wie auch die American Working Men of Illinois bei ihrer Aufgabe, den aufrechten, im Lande geborenen Arbeitern dieses Staates Gottes christliche Botschaft zu bringen. Im letzten Jahr wandte sich Mr. Patterson an uns und erbot sich, uns seelsorgerisch zu helfen. Hieraus ergab sich sein Besuch in Ihrer Gemeinde und Ihrer geschätzten Kirche. Doch Mr. Patterson ist inzwischen aus Chicago weggezogen, und wir besitzen keinerlei Informationen über seinen derzeitigen Aufenthaltsort. Seien Sie versichert, dass wir, sollten uns diesbezügliche Informationen erreichen, diese unverzüglich an Sie weiterleiten werden. Doch falls in der Zwischenzeit Probleme auftauchen, bei denen ein anderer unserer aufrechten Diener Gottes Ihnen weiterhelfen kann, oder theologische Fragen, die ich persönlich Ihnen beantworten würde, so zögern Sie nicht, sich an mich zu wenden. Ihr ergebener Diener in Christo, Doktor der Theologie Oliver G. Prescott, Direktor des Stars and Stripes Religious Institute. Die Antwort entsprach mehr oder weniger dem, was Rock J. erwartet hatte. Als nächstes schrieb er in Briefform eine Bestandsaufnahme all dessen, was er über den Mord an Maqua Iqua wusste. In diesem Brief berichtete er von der Anwesenheit dreier Fremder in Holdens Crossing. Er erwähnte seinen Fund von Hautpartikeln unter drei Fingernägeln Maquas und die Tatsache, dass Dr. Barr Reverend Albert R. Patterson am Nachmittag nach dem Mord wegen drei tiefer Kratzwunden im Gesicht behandelt hatte. Dann schickte er identische Abschriften dieses Briefes an den Gouverneur von Illinois in Springfield und an die beiden zuständigen Senatoren in Washington. Er zwang sich, auch seinem Kongressabgeordneten Nick Holden einen formellen Brief mit diesen Informationen zu schicken. Er bat die Behörden, den entsprechenden Dienststellen Anweisung zu geben, Patterson und seine beiden Kumpane aufzuspüren und eine mögliche Verbindung zwischen ihnen und dem Tod von Bärenfrau zu untersuchen. Bei der Juni-Versammlung der Medical Society war ein Gast zugegen, ein Arzt namens Naismith aus Hannibal in Missouri. Während des geselligen Beisammenseins vor der eigentlichen Versammlung erzählte er von einem Prozess, den ein Sklave in Missouri angestrengt hatte, um seine Freiheit zu erlangen. Vor dem Krieg des Schwarzen Falken war Dr. John Emerson als Fälscher hier in Illinois stationiert, in Fort Armstrong. Er besaß einen Negersklaven namens Dred Scott, und als die Regierung das ehemalige Indianerland zur Besiedlung freigab, erwarb er eine Parzelle im damaligen Stevenson, dem jetzigen Rock Island. Sein Sklave baute sich eine Hütte auf dem Land und lebte dort einige Jahre, damit sein Herr als Siedler auf diesem Land gelten konnte. Dred Scott ging mit Emerson nach Wisconsin, als der dorthin versetzt wurde, und kehrte dann mit ihm nach Missouri zurück, wo der Arzt starb. Der Neger versuchte, sich von der Witwe seine Freiheit und die seiner Frau und seiner Töchter zu erkaufen. Aus verständlichen Gründen weigerte sich Mrs. Emerson aber. Daraufhin versuchte der Schwarze Halunke, sich seine Freiheit vor Gericht zu erstreiten, mit dem Argument, dass er drei Jahre lang in Illinois und Wisconsin als freier Mann gelebt habe. Tom Beckerman lachte schallend auf. »Ein prozessierender Neger!« »Na ja«, sagte Julius Barton, »mir scheint, dass sein Anspruch berechtigt ist. In Illinois und in Wisconsin ist die Sklaverei verboten.« Dr. Naismith lächelte noch immer. »Ja, aber er wurde doch in Missouri, einem Sklavenstaat, gekauft und ist auch dorthin zurückgekehrt.« Tobias Barr machte ein nachdenkliches Gesicht. »Was halten denn Sie von der Sklaverei, Dr. Cole?« »Ich glaube«, sagte Rob J. bedächtig, »dass ein Mensch das Recht hat, ein Tier zu besitzen, wenn er es gut behandelt und ausreichend mit Futter und Wasser versorgt. Aber ich glaube nicht, dass ein menschliches Wesen das Recht hat, ein anderes menschliches Wesen zu besitzen.« Dr. Naismith gab sich alle Mühe, freundlich zu bleiben. »Meine Herren, ich bin froh, dass Sie meine Ärztekollegen sind und nicht Staatsanwälte und Richter.« Dr. Barr nickte nur, da der Mann offensichtlich nicht bereit war, sich auf eine unangenehme Diskussion einzulassen. »Gibt es bei Ihnen in Missouri dieses Jahr eigentlich viele Cholera-Fälle, Dr. Naismith?« »Cholera kaum, aber wir hatten eine ganze Reihe von Krankheitsfällen, die einige die kalte Pest nennen,« antwortete Dr. Naismith. Er beschrieb dann die Ursachen und das Erscheinungsbild dieser Krankheit, soweit beide bekannt waren, und den Rest des Treffens nahm die Diskussion medizinischer Angelegenheiten in Anspruch. Einige Tage später ritt Rob J. am Konvent der Schwestern des heiligen Franz von Assisi vorbei und aus einer spontanen Eingebung heraus bog er in den Zuweg ein. Diesmal wurde sein Kommen schon frühzeitig bemerkt, von einer jungen Nonne, die sofort den Garten verließ und eilig ins Haus lief. Martha Miriam Ferocia bot ihm mit einem stillen Lächeln den Bischofsstuhl an. »Wir haben heute Nachmittag Kaffee,« sagte sie auf eine Art, die andeutete, dass das nicht immer der Fall sei. »Wollen Sie eine Tasse?« Er hatte nicht die Absicht, die Vorräte der Franziskanerinnen aufzubrauchen, doch etwas in ihrer Miene brachte ihn dazu, das Angebot dankend anzunehmen. Der Kaffee war schwarz und heiß, als er hereingebracht wurde. Er war sehr stark und schmeckte irgendwie alt, wie ihre ganze Religion. »Ohne Milch,« sagte Martha Miriam Ferocia fröhlich, »Gott hat uns noch nicht mit einer Kuh gesegnet.« Als er fragte, wie es dem Konvent er gehe, erwiderte sie etwas steif, um ihr Überleben bräuchten sie sich keine Sorgen zu machen. Es gäbe eine Möglichkeit, Geld für ihren Konvent zu beschaffen. »Es ist immer klug, jemandem Gehör zu schenken, der von Geld spricht,« erwiderte sie gelassen. »Sie sind ein Pflegeorden ohne einen Platz, wo sie pflegen könnten. Ich behandle Patienten, die Pflege dringend nötig haben. Einige von ihnen können zahlen.« Aber er erzielte keine andere Reaktion als bei seiner ersten Erwähnung dieses Themas. Die Mutter Oberin schnitt ein Gesicht. »Ihr sind ein wohltätiger Orden.« »Einige meiner Patienten können nichts bezahlen. Pflegen Sie die, und Sie sind wohltätig. Andere können bezahlen, pflegen Sie die auch, und Sie unterhalten damit Ihren Konvent.« »Wenn der Herr uns ein Krankenhaus schenkt, in dem wir pflegen können, werden wir pflegen.« Er war enttäuscht. »Können Sie mir sagen, warum Sie Ihren Nonnen nicht gestatten, Patienten zu Hause zu pflegen?« »Nein, Sie würden es nicht verstehen.« »Versuchen Sie es doch.« Doch sie sah ihn aus eisigen Augen nur finster an, die grimmige Miriam. Rob J. seufzte und schlürfte ihr bitteres Gebräu. Da ist noch etwas anderes. Und er berichtete ihr von seinen Bemühungen, Albert Patterson aufzuspüren. Ich frage mich, ob Sie etwas über diesen Mann wissen. »Nichts über Reverend Patterson. Aber ich weiß einiges über das Stars and Stripes Religious Institute. Es handelt sich dabei um eine antikatholische Organisation, hinter der ein Geheimbund steht, der gleichzeitig die American Party unterstützt. Man nennt ihn den »Supreme Order of the Star-Spangled Banner«, erwiderte Miriam Ferocia, und man merkte ihr an, was sie von diesem obersten Orden des Sternenbanners hielt. »Woher wissen Sie von diesem »Supreme Order of the Star-Spangled Banner«? Sie nennen sich selber den SSSB.« Sie sah ihn durchdringend an. »Unsere Kirche ist eine weit verzweigte Organisation. Sie hat Mittel und Wege, etwas in Erfahrung zu bringen. Wir halten zwar unseren Feinden auch die andere Wange hin, aber es wäre doch töricht, nicht nachzuforschen, aus welcher Richtung der nächste Schlag vermutlich kommt.« »Vielleicht kann die Kirche mir helfen, diesen Patterson zu finden.« »Der ist Ihnen wohl ziemlich wichtig.« »Ich glaube, dass er eine gute Freundin von mir umgebracht hat. Man sollte nicht zulassen, dass er noch andere tötet.« »Und können Sie ihn nicht Gott überlassen?«, fragte sie ruhig. »Nein«, sie seufzte. »Es ist unwahrscheinlich, dass Sie ihn durch mich finden werden.« »In der unendlichen Kette unserer Kirche dringt eine Anfrage manchmal nur ein oder zwei Glieder weiter.« »Oft fragt man, ohne je eine Antwort zu erhalten.« »Aber ich werde nachforschen.« Nach dem Besuch im Konvent ritt er zu Daniel Rainers Farm, um sich mit wenig Erfolg um Lydia Bell Rainers' steifen Rücken zu kümmern. Und dann weiter zur Ziegenfarm von Lester Shedd. Shedd wäre beinahe an einer Lungenentzündung gestorben und war eins der besten Exempel dafür, von welch unschätzbarem Wert der Pflegedienst der Nonnen gewesen wäre. Rob J. hatte Lester den halben Winter und den ganzen Frühling hindurch so oft wie möglich besucht und es dank Mrs. Sheds tätiger Mithilfe geschafft, dem Mann die Gesundheit zurückzugeben. Als Rob J. diesmal erklärte, dass keine weiteren Besuche mehr nötig seien, war Shedd erleichtert, brachte dann aber verlegen die Arztrechnung zur Sprache. »Haben Sie vielleicht zufällig eine gute Milchziege?« fragte Rob J. und war erstaunt über sich selbst, als er sich so reden hörte. »Eine Milchziege nicht. Aber ich hab da eine kleine Schönheit, die ist nur noch ein bisschen jung fürs Decken. In ein oder zwei Monaten liefere ich die bewährten Dienste meines Bockes nach. Und fünf Monate später haben Sie jede Menge Milch.« Rob J. zog das widerstrebende Tier an einem Strick hinter seinem Pferd her, allerdings nur bis zum Konvent. Mutter Miriam dankte ihm, wie es sich gehörte, bemerkte dann aber schnippisch, dass er, wenn er sie in sieben Monaten wieder besuche, Sahne für seinen Kaffee bekomme, so als werfe sie ihm vor, nur aus Eigennutz zu schenken. Doch dabei zwinkerte sie ihm zu. Und das Lächeln, das sie ihm schenkte, verlieh ihren harten, strengen Zügen etwas Herzliches und Gelöstes, so dass er in der Gewissheit nach Hause reiten konnte, den Tag zu etwas Gutem genutzt zu haben. Dorothy Burnham kannte den kleinen Robert Cole nur als fleißigen und intelligenten Schüler. Deshalb war sie anfangs verwirrt über die schlechten Noten, die sie neben seinem Namen in Mr. Byers Klassenbuch fand, und dann verärgert, weil offensichtlich war, dass der Junge einen außergewöhnlichen Verstand besaß und nur schlecht behandelt worden war. Sie hatte überhaupt keine Erfahrung mit Taubheit, aber sie war eine Lehrerin, die sich über jede neue Herausforderung freute. Als sie, der Regelung entsprechend, für zwei Wochen bei den Coles Herberge fand, wartete sie auf den passenden Augenblick, um allein mit Dr. Cole zu reden. Es geht um Roberts Aussprache, sagte sie und erkannte an seinem Nicken, dass sie seine ungeteilte Aufmerksamkeit hatte. Wir haben Glück, dass er deutlich spricht. Aber wie Sie wissen, gibt es andere Probleme, Rob J. nickte noch einmal. Seine Stimme klingt hölzern und flach. Ich habe ihm schon gesagt, er soll die Tonhöhe variieren, aber … Er schüttelte den Kopf. Ich glaube, er spricht so monoton, weil er vergisst, wie eine menschliche Stimme klingt, wie sie steigt und fällt. Aber ich glaube auch, es gibt einen Weg, ihm das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Zwei Tage später brachte die Lehrerin mit Lillians Erlaubnis Schemmen ins Haus der Geigers. Sie stellte ihn neben das Klavier und hieß ihnen seine linke Hand mit der Handfläche nach unten auf das Holzgehäuse legen. Dann schlug sie die erste Note im Bass an und ließ den Finger auf der Taste, damit die Schwingung über Schallbrett und Gehäuse bis zur Hand des Jungen dringen konnte. Sie sah ihn an und sagte, »Die«. Ihre rechte Hand ruhte dabei mit der Handfläche nach oben auf dem Instrument. Sie drückte die nächste Taste. »Schuh«. Ihre rechte Hand hob sich ein wenig. Die dritte Taste. »Le«, und ihre Hand ging noch ein Stückchen höher. So ging sie mit ihm die aufsteigende Tonleiter durch und sagte ihm zu jeder Note den entsprechenden Teil jener Litanei vor, die er bereits aus der Schule kannte. »Die Schule ist ein teurer Art«, anschließend führte sie ihn durch die absteigende Tonleiter. »Und wir lernen hier fürs Leben«. Immer und immer wieder spielte sie die Tonleitern, damit er sich mit den Unterschieden in den Schwingungen, die seine Hand erreichten, vertraut machen konnte, und dabei achtete sie darauf, dass er auch das graduelle Heben und Senken ihrer Hand bei jeder Note mitbekam. Dann forderte sie ihn auf, die Worte zu singen, die zu den Tonleitern gehörten, nicht nur stumm die Lippen zu bewegen, wie er es in der Schule tat, sondern laut zu singen. Das Ergebnis war alles andere als musikalisch. Doch Miss Burnham ging es nicht um Musik. Sie wollte, dass Schämmen eine gewisse Kontrolle über die Tonhöhe seiner Stimme erlangte, und nach einigen Versuchen reagierte er wirklich auf das immer energischer werdende Hochsteigen ihrer rechten Hand und hob die Stimme. Freilich stieg sie um mehr als eine ganze Note, und Schämmen starrte wie versteinert Daumen und Zeigefinger seiner Lehrerin an, die ihm vor seinen Augen einen winzigen Abstand signalisierten. Auf diese Weise bedrängte und drangsalierte sie ihn, und Schämmen gefiel dieser Unterricht überhaupt nicht. Beharrlich wanderte ihre linke Hand über die Tastatur, nach rechts die Tonleiter hinauf, nach links wieder hinunter, und ihre rechte Hand hob und senkte sich mit den Tönen. Schämmen krächzte dazu immer und immer wieder seine Liebe zur Schule heraus. Manchmal machte er dabei ein mürrisches Gesicht, und zweimal füllten sich seine Augen mit Tränen, doch Miss Burnham schien es nicht zu bemerken. Schließlich hörte die Lehrerin auf zu spielen. Sie nahm den jungen Robert Cole in die Arme, drückte ihn an sich und strich ihm über die dichten schwarzen Haare auf seinem Hinterkopf. »Geh jetzt nach Hause«, sagte sie, nachdem sie ihn wieder losgelassen hatte. Doch als er sich umdrehte, hielt sie ihn noch einmal zurück. »Morgen nach der Schule probieren wir es wieder.« Er machte ein langes Gesicht. »Ja, Miss Burnham«, sagte er. Seine Stimme war ohne Modulation, doch sie ließ sich nicht entmutigen. Nachdem er gegangen war, saß sie am Klavier und spielte ein letztes Mal die Tonleiter. »Ja«, sagte sie. Dieses Jahr bescherte ihnen nur einen kurzen Frühling. Schon nach wenigen Wochen angenehmer Wärme folgte eine sengende Hitze, die sich wie eine Decke über die Prärie legte. An einem glühend heißen Freitag Mitte Mai wurde Rob J. in Rock Island mitten auf der Hauptstraße von George Clyburn angehalten, einem Quäker und ehemaligen Farmer, der sich auf den Getreidehandel verlegt hatte. »Haben Sie wohl ein wenig Zeit für mich, Doktor?« fragte Clyburn höflich und ganz automatisch gingen sie gemeinsam aus dem gleißenden Sonnenlicht in den kühlespendenden Schatten eines Hickory-Baumes. »Man hat mir gesagt, Sie haben Mitleid mit Sklaven.« Rob J. war verblüfft über diese Bemerkung. Er kannte den Getreidehändler nur vom Sehen. George Clyburn stand in dem Ruf, ein guter Geschäftsmann zu sein, schlau, aber fair. Meine persönlichen Ansichten gehen niemanden etwas an. »Von wem haben Sie das denn?« »Von Dr. Barr.« Rob J. erinnerte sich an die Unterhaltung mit Dr. Naismith bei der Versammlung der Medical Society. Er bemerkte, dass Clyburn sich schnell umsah, um sicherzugehen, dass sie ungestört waren. »Obwohl der Staat Illinois die Sklaverei abgeschafft hat, respektieren unsere Behörden das Recht auf Sklavenbesitz anderer Staaten. Deshalb werden Sklaven, die aus den Südstaaten davongelaufen sind, hier bei uns verhaftet und an ihre Herren zurückgegeben. Man behandelt sie grausam. Ich habe in Springfield mit eigenen Augen ein großes Haus gesehen, das in winzige Zellen unterteilt war, und in jeder dieser Zellen waren schwere Hand- und Fußringe in die Wände eingelassen. Einige von uns, Gleichgesinnte, die alle die Sklaverei für etwas Schlechtes halten, versuchen diesen Menschen beizustehen, die davongelaufen sind, um die Freiheit zu erlangen. Wir möchten sie einladen, mit uns gemeinsam Gottes Werk zu tun. Rob J. wartete darauf, dass Clyburn fortfuhr, bis er merkte, dass der ihm gerade eine Art Angebot gemacht hatte. »Ihnen beistehen? Wie denn?« »Wir wissen nicht, woher sie kommen. Wir wissen nicht, wohin sie gehen. In mondlosen Nächten werden sie zu uns gebracht und wieder abgeholt. Ihr müsst bloß ein sicheres Versteck vorbereiten, das groß genug ist, einen Mann zu verbergen. Einen Keller, eine Wandnische, ein Erdloch. Und Proviant für drei oder vier Tage.« Rob J. überlegte nicht lange. Er schüttelte den Kopf. »Tut mir leid.« Der Ausdruck auf Clyburns Gesicht verriet weder Überraschung noch Verärgerung, kam Rob J. aber irgendwie vertraut vor. »Werden Sie stillschweigen über unsere Unterhaltung bewahren?« »Ja.« »Ja, natürlich.« Clyburn atmete auf und nickte. »Möge Gott mit Ihnen sein,« sagte er, wappnete sich gegen die Hitze und trat aus dem Schatten. Zwei Tage später waren die Geigers bei den Coles zum Sonntagsmahl eingeladen. Die Cole-Jungen freuten sich, wenn die Geigers kamen, denn dann gab es immer reichlich zu essen. Sarah war anfangs verstimmt gewesen, dass die Geigers, so oft sie zum Essen kamen, immer ihren Braten ablehnten, da er nicht koscher war. Doch sie hatte gelernt, das zu tolerieren und für Ersatz zu sorgen. Wenn die Geigers nun zum Essen kamen, bot sie immer etwas Besonderes an, eine fleischlose Suppe, zusätzliche Aufläufe und Gemüse und verschiedene Nachspeisen. Jay hatte ein Exemplar des Rock Island Weekly Guardian mitgebracht, der einen Artikel über den Dred Scott-Prozess enthielt, und er bemerkte dazu, dass der Sklave wohl nur sehr geringe oder überhaupt keine Erfolgschancen habe. Malcolm Howard sagt, dass bei Ihnen zu Hause in Louisiana jeder Sklaven hat, sagte Alex, und seine Mutter lächelte. Nicht jeder, sagte sie mit dünner Stimme. Ich bezweifle, dass Malcolm Howard's Papa je viel besessen hat, geschweige denn Sklaven. Hat dein Papa in Virginia auch Sklaven gehabt? fragte Shaman. Mein Papa hatte nur ein kleines Sägewerk, erwiderte Sarah. Er hatte drei Sklaven. Doch dann kam eine schlimme Zeit, und er musste die Sklaven und die Sägemühle verkaufen und für seinen Papa arbeiten, der eine große Farm mit mehr als vierzig Sklaven hatte. Und was ist mit der Familie von meinem Papa in Virginia? wollte Alex wissen. Die Bledsows waren Ladenbesitzer, sagte Sarah. Die hielten sich keine Sklaven. Warum will denn überhaupt jemand Sklave sein? fragte Shaman. Die wollen es gar nicht sein, erklärte Rob Jay seinem Sohn. Das sind einfach nur arme, unglückliche Menschen, die in eine ausweglose Situation geraten sind. Jay trank einen Schluck Quellwasser und spitzte die Lippen. Weißt du, Shaman, so ist das Leben. Und so war es im Süden in den letzten 200 Jahren. Es gibt Radikale, die schreiben, man müsse alle Schwarzen freilassen. Aber wenn ein Staat wie South Carolina ihnen plötzlich allen die Freiheit gibt, wo sollen die dann leben? Weißt du, jetzt arbeiten sie für die Weißen und die Weißen kümmern sich um sie. Noch vor ein paar Jahren hatte Lillians Cousin Judah Benjamin auf seiner Zuckerplantage in Louisiana 140 Sklaven. Und er hat sich wirklich um sie gekümmert. Mein Vater in Charleston hat zwei Hausneger. Die gehören ihm schon, solange ich denken kann. Er behandelt sie so gut, dass man sie wahrscheinlich aus dem Haus jagen müsste, damit sie ihn verlassen. Ja, so ist es, sagte Sarah. Rob Jay öffnete den Mund, schloss ihn aber gleich wieder und reichte Rachel die Erbsen und die Karotten. Sarah ging in die Küche und kehrte mit einem riesigen Kartoffelauflauf zurück, den sie nach Lilian Geigers Rezept gebacken hatte. Jay stöhnte und meinte, er sei schon voll, streckte ihr aber trotzdem den Teller hin. Als die Geigers aufbrachen, um die Kinder nach Hause zu bringen, drängte Jay, Rob Jay mit ihnen zu kommen, damit sie zu dritt musizieren konnten. Aber Rob Jay erwiderte, er sei müde. In Wirklichkeit fühlte er sich gereizt und nicht zur Geselligkeit aufgelegt. Um diese Stimmung loszuwerden und etwas Luft zu schnappen, spazierte er den kurzen Weg zum Fluss hinunter. Auf Magwas Grab bemerkte er Unkraut und er riss wütend an den Stängeln, bis nichts mehr davon zu sehen war. Ihm fiel ein, warum ihm der Ausdruck auf George Clyburnes Gesicht so vertraut vorgekommen war. Es war der gleiche Ausdruck, den er schon in Schottland auf Andrew Giroux's Gesicht gesehen hatte, als der ihn zum ersten Mal bat, ein Pamphlet gegen die englische Verwaltung zu schreiben und abgewiesen wurde. Die Gesichter beider Männer hatten eine Mischung von Gefühlen verraten. Fatalismus, beharrliche Kraft und die Unbehaglichkeit zu wissen, dass sie sich von seinem Charakter und seinem Stillschweigen abhängig gemacht hatten. Die Rückkehr An einem Morgen, an dem der frühen Nebel wie schwerer Rauch über dem Wasser und zwischen den Bäumen hing, verließ Schämmen das Haus und ging am Klosethäuschen vorbei, um Träge in den großen Fluss zu pinkeln. Als orangefarbene Scheibe brannte die Sonne durch die oberen Schichten des Nebels und ließ die unteren in einem fahlen Glanz erstrahlen. Die Welt war neu und kühl und roch gut, und was er vom Fluss und dem Wald sehen konnte, entsprach dem permanenten Frieden in seinen Ohren. Wer heute fischen will, muss früh aufstehen, dachte er. Der Junge wandte sich vom Fluss ab. Zwischen ihm und dem Haus lag das Grab, und als er nun die Gestalt in den Nebelschwaden sah, spürte er keine Angst, sondern nur einen kurzen Kampf zwischen Unglauben und einer überwältigenden Freude und Dankbarkeit. Geist, ich rufe dich heute. Geist, ich spreche zu dir. Magua, rief er fröhlich und ging auf sie zu. Schämmen. Als er die Gestalt erreichte, musste er betrübt feststellen, dass es gar nicht Magua war. Mond, sagte er, und der Name war eine Frage, weil die Frau so schlecht aussah. Hinter Mond entdeckte er nur noch zwei weitere Indianer. Den einen kannte er nicht, der andere war Steinhund, der für Jay Geiger gearbeitet hatte. Steinhunds Oberkörper war nackt, er trug nur eine Hirschlederhose. Der Fremde hatte eine grobe Wollhose und ein zerrissenes Hemd an. Beide Männer liefen in Moccasins, aber Mond trug die Arbeitsstiefel eines Weißen und ein altes, schmutziges blaues Kleid, das an der rechten Schulter aufgerissen war. Die Männer hatten Lebensmittel bei sich, die Schämmen bekannt vorkamen, ein Stück Käse, einen geräucherten Schinken, ein rohes Hammelbein, und er schloss daraus, dass sie das Kühlhaus über der Quelle aufgebrochen hatten. Whisky holen, sagte Steinhund und deutete auf das Haus, doch Mond fauchte ihn in der Saugsprache an. Dann brach sie zusammen. Mond, bist du in Ordnung? fragte Schämmen. Schämmen, so groß. Sie sah ihn bewundernd an. Er kniete sich neben sie. Wo warst du? Sind die anderen auch hier? Nein, anderen in Kansas. Reservat. Hab Kinder dort gelassen. Aber … Sie schloss die Augen. Ich hole meinen Vater, sagte er, und ihre Augen öffneten sich wieder. Sie waren so böse zu uns, Schämmen, flüsterte sie. Ihre Hände tasteten nach den Seinen und hielten sie fest. Schämmen spürte, dass etwas aus ihrem Körper in sein Bewusstsein wanderte, so als könnte er wieder hören, und es hätte gedonnert, und er wusste zugleich, was mit ihr passieren würde. Irgendwie wusste er es. Seine Hände kribbelten. Er öffnete den Mund, doch er konnte nicht schreien, konnte Mond nicht warnen. Er war wie versteinert. Eine Angst ergriff ihn, die ihm vollkommen neu war, die noch grausamer war als das Entsetzen über die plötzliche Taubheit, »Schlimmer als alles, was er bisher erlebt hatte.« Schließlich fand er die Kraft, ihre Hände wegzustoßen. Er rannte auf das Haus zu, als wäre es seine einzige Rettung. »Pa!« schrie er. Rob J. war daran gewöhnt, von Notrufen geweckt zu werden, aber nicht vom hysterischen Schreien seines Sohnes. Schämmen stammelte vor sich hin, dass Mond zurück sei und sterbe. Es dauerte einige Minuten, bis sie ihn verstanden und dazu gebracht hatten, seinen Eltern auf den Mund zu schauen, damit sie ihm Fragen stellen konnten. Als sie endlich begriffen, dass Mond wirklich zurückgekehrt war und sterbenskrank am Flussufer lag, liefen sie sofort aus dem Haus. Der Nebel lichtete sich schnell. Die Sicht war besser geworden, und sie erkannten bald, dass niemand da war. Sie nahmen Schämmen ins Gebet, doch er beharrte darauf, dass Mond und Steinhund hier gewesen seien. Er beschrieb, was sie bei sich gehabt, was sie gesagt und wie sie ausgesehen hatten. Sarah eilte davon, als sie hörte, was die Indianer mit sich schleppten, und kam wütend zurück, weil das Kühlhaus tatsächlich aufgebrochen war und einige wertvolle Nahrungsmittel fehlten. »Robert Cole«, sagte sie zornig zu ihrem Sohn, »hast du die Sachen vielleicht selber genommen und dir dann die Geschichte mit den Indianern ausgedacht?« Rob J. ging am Flussufer auf und ab und rief Monds Namen, doch niemand antwortete. Schämmen weinte hemmungslos. »Sie stirbt, Pa.« »Woher weißt du denn das?« »Sie hat meine Hände gehalten und sie«, der Junge erschauerte. Rob J. sah den Jungen an und seufzte. Dann nickte er. Er ging zu Schämmen, nahm ihn in die Arme und drückte ihn fest an sich. »Hab keine Angst. Es ist nicht deine Schuld, was mit Mond passiert ist«, sagte er. »Ich werde später mit dir darüber reden und versuchen, es dir zu erklären, aber zuerst werde ich mich wohl besser auf die Suche nach ihr machen.« Er suchte zu Pferd. Den ganzen Vormittag konzentrierte er sich auf den dichten Waldstreifen am Flussufer, denn wenn sie auf der Flucht waren und sich verstecken wollten, waren sie bestimmt dorthin verschwunden. Er ritt zuerst nach Norden in Richtung Wisconsin, kam dann zurück und ritt nach Süden. Alle paar Minuten rief er ihren Namen, doch er erhielt nie eine Antwort. Möglicherweise war er ihnen bei der Suche sogar sehr nahe gekommen. Die Sougs konnten sich im Unterholz verstecken und ihn vorbeireiten lassen, vielleicht sogar mehrere Male. Am frühen Nachmittag musste er sich eingestehen, dass er nicht wusste, wie Sougs auf der Flucht dachten, denn er war kein Soug auf der Flucht. Vielleicht hatten sie das Ufer sofort verlassen. Jetzt, gegen Ende des Sommers, stand das Gras so hoch auf der Prärie, dass drei Leute leicht darin verschwinden konnten, und auch der Mannshoe Mais auf den Feldern bot guten Schutz. So gab er schließlich auf und kehrte nach Hause zurück. Shaman war sichtlich enttäuscht, als er erfuhr, dass sein Vater ergebnislos gesucht hatte. Rob J. setzte sich alleine mit seinem Sohn unter einen Baum am Flussufer und erzählte ihm von der Gabe und dass, solange die Erinnerung zurückreichte, immer einige aus der Cole-Familie mit ihr gesegnet waren. B. nicht alle. Manchmal fehlt sie auch in einer Generation. Mein Vater hatte sie, mein Bruder und mein Onkel hatten sie nicht. Bei einigen Coles zeigt sie sich schon in frühester Jugend. B. hast du sie, Pa? B. ja, ich habe sie. B. und wie alt warst du, als … B. ich habe sie zum ersten Mal verspürt, als ich schon fast fünf Jahre älter war, als du jetzt bist. B. was hat es mit ihr auf sich? fragte der Junge leise. Shaman, ich weiß es eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass nichts Magisches an ihr ist. Ich glaube, sie ist eine Art Sinneswahrnehmung wie das Sehen, das Hören oder das Riechen. Einige von uns haben eben die Fähigkeit zu spüren, ob ein Mensch stirbt, wenn sie seine Hände nehmen. Ich glaube, diese Gabe ist einfach ein zusätzliches Talent, ähnlich der Fähigkeit, den Puls eines Menschen an verschiedenen Körperteilen zu ertasten. Manchmal, er zuckte mit den Achseln, manchmal kann sie recht nützlich sein, wenn man Arzt ist. Shaman nickte zaghaft. Dann wird sie mir wohl auch nützlich sein, wenn ich mal Arzt bin. Rob J. wurde klar, dass der Junge, wenn er alt genug war, die Colesche Gabe zu begreifen, auch reif genug war, anderen Tatsachen ins Auge zu sehen. Du kannst kein Arzt werden, Shaman, sagte er sanft. Ein Arzt muss hören können. Ich brauche mein Gehör Tag für Tag zur Behandlung meiner Patienten. Ich horche ihnen die Brust ab. Ich horche auf ihren Atem und auf den Klang ihrer Stimme. Ein Arzt muss auch einen Hilfeschrei hören können. Ein Arzt braucht ganz einfach alle fünf Sinne. Der Blick, mit dem sein Sohn ihn ansah, traf Rob J. tief ins Herz. Was werde ich dann tun, wenn ich ein Mann bin? Wir haben eine schöne Farm. Du kannst sie zusammen mit Bigger bewirtschaften, sagte Rob J., aber der Junge schüttelte den Kopf. Du kannst aber auch ein Geschäftsmann werden und vielleicht einen Laden führen. Miss Burnham sagt, du bist so ziemlich der intelligenteste Schüler, den sie je hatte. Vielleicht willst du mal selber in einer Schule unterrichten. Nein, ich will in keiner Schule unterrichten. Shaman, du bist doch noch ein Junge. Entscheiden musst du dich erst in einigen Jahren. Halt in der Zwischenzeit die Augen offen. Schau dir die erwachsenen Männer an und die Berufe, die sie ausüben. Es gibt die verschiedensten Arten, sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Du kannst dir alles Mögliche aussuchen. Nur eins nicht, sagte Shaman. Rob J. wollte seinem Jungen unnötigen Kummer ersparen und ließ sich deshalb nicht dazu hinreißen, ihn in dem Glauben zu wiegen, ein Traum, der seiner festen Überzeugung nach nicht zu verwirklichen war, könne in Erfüllung gehen. Ja, sagte er bestimmt, nur eins nicht. Es war ein trauriger Tag gewesen und in Rob J. blieb eine erbitterte Wut über die Ungerechtigkeit des Lebens zurück. Es schmerzte ihn, dass er seinem Sohn diesen schönen und strahlenden Traum hatte ausreden müssen. Das war ebenso schlimm wie einem Menschen, der das Leben liebt, zu sagen, dass es keinen Sinn habe, langfristige Pläne zu schmieden. Er machte eine Runde durch die Farm. In der Nähe des Flusses waren die Moskitos eine Plage. Sie kämpften mit ihm um den Platz im Schatten und gewannen. Mond würde er nie mehr wiedersehen, das wusste er. Er hätte ihr gern Lebewohl gesagt, er hätte sie gefragt, wo der singend einhergeht begraben liegt. Es wäre ihm ein Anliegen gewesen, sie bei der anständig zu begraben, doch jetzt lag wahrscheinlich auch Mond in einem unmarkierten Erdloch, verscharrt wie Hundescheiße. Es machte ihn wütend, wenn er daran dachte, und gleichzeitig fühlte er sich schuldig, denn auch er war ein Grund für ihre Probleme und seine Farm ebenso. Früher hatten die Sougs ertragreiche Felder besessen und Totendörfer, in denen die Gräber gekennzeichnet waren. Sie waren so böse zu uns, hatte sie zu Schemmen gesagt. Amerika besaß eine gute Verfassung. Er hatte sie sorgfältig gelesen. Sie schenkte den Bürgern Freiheit, doch er erkannte auch, dass sie nur für Menschen mit einer Hautfarbe von rosa bis hellbraun galt. Wer dunklere Haut hatte, konnte ebenso gut einen Pelz oder Federn haben. Während der ganzen Zeit, die er auf der Farm herumstreifte, suchte er etwas. Zuerst merkte er es gar nicht, und als er sich dessen bewusst wurde, fühlte er sich ein wenig besser, aber nur ein wenig. Der Platz, den er suchte, durfte nicht auf dem Feld oder im Wald liegen, wo Orden, einer der Jungen oder sogar ein Wilderer darüber stolpern konnten. Das Haus selbst war ungeeignet, denn er musste ja auch vor den anderen Familienmitgliedern Geheimhaltung wahren, und das behagte ihm ganz und gar nicht. Seine Praxis war zwar manchmal leer, doch wenn sie geöffnet war, drängten sich in ihr die Patienten. Auch im Stall ging jeder aus und ein, aber … An der Rückwand des Stalles war ein Schuppen angebaut. Rob Jays Schuppen. Dort bewahrte er seine Arzneien und Elixiere und andere medizinische Utensilien auf. Neben den zum Trocknen aufgehängten Kräutern und den Regalen voller Flaschen und Töpfe befanden sich in diesem Schuppen auch ein Holztisch und ein Satz Nierenschalen, denn Rob Jay führte hier seine Obduktionen durch. Der Anbau war mit einer soliden Holztür und einem starken Schloss gesichert. Die schmale Nordseite des Schuppens war, wie die gesamte Nordseite des Stalls, in den Hügel hineingebaut, sodass ein Teil dieser natürlichen Wand aus Fels bestand. Der folgende Tag war angefüllt mit langen Praxisstunden und zahlreichen Hausbesuchen, doch am Morgen danach konnte er sich von seinen ärztlichen Aufgaben losreißen. Er hatte Glück, denn Orden und Shaman waren damit beschäftigt, im abgelegenen Teil der Farm Zäune zu reparieren und eine Futterkrippe zu errichten, und Sarah hatte in der Kirche zu tun. Nur Kate Stryker, die Sarah nach Monds Flucht als Hilfskraft eingestellt hatte, war im Haus, aber Kate würde ihn nicht stören. Er trug Pickel und Schaufel in den Schuppen und machte sich ans Werk. Es war schon eine Weile her, seit er das letzte Mal körperlich schwer gearbeitet hatte, und er ließ es deshalb gemächlich angehen. Der Boden am Fuße der Nordwand war steinig und so schwer wie fast überall auf der Farm, aber seine Pickelschläge lockerten die Erde problemlos. Von Zeit zu Zeit schaufelte er sie in einen Schubkarren und fuhr sie zu einer ein gutes Stück von dem Stall entfernten Mulde. Er hatte sich darauf eingerichtet, einige Tage lang zu graben, doch schon am frühen Nachmittag stieß er auf Fels. Die Gesteinswand wich jedoch ein Stückchen nach Norden zurück, sodass er einen Hohlraum freischaufeln konnte, der an einem Ende etwa einen halben Meter tief, am anderen etwa eineinhalb Meter tief und knapp eineinhalb Meter breit war. Die so entstandene Nische war kaum groß genug, um darin zu liegen, vor allem wenn Proviant und anderes darin gelagert wurde, doch Rob J. wusste, dass sie reichen würde. Er vernagelte die Öffnung mit zolldicken Holzbrettern, die fast ein Jahr im Freien gelegen hatten, sodass sie so alt aussahen wie der übrige Schuppen. Mit einer Aale vergrößerte er mehrere Nagellöcher und ölte die Nägel ein, damit ein paar der Bretter einfach und geräuschlos entfernt und wieder befestigt werden konnten. Er war sehr vorsichtig und holte mit dem Schubkarren verfaulende Blätter aus dem Wald, die er über die Mulde streute, um den frischen Aushub zu verbergen. Am nächsten Morgen fuhr er nach Rock Island, um ein kurzes, aber folgenschweres Gespräch mit George Clyburn zu führen. Die geheime Nische In diesem Herbst begann sich für Schämmen, die Welt zu verändern. Es war kein abrupter, erschreckender Wechsel wie damals beim Verlust seines Gehörs, sondern eine komplexe Verschiebung der Pole, die trotz ihrer Gemächlichkeit nicht weniger radikal war. Alex und Mel Howard waren enge Freunde geworden, und ihre lärmende, ausgelassene Kameradschaft schloss Schämmen die meiste Zeit aus. Rob J. und Sarah missbilligten die Freundschaft. Sie wussten, dass Molly Howard eine ewig jammernde Schlampe war und ihr Mann Julian ein fauler Kerl, und sie sahen es nicht gern, dass ihr Sohn sich in der engen, unordentlichen Hütte der Howards aufhielt, denn dort ging auch ein Großteil der Männer des Ortes aus und ein, um sich mit dem Selbstgebrannten zu versorgen, den Julian heimlich und mit großer Ernsthaftigkeit aus Mais-Maische destillierte. Zu Halloween dieses Jahres bestätigten sich ihre Befürchtungen, denn an diesem Tag probierten Alex und Mel den Whisky, den Mel für diesen Zweck beiseite geschafft hatte, als er eine Produktion seines Vaters auf Flaschen zu ziehen geholfen hatte. So beflügelt machten sie sich daran, eine Spur aus umgestürzten Aborthäuschen durch den Ort zu ziehen, die erst endete, als Alma Schröder schreiend aus ihrem am Boden liegenden Klo krabbelte und Gas Schröder der alkoholisierten Fröhlichkeit mit dem Fuchteln seiner Büffelflinte Einhalt gebohrt. Der Vorfall zog einen erbitterten Dauerstreit zwischen Alex und seinen Eltern nach sich, den Schämmen am liebsten ungeschehen gemacht hätte, und schon nach den ersten Wortwechseln konnte er sich nicht mehr dazu überwinden, das weitere von ihren Lippen abzulesen. Eine Aussprache zwischen den Übeltätern, ihren Vätern und Sheriff London verlief noch unangenehmer. Julian Howard spuckte aus und meinte, das Ganze sei ein unnötiger Wirbel wegen zwei Jungs, die an Halloween ein bisschen die Sau rausgelassen haben. Rob J. versuchte, seine Abneigung gegenüber Howard zu vergessen, dem er es zutraute, ein Mitglied des Supreme Order of the Star-Spangled Banner zu sein, falls es diesen in Holden's Crossing gab und er selber ein übler Unruhestifter sein konnte. Er teilte Howard's Meinung, dass die Jungen keine Mörder oder Verbrecher waren, da er aber in seinem Beruf die menschliche Verdauung sehr ernst nahm, teilte er nicht die allgemeine Ansicht, dass alles, was mit Scheiße zu tun habe, lustig sei, bis hin zur Zerstörung von Aborthäuschen. Er wusste, dass der Sheriff ein halbes Dutzend Beschwerden wegen der Jungen zur Hand hatte und nur zu bereit war, Maßnahmen gegen sie zu ergreifen, da er beide Väter nicht mochte. Rob J. schlug vor, man solle Alex und Mel für die Behebung des Schadens heranziehen. Drei der Außenklos waren zersplittert oder auseinandergefallen. Zwei konnten nicht mehr über den gleichen Gruben aufgebaut werden, da diese voll waren. Als Wiedergutmachung sollten die Jungen neue Gruben ausheben und die Häuschen reparieren. Falls neue Bretter nötig waren, wollte Rob J. für sie aufkommen. Alex und Mel sollten ihre Schulden dann bei ihm auf der Farm abarbeiten. Erst wenn sie sich nicht an die Abmachung halten sollten, würde der Sheriff gegen sie vorgehen. Mord London gab widerstreben zu, dass er an dem Vorschlag nichts Verkehrtes entdecken könne. Julian Howard war anfangs dagegen, doch als Rob J. ihm sagte, dass sein Sohn und der Cole-Junge nebenbei ihre gewohnte Arbeit verrichten müssten, stimmte auch er zu. Alex und Mel wurden erst gar nicht um ihre Meinung gefragt, und so wurden die beiden im Verlauf eines Monats zu Experten in der Wiederherstellung von Latrinen. Sie begannen mit dem Aushub der Gruben, um damit fertig zu sein, bevor der Boden hart fror, und erledigten dann die Schreinerarbeiten mit vor Kälte gefühllosen Händen. Doch Alex blieb unbezähmbar. Eines Nachts kam er in das Schlafzimmer, das er mit Shaman teilte, hielt dem Bruder die Öllampe vors Gesicht und verkündete mit tiefer Befriedigung, dass er es getan habe. Was getan? fragte Shaman und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Du weißt schon, ich hab's getan. Mit Patty Drucker. Shaman war nun hellwach. Nie! Du bist ein verdammter Lügner, Bigger! Nein, ich hab's mit Patty Drucker getan. Bei ihr zu Hause, während ihre Eltern bei ihrem Onkel waren. Shaman starrte ihn mit schmerzlichem Entzücken an. Er konnte ihm nicht glauben und hätte es doch so gern getan. Wie war's denn, wenn du's wirklich getan hast? Alex lächelte blasiert und holte lustvoll zu einer anschaulichen Antwort aus. Wenn du dein Ding da unten bei den Haaren und so reinschiebst, ist es warm und gemütlich. Sehr warm und gemütlich. Aber irgendwie wirst du dann furchtbar aufgeregt und du fängst an, dich vor und zurück zu bewegen. Vor und zurück wie der Bock beim Schaf. Bewegt sich das Mädchen auch vor und zurück? Nein, erwiderte Alex. Das Mädchen liegt nur ganz glücklich da und lässt dich machen. Und was passiert dann? Na ja, du verdrehst die Augen und das Zeug schießt aus deinem Schwanz raus wie ne Gewehrladung. Wie ne Gewehrladung? Oh Mann, tut das dem Mädchen weh? Nein, du Trottel, ich mein doch so schnell wie ne Gewehrladung, nicht so hart. Es ist weicher als Pudding, genau wie wenn du's dir selber machst. Na ja, und dann ist's so ziemlich vorbei. Die Unmenge von Einzelheiten, von denen er noch nie etwas gehört hatte, überzeugte Schermann. Heißt das, dass Patty Drucker jetzt ein Mädchen ist? Nein, sagte Alex. Bist du sicher? Fragte Schermann ängstlich. Patty Drucker war schon beinahe so groß wie ihre teiggesichtige Mutter und hatte ein Lachen, das an den Schrei eines Esels erinnerte. Bist noch zu jung, um das zu verstehen, murmelte Alex verstimmt und aus der Fassung gebracht, und er löschte die Lampe, um das Gespräch zu beenden. Schermann lag im Dunkeln und dachte erregt und gleichzeitig besorgt darüber nach, was Alex gesagt hatte. Die Sache mit dem Augenverdrehen behackte ihm nicht. Luke Stebbins hatte ihm erzählt, man könne blind werden, wenn man an sich selber herumspiele. Das Taubsein reichte ihm schon, er wollte nicht noch einen Sinn verlieren. Vielleicht bin ich schon dabei, blind zu werden, dachte er, und gleich am nächsten Morgen lief er aufgeregt herum, um sein Sehvermögen an nahen und fernen Gegenständen zu prüfen. Je weniger Zeit Bigger für Schermann hatte, desto mehr Zeit verbrachte Schermann über Büchern. Er las sehr schnell und bettelte schamlos jeden um neue Bücher an. Die Geigers besaßen eine umfangreiche Bibliothek und erlaubten ihm, sich Lesestoff auszuleihen. Zum Geburtstag und zu Weihnachten bekam er Bücher, Nachschub für das Feuer, das er gegen die Kälte der Einsamkeit entzündet hatte. Miss Burnham sagte, sie habe noch nie eine solche Leseratte gesehen wie ihn. Sie hielt ihn gnadenlos zur Verbesserung seiner Aussprache an. Während der Schulferien erhielt sie bei den Coles freie Kost und Logis, und Rob J. ließ es sich nicht nehmen, sie für ihre Mühe mit seinem Sohn zusätzlich zu entschädigen. Doch sie arbeitete nicht aus Eigennutz mit Schermann, sondern weil ihr seine Aussprache zu einem persönlichen Anliegen geworden war. Die Übungen mit dem geigerschen Klavier wurden beharrlich fortgesetzt. Fasziniert beobachtete sie, wie feinfühlig Schermann auf die Schwingungsunterschiede reagierte, und es dauerte nicht lange, bis er die einzelnen Töne erkennen konnte, sobald sie sie angeschlagen hatte. Schermanns Wortschatz wuchs mit seiner Lektüre, doch er hatte Schwierigkeiten mit der Aussprache neuer Wörter, weil er nicht von anderen hören konnte, wie sie korrekt ausgesprochen wurden. So betonte er zum Beispiel das Wort Kathedrale auf der zweiten Silbe. Kathedrale. Und Miss Burnham erkannte, dass ihm die Aussprache meistens deshalb Schwierigkeiten machte, weil er nicht wusste, wo die Worte betont wurden. Um ihm das zu erklären, benutzte sie einen Gummiball, den sie bei unbetonten Silben nur leicht, bei betonten aber fester vom Boden aufspringen ließ. Doch auch das brauchte seine Zeit, denn selbst das Ballfangen bereitete Schermann große Schwierigkeiten. Miss Burnham merkte, dass sie sich beim Fangen an dem Geräusch orientierte, das der Ball beim Aufprallen auf dem Boden von sich gab. Schermann hatte dieses Hilfsmittel nicht, und so musste er lernen, sich die entsprechende Zeitspanne einzuprägen, die ein mit einer bestimmten kraftgeschleuderter Ball brauchte, um zu seiner Hand zurückzuspringen. Sobald er begriffen hatte, dass der unterschiedlich hochspringende Ball verschiedene Betonungen bedeutete, setzte sie das in Übungen mit Tafel und Kreide um. Zu diesem Zweck schrieb sie ein Wort auf die Tafel und kennzeichnete die betonten Silben mit einem Akzent. Kathedrale, guten Morgen, Bilder, Feier, Gebirge. Rob J. unterstützte die Ballübungen, indem er Schermann das Jonglieren beibrachte. Häufig gesellten sich auch Alex und Mel hinzu. Rob hatte manchmal zur Unterhaltung der Kinder jongliert und es gefiel ihnen, dies nachzumachen, doch anfangs hatten sie große Schwierigkeiten damit. Trotzdem ermutigte er sie zum Weitermachen. In Kilmarnock lernen alle Cole-Kinder das Jonglieren. Es ist eine alte Familientradition. Und wenn die in Schottland das lernen können, könnt ihr es auch. Zu seiner Enttäuschung erwies sich ausgerechnet der Howard-Junge als der beste Jongleur, denn er konnte schon bald mit vier Bällen umgehen. Doch Schermann war knapp hinter ihm und Alex übte beharrlich weiter, bis er drei Bälle sicher in der Luft halten konnte. Der Zweck der Übung war freilich nicht, große Artisten hervorzubringen, sondern Schermann ein Gefühl für wechselnde Rhythmen zu geben. Bei einer der nachmittäglichen Übungen an Lilian Geigers Klavier nahm Miss Burnham Schermanns Hand vom Klavierdeckel und legte sie an ihre Kehle. »Wenn ich spreche«, sagte sie, »schwingen die Bänder in meinem Kehlkopf, sowie die Drahtseiten im Klavier. Spürst du die Schwingungen, wie sie sich bei den verschiedenen Wörtern ändern?« Er nickte verzückt und die beiden lächelten sich an. »Ach, Schermann«, sagte Dorothy Burnham, nahm seine Hand von ihrem Hals, hielt sie aber weiter fest. »Du lernst ja so schnell. Aber du brauchst beständige Übung, mehr als ich dir bieten kann, wenn erst die Schule wieder beginnt. Wenn es nur jemanden gäbe, der dir sonst noch helfen kann.« Schermann wusste, dass sein Vater mit seiner Praxis voll ausgelastet war. Seine Mutter beschäftigte sich vorwiegend mit ihrer Kirchenarbeit, und er spürte bei ihr auch eine gewisse Abneigung, mit seiner Taubheit umzugehen, was ihn zwar verwirrte, aber alles andere als Einbildung war. Und Alex war mit Mel unterwegs, so oft ihm die Arbeit Zeit dazu ließ. Dorothy Burnham seufzte. »Finden wir denn niemanden, der in der Lage ist, regelmäßig mit dir zu arbeiten?« »Ich würde sehr gerne helfen«, sagte plötzlich eine Stimme. Sie kam aus dem großen Ohrensessel, der mit dem Rücken zum Klavier stand, und zu Miss Burnhams Überraschung tauchte Rachel Geiger hinter der Lehne auf und kam schnell zu ihnen. »Wie oft?«, fragte die Lehrerin, »war das Mädchen wohl schon unbemerkt dabei gesessen und hatte den Übungen gelauscht?« »Ich weiß, dass ich es kann, Miss Burnham,« sagte Rachel etwas atemlos. Schermann schien nicht abgeneigt zu sein. Miss Burnham strahlte und drückte Rachel die Hand. »Ich bin mir sicher, du wirst es ganz hervorragend machen, meine Liebe«, sagte sie. Rob J. hatte auf keinen seiner Magwas totbetreffenden Briefe eine Antwort bekommen. Eines Abends setzte er sich an den Tisch, um sich seine Enttäuschung von der Seele zu schreiben. So entstand ein Brief, der in einem schärferen Ton als der vorige gehalten war und mit dem er in der trägen, verfilzten Bürokratie etwas Staub aufzuwirbeln hoffte. »Die Verbrechen der Vergewaltigung und des Mordes werden von den Vertretern der Regierung und der Gerichtsbarkeit so bedenkenlos übergangen, dass sich die Frage stellt, ob der Staat Illinois und mit ihm die ganzen Vereinigten Staaten wirklich ein zivilisiertes Land ist oder nicht vielmehr ein Ort, an dem Männer sich aufführen dürfen wie die niedersten Tiere, ohne die geringste Strafe fürchten zu müssen. Er schickte Abschriften des Briefes an dieselben Behörden wie zuvor und erwartete, dass der schärfere Ton Ergebnisse zeitigen werde. »In der anderen Sache wendet sich auch niemand an mich«, dachte er schmollend. Beinahe überstürzt hatte er die Nische im Schuppen gegraben, doch jetzt, da sie bereit stand, ließ George Kleiber nichts von sich hören. In den ersten Wochen hatte er sich noch gefragt, wie man ihn wohl benachrichtigen werde, doch dann begann er nach Erklärungen zu suchen, weshalb man ihn ignorierte. Er verdrängte den Gedanken an die geheime Nische und gab sich stattdessen dem vertrauten Kürzerwerden der Tage hin, dem Anblick der Gänse, die in einem langgestreckten Vau über dem blauen Himmel nach Süden zogen, dem Rauschen des Flusses, das immer kristalliner wurde, je mehr das Wasser abkühlte. Eines Morgens ritt Rob J. in den Ort und Carol Wilkinson verließ seinen Platz auf der Veranda der Gemischtwarenhandlung und schlenderte auf ihn zu, als er eben von einer kleinen, gescheckten Stute mit hängendem Hals abstieg. »Neues Pferd, Doc?« »Ich probiere sie nur aus. Unsere Vicky ist inzwischen schon fast blind. Taugt zwar noch für die Kinder, um auf die Weide zu reiten, aber die Stute gehört Tom Beckerman.« Beckerman hatte ihm versichert, die Stute sei fünf Jahre alt, doch ihre unteren Schneidezähne waren so abgenutzt, dass sie mindestens doppelt so alt sein musste. Außerdem scheute sie bei jedem Insekt und jedem Schatten. »Mögen Sie Stuten?« »Nicht unbedingt. Allerdings sind Sie zuverlässiger als Hengste, und wenn man an den Preis denkt. Da haben Sie recht. Verdammt recht. Übrigens, ich bin gestern George Clyburn begegnet. Ich soll Ihnen ausrichten, dass der einige neue Bücher hat. Und ob Sie vielleicht Interesse hätten, sie sich anzusehen.« Das war das Signal. Und es traf ihn überraschend. »Vielen Dank, Carol. George hatte eine wunderbare Bibliothek,« sagte er und hoffte, dass seine Stimme dabei nicht zitterte. »Ja, die hat er.« Wilkinson hob zum Abschied die Hand. »Na, dann werde ich mal weitersagen, dass Sie ein neues Pferd suchen.« »Das wäre sehr nett,« erwiderte Rob J. Nach dem Abendessen studierte er den Himmel, bis er sicher war, dass es eine mondlose Nacht werden würde. Schon seit dem frühen Nachmittag trieben dichte, schwere Wolken über den Horizont. Die Luft war wie in einer Waschküche nach zwei Tagen großer Wäsche und versprach Regen noch vor der Morgendämmerung. Er ging früh zu Bett und schlief ein paar Stunden. Als Arzt war er es gewöhnt, immer nur kurz zu ruhen, und so war er um ein Uhr wieder frisch und munter. Um nicht in Zeitnot zu geraten, löste er sich schon deutlich vor zwei Uhr aus Saras Wärme. Er war in der Unterwäsche zu Bett gegangen, und jetzt nahm er leise und ohne Licht zu machen seine Kleider und ging hinunter. Sarah war daran gewöhnt, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit wegging, um Patienten zu behandeln. Sie schlief deshalb seelenruhig weiter. Seine Schuhe standen in der Diele, wo auch sein Mantel hing. Im Stall sattelte er Queen Victoria, denn er musste nur bis zu jener Stelle reiten, wo die Zufahrt der Coles in die öffentliche Straße mündete, und Vicky kannte den Weg so gut, dass sie nicht viel zu sehen brauchte. Vor Nervosität brach er zu früh auf, weshalb er zehn Minuten lang in einem leichten Nieselregen am Wegesrand warten musste. Dem Pferd über den Hals streichelnd, horchte er auf eingebildete Geräusche, bis schließlich Geräusche sein Ohr trafen, die er sich nicht einbildete, das Knarzen und Klimpern eines Pferdegeschirrs, das Hufeklappern eines Arbeitspferdes. Bald darauf löste sich ein schwer mit Heu beladener Wagen aus der Dunkelheit. »Sind Sie es?«, fragte George Clyburn ruhig. Rob J. unterdrückte den plötzlichen Impuls, seine Identität zu leugnen, und saß ruhig auf seinem Pferd, während Clyburn im Heu wühlte, worauf eine zweite Gestalt herauskrabbelte. Clyburn hatte dem ehemaligen Sklaven offensichtlich strikte Anweisungen gegeben, denn der Mann fasste, ohne ein einziges Wort zu sagen, nach Wickis Sattel und schwang sich hinter Rob J. auf das Pferd. »Geht mit Gott,« sagte Clyburn fröhlich, ließ die Zügel schnalzen und fuhr los. Irgendwann in der letzten Zeit hatte der Schwarze offensichtlich sein Wasser nicht mehr halten können. Rob J.'s erfahrene Nase sagte ihm, dass der Urin bereits getrocknet war, wahrscheinlich schon seit Tagen, aber er rückte trotzdem von dem Ammoniakgestank hinter seinem Rücken etwas ab. Alles war dunkel, als er im Haus vorbeiritten. Er hatte vorgehabt, den Mann schnell in der Nische zu verstecken, das Pferd zu versorgen und dann sofort wieder in sein warmes Bett zu kriechen, doch im Schuppen wurde die Sache dann doch komplizierter. Als er die Lampe anzündete, sah er einen Mann zwischen dreißig und vierzig Jahren vor sich. Ängstliche, wachsame Augen wie die eines in die Enge getriebenen Tiers, eine große Hakennase und ungekämmtes Kraushaar, das an die Wolle eines schwarzen Schafbocks erinnerte, bekleidet mit soliden Schuhen, einem ausreichend intakten Hemd und einer Hose, die so zerrissen und löchrig war, dass sie diese Bezeichnung kaum noch verdiente. Rob J. hätte ihn gern gefragt, wie er heiße und woher er komme, aber Kleibern hatte ihm eingeschärft, keine Fragen zu stellen, das sei gegen die Regeln. Rob löste einige der Bretter und erklärte dem Mann den Inhalt des Verschlages. Ein Topf mit Deckel für die menschlichen Bedürfnisse, Zeitungspapier zum Abwischen, ein Krug mit Trinkwasser und eine Tüte ungesüßte Kekse. Der Schwarze sagte nichts. Er bückte sich nur und kroch in die Nische und Rob befestigte die Bretter wieder. Auf dem kalten Herd im Schuppen stand ein Topf mit Wasser. Rob J. zündete Feuer an. An einem Nagel im Stall fand er seine älteste Arbeitshose, die für den Schwarzen viel zu groß und zu lang war, und ein paar ehemals rote Hosenträger, die inzwischen grau waren vom Staub. Eine aufgerollte Hose konnte gefährlich sein, wenn der, der sie trug, laufen musste. Rob schnitt deshalb mit seiner medizinischen Schere von beiden Beinen etwa zwanzig Zentimeter ab. Als er das Pferd versorgt hatte, war auch das Wasser auf dem Herd warm geworden. Er öffnete den Verschlag noch einmal, reichte Wasser, Lumpen, Seife und die Hose hinein und befestigte das Brett wieder. Dann löschte er das Feuer im Herd und blies die Lampe aus. Er zögerte einen Augenblick, bevor er ging. »Gute Nacht«, sagte er dann in Richtung der Bretter. Ein Rascheln war zu hören, wie von einem Bären in seinem Bau, offensichtlich wusch sich der Mann gerade. »Danke, schön«, kam schließlich ein heiseres Flüstern, als rede jemand in einer Kirche. »Der erste Gast in meiner Herberge«, so nannte ihn Rob Jay bei sich. Er blieb dreiundsiebzig Stunden. Wieder war es eine pechschwarze Nacht, als George Clyburn, wie immer entspannt und fröhlich und so höflich, dass es beinahe formell wirkte, ihn abholte und wegbrachte. Obwohl Rob Jay in der Dunkelheit keine Einzelheiten erkennen konnte, war er sicher, dass die Haare des Quäkers ordentlich über die Glatze gekämmt und die rosigen Wangen so glatt rasiert waren, als wäre es Mittag. Etwa eine Woche später bekam Rob Jay Angst, dass er, Clyburn, Dr. Barr und Carol Wilkinson wegen Beihilfe zum Diebstahl verhaftet werden könnten, weil er hörte, dass Maud London einen entflohenen Sklaven festgenommen hatte. Aber es zeigte sich, dass es sich nicht um seinen Schwarzen handelte, sondern um einen Sklaven, der ohne jede Hilfe von anderen aus Louisiana geflohen war und sich auf einem Flusskahn versteckt hatte. Für Maud London war es eine gute Woche. Ein paar Tage nachdem er die Belohnung für die Rückführung des Sklaven erhalten hatte, belohnte Nick Holden seine langjährige Treue mit der Ernennung zum Deputy United States Marshal von Rock Island. Sein Amt als Sheriff legte er sofort nieder und auf seine Empfehlung hin ernannte Bürgermeister Anderson für den Rest der Wahlperiode Londons einzigen Stellvertreter Fritzie Graham zu dessen Nachfolger. Rob Jay mochte Graham nicht besonders, doch gleich bei ihrer ersten Begegnung machte der Interimssheriff deutlich, dass er nicht vorhatte, Maud Londons Linie beizubehalten. »Ich hoffe doch, dass Sie Ihre Arbeit als Leichenbeschauer wieder aufnehmen, Doc. Wir brauchen Sie.« »Sehr gerne«, erwiderte Rob Jay. »Und das war die Wahrheit, denn ihm fehlten diese Gelegenheiten zur Übung seiner chirurgischen Fertigkeiten sehr.« So ermutigt konnte er nicht widerstehen, Graham um die Wiederaufnahme von Magwas Fall zu bitten, doch der argwöhnisch ungläubige Blick, den Graham ihm darauf hinzuwarf, sagte ihm mehr als dessen Versprechen zu tun, was in seiner Macht stehe. »Darauf können Sie sich verlassen, Sir.« Der graue Starr trübte Queen Victorias Augen, und die sanfte alte Stute sah überhaupt nichts mehr. Wäre sie jünger gewesen, hätte Rob Jay sie operiert, aber ihre Arbeitskraft war verbraucht, und er sah keinen Grund, ihr noch Schmerzen zuzufügen. Er schläferte sie auch nicht ein, denn ihr schien es zu gefallen, einfach nur auf der Weide herumzustehen, wo immer wieder jemand vorbeikam und ihr einen Apfel oder eine Karotte gab. Die Familie musste jedoch ein Pferd zur Verfügung haben, wenn er unterwegs war. Bess, die andere Stute, war noch älter als Vicky und würde auch bald ersetzt werden müssen. Deshalb hielt Rob Jay weiterhin nach einem geeigneten Pferdausschau. Er war ein Gewohnheitsmensch, der sich nur sehr ungern auf ein neues Tier umstellte, doch im November kaufte er schließlich von den Schröders ein Allzweckpferd, eine kleine braune Stute, die weder besonders jung noch besonders alt war. Der Preis hielt sich in so vernünftigen Grenzen, dass er den Verlust würde verschmerzen können, falls sich das Pferd nicht als das Tier erwies, das sie brauchten. Die Schröders hatten die Stute Trude genannt, und er und Sarah sahen keinen Grund, sie umzutaufen. Er unternahm kleine Ausritte mit ihr und wartete immer auf irgendeine Enttäuschung, doch tief im Inneren war er überzeugt, dass Alma und Gus ihm nie ein schlechtes Pferd andrehen würden. An einem klaren, kühlen Nachmittag ritt er zum ersten Mal auf ihr zu seinen Hausbesuchen, die ihn weit über die Gemeindegrenze hinausführten. Sie war kleiner als Vicky oder Bess und wirkte knochiger unter dem Sattel, aber sie war folgsam und alles andere als nervös. Als sie in der Dämmerung des früh hereinbrechenden Abends heimkehrten, wusste er, dass sie ihm gute Dienste leisten würde, und er nahm sich viel Zeit, sie zu striegeln und zu füttern. Die Schröders hatten nur Deutsch mit ihr gesprochen, Rob J. dagegen den ganzen Tag nur Englisch. Doch jetzt klopfte er ihr auf die Flanke und grinste. »Gute Nacht, meine gnadiger Lippchen«, sagte er in verwegenem Deutsch, wobei er seinen gesamten Wortschatz dieser Sprache mobilisierte. Er nahm die Laterne und wandte sich zum Gehen. Doch er kam nur bis zur Tür, da knallte es plötzlich. Er zögerte, weil er nicht glauben wollte, dass es sich wirklich um einen Flintenschuss gehandelt hatte, doch unmittelbar nach dem Pulverknall schlug kaum zwanzig Zentimeter über seinem Kopf krachend eine Kugel in den Türsturz ein. Das brachte ihn zur Besinnung. Er trat schnell in den Stall zurück und ließ die Laterne aus. Er hörte die Hintertür des Hauses auf und zu gehen, hörte Laufschritte. »Pa, alles in Ordnung?«, rief Alex. »Ja, geh wieder ins Haus.« »Was?« »Auf der Stelle.« Wieder Schritte. Das Öffnen und Schließen der Tür. Während er angestrengt in die Dunkelheit spähte, merkte er, dass er zitterte. Die drei Pferde bewegten sich unruhig in ihren Boxen. Vicky wierte. Die Zeit schien stehen zu bleiben. »Dr. Cole?« Ordens Stimme kam näher. »Haben Sie geschossen?« »Nein. Ein anderer hat geschossen und den Türsturz getroffen. Und mich beinahe auch.« »Bleiben Sie, wo Sie sind,« rief Orden entschieden. Rob J. wusste, wie sein Knecht dachte. Es würde ihn selbst zu viel Zeit kosten, die Schrotflinte aus seiner Hütte zu holen. Stattdessen würde er die Jagdbüchse aus dem Haupthaus holen. Rob hörte seine Schritte, sein Warnendes »Bin nur ich« und das Öffnen und Schließen der Tür. Und wieder das Aufgehen der Tür. Er hörte Orden weggehen, dann nichts mehr. Ein paar Minuten dehnten sich zu einem Jahrhundert, bis sich wieder Schritte dem Stall näherten. »Kein Mensch da, soweit ich das sehen kann, Dr. Cole. Und ich hab gründlich nachgesehen. Wo hat die Kugel denn genau eingeschlagen?« Als Rob J. ihm die zersplitterte Stelle am Türsturz zeigte, musste Orden sich auf die Zehenspitzen stellen, um sie untersuchen zu können. »Nein, sowas«, sagte Orden. »Schlimm genug, dass er auf ihrem Land wildert. Aber so nah am Haus und bei dem schlechten Licht. Wenn ich den zu fassen kriege, nimmt er keine Flinte mehr in die Hand.« »Ist ja nichts passiert.« »Ich bin froh, dass Sie da waren«, sagte Rob J. und legte Orden die Hand auf die Schulter. Gemeinsam gingen sie ins Haus, um die Familie zu beruhigen und das beinahe Unglück zu verdauen. Rob J. goss Orden einen Brandy ein und nahm sich selber auch einen, was sehr selten vorkam. Sarah bereitete ihm sein Lieblingsessen zu. Grüne Paprikaschoten und junge Moschuskürbisse, gefüllt mit gewürztem Hackfleisch und mit Kartoffeln und Karotten gedünstet. Er aß mit Appetit und lobte die Kochkünste seiner Frau, doch danach suchte er die Abgeschiedenheit der Veranda und setzte sich dort auf einen Stuhl. Er kannte keinen Jäger, der so sorglos in der Nähe eines Wohnhauses und bei solchen Lichtverhältnissen schoss. Zuerst dachte er an eine mögliche Verbindung zwischen dem Vorfall und der geheimen Nische, kam aber dann zu dem Schluss, dass es keine geben konnte. Wenn ihm jemand Schwierigkeiten machen wollte, weil er entflorenen Sklaven half, würde derjenige warten, bis er wieder einen Schwarzen bei sich versteckte, dann würde er den törichten Dr. Cole verhaften lassen und das Kopfgeld für den Sklaven kassieren. Doch er wurde das Gefühl nicht los, dass dieser Schuss eine Warnung war, dass jemand ihm einen Denkzettel verpassen wollte. Der Mond stand hoch am Himmel. Es war eine helle Nacht, keine, in der man Verfolgte fortschaffte. Während er so dasaß und die tanzenden Mondschatten der im Wind schwankenden Äste betrachtete, kam ihm die Erkenntnis, dass er nun doch eine Antwort auf seine Briefe erhalten hatte. Der erste Jude Rachel fürchtete Yom Kippur, aber sie liebte Pessach. Denn dieses achttägige jüdische Osterfest entschädigte sie dafür, dass andere Leute Weihnachten feierten. An Pessach blieben die Geigers in ihrem Haus, dass Rachel dann vorkam wie ein sicherer Hafen voller Wärme und Licht. Es war ein Fest der Musik, des Tanzes und der Spiele, der furchteinflößenden biblischen Geschichten mit glücklichem Ausgang und der besonderen Gerichte beim Sedermahl, köstliche Matzen, die sie extra aus Chicago kommen ließen, und selbstgebackene Biskuitkuchen, die so hoch und so locker waren, dass sie als Kind ihrem Vater geglaubt hatte, wenn er ihr erzählte, sie müsse nur lange genug hinsehen, dann könne sie sie davonschweben sehen. Ganz anders verlief dagegen Rosh Hashanah mit dem abschließenden Yom Kippur. Jeden Herbst packte die Familie nach wochenlanger Planung und Vorbereitung ihre Sachen und brach auf zu einer Reise, die beinahe einen ganzen Tag dauerte. Zuerst fuhren sie mit dem Wagen nach Galesburg, von dort aus mit dem Zug zu einem Kai am Illinois River und schließlich mit einem Dampfschiff nach Peoria, wo es eine jüdische Gemeinde und eine Synagoge gab. Obwohl sie vom ganzen Jahr nur diese zwei heiligen Wochen in Peoria verbrachten, galten sie als gebührenpflichtige Mitglieder der Gemeinde mit Sitzplätzen in der Synagoge, die auf ihren Namen reserviert waren. Während der Feiertage wohnten die Geigers immer im Haus von Morris Goldwasser, einem Textilhändler und prominenten Mitglied der Schul. Alles an Mr. Goldwasser war groß und üppig, sein Körper, seine Familie und sein Haus. Er weigerte sich, Geld von Jason Geiger anzunehmen, mit der Begründung, es gehöre zu den Mitzvah, einem anderen Juden die Anbetung Gottes zu ermöglichen, und wenn die Geigers ihn für seine Gastfreundschaft bezahlten, beraubten sie ihn damit der göttlichen Gnade. Und so machten sich Lillian und Jason wochenlang über ein Geschenkgedanken, das ihre Dankbarkeit angemessen zum Ausdruck bringen könnte. Rachel hasste die gesamte Prozedur, die ihr jedes Jahr den Herbst verdarb. Die Vorbereitungen, die Probleme bei der Auswahl des Geschenkes, die anstrengende Reise, die Quälerei, 14 Tage im Haus von Fremden verbringen zu müssen, den Schmerz und das Schwindelgefühl während des 24-stündigen Fastens an Yom Kippur. Für ihre Eltern war jeder Besuch in Peoria eine Gelegenheit zur Erneuerung ihres Judentums. Gesellschaftlich waren sie sehr begehrt, denn Lillians Cousin Judah Benjamin war zum Senator für Louisiana gewählt worden, als erstes jüdisches Mitglied eines Senats, und alle wollten mit den Geigers über ihn reden, die bei jeder Gelegenheit die Synagoge besuchten. Lillian tauschte Rezepte aus und hörte den neuesten Klatsch. Jay unterhielt sich mit den Männern über Politik, trank ein Gläschen Schnaps mit ihnen und rauchte Zigarren. Er erzählte ihnen enthusiastisch von Holdens Crossing und berichtete ihnen, dass er versuche, noch andere Juden in den Ort zu ziehen, um irgendwann die zehn Männer zusammenzubekommen, die für die Feier des Gemeindegottesdienstes vorgeschrieben waren. Die anderen begegneten ihm mit Anteilnahme und Verständnis. Aus dem ganzen Kreis waren nur Jay und der aus Newport stammende Ralph Sykeses, echte Amerikaner, alle anderen waren Einwanderer und wussten nur zu gut, was es hieß, Pionier zu sein. In einem stimmten sie alle überein. Es war schwer, der erste Jude an einem Ort zu sein. Die Goldwassers hatten zwei dickliche Töchter, Rose, die knapp ein Jahr, und Clara, die drei Jahre älter war als Rachel. Solange sie ein Kind gewesen war, hatte Rachel gern mit den Goldwassermädchen Schule, Kochen oder Erwachsensein gespielt, aber in dem Jahr, in dem Rachel zwölf wurde, heiratete Clara einen Hutmacher namens Harold Green. Das Paar lebte bei Claras Eltern, und als die Geigers in diesem Jahr nach Peoria kamen, fand Rachel einiges verändert vor. Clara wollte längst nicht mehr Erwachsensein spielen, sie war inzwischen eine richtige Erwachsene, eine verheiratete Frau. Sie sprach leise und herablassend mit ihrer Schwester und mit Rachel, sie kümmerte sich unermüdlich um ihren Garten, und am Schabbat durfte sie sogar die Kerzen segnen, eine Ehre, die der Dame des Hauses vorbehalten war. Eines Abends waren die drei Mädchen alleine in dem großen Haus, sie tranken in Rose Zimmer Wein, und die sechzehnjährige Clara Goldwasser-Green vergaß, dass sie eine Dame war. Die bestgehüteten Geheimnisse des intimen Zusammenlebens verriet sie ihnen, und ließ sich dabei mit großer Freude am Detail vor allem über die körperliche Beschaffenheit und die Gewohnheiten des jüdischen Mannes aus. Rose und Rachel hatten schon öfters einen Penis gesehen, aber nur im Kleinformat, bei jüngeren Brüdern oder Cousins, wenn sie gebadet wurden. Ein kleines, rosiges Anhängsel mit einem beschnittenen Köpfchen aus glattem Fleisch und darin ein Loch an der Spitze, aus dem das Wasser kam. Clara, die mit geschlossenen Augen den Rest ihres Weines hinunterstürzte, ließ sich nun schalkhaft über die Unterschiede zwischen jüdischen Babys und jüdischen Männern aus. Und während sie die letzten Tropfen von der Außenseite ihres Glases leckte, beschrieb sie, wie das süße, harmlose Fleisch sich veränderte, wenn ein Mann sich neben seine Frau legte, und was dann passierte. Keins der beiden anderen Mädchen schrie entsetzt auf, aber Rose drückte sich mit beiden Händen ein Kissen vors Gesicht. Und das passiert oft? fragte sie mit dumpfer Stimme. Sehr oft, bestätigte Clara, und unweigerlich am Schabbat und an Feiertagen, denn Gott habe den jüdischen Mann wissen lassen, dass das eine Gnade sei. Außer natürlich während der Blutung. Über die Blutung wusste Rachel Bescheid. Es war das einzige Geheimnis, das ihre Mutter ihr anvertraut hatte. Passiert war es ihr allerdings noch nicht, doch das verriet sie den beiden Schwestern nicht. Ihr machte etwas ganz anderes Sorge, eine Frage der Größenverhältnisse und des gesunden Menschenverstandes, denn sie hatte im Geist einen beunruhigenden Vergleich angestellt. Unbewusst schützte sie ihren Schoß mit der Hand. Aber das geht doch gar nicht, sagte sie erblassend. Manchmal, erklärte Clara, benutze ihr Herald reine koschere Butter. Rose Goldwasser nahm das Kissen vom Gesicht und aus ihren Augen leuchtete die Erkenntnis. Ach, deshalb geht uns immer die Butter aus, rief sie. Die nächsten Tage waren für Rachel sehr schwierig. Vor die Wahl gestellt, Claras Enthüllungen als furchterregend oder als komisch zu betrachten, entschieden sie und Rose sich aus Selbstschutz für Letzteres. Beim Frühstück und beim Mittagessen, immer wenn Butter serviert wurde, brauchten sie sich nur anzusehen, um in ein so albernes Gekicher auszubrechen, dass sie einige Male vom Tisch verbannt wurden. Beim Abendessen, an dem auch die Männer der beiden Familien teilnahmen, war es noch schlimmer für Rachel, denn sie konnte Harold Green nicht gegenüber sitzen, ihn ansehen und mit ihm reden, ohne ihn sich eingebuttert vorzustellen. Als die Geigers im Jahr darauf Peoria besuchten, musste Rachel enttäuscht feststellen, dass sowohl Clara wie Rose das Haus ihrer Eltern verlassen hatten. Clara und Harold waren Eltern eines Jungen geworden und wohnten in ihrem eigenen kleinen Haus am Fluss. Als sie einmal die Goldwassers besuchten, beschäftigte Clara sich nur mit ihrem Sohn und schenkte Rachel kaum Beachtung. Rose hatte im vergangenen Juli einen Mann namens Samuel Billfield geheiratet und war mit ihm nach St. Louis gezogen. An diesem Yom Kippur wurden Rachel und ihre Eltern vor der Synagoge von einem älteren Mann namens Benjamin Schönberg angesprochen. Mr. Schönberg trug einen Zylinder, ein weißes, baumwollendes Rüschenhemd und eine schwarze, schmale Krawatte. Er unterhielt sich mit Jay über die Lage im Apothekergewerbe und erkundigte sich dann mit freundlichen Worten bei Rachel, wie es ihr in der Schule gehe und ob sie ihrer Mutter auch eifrig im Haushalt helfe. Rillian Geiger lächelte den alten Mann an und schüttelte dann geheimnisvoll den Kopf. Es ist noch zu früh, sagte sie, und Mr. Schönberg erwiderte ihr Lächeln und verabschiedete sich nach ein paar abschließenden Höflichkeiten. An diesem Abend bekam Rachel Bruchstücke eines Gesprächs zwischen ihrer Mutter und Mrs. Goldwasser mit und erfuhr auf diesem Weg, dass Benjamin Schönberg ein Schatzchan war, ein Heiratsvermittler, der bereits die Ehen von Clara und Rose gestiftet hatte. Rachel fuhr der Schreck in die Glieder, doch dann erinnerte sie sich erleichtert daran, was ihre Mutter dem Heiratsvermittler gesagt hatte. Sie sei zu jung für die Ehe, und ihre Eltern wüssten das, redete sie sich ein, ohne daran zu denken, dass Rold Goldwasser Billfield nur acht Monate älter war als sie. Während des ganzen Herbstes und eben auch in den beiden Wochen, die sie in Peroria verbrachte, veränderte sich ihr Körper. Ihre Brüste entwickelten sich und waren von Anfang an sehr weiblich, weshalb sie sich sehr schnell mit stützenden Kleidungsstücken, Muskelerschlaffung und Rückenschmerzen abfinden musste. Es war das Jahr, in dem Mr. Byers sie betatscht und ihr das Leben zur Hölle gemacht hatte, bis ihr Vater gegen ihn vorgegangen war. Wenn Rachel sich im Spiegel ihrer Mutter betrachtete, tröstete sie sich damit, dass kein Mann ein Mädchen begehren würde, das glatte, schwarze Haare und schmale Schultern hatte, einen zu langen Hals und zu schwere Brüste, eine altmodische blasse Haut und unscheinbare braune Kuhaugen. Doch dann kam ihr der Gedanke, dass ein Mann, der ein solches Mädchen akzeptierte, selber hässlich, dumm und sehr arm sein musste, und sie wusste, dass jeder Tag sie einer Zukunft näher brachte, von der sie gar nichts wissen wollte. Sie ärgerte sich über ihre Brüder und behandelte sie gehässig, weil ihnen nicht bewusst war, welche Geschenke und Privilegien sie mit ihrer Männlichkeit erhalten hatten. Das Recht etwa, in der Geborgenheit des Elternhauses zu leben, solange sie wollten, oder das Recht, ohne jede Beschränkung zur Schule zu gehen und zu lernen. Ihre Menstruation setzte erst spät ein. Lilian hatte ihr von Zeit zu Zeit beiläufig Fragen gestellt und sich dabei besorgt gezeigt, dass es noch nicht passiert war. Aber eines Nachmittags, Rachel stand gerade in der Küche und half beim Einkochen von Erdbeermarmelade, überfielen sie unvermittelt so heftige Krämpfe, dass sie sich zusammenkrümmte. Ihre Mutter befahl ihr nachzusehen, und sie fand wirklich Blut. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, doch es kam nicht unerwartet, und sie war auch nicht allein. Ihre Mutter war bei ihr, tröstete sie und zeigte ihr, was sie tun musste. Alles war in Ordnung, bis ihre Mutter sie auf die Wange küßte und ihr sagte, dass sie jetzt eine Frau sei. Rachel fing an zu weinen. Sie konnte nicht mehr aufhören. Stundenlang schluchzte sie und nichts konnte sie trösten. Jay Geiger kam in ihr Zimmer und legte sich neben sie auf das Bett, wie er es seit Jahren nicht mehr getan hatte. Er streichelte ihr über den Kopf und fragte sie, was denn los sei. Ihre Schultern zuckten so heftig, dass es ihm beinahe das Herz brach, und er musste seine Frage einige Male wiederholen. Schließlich flüsterte sie, »Papa, ich will nicht heiraten, ich will nicht weg von euch und unserem Zuhause.« Jay küßte sie auf die Wange und verließ sie, um sich mit seiner Frau zu besprechen. Lilian war sehr besorgt. Viele Mädchen wurden mit 13 verheiratet, und sie glaubte, es sei besser für ihre Tochter, wenn sie und Jay ihrem Leben durch eine solide jüdische Verbindung eine Ordnung gaben, anstatt auf ihre törichte Angst einzugehen. Aber ihr Gatte erwiderte, als er sie geheiratet habe, sei sie bereits 16 gewesen. Und was gut für die Mutter gewesen sei, müsse auch gut für die Tochter sein, die Zeit brauche, um erwachsen zu werden und sich mit dem Gedanken an eine Ehe anzufreunden. So erhielt Rachel eine lange Gnadenfrist. Und sofort wurde das Leben wieder schön. Miss Bernheim berichtete Jay, sie habe ein ausgesprochenes Talent zum Lernen, und eine Fortsetzung der Ausbildung werde ihr von großem Nutzen sein. Die Eltern beschlossen, sie in der Schule zu lassen und nicht ganztägig zur Hausarbeit heranzuziehen, wie es üblich gewesen wäre. Und die Freude und die Lebendigkeit, die nun wieder aus Rachels Augen strahlten, entschädigte sie. Rachel besaß eine angeborene Freundlichkeit, und ihr eigenes Unglück machte sie umso empfänglicher für die Leiden anderer. Den Coles stand sie so nahe, als wären sie Blutsverwandte. Als Schemme noch ein kleiner Junge war, hatte er einmal in ihrem Bett gelegen und sein Wasser nicht halten können. Damals hatte Rachel ihn getröstet, ihm über seine Verlegenheit hinweggeholfen, und ihn vor den Sticheleien der anderen Kinder bewahrt. Die Krankheit, die ihm sein Gehör raubte, hatte sie sehr beunruhigt, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben die Existenz unbekannter und unerwarteter Gefahren spürte. Schemmens Schwierigkeiten beobachtete sie mit der Zerrissenheit eines Menschen, der helfen will, aber nicht kann, und über seine Erfolge freute sie sich so, als wäre er ihr Bruder. Während sie sich entwickelte, sah sie auch Schemme sich von einem kleinen Jungen zu einem großgewachsenen Burschen verwandeln, der Alex um einiges überragte. Weil sein Körper früh heranreifte, war er in den ersten Jahren der Entwicklung oft tollpatschig und ungelenk, wie ein im Wachstum begriffenes Tierjunges, und sie verfolgte das mit besonderer Zärtlichkeit. Einige Male hatte sie unentdeckt in dem Ohrensessel gesessen und Schemmens Zuversicht und Hartnäckigkeit sowie Dorothy Burnhams Geschick als Lehrerin bewundert. Als Miss Burnham dann überlegte, wer Schemmen helfen könne, hatte sie spontan reagiert, denn auf eine solche Gelegenheit hatte sie nur gewartet. Dr. Cole und seine Frau waren dankbar gewesen für ihre Bereitschaft, mit ihm zu arbeiten, und auch ihre Eltern hatten sich über die, wie sie es sahen, großzügige Gäste gefreut. Doch sie wusste, dass sie ihm unter anderem deshalb helfen wollte, weil er ihr treuer Freund war, der ihr einst in vollem Ernst angeboten hatte, einen Mann zu töten, der ihr Böses tat. Das Fundament des Förderunterrichts waren lange Stunden zähen geduldigen Übens, und Schemmen begann sehr bald, Rachels Autorität auf eine Art auf die Probe zu stellen, wie er es sich bei Miss Burnham nicht getraut hätte. Heute nicht mehr. Ich bin zu müde, hatte er schon bei der zweiten Übungsstunde gesagt, die sie ohne Miss Burnhams Aufsicht abhielten. Nein, Schemmen, hatte Rachel entschlossen erwidert, wir sind noch lange nicht fertig. Doch er war ihr entwischt. Als es das zweite Mal passierte, ließ sie ihrer Verärgerung freien Lauf, erntete aber nur ein Grinsen von ihm, und sie wusste sich schließlich nicht mehr anders zu helfen, als ihn wüst zu beschimpfen. Als er es tags darauf schon wieder versuchte, traten ihr die Tränen in die Augen, und dagegen war er machtlos. »Na, dann probieren wir es eben noch mal,« sagte er widerwillig. Rachel war froh, doch sie gab der Versuchung nicht nach, ihn auf diese Art zu beeinflussen, da sie spürte, dass er von ihrer Entschlossenheit und Unerbittlichkeit mehr profitieren würde. Nach einer Weile wurden die langen Stunden für die beiden zur Routine. Schemmen machte große Fortschritte, und nach einigen Monaten beherrschte MS Burnhams Übungen so gut, dass die beiden sich weiterführenden Aufgaben zuwenden konnten. Lange Zeit beschäftigten sie sich mit der Technik, die Bedeutung eines Satzes durch die Verschiebung der Betonung zu verändern. Das Kind ist krank. Das Kind ist krank. Das Kind ist krank. Manchmal hielt Rachel seine Hand und drückte sie bei dem Wort, das er betonen sollte, was ihm sehr gefiel. Die Übungen am Klavier mochte er inzwischen nicht mehr besonders, denn seine Mutter sah sie als Kunststück an, das ihn manchmal vor anderen vorführen ließ. Doch Rachel arbeitete weiter mit ihm am Klavier, und es faszinierte sie, wenn sie die Tonleiter in einer anderen Tonart spielte und er sogar diesen feinen Schwingungsunterschied erkennen konnte. Mit der Zeit lernte er, nicht nur die unterschiedlichen Töne am Klavier zu erfüllen, sondern auch andere Schwingungen in seiner Umgebung zu unterscheiden. Bald konnte er wahrnehmen, dass jemand an die Tür klopfte, obwohl er das Klopfen selbst nicht hörte. Und er spürte sogar Schritte auf einer Treppe, die andere in seiner Nähe nicht einmal hörten. Eines Tages nahm Rachel seine Hand und legte sie, wie Dorothy Burnham es getan hatte, an ihre Kehle. Zuerst sprach sie sonor mit ihm. Dann veränderte sie die Lautstärke ihrer Stimme und flüsterte nur noch. Spürst du den Unterschied? Ihr Fleisch war warm und sehr glatt, zart und doch fest. Schemmen spürte Muskeln und Sehnen. Er dachte an einen Schwan und dann an einen kleinen Vogel, als er ihren Puls unter seinen Fingern flattern spürte, wie er es an Miss Burnhams kräftigerem Hals nicht wahrgenommen hatte. Er strahlte sie an. »Ja«, sagte er. Spuren des Wassers Niemand schoss mehr auf Rob J. Sollte der Vorfall am Stall wirklich die Mahnung gewesen sein, er müsse aufhören, weiter auf eine Wiederaufnahme von Magwas Fall zu drängen, hatte der Schütze offensichtlich Grund zu der Annahme, seine Warnung werde befolgt. Rob J. unternahm nichts Neues mehr, weil er nicht wusste, was er noch unternehmen sollte. Irgendwann erhielt er höfliche Briefe vom Kongressabgeordneten Nick Holden und vom Gouverneur von Illinois. Es waren die einzigen Offiziellen, die ihm antworteten, und ihre Briefe waren freundliche, aber unmissverständliche Absagen. Es ärgerte ihn, doch er hatte drängendere Probleme, denen er sich zuwenden musste. Anfangs bat man ihn nur sehr unregelmäßig um die Gastfreundschaft seiner Nische, doch nachdem er einige Jahre lang Sklaven bei der Flucht geholfen hatte, wurde aus dem Tröpfeln ein beständiges Strömen, und zu manchen Zeiten herrschte in seinem Versteck ein reger Wechsel. Die Negerfrage war von allgemeinem und sehr kontroversem Interesse. Dred Scott hatte den Prozess um seine Freiheit vor einem Gericht in Missouri gewonnen. Der oberste Gerichtshof des Staates entschied jedoch, er sei weiterhin Sklave, woraufhin seine der Abschaffung der Sklaverei verschriebenen Anwälte vor dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten Berufung einlegten. Unterdessen lieferten sich Schriftsteller und Prediger, Journalisten und Politiker aus beiden Lagern erregte Wortgefechte. Fritz Graham begann seine fünfjährige Amtszeit nach der Wahl zum regulären Sheriff mit der Anschaffung einer Meute »Niggerhunde«, denn die ausgesetzten Belohnungen waren zu lukrativen Nebeneinkünften geworden. Es gab mehr Geld für die Ergreifung von Ausreißern, und die Strafen für die Beihilfe zur Flucht waren entsprechend härter geworden. Rob J. bekam weiterhin Angst, wenn er daran dachte, was ihm passieren könnte, falls man ihn ertappte, doch meistens verbot er sich solche Gedanken. Wenn er George Clyburn zufällig auf der Straße traf, begrüßte der ihn mit zerstreuter Höflichkeit, als würden die beiden sich nie im Dunkel der Nacht unter ganz anderen Umständen begegnen. Sozusagen als Nebenwirkung dieser Verbindung erhielt Rob J. Zugang zu Clyburns umfangreicher Bibliothek, und er ließ sich häufig Bücher aus, die er dann Schämen mitbrachte oder manchmal auch selber las. Rob J. fand die Sammlung des Getreidehändlers zwar umfassend, was Religion und Theologie betraf, doch eher unvollständig im Hinblick auf die Naturwissenschaften, und das Gleiche traf auf die Bildung ihres Besitzers zu. Er war bereits fast ein Jahr Sklavenschmuggler, als Clyburn ihn zu einer Quäckerversammlung einlod, seine Absage allerdings verständnisvoll und beinahe eingeschüchtert akzeptierte. Ich dachte mir, sie würden es vielleicht hilfreich finden, da sie doch das Werk des Herrn tun. Rob J. wollte ihn schon korrigieren und sagen, dass er Menschenwerk tue und nicht das Werk Gottes, doch allein der Gedanke war schon schwülstig genug, und so verzichtete er darauf, ihn auszusprechen. Er lächelte deshalb nur und schüttelte den Kopf. Er wusste natürlich, dass sein Versteck nur ein Glied in einer zweifellos sehr langen Kette darstellte, hatte aber keine Ahnung, wie das gesamte System funktionierte. Mit Dr. Barr sprach er nie darüber, dass er eigentlich auf dessen Empfehlung hin zum Gesetzesbrecher geworden war. Heimliche Kontakte unterhielt er nur mit Clyburn und dem Makler Carol Wilkinson, der ihm jedes Mal Bescheid sagte, wenn der Quäcker ein »interessantes neues Buch« hatte. Rob J. war sicher, dass die Flüchtlinge nach ihrem Aufenthalt bei ihm in Richtung Norden gebracht wurden, durch Wisconsin nach Kanada. Wahrscheinlich mit einem Boot über den Lake Superior. Zumindest hätte er diese Route gewählt, wenn er die Flucht geplant hätte. Gelegentlich brachte Clyburn auch Frauen, doch die meisten Flüchtlinge waren Männer. Trotz der sich gleichenden zerrissenen Kleider aus grobem Tuch, waren sie vom Aussehen her höchst unterschiedlich. Die Haut von einigen war so tief schwarz, dass sie ihm vorkam wie die Definition von Schwärze, das dunkelglänzende Violett reifer Pflaumen, der Gagatton verbrannter Knochen, das satte Pechschwarz eines Rabenflügels. Andere hatten eine Hautfarbe, der man die Vermischung mit der Blässe ihrer Unterdrücker ansah, Schattierungen von Milchkaffee Braun bis zur Farbe gerösteten Brotes. Überwiegend waren es große Männer mit harten, muskulösen Körpern, aber einer war ein schlanker junger Bursche mit beinahe weißer Haut und einer Nickelbrille. Er sagte, er sei der Sohn einer Hausnägerin und eines Plantagenbesitzers aus Lusierna. Er konnte lesen und war sehr dankbar, als Rob J. ihm Kerzen, Streichhölzer und alte Ausgaben der Zeitungen von Rock Island gab. Als Arzt fühlte Rob J. sich unbefriedigt, weil er die Flüchtlinge nicht lange genug hatte, um ihre körperlichen Beschwerden behandeln zu können. So hatte er auch bemerkt, dass die Brille des hellhäutigen Schwarzen viel zu stark für ihn war. Wochen nachdem der Junge ihn wieder verlassen hatte, fand Rob J. eine Brille, die ihm passender erschien. Als er das nächste Mal nach Rock Island fuhr, besuchte er Kleibern und fragte ihn, ob er die Brille weiterleiten könne, doch der Getreidehändler starrte die Augengläser nur an und schüttelte den Kopf. »Sind Sie denn noch bei Verstand, Dr. Cole?«, sagte er und wandte sich grußlos ab. Ein anderes Mal blieb ein großer Mann mit sehr dunkler Haut drei Tage lang in dem Versteck, lange genug, um Rob vor Augen zu führen, dass der Schwarze nervös war und an Darmbeschwerden litt. Manchmal war sein Gesicht grau und eingefallen und sein Appetit wechselte sehr. Rob war sicher, dass der Mann einen Bandwurm hatte. Er gab ihm eine Flasche Spezifikum, schärfte ihm aber ein, es erst einzunehmen, wenn er seinen Bestimmungsort erreicht habe, sonst sind Sie zu schwach zum Reisen und Sie lassen eine Durchfallspur hinter sich, der jeder Sheriff im County folgen kann. An jeden einzelnen von ihnen würde er sich sein Leben lang erinnern. Von Anfang an konnte er ihre Ängste und ihre Gefühle gut nachvollziehen, und das lag nicht nur daran, dass er selbst einmal Flüchtling gewesen war. Er erkannte, dass er vor allem deshalb mit ihnen fühlte, weil ihm ihr Leid vertraut war. Schließlich hatte er bei den Sougs ganz Ähnliches erlebt. Er hielt sich schon lange nicht mehr an Kleiberns Anweisung, sie nicht auszufragen. Einige waren gesprächig, andere verschlossen. Zumindest den Namen versuchte er von jedem zu erfahren. Bis auf den Jungen mit der Brille, der sich Nero nannte, hatten fast alle anderen jüdisch-christlichen Namen. Moses, Abraham, Isaac, Aaron, Peter, Paul, Joseph. Immer und immer wieder hörte er die gleichen Namen, und sie erinnerten ihn an die Geschichte, die Makwa Ikwa ihm über die biblischen Namen an der evangelischen Schule für Indianermädchen erzählt hatte. Mit den Gesprächigen verbrachte er so viel Zeit, wie ihm, ohne ein Risiko einzugehen, möglich war. Ein Mann aus Kentucky war zuvor schon einmal ausgebrochen und wieder eingefangen worden. Er zeigte Rob J. die vernarbten Striemen auf seinem Rücken. Ein anderer aus Tennessee erzählte, er sei von seinem Herrn nicht schlecht behandelt worden. Rob J. fragte ihn, warum er dann weggelaufen sei, und der Mann spitzte die Lippen und sah ihn schräg an, als suche er nach einer Antwort. »Wollt nicht aufs Jubeljahr warten,« sagte er dann. Rob fragte J. nach diesem Jubeljahr. Im alten Palästina ließ man, so wie es die Bibel vorschrieb, das Ackerland alle sieben Jahre brach liegen, damit es sich erholen konnte. Nach sieben solchen Brachjahren wurde das fünfzigste Jahr zu einem Jubeljahr erklärt, in dem die Sklaven ein Geschenk erhielten und freigelassen wurden. Rob J. meinte, ein solches Jubeljahr sei immer noch besser als Menschen in ewiger Knechtschaft zu halten, aber wohl kaum ein Höchstmaß an Menschenliebe, da fünfzig Jahre Sklaverei in den meisten Fällen länger als sein Menschenleben dauerten. Rob J. und J. umkreisten sich vorsichtig bei diesem Thema, denn sie wussten seit langem, wie grundverschieden ihre Meinungen waren. »Weißt du, wie viele Sklaven es in den Südstaaten gibt?« fragte J. »Vier Millionen.« »Das entspricht einem Schwarzen auf jeden zweiten Weißen.« »Befrei sie, und die Farmen und Plantagen, die viele der Befreiungsanhänger hier im Norden mit Nahrung versorgen, müssen schließen.« »Und was willst du dann mit diesen vier Millionen schwarzen Ton?« »Wie sollen sie leben?« »Und was soll es ihnen werden?« »Irgendwann werden sie leben wie alle anderen auch. Wenn man ihnen eine Ausbildung ermöglicht, können sie alles werden, zum Beispiel Apotheker«, fügte Rob hinzu, weil er der Versuchung nicht widerstehen konnte. J. schüttelte den Kopf. »Du verstehst das einfach nicht. Das Überleben des Südens hängt von der Sklaverei ab. Deshalb ist es ja sogar in den Staaten, die die Sklaverei abgeschafft haben, ein Verbrechen einem Entlaufenen zu helfen.« Jay hatte einen Nerv getroffen. »Erzähl mir doch nichts von Verbrechen«, erwiderte Rob. »Der afrikanische Sklavenhandel ist seit 1808 illegal, und trotzdem werden immer noch Afrikaner mit Waffengewalt in Schiffe verfrachtet, in die Südstaaten geschafft und dort meistbietend versteigert.« »Du sprichst von einem nationalen Gesetz. Aber jeder Bundesstaat macht seine eigenen Gesetze, und die zählen.« Rob J. schnaubte, und damit war das Gespräch beendet. Er und Jay blieben in enger Verbindung und halfen sich gegenseitig in allen Lebensbereichen, aber die Frage der Sklaverei errichtete eine Barriere zwischen ihnen, die sie beide bedauerten. Rob war jedoch ein Mann, der eine geruhsame Unterhaltung mit einem Freund sehr schätzte, und so gewöhnte er es sich an, Trude in den Zuweg zum Konvent des heiligen Franziskus zu lenken, wann immer er in die Gegend kam. Er konnte nicht exakt sagen, wann genau er und Martha Miriam Ferocia Freunde geworden waren. Sarah schenkte ihm noch immer die körperliche Leidenschaft, die für ihn so wichtig war wie Essen und Trinken, doch sie unterhielt sich öfter mit ihrem Pastor als mit ihrem Gatten. In seiner Beziehung zu Magua hatte Rob erkannt, dass er auch ohne Sex ein enges Verhältnis zu einer Frau haben konnte. Das zeigte sich auch jetzt wieder an dieser Franziskanerin, einer Frau, fünfzehn Jahre älter als er, mit strengem Blick und einem ausgeprägten, von einer Haube eingerahmten Gesicht. Bis zu diesem Frühjahr hatte er sie nur sehr unregelmäßig besucht. Der Winter war ungewöhnlich mild gewesen, was heftige Regenfälle mit sich brachte. Der Wasserstand stieg unmerklich, bis Flüsse und Bäche plötzlich kaum noch zu überwinden waren, und ab März musste der Ort dafür büßen, dass er zwischen zwei Wasserläufen lag, denn die Situation glich bereits einer Überschwemmung. Rob sah den Fluss über die Ufer des Kohl-Anwesens steigen. Das Wasser breitete sich aus und spülte Maguas Schwitzhaus und das Frauenhaus weg. Ihr Hedonosote blieb verschont, weil es auf einem kleinen Hügel stand. Auch das Farmhaus lag höher als der Flutpegel. Doch kaum war das Wasser wieder zurückgewichen, rief man Rob zum ersten Fieberpatienten. Bald darauf erkrankte eine zweite Person, dann eine dritte. Sarah musste als Krankenschwester aushelfen, doch schon bald wuchs ihr, Rob Jay und Tom Beckerman die Arbeit über den Kopf. Eines Morgens nun kam Rob zur Farm der Haskels und fand einen zwar fiebrigen, aber bereits gebadeten Ben Haskel vor. Zwei Nonnen kümmerten sich um ihn. Sämtliche braune Käfer waren unterwegs und pflegten Kranke. Rob Jay sah sofort und mit großer Erleichterung, dass sie alle ausgezeichnete Krankenschwestern waren. Allerdings traten sie immer nur paarweise auf. Sogar die Oberen pflegte mit einer Begleiterin. Als Rob bei ihr protestierte, weil er glaubte, dass es sich nur um eine Marotte handle, antwortete Miriam Ferocia ihm mit kalter Heftigkeit und machte ihm klar, dass seine Einwände nutzlos seien. Es kam ihm der Gedanke, dass sie paarweise arbeiteten, um sich gegenseitig vor den Verlockungen des Fleisches oder eines Irrglaubens zu schützen. Einige Abende später beendete er den Tag mit einer Tasse Kaffee im Konvent und fragte Miriam Ferocia, ob sie denn Angst habe, ihre Nonnen allein in ein protestantisches Haus gehen zu lassen. Ist ihr Glaube denn so schwach? Unser Glaube ist stark, aber auch wir brauchen Zuneigung und Trost wie alle anderen Menschen. Das Leben, das wir uns erwählt haben, ist karg und auch ohne zusätzliche Versuchungen grausam genug. Er verstand und er nahm nun gern die Hilfe der Nonnen zu Miriam Ferocias Bedingungen an, denn ohne sie hätte er die Epidemie nicht in den Griff bekommen. Die Bemerkung, die die Oberen nun über ihn fallen ließ, troff vor Spott, wie bei ihr nicht anders zu erwarten. Haben Sie eigentlich keine andere Arzttasche, Dr. Cole, außer diesem schäbigen Lederding mit den Schweinsborsten? Das ist mein Mechomé, mein Medizinerbündel, das die Saugs mir geschenkt haben. Die Riemen sind aus Itze. Wenn ich sie trage, kann keine Kugel mehr etwas tun. Sie sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. An unseren Retter glauben Sie nicht, aber auf den Schutz dieses indianischen Heidenzeugs vertrauen Sie? Na ja, immerhin wirkt er. Er erzählte ihr von dem Schuss, der vor seinem Stall auf ihn abgefeuert worden war. Sie müssen sehr vorsichtig sein, ermahnte sie ihn, während sie im Kaffee nachgoss. Die Geiß, die er dem Kloster gestiftet hatte, hatte bereits zweimal geworfen. Zwei männliche Tiere. Einen Bock hatte Miriam Ferocia geschickt gegen drei weitere Geißen eingetauscht, und jetzt träumte sie von einer Käsefabrikation. Doch Rob J. musste seinen Kaffee noch immer schwarz trinken, denn sämtliche Geißen schienen beständig trächtig zu sein oder zu säugen. Also trank er ihn ohne Milch, wie die Nonnen auch, und allmählich gewöhnte er sich daran. Ihre Unterhaltung wandte sich wieder ernsthaften Themen zu. Rob J. war enttäuscht, dass ihre kirchlichen Nachforschungen nichts über Albert R. Patterson ergeben hatten. Er habe sich einen Plan ausgedacht, vertraute er ihr an. Wie wär's, wenn wir es schaffen, einen Mann in den Supreme Order of the Star-Spangled Banner einzuschleusen. Vielleicht erfahren wir auf diese Weise früh genug von ihren geplanten Untaten, um sie zu verhindern. Und wie wollen Sie das anstellen? Er hatte gründlich darüber nachgedacht. Dazu brauchte er einen im Land geborenen Amerikaner, der ihm nahe stand und absolut vertrauenswürdig war. J. Geiger schiet aus, da der SSSB einen Juden aller Wahrscheinlichkeit nach abweisen würde. Da ist mein Knecht, geboren in Vermont, ein durch und durch anständiger Mann. Sie schüttelte besorgt den Kopf. Dass er ein anständiger Mann ist, macht die Sache nur noch schlimmer. Mit einem solchen Vorhaben gehen Sie nämlich das Risiko ein, ihn zu opfern, und auch sich selbst. Diese Männer sind extrem gefährlich. Er musste sich eingestehen, dass sie Recht hatte. Und auch, dass man Orden langsam sein Alter anmerkte. Er gehörte zwar noch nicht zum alten Eisen, aber der Jüngste war er bestimmt nicht mehr. Und er trank zu viel. Sie müssen Geduld haben, sagte sie sanft. Ich werde mich noch einmal umhören. In der Zwischenzeit sollten Sie nichts unternehmen. Sie räumte seine Tasse ab, und er wusste, dass es Zeit für ihn war, sich von dem Bischofsstuhl zu erheben und zu gehen, damit sie sich auf die Vesper vorbereiten konnte. Er nahm seinen borstigen Kugelschild und lächelte, als er den herausfordernden Blick sah, den sie seinem Mechomé zuwarf. Vielen Dank, Mutter Oberin, sagte er. Musik hören Die schulische Ausbildung endete für die meisten Kinder in Holdens Crossing schon nach einem oder zweieinhalb Jahren, wenn sie gerade genug gelernt hatten, um ein wenig lesen, etwas zusammenzählen und mit Mühe schreiben zu können. Danach begann für sie das Erwachsenenleben als Farmarbeiter. Als Alex 16 war, sagte er, er habe genug von der Schule. Trotz Rob Jays Angebot, ihm eine weiterführende Ausbildung zu finanzieren, arbeitete er von da an ganztags mit Alden auf der Farm, und so waren Shaman und Rachel plötzlich die ältesten Schüler der Klasse. Shaman erweiterte sein Wissen sehr gerne, und Rachel war froh, im gleichmäßigen Strom der Tage dahintreiben zu können, denn sie klammerte sich an die Unveränderlichkeit ihres Lebens wie an eine Rettungsleine. Dorothy Burnham war sich bewusst, welches Glück sie mit den beiden hatte. Den meisten Lehrern war in ihrem Leben nicht einmal ein einziger solcher Schüler vergönnt. Sie behandelte die beiden wie einen Schatz, brachte ihnen alles bei, was sie wusste, und tat alles, um ihnen immer Neues bieten zu können. Das Mädchen war drei Jahre älter als Shaman und besaß ein umfangreicheres Wissen, doch schon bald unterrichtete sie die beiden gemeinsam. So war es ganz natürlich, dass sie viel Zeit miteinander beim Lernen verbrachten. Waren die Schularbeiten beendet, ging Rachel sogleich zu Shams Sprachunterricht über. Zweimal im Monat traf sich das junge Paar mit Miss Burnham, und Shaman zeigte der Lehrerin, was er gelernt hatte. Manchmal schlug Miss Burnham eine Veränderung oder eine neue Übung vor. Sie freute sich sehr über seine Fortschritte und war glücklich, dass Rachel Geiger ihm so viel helfen konnte. So vertiefte sich die Freundschaft zwischen Rachel und Shaman, und manchmal gewährten sie einander Einblicke in ihr Innenleben. Rachel erzählte ihm, wie sie es hasste, jedes Jahr zu den jüdischen Feiertagen nach Peoria erfahren zu müssen, und er erregte ihr Mitgefühl, als er ihr, ohne es direkt anzusprechen, gestand, er leide unter der kühlen Behandlung durch seine Mutter. Makua war viel mehr eine Mutter für mich als sie. Und das weiß sie auch. Es wurmt sie zwar, aber so ist es. Rachel war aufgefallen, dass Mrs. Cole ihren Sohn nie mit Shaman anredete, wie es alle anderen taten, sondern immer mit Robert, fast formell, so wie Miss Burnham es in der Schule tat. Sie fragte sich, ob es daran lag, dass Mrs. Cole keine indianischen Wörter mochte, denn sie hatte gehört, wie Sarah ihrer Mutter erzählte, sie sei sehr froh, dass die Soks nun endgültig verschwunden seien. Shaman und Rachel machten Stimmübungen, wo sie auch waren, ob sie nun in Ordenskahn auf dem Fluss trieben oder am Ufer fischten und Wasserkresse pflückten, ob sie über die Prärie wanderten oder auf der Veranda für Lillian Obst oder Gemüse putzten. Und mehrmals in der Woche übten sie an Lillians Klavier. Er konnte den Klangcharakter ihrer Stimme spüren, wenn er sie am Rücken oder am Kopf berührte, doch am liebsten legte er seine Hand auf das glatte, warme Fleisch ihrer Kehle, während sie sprach. Wenn ich mich nur an den Klang deiner Stimme erinnern könnte. Kannst du dich an Musik erinnern? Erinnern eigentlich nicht, aber letztes Jahr am Tag nach Weihnachten habe ich Musik gehört. Sie starrte ihn verwundert an. Hab es geträumt. Und in diesem Traum hast du die Musik wirklich gehört? Er nickte. Gesehen habe ich nur die Füße und die Beine eines Mannes. Ich glaube, es waren die meines Vaters. Weißt du noch, wie uns unsere Eltern manchmal auf den Fußboden schlafen gelegt haben, während sie spielten? Deine Mutter und deinen Vater habe ich nicht gesehen, aber ich habe die Geige und das Klavier gehört. Ich weiß nicht mehr, was sie gespielt haben. Ich weiß nur noch, dass es Musik war. Rachel musste sich sehr anstrengen, um ein Wort herauszubringen. Sie mögen Mozart sehr gern. Vielleicht war die Musik von ihm, sagte sie und spielte etwas auf dem Klavier. Doch nach einer Weile schüttelte er den Kopf. Das sind für mich nur Schwingungen. Das andere war richtige Musik. Seitdem versuche ich immer wieder davon zu träumen. Aber es geht nicht. Er bemerkte, dass ihre Augen strahlten, und zu seiner Verblüffung beugte sie sich vor und küsste ihn voll auf den Mund. Er erwiderte ihren Kuss, und es war etwas vollkommen Neues für ihn. Fast wie eine andere Art von Musik, dachte er. Irgendwie fand seine Hand den Weg zu ihrer Brust, und dort blieb sie, als sie aufhörten, sich zu küssen. Vielleicht wäre alles nicht so schlimm geworden, wenn er sie gleich wieder weggezogen hätte, aber unter seinen Fingern spürte er, fast wie die Schwingung eines Tons, das Hartwerden und die leichte Bewegung ihrer Knospe. Er drückte, und sie holte aus und schlug ihn auf den Mund. Der zweite Schlag landete knapp unter seinem rechten Auge. Er saß wie betäubt da und versuchte erst gar nicht, sich zu verteidigen. Sie hätte ihn töten können, wenn sie es gewollt hätte, aber sie schlug nur noch einmal zu. Die Mitarbeiter auf der Farm hatte sie kräftig gemacht, und sie schlug mit der geschlossenen Faust zu. Seine Oberlippe war aufgeplatzt, aus der Nase tröpfelte Blut. Als sie davonlief, sah er, dass sie stoßweise schluchzte. Er lief ihr in die Diele nach. Glücklicherweise war niemand zu Hause. »Rachel!« rief er hinter ihr her, aber er wusste nicht, ob sie ihm antwortete, und er traute sich nicht, ihr nach oben zu folgen. Er verließ das Haus und trottete schniefend, damit er sein Taschentuch nicht mit Blut beflecken musste, zur elterlichen Farm hinüber. Auf dem Weg zum Haus lief ihm vom Stall kommend Orden über den Weg. »Oje! Wo hast du dir denn das geholt?« »Beim Raufen!« »Na, das sehe ich.« »Endlich! Ich hab schon gedacht, Alex ist der einzige Kohl mit Mumm in den Knochen.« »Und? Wie sieht der andere Halunke aus?« »Furchtbar! Noch viel schlimmer als ich!« »Das ist auch gut so«, sagte Orden fröhlich und ließ ihn stehen. Beim Abendessen musste Shaman eine lange Strafpredigt gegen das Raufen über sich ergehen lassen. Am nächsten Morgen beguckten sich die Kinder in der Schule respektvoll seine Blessuren, während Miss Burnham sie absichtsvoll übersah. Während des Tages sprachen er und Rachel kaum miteinander, doch zu seiner Überraschung wartete sie nach Ende des Unterrichts wie immer vor der Tür auf ihn, und sie gingen gemeinsam in betretenem Schweigen nach Hause. »Hast du deinem Vater gesagt, dass ich dich angefasst hab?« »Nein«, erwiderte sie scharf. »Das ist gut. Ich will nämlich nicht, dass er mir mit der Pferdegärte eins überzieht«, sagte er, und meinte es auch. Da er sie ansehen musste, um sie zu verstehen, konnte er erkennen, dass ihr die Röte ins Gesicht stieg, doch zu seiner Verwirrung sah er auch, dass sie lachte. »Oh, Shaman! Dein armes Gesicht! Es tut mir wirklich leid«, sagte sie und drückte seine Hand. »Mir tut's auch leid«, entgegnete er, obwohl er gar nicht wusste, wofür er sich entschuldigte. Zu Hause setzte Rachels Mutter ihnen Ingwerkuchen vor. Sie aßen und saßen sich dann gegenüber am Tisch, um Schularbeiten zu machen. Anschließend gingen sie ins Wohnzimmer. Er saß neben ihr auf der Klavierbank, achtete aber darauf, ihr nicht zu nahe zu kommen. Was am Tag zuvor passiert war, hatte, wie er befürchtet hatte, einiges verändert, doch zu seiner Überraschung war es kein schlechtes Gefühl. Es stand zwischen ihnen als etwas Warmes, etwas, das nur ihnen beiden gehörte, wie eine gemeinsam benutzte Tasse. Ein amtliches Schreiben bestellte Rob J. für den 21. Tag des Juni im Jahr des Herrn 1857 zum Behufe der Einbürgerung in das Gerichtsgebäude von Rock Island. Es war ein klarer, warmer Tag, doch die Fenster im Gerichtssaal waren geschlossen, denn den Vorsitz führte Honorable Daniel P. Allen, und der mochte keine Fliegen. Es herrschte nur schwacher Publikumsverkehr, und Rob J. hegte die begründete Hoffnung, die Sache schnell hinter sich bringen zu können, bis Richter Allen begann, die Eidesformel zu verlesen. Also dann, schwören Sie hiermit, jeden Anspruch auf fremde Titel und Staatsangehörigkeiten aufzugeben?« »Ich schwöre es«, erwiderte Rob J., »und schwören Sie, für die Verfassung einzutreten, sie zu verteidigen und im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika Waffen zu tragen?« »Aber nein, Sir, euer Ehren, das schwöre ich nicht.« Durch diese Antwort aus seiner Apathie gerissen, starrte Allen ihn an. »Ich will nicht töten, euer Ehren, und deshalb werde ich nie in den Krieg ziehen.« Honorable Allen schien verärgert. Roger Murray am Tisch des Protokollführers neben der Richterbank räusperte sich, »Das Gesetz besagt, dass der Anwärter in solchen Fällen beweisen muss, dass er ein Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen ist, dessen Glauben es ihm verbietet, Waffen zu tragen. Das heißt, er muss zu einer Gruppe wie den Quäkern gehören, die öffentlich verkünden, dass sie nicht kämpfen.« »Ich kenne das Gesetz und weiß, was es bedeutet«, erwiderte der Richter giftig, verärgert darüber, dass Murray ihn immer in aller Öffentlichkeit belehren musste. Er spähte Rob J. über seine Brille hinweg an. »Sind Sie ein Quäker, Dr. Cole?« »Nein, euer Ehren.« »Was zum Teufel sind Sie dann?« »Ich gehöre keiner Religion an«, antwortete Rob J. und sah, dass der Richter ein Gesicht machte, als hätte er ihn persönlich beleidigt. »Euer Ehren, darf ich vortreten?« kam eine Stimme von den Zuschauerbänken. Rob J. erkannte Stephen Hume, der als Anwalt für die Eisenbahn arbeitete, seit Nick Holden ihm seinen Sitz im Kongress abgenommen hatte. Richter Allen bedeutete, ihm näherzutreten. »Herr Abgeordneter, Herr Richter,« sagte Hume mit einem Lächeln. »Wollen Sie, dass ich persönlich für Dr. Cole bürge?« Der Janet, derleading schpaß, derglитесь vom TrevANknister,我是 vom TrevANknister und den veteranz documentaire, der «trevzy souffert aus dem